gespräch zwischen einem der maskiert bleibt und einem der sich enthüllt es regnete in strömen als die kalesche des lords am späten abend über den ansbacher schloßplatz donnerte dazu scheuten die pferde plötzlich vor einem über den weg trottenden hund und der elsässische kutscher fluchte in seinem gräulichen dialekt so laut daß sich hinter den dunklen fensterquadraten ein paar weiße zipfelmützen zeigten die zimmer im gasthof zum stern waren voraus gemietet der wirt tänzelte mit einem paraplö vors tor und begrüßte den fremden mit unzähligen tiefen komplimenten und kratzfüßen schritt an ihm vorüber zur treppe da trat ihm ein herr in der uniform eines gendarmerieoffiziers entgegen sehr eilfertig mit regentriefendem mantel und stellte sich ihm als polizeileutnantickel vor der die ehre gehabt habe seiner lordschaft vor einigen wochen beim rittmeister wessenich in nürnberg flüchtig leider allzu flüchtig begegnet zu sein er nehme sich die freiheit dem herrn grafen seine dienste in der unbekannten stadt anzubieten und bitte um vergebung für die einem überfall ähnliche störung aber es sei zu vermuten daß seine lordschaft wenig zeit und vielerlei geschäfte habe darum wolle er nicht versäumen in erster stunde nachzufragen stanhope schaute den mann verwundert und ziemlich von oben herab an er sah ein frisches volles gesicht mit eigentümlich kecken und dabei zärtlich ergebenen augen unwillkürlich zurücktretend hatte stanhope das gefühl daß hier einer seine ganze person als werkzeug antrug gleichviel zu welchen zwecken nichts neues war ihm der begehrlich streberische glanz solcher blicke schon glaubte er seinen mann in und auswendig zu kennen aber woher wußte der dienstbeflissene davon wer hatte ihn auf die fährte gebracht eine feine nase war ihm jedenfalls zuzutrauen der lord dankte ihm kurz und er bat sich für eine bestimmte stunde seinen besuch worauf der polizeileutnant militärisch grüßte und ebenso eilig wie er gekommen war wieder in den regen hinaus rannte stanhope bewohnte den ganzen ersten stock und ließ sogleich in allen zimmern kerzen aufstellen da ihm unbeleuchtete räume verhasst waren während der kammerdiener den tee bereitete nahm er ein in saffian gebundenes andachtsbüchlein aus der reisetasche und begann darin zu lesen oder wenigstens hatte es den anschein als lese er in wirklichkeit dachte er hundert zerstreute gedanken die ruhe des kleinen landstädtchens war ihm unheimlicher als kirchhofsstille nach dem imbiss ließ er den wirt rufen befragte ihn über dies und jenes über die verhältnisse im ort über den ansässigen adel und die beamtenschaft der wirt zeigte sich den neuen läuften gründlich überlegen er hatte noch die selige markgrafenzeit erlebt und mit dem tag wo höfling und hofdame aus ihren ziervollen rokokopalästchen die flucht vor dem heransausenden kriegssturm ergriffen hatten war es aus mit dem glanz der welt ein stinkendes rattennest war sie geworden ein aktentrödelmarkt mit dem hochtrabenden namen ablationssenat eine tintenhöhle ein paragrafenloch damals ach damals wie verstand man zu shakern wie heiter war das treiben man spielte man pallierte man tanzte und der dicke mann fing vor den augen des lords an einige gravitätische menuettposen und pas de deux zu illustrieren wozu er eine verschollene melodie trällerte und mit zwei fingern jeder hand schelmisch die rockschöße hob der lord blieb vollkommen ernsthaft er fragte auch beiläufig ob er von feuerbach in der stadt sei doch bei diesen worten zog der dicke ein säuerliches gesicht die exzellenz grollte er ja die ist da wohler wäre uns sie wäre nicht da ein brummiger kater lauert sie uns auf und faucht uns an wenn wir ein bisschen pfeifen er kümmert sich um alles ob die straßen gekehrt sind ob die milch verwässert ist überall ist er hinterher aber galanterie hat er keine im leib nur eines versteht er gründlich er ist ein scharfer esser und halten zu gnaden herr graf wenn sie mit ihm zu tun haben müssen sie alles loben was auf seinen tisch kommt stanhope entließ den schwätzer huldvoll und dann bezeichnete er dem diener die kleider die für morgen instand zu setzen seien und begab sich zur ruhe am andern morgen erhob er sich spät schickte den lakaien in die wohnung feuerbachs und ließ um eine unterredung bitten der mann kam mit der botschaft zurück der herr staatsrat könne heute und wohl auch in den nächsten tagen nicht empfangen er ersuche seine lordschaft ihm das anliegen schriftlich mitzuteilen stanhope war wütend er begriff daß er sich überstürzt habe und fuhr sogleich zum hofrat hofmann der ihm empfohlen war indessen hatte sich die kunde von seiner anwesenheit verbreitet und nach weiteren vierundzwanzig stunden war schon ein sagenkranz um seine person geflochten ein halbes dutzend mit gold guinea gefüllte säcke seien auf dem reisewagen des fremdlings aufgeschnallt gewesen hieß es und er wolle das markgrafenschloss samt dem hofgarten kaufen er führe ein bett mit schwanendaunen mit sich und gestickte wäsche er sei ein vetter des königs von england und caspar hauser sein leiblicher sohn stanhope kühl bis in die nieren sah sich als mittelpunkt kleinstädtischen schwatzes und war es zufrieden der hofrat hatte ihm keine erklärung über das verhalten des präsidenten zu geben vermocht um die dienstlichen schritte zu beraten suchten sie den archivdirektor wurm auf der bei feuerbach großes vertrauen genoß stanhope spürte daß man nur mit scheuer vorsicht an die sache ging die amtsässigen herren konnten sich keines freien verhältnisses zu einem manne rühmen dessen hand wie eisenlast auf ihn ruhte am abend folgte stanhope der einladung in einen familienkreis als er hier die rede auf den präsidenten brachte wurde eine reihe von anekdoten erzählt die teils lächerlich teils bizarr klangen oder man berichtete wie um den mangel an liebe und echtem sich bescheiden durch umstände zu verdecken welche das mitleid herausforderten von dem unglück welches feuerbach an zweien seiner söhne erlebe von einer zerrütteten ehe von der menschenhassenden einsamkeit in welcher der alte hauste und in der man doch wieder etwas wie eine dunkle verschuldung sehen wollte er ist ein fanatiker ließ sich ein kahlköpfiger kanzleivorstand vernehmen er würde wie horatius seine eigenen kinder dem henkersknecht ausliefern er vergibt niemals einem feind sagte ein anderer klagend und dies beweist keine christliche gesinnung das alles wäre nicht so schlimm wenn er nicht in jedem menschen eine art von übeltäter sehen würde meinte die dame des hauses und bei jeder harmlosigkeit gleich das ganze strafgesetz aufmarschieren ließe neulich ging ich um die dämmerung mit meiner tochter auf der triisdorfer straße spazieren und wir waren unbedachtsam genug ein paar äpfel von den bäumen zu pflücken auf einmal steht die exzellenz vor uns schwingt den stock in der luft und schreit mit einer fürchterlich krähenden stimme oho meine gnädige das ist diebstahl am gemeindegut nun bitte ich einen menschen diebstahl was soll denn das heißen du mußt aber auch sagen mama fügte die tochter hinzu dass er dabei ganz pfiffig geschmunzelt hat und sich kaum das lachen verbeißen konnte als wir vor schrecken zitternd die äpfel in den graben warfen der bloße name des mannes glich einem steinblock im strom vor dem das wasser staut und aufprallt machte kein hehl aus seiner bewunderung für den präsidenten er zitierte stellen aus seinen schriften schien selbst die trockensten juristischen abhandlungen zu kennen und pries die von feuerbach durchgeführte abschaffung der folter als eine tat die über die jahrhunderte leuchten würde es war ein mittel zu blenden wie irgendein anderes auf allen gassen in allen salons gab es alsbald nur einen einzigen gesprächsstoff und das war lord stanhope lord stanhope der held und die zuflucht der unschuldig verfolgten lord stanhope der gipfel der eleganz lord stanhope der freigeist lord stanhope der liebling des glücks und der mode lord stanhope der melancholische und lord stanhope der streng religiöse so viel tage so viel gesichter heute ist lord stanhope kalt morgen ist er leidenschaftlich zeigt er sich hier heiter und ungebunden dort wird er tiefsinnig und würdevoll sein gelehrsamkeit und leichte tändelei die stimme des gemüts und sittliche forderung es kommt nur auf das register an das der geschickte orgelspieler braucht wie interessant sein aberglauben wenn er in einem zirkel bei frau von imhoff seine furcht vor gespenstern bekennt und schildert daß er dabei gewesen wie ein landsmann in den krater des vesuv zur hölle gefahren sei wie entzückend die ironie mit der er bei andrer gelegenheit gottlose gedichte von byron zu rezitieren versteht die elemente mischen sich man weiß nicht wie es ist eine lust die welle zu schaum zu schlagen und den kleinen provinzischen sumpf im vergoldeten kahn zu durchfahren am fünften tag kam der jäger zurück er brachte erweiterte vollmachten befehle denen stanhope durch seine reise nach ansbach zum teil zuvor gekommen war aus denen als bemerkenswert etwas wie furcht vor den maßnahmen feuerbachs auffiel es wurde ihm geboten sich dem präsidenten in jedem fall zu fügen da widerstand verdacht erweckt hätte das äußerste zu versuchen aber sich zu fügen und neue minen zu graben in die alten wirkungslos geworden von einem gefährlichen dokument war die rede das einstweilen beiseite gebracht oder unschädlich gemacht werden müsse von dessen inhalt aber jedenfalls abschrift zu nehmen sei das überreichte schreiben sollte im beisein des jägers zerrissen und verbrannt werden dies geschah vor allem brachte der bursche geld herrliches wahres geld stanhope atmete auf am nächsten abend lud er einige der vornehmsten familien der stadt zu einem geselligen beisammensein in die räume des casinos man raunte sich zu daß er die speisen nach besonderen rezepten habe bereiten lassen und die musikpiesen mit dem kapellmeister selbst durchprobiert habe vor beginn des tanzes erhielt jede dame ein ebenso sinniges wie kostbares angebinde ein kleines schildchen von gold auf welchen in emaierter schrift die devise stand die danach nahm der lord sein glas und forderte die anwesenden auf mit ihm das wohl eines menschen auszubringen der ihm so teuer sei daß er den namen vor so vielen ohren gar nicht auszusprechen wage wüßten doch alle vor wen er meine jenes wunderbare geschöpf vom schicksal wie auf eine warte der zeit hingestellt dieu dies gelte ihm dem mutterlosen dessen die mütter gedenken möchten welche kinder geboren und die jungfrauen die sich der liebe weihten man war gerührt man war außerordentlich gerührt ein paar weiße taschentücher flatterten in sanften händen und eine ergriffene bassstimme murrte seltener mann der seltene mann als ob er seine eigene bewegung nicht anders meistern könne begab sich auf den anstoßenden balkon und schaute sinnend auf das volk das teils in ehrfürchtig flüsternden gruppen stand teils in der dunkelheit auf und ab promenierte viele auch hatten sich der musik lauschend an die gegenüberliegende mauer gedrängt und eine ganze reihe von gesichtern glänzte fahl in dem aus den fenstern flutenden lichtschein da gewahrte stanhope den uniformierten der sich ihm bei seiner ankunft in der stadt präsentiert er hatte ihn seitdem völlig aus dem gedächtnis verloren der mann war zur festgesetzten stunde im hotel gewesen doch hatte stanhope die verabredung nicht gehalten und jener hatte nur die karte zurückgelassen jetzt stand er wenige schritte entfernt unter einem laternenpfahl und sein gesicht schien auffallend böse ein unbehagen überlief den lord er verbeugte sich höflich nach der richtung wo der erregungslose stand darauf hatte der nur gewartet er trat näher und dicht am balkon stehend war sein gesicht etwa in brusthöhe des grafen polizeileutnant hickel wenn ich nicht irre sagte stanhope und reichte ihm die hand ich hatte das unglück ihren besuch zu versäumen ich bitte mich zu entschuldigen der polizeileutnant strahlte vor ergebenheit und heftete den blick andächtig auf den redenden mund des grafen schade versetzte er ich hätte sonst gewiß den vorzug den heutigen abend in mylords gesellschaft zu verbringen man rechnet meine wenigkeit hier gleichfalls zu den oberen zehntausend aha stanhope rückte kaum merklich den kopf was für ein unangenehmer geselle dachte er waren eure herrlichkeit schon beim staatsrat feuerbach fuhr der polizeileutnant fort ich meine heute die exzellenz war nämlich bis jetzt starrköpfig wollte mit eurer herrlichkeit nur schriftlich unterhandeln es ist mir endlich gelungen den eigensinnigen mann andern sinnes zu machen all das wurde in der biedersten weise vorgebracht doch stanhope zeigte ein befremdetes gesicht wie das fragte er stockend nun ja ich kann bei dem guten präsidenten manches durchsetzen woran andere sich umsonst die zähne ausbeißen erwiderte hickel ebenfalls mit dem heitersten und gefälligsten ausdruck solche hitzköpfe sind um den finger zu wickeln wenn man sie zu nehmen versteht aha das ist lustig um den finger gewickelte hitzköpfe ha ha stanhope blieb eisig er empfand einen an ekelgrenzenden widerwillen der polizeileutnant ließ sich nicht beirren mylord sollten keinesfalls lange überlegen sagte er wenn auch die angelegenheit jetzt nicht gerade sonderlich drängt so treffen sie doch den staatsrat in einem zustand von unentschlossenheit dünkt mich der auszunutzen ist und was das bedrohliche dokument anbelangt er hielt inne und machte eine pause stanhope fühlte daß er bis in den hals erbleichte das dokument von welchem dokument sprechen sie murmelte er hastig sie werden mich vollständig verstehen herr graf wenn sie mir eine halbe stunde gehör schenken wollen antwortete hickel mit einer unterwürfigkeit die sich beinahe spott ausnahm was wir uns zu sagen haben ist nicht unwichtig muß aber keineswegs noch heute gesagt werden ich stehe zu jeder beliebigen zeit zur verfügung seiner unruhe trotzend glaubte stanhope gleichgültigkeit zeigen zu sollen obwohl ein stichwort gefallen war das er nicht überhören durfte verschanzte er sich hinter einer vornehmen unnahbarkeit ich werde mich sicherlich an sie wenden wenn ich ihrer bedarf herr polizeileutnant sagte er kurz und wandte sich stirnrunzelnd ab hickel biss sich auf die lippen schaute mit einiger verblüffung dem grafen nach der durch die offene saaltür verschwunden war und ging dann leise pfeifend über die straße plötzlich drehte er sich um verbeugte sich höhnisch und sagte mit geschraubter verbindlichkeit wie wenn stanhope noch vor ihm stünde der herr graf sind im irrtum auch bei derognaden wird mit wasser gekocht als stanhope wieder unter seine gäste getreten war zog er den generalkommissär von stichana ins gespräch im verlauf der unterhaltung äußerte er er habe sich entschlossen dem präsidenten morgen einen besuch zu machen wenn feuerbach auch dann bei seinem wunderlichen starrsinn verbleibe werde er es als vorsätzlichen affront auffassen und abreisen er sagte das mit so lauter stimme daß einige daneben stehende herren und damen es hören mußten unter diesen befand sich auch frau von imhoff die mit feuerbach sehr befreundet war an sie hatte sich der lord offenbar wenden wollen frau von imhoff war aufmerksam geworden sie blickte herüber und sagte etwas verwundert wenn ich mich nicht täusche mylord so hat exzellenzia ihnen einen besuch abgestattet ich traf ihn spät nachmittags in seinem garten als er eben im begriff war zum stern zu gehen sie waren wohl nicht zu hause ich verließ mein hotel um acht uhr antwortete stanhope eine stunde später schickten sich viele zum aufbruch an der lord erbot sich frau von imhoff deren gatte verreist war in seinem wagen nach hause zu bringen da sie der weg vorüberführte ließ stanhope beim stern halten und erkundigte sich ob in seiner abwesenheit jemand vorgesprochen habe in der tat hatte feuerbach seine karte abgegeben am andern vormittag um elf uhr hielt die gräfliche karosse in der heiligen kreuzgasse vor dem tor des feuerbachschen gartens mit aristokratisch gebundenen schritten die gärtenhaft biegsame gestalt unnachahmlich gestreckt näherte sich stanhope dem landhausähnlichen gebäude in dem er genau die mitte der kahlen baumallee einhielt sein anzug bekundete peinliche sorgfalt in dem knopfloch des braunen gehrocks glühte ein rotes ordensbändchen die krawatte war durch eine diamantschließe gehalten und wie ein geistiger schmuck umspielte ein müdes lächeln die glatt rasierten lippen als er ungefähr zwei drittel des wegs zurückgelegt hatte hörte er eine brüllende stimme aus dem haus zugleich rannte eine katze vor ihm über den kies ein böses omen dachte er verfärbte sich blieb stehen und schaute unwillkürlich zurück es war so neblig daß er seinen wagen nicht mehr sah er zog die glocke am tor und wartete geraume weile ohne daß geöffnet wurde indes dauerte das geschrei drinnen fort es war eine männerstimme in tönen wilder wut stanhope drückte endlich auf die klinke fand den eingang unversperrt und betrat den flur er sah niemand und trug bedenken weiterzugehen plötzlich wurde eine tür aufgerissen ein frauenzimmer stürzte heraus anscheinend eine magd und hinterher eine gedrungene gestalt mit mächtigem schädel in welcher stanhope sofort den präsidenten erkannte doch erschrak er dermaßen vor dem zornverzehrten gesicht den gesträubten haaren und der durchdringenden stimme daß er wie angewurzelt stehen blieb gespräch zwischen einem der maskiert bleibt und einem der sich enthüllt aufgenommen von ramona deininger schnabel www crowings.com abschnitt 17 von kaspar hauser oder die trägheit des herzens von jakob wassermann diese librivox aufnahme ist in der public domain gespräch zwischen einem der maskiert bleibt und einem der sich enthüllt was hatte sich ereignet war ein unheil passiert ein verbrechen zutage gekommen nichts von alledem bloß ein stinkender qualm zog durch den korridor weil ein topf mit milch in der küche übergelaufen war die frauensperson hatte sich beim wasserholen verschwatzt und da war es denn ein gar würdeloser anblick den alten beserker zu sehen wie er mit den armen fuchtelte und bei jeder jammernden widerrede der gescholtenen von neuem raste die zähne fletschte über den füßen stampfte und sich vor bosheit überschrie ein komisches männlein dachte stanhope voll verachtung und vor diesem kleinen provinzthyrannen und polizeifilister habe ich gebebt sich vornehm räuspernd schritt er die drei stufen empor die noch von dem lächerlichen kriegsschauplatz trennten da wandte sich feuerbach blitzschnell um der lord verneigte sich tief nannte seinen namen und bat nachsichtig lächelnd um entschuldigung wenn er störe schnelle röte überflog das gesicht feuerbachs er warf einen seiner jähen fast stechenden blicke auf den grafen dann zuckte es um nase und mund und auf einmal brach er in ein gelächter aus in welchem beschämung selbstironie und irgendeine gemütliche versicherung lag kurz es hatte einen befreienden wohltuenden und überlegenen klang mit einer handbewegung forderte er den gast zum eintreten auf sie kamen in ein großes wohlerhaltenes zimmer das bis in jeden winkel von außerordentlicher akkurateß zeugte feuerbach begann sogleich über sein bisheriges verhalten gegen den lord zu sprechen und ohne gründe anzuführen sagte er die notwendigkeit die ihn bestimmt sei stärker als die gesellschaftliche pflicht doch habe er eingesehen daß er einen mann von solchem rang und ansehen nicht verletzen könne zumal ihm schätzenswerte freunde so viel anziehendes berichtet hätten und deshalb habe er seine lordschaft gestern aufgesucht verbeugte sich abermals bedauerte daß er seiner exzellenz nicht habe aufwarten können und fügte bescheiden hinzu er müsse diese stunde zu den höchsten seines lebens rechnen vergönne sie ihm doch die bekanntschaft eines mannes dessen ruf und ruhm einzig und über die grenzen der sprache wie der nation hinausgedrungen sei von neuem der jähe scharfe blick des präsidenten ein schamhaft satirisches schmunzeln in dem verwitterten gesicht und dahinter fast rührend ein strahl naiver dankbarkeit und freude der lord seinerseits stellte vollendet einen mann der großen welt dar der vielleicht zum ersten mal befangen ist sie nahmen platz der präsident durch die gewohnheit des berufs mit dem rücken gegen das fenster um seinen gast im licht zu haben er sagte eine der ursachen weshalb er ihn zu sprechen verlange sei ein gestern eingetroffener brief des herrn von tucher worin ihm dieser nahe lege caspar zu sich ins haus zu nehmen diese plötzliche sinnesänderung sei ihm umso merkwürdiger erschienen als er ja wisse dass herr von tucher den absichten des grafen geneigt gewesen er habe den faden verloren die ganze geschichte sei ihm verschwommen geworden er habe nun sehen und hören wollen im tone größten befremdens erwiderte stanhope er könne sich das vorgehen herrn von tuchers durchaus nicht erklären man braucht den menschen nur den rücken zu kehren und sie verwandeln ihr gesicht sagte er geringschätzig das ist nun so versetzte der präsident trocken ich will übrigens ihre erwartung nicht hinhalten herr graf wie ich schon dem bürgermeister binder mitteilte kann es auf keinen fall geschehen dass ihnen caspar überlassen werde ein solches ansinnen muss ich gänzlich und ohne bedenken abweisen stanhope schwieg ein schlaffer unwillen malte sich in seinen zügen er blickte unablässig auf die füße des präsidenten und als ob ihn das sprechen überwindung koste sagte er endlich lassen sie mich ihnen exzellenz vor augen führen daß caspars lage in nürnberg unhaltbar ist auf sonderbarste angefeindet und von keinem unter allen die sich seine schützer nennen verstanden mit dem druck einer dankesschuld beladen die das schicksal selbst für ihn aufgenommen hat und die er niemals wird bezahlen können da ihm ja sonst jeder tag und jedes erlebnis zu einer wucherischen zinsenabgabe würde und er ein junge ein wachsender der er ist sein dasein für sich verzehren muß ist er waffenlos ausgesetzt zudem will die stadt wie mir ausdrücklich versichert wurde nur noch bis zum nächsten sommer für ihn sorgen und ihn dann einem handwerksmeister in die lehre geben das exzellenz dünkt mich schade hier erhob der lorte seine stimme ein wenig und sein gesicht mit den niedergeschlagenen augen erhielt den ausdruck verbissenen hochmuts es dünkt mich schade die seltene blume in einen von aller welt zerstampften rasen setzen zu lassen der präsident hatte aufmerksam zugehört gewiß das alles ist mir bekannt antwortete er eine seltene blume gewiß war doch sein erstes auftreten derart daß man einen durch ein wunder auf die erde verlorenen bürger eines andern planeten zu sehen vermeinte oder jenen menschen des plato der im unterirdischen aufgewachsen erst im alter der reife auf die oberwelt und zum licht des himmels gestiegen ist stanhope nickte meine hinneigung zu ihm die dem allgemeinen urteil übertrieben erschienen ist entstand mit dem ersten hören sagen über seine person sie findet auch in der geschichte meines geschlechts etwas wie eine atavistische rechtfertigung fuhr er in kühlem plauderton fort einer meiner ahnen wurde unter cromwell geächtet und floh in ein grabgewölbe die eigene tochter hielt ihn verborgen und nährte ihn bis die flucht gelang kümmerlich mit erstohlenen brocken seitdem weht vielleicht ein wenig grabesluft um die nachgeborenen ich bin der letzte meines stammes ich bin kinderlos nur noch ein traum oder wenn sie wollen eine fixe idee bindet mich ans leben feuerbach warf den kopf zurück die linie seines mundes zuckte in die länge wie ein bogen dessen sehne zerrissen ist plötzlich lag größe in seiner gebärde eine innere verantwortung hindert mich ihnen zu willfahren herr graf sagte er hier steht so ungeheures auf dem spiel dass jeder gnadenbeweis und jedes liebesopfer daneben gar nicht mehr in frage kommt ihr ist den in abgründen kauernden dämonen des verbrechens ein recht zu entreißen und dem bangen auge der mitwelt wenn nicht als trophäe so doch als beweis dafür entgegen zu halten dass es auch dort eine vergeltung gibt wo untaten mit dem purpurmantel bedeckt werden der lord nickte wieder doch ganz mechanisch denn innerlich erstarrte er es wurde ihm schwül vor der elementaren gewalt die aus der brust dieses mannes zu ihm redete und die selbst das pathos verzerrte das ihm anfangs unbehaglich war und ihn ironisch gestimmt hatte er fühlte dass gegen diesen willen zu kämpfen der sich wie unwetter ankündigte ein aussichtsloses mühen sein würde und wenn es ein beschluss über ihm war durch den er in das labyrinth lichtscheuer verrichtungen mehr geglitten als geschritten war so fand er sich jetzt ratlos und ohnmächtig darin und es wurde ihm auf einmal wichtig einen anschein von ehre und tugend aus dem chaos seines innern zu retten er beugte sich vor und fragte sanft und ist das recht dass sie jenen entreißen wollen die leiden dessen wert dem es zukommt ja auch dann wenn er daran verbluten müsste und wenn er verblutet ohne dass sie ihr ziel erreichen dann wird aus seinem grab die sühne wachsen ich ermahne sie zur vorsicht exzellenz um ihretwillen flüsterte stanhope indem sein blick langsam von den fenstern zur tür wanderte feuerbach sah überrascht aus es war etwas verräterisches in dieser wendung in irgendeinem sinn verräterisch aber die blauen augen des lords strahlten durchsichtig wie sapphire und eine frauenhafte trauer lag in der neigung des schmalen hauptes der präsident fühlte sich hingezogen zu dem manne und unwillkürlich nahm seine worte einen milden ja fast liebreichen klang an als er sagte auch sie auch sie sprechen von vorsicht meine sprache scheint ihnen kühn wie ist es ich bin es satt auf einem schiff zu dienen das durch die verblendung seiner offiziere in den schmählichen untergang rennt aber ich könnte mir denken daß es einem bürger des freien england unbegreiflich ist wenn ein mensch wie ich seine ruhe und die sicherheit der existenz aufgeben muß um das gewissen des staats für die primitivsten forderungen der gesellschaft wach zu rütteln es ist überflüssig mich zur vorsicht zu mahnen mylord ich würde alles das auch demjenigen ins ohr schreien der sich mir als denunzianten bekennte ich fürchte nichts weil ich nichts zu hoffen habe stanhope ließ einige sekunden verstreichen bevor er versonnen antwortete mein unkenruf wird sie weniger verwundern wenn ich ihnen gestehe daß ich nicht uneingeweiht in die verhältnisse bin auf die sie hindeuten ich bin nicht das werkzeug des zufalls ich bin nicht ohne äußeren antrieb zu dem findling gekommen es ist eine frau es ist die unglücklichste aller frauen als deren sendboten ich mich betrachte der präsident sprang empor als ob ein blitz im zimmer gezündet hätte herr graf rief er außer sich sie wissen also ich weiß versetzte stanhope ruhig nachdem er mit düsterer miene beobachtet hatte wie der präsident krampfhaft die stuhllehne gepackt hielt so daß die arme sichtbar zitterten und wie das große gesicht sich verfaltete und bewegte fuhr er mit monotoner stimme und einem matten seltsam süßlichen lächeln fort sie werden mich fragen wozu die umwege was wollen sie mit dem knaben ich antworte ihnen ich will ihn in sicherheit bringen ich will ihn in ein anderes land bringen ich will ihn verbergen ich will ihn der waffe entziehen die fortwährend gegen ihn gezückt ist kann man klarer sein wollen sie noch mehr exzellenz ich habe kenntnis von dingen die mein blut gefrieren lassen selbst wenn ich nachts erwache und in der pause zwischen schlaf und schlaf daran denke wie man an ein fieberbild denkt ersparen sie mir die ausführlichkeit rücksichten bindender als schwüre machen meine zunge lahm auch sie scheinen ja es ist mir rätselhaft auf welche weise einen blick gewonnen zu haben in diesen grauenhaften schlund von schande mord und jammer so darf ich ihnen wohl sagen daß ich der den königen und herren der erde sehr genau und sehr nah ins gesicht geschaut hat niemals ein anlitz sah dem geburt und geist einen gleich hohen adel und der schmerz eine ergreifenderere macht verliehen habe als dem jener frau ich ward ihr sklave mit dem augenblick wo das bild ihrer tragischen erscheinung zum ersten mal mein gemüt belud es wurde meine lebensidee die ihr vom schicksal zugefügten wunden in ihrem dienst zu mildern ich will schweigen darüber wie ich gewißheit über den zustand der gemacht hatten und am rand des todes hinsiechenden seele gewann und wie sich mir von denen die ein jahrzehnte hindurch fortgesponnenes gewebe von leiden um das unbeschützte dasein der unglücklichen flochten langsam stirn um stirn entschleierte das haupt der meduse kann nicht grässlicher sein genug damit daß ich meine wahre natur unterdrücken und mich harmlos geben mußte ich mußte lügen schmeicheln schleichen und ränke durch ränke schlagen ich habe mich verkleidet und täuschungsvolle aufgaben übernommen dabei fraß mir der zorn am mark und ich fragte mich wie es möglich sei weiter zu leben mit solcher wissenschaft in der brust aber das ist es ja eben man lebt weiter man ißt man trinkt man schläft man geht zu seinem schneider man promeniert man läßt sich die haare scheren und tag reiht sich an tag als ob nichts geschehen wäre und genau so ist es mit jenen von welchen man glaubt daß das böse gewissen ihre sinne verwüsten und ihre adern verdorren müsse sie essen trinken schlafen lachen amüsieren sich und ihre taten rinnen von ihnen ab wie wasser von einem dach sehr wahr das ist es so ist es rief feuerbach leidenschaftlich bewegt er eilte ein paar mal durch das zimmer und dann blieb er vor stanhope stehen und fragte streng und weiß die frau von allem weiß sie von ihm was ist ihr bekannt was erwartet was hofft sie aus persönlicher erfahrung kann ich darüber nichts melden entgegnete der lord mit derselben traurigen und matten stimme wie bisher vor kurzem wurde bei der gräfin bottme erzählt sie habe laut aufgeweint als man den namen caspar hauser vor ihr genannt mag sein ganz glaubwürdig ist es nicht hingegen ist mir ein anderer vorfall bekannt der auf eine fast übersinnliche beziehung schließen läßt eines mittags vor zwei jahren befand sich die fürstin allein in der schlosskapelle und verrichtete ihr gebet nachdem sie geendet und sich erheben wollte sah sie plötzlich über dem altar das bild eines schönen jünglings dessen gesicht einen unendlichen kummer ausdrückte sie rief den namen ihres sohnes stefan hieß er der erstgeborene dann fiel sie in ohnmacht später erzählte sie die vision einer vertrauten dame und diese die caspar selbst in nürnberg gesehen hatte war von der ähnlichkeit tief berührt und das wunderbare ist dass die erscheinung sich am selben tag und zur selben stunde gezeigt hatte wo der mordanfall im hause daumers stattfand soviel ist klar daß sich auf beiden seiten ein geheimnisvolles zusammenstreben offenbart ferner ist es klar exzellenz daß jedes zaudern gefahr bedeutet und ein leichtfertiges vergeuden günstiger gelegenheit ich rufe ihnen das in ernster not entgegen es könnte kommen daß unsere versäumnisse vor einen richterstuhl gefordert werden wo keine reue das geschehene ausgleicht der lord erhob sich und trat zum fenster seine augenlider waren gerötet sein blick verdunkelt wen verriet er eigentlich wen belog er sein auftraggeber den jüngling den er an sich gekettet den präsidenten sich selbst er wußte es nicht er war erschüttert von seinen eigenen worten denn sie erschienen ihm wahr wie sonderbar alles das erschien ihm wahr als ob er der ritter wirklich sei er liebte sich in diesen minuten und hätschelte sein herz eine finsternis des vergessens kam über ihn und sofern er müdigkeit und ekel zu erkennen gab galten sie nur dem wesenlosen schämen das an seiner stelle gesessen an seiner stadt geredet und gehandelt hatte er löschte zwanzig jahre vergangenheit von der tafel seines gedächtnisses hinweg und stand da reingewaschen durch eine halluzination von güte und mitleid feuerbach hatte sich vor seinen schreibtisch niedergelassen den kopf in die hand gestützt schaute er sinnend in die luft wir sind die diener unserer taten my lord begann er nach langem schweigen und die sonst polternde oder schrille stimme hatte einen sanften und feierlichen klang vor dem schlimmen ende zittern hieße jede schlacht aufgeben bevor sie geschlagen offenheit gegen offenheit herr graf bedenken sie ich stehe hier auf einem verlorenen posten des landes mein leben war für eine andere bahn bestimmt einst glaubte ich es wenigstens als in der verborgenheit einer kreisstadt beschlossen zu werden ich habe meinem könig dienste geleistet die gewürdigt worden sind und die vielleicht dazu beigetragen haben seinem namen das stolze attribut des gerechten zu verleihen noch größere wollte ich leisten sein volk erhöhen die krone zu einem symbol der menschlichkeit machen dies scheiterte ich ward zurückgestoßen freilich man hat mich belohnt aber nicht anders als wie domestikin belohnt werden er hielt inne rieb das kinn mit dem handrücken und knirschte mit den zähnen dann fuhr er fort von früher jugend an habe ich mich dem gesetz geweiht ich habe den buchstaben verachtet um den sinn zu verhedeln der mensch war mir wichtiger als der paragraf mein streben war darauf gerichtet die regel zu finden die trieb von verantwortung scheidet ich habe das laster studiert wie ein botaniker die pflanze der verbrecher war mir ein gegenstand der obsorge in seinem erkrankten gemüt wog ich ab was von seinen sünden auf die verwirrung des staates und der gesellschaft entfiel ich bin bei den meistern des rechts und bei den großen aposteln der humanität in die lehre gegangen ich wollte das zeitalter der überlebten barbarei entreißen und pfade zur zukunft bauen überflüssig zu beteuern meine schriften meine bücher meine ehrlässe meine ganze vergangenheit das heißt eine kette ruheloser tage und arbeitsvoller nächte sind zeugen ich lebte nie für mich ich lebte kaum für meine familie ich habe die vergnügungen der geselligkeit der freundschaft der liebe entbehrt ich zog keinen gewinn aus eroberter gunst kein erfolg schenkte mir rast oder nachweisbares gut ich war arm ich blieb arm geduldet von oben begeifert von unten mißbraucht von den starken überlistet von den schwachen meine gegner waren mächtiger ihre ansichten waren bequemer ihre mittel gewissenloser sie waren viele ich einer ich bin verfolgt worden wie ein räudiger hund pasquillanten und verleumder besudelten meine gute sache mit schmutzes war eine zeit da konnte ich nicht durch die straßen der residenz gehen ohne die gröblichsten insulten des pöbels fürchten zu müssen als ich durch widerwärtige intrigen und anfeindungen gezwungen mein professorenamt in landshut aufgeben mußte als man den studentischen jan hagel gegen mich in raserei versetzt hatte und ich nach meiner heimat floh weib und kind im stich lassend da trachteten mir bezahlte schergen nach dem leben es war der große krieg alle ordnung war zerrüttet von der österreichischen partei wurde ausgesprengt daß ich mit der französischen partei im büttennis stehe die dem kaiser napoleon zur errichtung eines occidentalischen kaiserreichs den weg bahnen und die souveränen fürsten stürzen wolle die franzosen verdächtigten umgekehrt meine beziehungen zu österreich es gab einen mann einen amts- und berufsgenossen einen gelehrten berühmt und angesehen o ein feiliger poltron die zeit wird seinen namen an einen der schandfehle des jahrhunderts heften der sich nicht entblödete mich öffentlich als spion zu bezeichnen und mein protestantentum zum vorwand nahm den könig gegen mich mißtrauisch zu machen ich erlag nicht die widrigkeiten hatten ein ende mein fürst nahm mich wieder in gnaden auf freilich nur in gnaden ein neuer herr bestieg den thron ich blieb in gnaden heute bin ich ein alter mann sitze hier in der stille immer in gnaden auch meine feinde sind besänftigt oder sie stellen sich so auch sie sind in gnaden aber was es bedeutet eine aufs große und allgemeine gerichtete existenz vernichtet zu sehen bevor noch die letzte faser des geistes der sie trug und nährte ihre kraft verzerrt hat das empfinden nicht jene das weiß nur ich feuerbach stand auf und atmete tief hierauf griff er zur schnupftabaksdose nahm eine prise dann wandte er stanhope voll das gesicht zu und unter den barschen brauen blitzte ein rührend ängstlicher und dankbarer blick hervor während er sagte herr graf ich bin mir nicht ganz klar darüber was mich bewegt so zu ihnen zu sprechen es erstaunt mich selbst wir sind der erste der zu hören bekommt was so verzweifelt den klagen eines zurückgesetzten ähnelt und doch nur die erklärung für eine unabänderliche notwendigkeit bieten soll es ist mir in der angelegenheit kaspers nichts an dem besonderen des falles gelegen und nicht das besondere der person ist es was meinen beschluss stärkt an mich tritt der härteste zwang heran der einen mann von grauen haaren treffen kann und nötigt mich zu der frage an das schicksal ob denn alles geopferte und gewirkte umsonst gewesen ob es mir und den gleichstrebenden keine andere frucht gezeitigt hat als ohnmacht hier und gleichgültigkeit dort ich muß die probe machen ich muß es durchführen komme was da wolle ich muß wissen ob ich in wind geredet und auf sand geschrieben habe ich muß wissen ob die versprechungen mit denen man die bitterkeit meines exils versüßt hat nur wohlfeile lockspeise waren ich muß und will wissen ob man es ernst meint mit mir und meiner sache ich habe beweise graf es liegen furchtbare indizien vor ich kann dreinschlagen ich habe den donnerkeil und kann das wetter machen alles ist von mir fixiert und in einem besonderen dokument dargestellt man weiß es man wird es nicht zum äußersten treiben denn zum äußersten bin ich entschlossen um das kostbare gut zu wahren zu dem ich vor gott und den menschen als hüter bestellt bin immerhin ich werde warten große dinge brauchen viel geduld aber caspar darf mir nicht entfernt werden er ist die lebendige waffe und der lebendige zeuge deren ich bedarf und zwar in stets erreichbarer nähe verlöre ich ihn so wäre das fundament meines letzten werks dahin ich spüre es wohl es ist das letzte und jeder anspruch auf gehör würde wesenlos und sie edler mann was verlören sie wollen sie eine tat der barmherzigkeit oder der liebe verrichten und der gerechtigkeit nicht gedenken das hieße gold wegwerfen um heckerling zu erhalten stanhopes gesicht war nach und nach so fahl geworden als flösse kein blut mehr unter der haut er hatte sich niedergesetzt sich geduckt wie wenn er sich verkriechen wollte ein paar mal waren blicke aus seinen augen gebrochen wie wilde tiere die ihren käfig zertrümmert haben dann rief er sie wieder zurück saugte sie in sich hinein hielt den atem an nestelte mit den fingern am kettchen des und als der präsident am ende war richtete er sich mit einer leidenschaftlichen bewegung auf er hatte mühe sich zu finden er hatte mühe worte zu finden in heftigem wechsel zuckte es um seinen mund wie wenn er lachen oder einen körperlichen schmerz verbeißen wollte und als er die hand des präsidenten ergriff wurde ihm eiskalt der doppelgänger stand an seiner seite dieser schattenleib des gelebten begangenen versäumten und zischelte ihm das wort des verrats ins ohr aber seine augen waren feucht als er sagte ich verstehe alles was ich zu antworten vermag ist nehmen sie mich als freundexzellenz betrachten sie mich als ihren helfer ihr vertrauen ist mir wie ein wink von oben doch welche bürgschaft haben sie welche gewähr daß sie ihr herz nicht einem unwürdigen geöffnet haben der nur besser zu heucheln versteht als alle andern ich hätte caspar entführen können ich könnte es noch wenn dies anlitz lügt mylord mit dem sie hier vor mir stehen dann will ich es meinetwegen für ein hirngespinst erklären wahrheit auf erden zu suchen unterbrach ihn feuerbach lebhaft entführen caspar entführen fuhr er gutmütig lachend fort sie scherzen ich möchte das jedem manne widerraten der noch wert darauf liegt im sonnenschein spazieren zu gehen stanhope versank eine weile in regungsloses grübeln dann fragte er hastig was soll aber geschehen schnelles handeln ist pflicht wohin mit caspar er soll hierher nach ansbach versetzte feuerbach kategorisch hierher zu ihnen zu mir nein das ist leider unmöglich aus vielen gründen unmöglich ich muss viel allein sein ich habe viel zu arbeiten ich bin viel auf reisen meine gesundheit ist erschüttert mein charakter eignet sich schlecht zu der rolle die ich dabei übernehmen müßte und außerdem verbietet es die sache ein allzu persönliches band zu knüpfen stanhope atmete auf wohin also mit ihm beharrte er ich werde nach einer familie umfrage halten wo er gute pflege und geistige wie sittliche unterstützung findet sagte der präsident noch heute will ich mit frau von imhoff sprechen und ihren rat einholen sie kennt die hiesigen leute seien sie dessen versichert my lord dass ich über den jüngling wachen werde wie über mein eigenes kind die nürnberger schwabenstreiche sind zu ende dass ich ihrem verkehr mit caspar keinerlei schranken setze bedarf nicht der erwähnung herr graf mein haus ist das ihre glauben sie mir auch unter der hülle des beamten und richters schlägt ein für freundschaft empfängliches herz man wird in diesem land der kleingeisterei nicht verwöhnt durch den umgang mit männern nachdem sie noch flüchtig über die an herrn von tucher und den nürnberger magistrat zu sendenden nachrichten beraten hatten verabschiedete sich stanhope der präsident schritt lange zeit in tiefe gedanken versunken auf und ab von minute zu minute wurde sein gesicht unruhiger und finsterer ein sonderbares nagen das nicht abzuweisendes mißtrauen stieg in seiner brust empor je mehr frist verstrich seit der graf das zimmer verlassen hatte je mehr wuchs diese peinigende empfindung er war ein zu gewiegter menschenkenner um sich gewissen merkmalen zu entziehen die ihn bedenklich stimmten plötzlich schlug er sich mit der hand vor die stirn begab sich an den schreibtisch und schrieb in großer hast drei briefe einen nach paris an einen hochgestellten englischen freund einen an den bayerischen geschäftsträger nach london und einen dritten an den staatsminister der justiz doktor von kleinschrot in münchen in jenen beiden zog er genaue erkundigungen über die person des grafen stanhope ein in letzterem meldete er seine baldige ankunft in der residenz und er suchte um reiseurlaub alle drei briefe ließ er zur stunde mit expressa post aufgeben gespräch zwischen einem der maskiert bleibt und einem der sich enthüllt aufgenommen von ramona deininger schnabel nachdem nacht wird sein stanhope hatte dem kutscher befohlen vorauszufahren und ging zu fuß durch die menschenleeren gassen in denen sein schritt wie in einer kirche wiederhallte er war verstört zerschlagen und außerstande eine vernünftige überlegung anzustellen im gasthof angelangt schloss er sich ein und machte eine halbe stunde lang fechtübungen mit dem florett er unterbrach sich erst als er von draußen eine stimme vernahm die mit dem kammerdiener unterhandelte der auftrag hatte niemand vorzulassen stanhope lauschte er erkannte die stimme nickte gleichgültig mit dem degen noch in der hand öffnete er es war hickel der auch sofort eintrat und den ihn schweigend betrachtenden grafen etwas verlegen begrüßte nach seinem begehr gefragt räusperte er sich und schotterte ein paar unzusammenhängende floskeln aus denen hervorging daß er um den besuch stanhopes bei feuerbach wußte sein benehmen verriet trotz einer unangenehm wirkenden kriecherei eine nicht zu fassende freche vertraulichkeit stanhope verwandte keinen blick von dem aufgeregten mann in der kleidsamen uniform was hat es eigentlich zu bedeuten daß sie mir zu einer zusammenkunft mit dem herrn präsidenten ihre hilfe anboten fragte er frostig der herr graf habe sich aber meine hilfe doch gefallen lassen erwiderte wer weiß ob der staatsrat ohne mich zu haben gewesen wäre er versteht es sich zu verschanzen der herr graf geruhen das nicht anzuerkennen hier nun fügte er achselzuckend hinzu große herren haben ihre launen wie kommen sie denn überhaupt dazu sich zum zwischenträger anzubieten zwischenträger der herr graf legen meiner unschuldigen zuvorkommenheit ein zu großes gewicht bei das gewicht gaben sie selbst sie beliebten dunkel zu sein sie gefielen sich in einigen wendungen um deren aufklärung ich höflichst gebeten haben möchte stanhope verbarg nach wie vor unter steifer würde die unsicherheit der diesem menschen gegenüber empfand ich stehe dem herrn grafen ganz zu diensten versetzte hickel darf ich meinerseits fragen inwieweit sich der herr graf zu eröffnen gedenken werden zu eröffnen wem zu eröffnen ihnen ich habe nichts zu eröffnen der herr graf haben in mir einen mann von unbedingter verschwiegenheit vor sich was soll das heißen fußt den hope auf wollen sie mir scharaden zu lösen geben man hat sich vor der ankunft eurer lordschaft nach einer vertrauenswürdigen persönlichkeit umgesehen sagte hickel plötzlich mit eisiger ruhe meine langjährigen beziehungen zu exzellenz feuerbach empfahlen mich mehr als einige bescheidene fähigkeiten stanhope entfärbte sich und sah zu boden sie haben also direkte aufträge murmelte er der polizeileutnant verbeugte sich aufträge nein entgegnete er zögernd man versicherte sich meines guten willens und ich wurde angewiesen mich eurer lordschaft zur verfügung zu stellen es war stanhope zumute als ob er an diesem tag schon einmal gestorben wäre und zwar einen bußfertigen tod und als ob er nun wieder zum leben aufgestanden und ein für allemal seiner bestimmung übergeben sei er wollte um fünf uhr bei frau von im hoff zum tee erscheinen und fragte den polizeileutnant ob er ein stück wegsmitfahre obwohl aus der frage der wunsch einer ablehnung klang nahm hickel dem es darum zu tun war mit dem lord öffentlich gesehen zu werden das anerbieten dankbar an die straßen waren jetzt etwas belebter als am mittag die alten beamten und pensionisten machten um diese stunde ihren täglichen spaziergang über die promenade viele blieben stehen und grüßten gegen das innere der hocherlauchten kutsche nun passierte es daß an einer straßenecke der man auf dem bock wieder einmal sein weltsches geschrei ertönen ließ es stand nämlich mitten auf dem fahrdamm ein träumerisch wolkenwärts guckender herr der von dem herannahen der gräflichen karosse keine notiz zu nehmen schien höchst erschrocken sprang er beiseite als der elsässer zu fluchen begann doch nicht schnell genug daß nicht seine kleider durch den kot beschmutzt wurden der von den hufen der pferde und den rädern aufspritzte ickel bog den kopf zum fenster hinaus und griente denn der besudelte stand mit einem verdutzten und unglücklichen gesicht hielt die arme vom leib und sah sich die bescherung an wer ist der ungeschickte mann erkundigte sich stanhope den die schadenfreude des polizeileutnants verdroß das das ist der lehrer quandt mylord eigener zufall eine halbe stunde später wurde bei frau von im hoff derselbe name genannt der präsident und seine freundin waren nach langen beratungen übereingekommen caspar in die obhut des lehrers quandt zu geben er ist ein aufgeklärter und gebildeter kopf und genießt als bürger wie als mensch allgemeine achtung sagte frau von im hoff und ist er denn geneigt eine so verantwortungsreiche aufgabe zu übernehmen fragte der lord zerstreut doch darüber konnte frau von im hoff keine auskunft geben als stanhope sich am andern morgen beim präsidenten melden ließ traf er herrn quandt dort selbst beide waren offenbar schon einig denn feuerbach zeigte sich sehr aufgeräumt und als sich der lord wegen des gestrigen zwischenfalls mit dem wagen bei quandt entschuldigte hatte der präsident seinen spaß an der verlegenheit des lehrers die er durch harmlose witzchen über zerstreute denker und dergleichen noch steigerte sein gelächter trieb einen wahren angstschweiß auf quants stirn er verneigte sich vor stanhope wie ein muselmann vor dem kalifen und es hatte den anschein als müsse er sich geschmeichelt fühlen dass der kot der gräflichen karosse seine geringe person der beachtung wert gefunden na quandt machen sie sich nicht so mausig mahnte der präsident belustigt ich wette ihre ehefrau hat ihnen tüchtig den marsch geblasen und sich gemüht das röcklein wieder sauber zu kriegen es war ja nur der mantel eurer exzellenz erwiderte quandt lächelnd und von so viel leutseligkeit beglückt stanhope blieb gemessen sie befanden sich diesmal im staatszimmer des präsidenten und drei hohe fenster gewährten aussicht gegen den garten der raum war wohnlich geschmückt auch hier alles von der größten nettigkeit in einer art von vertiefter nische hing ein gutes ölbild napoleo bonapartes im krönungsornat stanhope betrachtete es mit vorgeblichem interesse in wirklichkeit prüfte er aufmerksam das wesen und gehaben des lehrers quandt war mittelgroß und hager über der hohen stirn waren tabaksgelbe haare mit hilfe von pomade ganz lächerlich glatt zurückgekämmt die augen blickten schüchtern fast betrübt und blinzelten bisweilen die hakennase stach ein wenig paralerisch in die luft der mund versteckt unter demütigen und zerbissenen schnurrbartstoppeln hatte einen säuerlichen zug der die berufsgewohnheit vielen nörgelns verriet der lord war nicht unzufrieden mit dem ergebnis seiner beobachtung er fragte den präsidenten ob die verhandlungen zum gewünschten ziel geführt hätten und als dieser bejahte wandte er sich an quandt reichte ihm stumm dankend die rechte und sagte er werde ihm am nachmittag seinen besuch abstatten sehr benommen von solcher huld verbeugte sich der lehrer abermals tief machte sein kompliment gegen den präsidenten und ging auch stanhope entfernte sich bald da feuerbach zu einer gerichtssitzung musste im hotel angekommen verbrachte er zwei stunden mit dem schreiben eines briefes und als er fertig war schickte er den jäger damit ab um halb zwei stellte sich wie verabredet der polizeileutnant ein sie aßen zusammen und gingen hernach zu quandt das häuschen des lehrers das am kronacher buck beim oberen tor lag war auf den glanz hergerichtet frau quandt eine frische gefällige junge frau mit dem rostfarbigen seidenkleid wie zu einer hochzeit angetan stand knicksend am eingang in der guten stube war der tisch mit konditorkuchen beladen und das feine porzellanservice blinkte einladend auf dem schneeweißen tuch der lord war gegen die lehrerin von väterlicher freundlichkeit da sie guter hoffnung war wünschte er glück ein händedruck bekräftigte seine zarte teilnahme er fragte ob es das erste mal sei das junge weib wurde purpurrot schüttelte den kopf und sagte sie habe schon einen dreijährigen knaben als der kaffee aufgetragen war gab ihr quandt einen wink sie ging still hinaus und die drei männer blieben allein sagte noch könne er sich nicht in den gedanken einer trennung von caspar finden aber er sei eschantiert von dieser friedlichen und geordneten häuslichkeit und es beruhige ihn ungemein seinen liebling hier untergebracht zu wissen so dürfe man denn endlich hoffen daß der unglückliche an dem schon so viele fuscherhände herumprobiert und der dabei an leib und seele schaden erlitten einen rettenden port erreicht habe quandt legte beteuernd die hand auf die brust ja mischte sich hickel ein indem er den letzten bissen kuchen hinunterschluckte und schnurrbart und lippen mit dem handrücken abwischte das wohl und es muß nun einmal licht werden um dieses kind der dunkelheit der lord runzelte die brauen ein zeichen des unwillens das hickel nicht entging er lächelte leer vor sich hin nahm aber eine drohende mine an leider ist ja anlass zum argwohn vorhanden fuhr stanhope fort und seine stimme war tonlos und kalt wohin man sich auch wendet und wie man es auch betrachtet überall argwohn und zweifel da ist es kein wunder wenn die ursprüngliche neigung von bitterkeit durchdrängt ist will ich mich gleich dem liebenden gefühl hingeben so melden sich doch immer wieder stimmen deren urteil oder gewicht zu verdächtigen sinnlos wäre und der schlummernde funke des misstrauens löscht nicht aus nun also ließ sich hickel wieder vernehmen so hab ich doch recht man muß reinen tisch machen man muß den hinterlistigen burschen endlich moris lehren man muß ihm die mucken aus dem kopf jagen stanhope erblaßte über hickel hinweg blickend sagte er schneidend herr polizeileutnant ich muß mich gegen einen solchen ton verwahren was immer auch gegen den jüngling zeugen mag so ist er doch nur als die mißleitete kreatur eines unbekannten frevelers zu betrachten hickel sinkte den kopf und von neuem irrte das leere lächeln über sein gesicht verzeihen eure lordschaft entgegnete er hastig und ziemlich erschrocken aber das ist die meinung der ganzen welt zumindest des aufgeklärten und vernünftigen publikums erst gestern war ich zeuge wie der ritter von lang und der pfarrer fuhrmann sich über den findling und die dummheit der nürnberger geäußert haben das hätten der herr graf nur hören sollen wir wissen ja da hier auch es ist von gerichts wegen bekannt geworden was der herr von tucher über den undank und die moralische verderbtheit des findlings an eure lordschaft geschrieben hat zeigen sie doch herrn quandt den brief des barons und er wird sich überzeugen dass ich nur gesagt habe was jeder anständige und vorurteilslose mann darüber denkt und hickel heftete auf den grafen einen befremdet forschenden blick dem ist nicht ganz so versetzte stanhope abweisend und nippte mechanisch von der kaffeetasse herr von tucher spricht in seinem brief nur von einigen übeln gewohnheiten caspars auch ich habe augen ein liebendes herz ist niemals blind versteht es nicht abzuwägen so ist ihm doch die gabe der ahnung eigen im übrigen wollen wir unserem würdigen gastgeber nicht vorgreifen an ihm wird es sein zu richten was krumm gewachsen ist kann er gerade biegen und wenn er mir die hässlichen flecken von meinem kleinod nimmt will ich es ihm fürstlich danken hickel verzog das gesicht und schwieg quandt hatte mit gespannter aufmerksamkeit das gespräch verfolgt wozu der wortstreit dachte er als ob es nicht die leichteste sache von der welt wäre zu erkennen ob einer ein spitzwub ist man muss die augen offen halten das ist alles der gute ist gut der böse ist bös wo liegt da die schwierigkeit ein übel auszurotten wenn es sich nicht zu tief eingefressen hat ist nur eine frage der tatkraft und umsicht aber mir scheint mir scheint meditierte der lehrer in seinem stillen sinne weiter da sind noch ganz andere dinge verborgen die herren reden nicht von der leber weg und damit traf er wohl das richtige wie sich bald erweisen sollte er entwickelte dem höflich zuhörenden lord seine anschauungen über moral über den verkehr mit menschen den umgang mit schülern die notwendigkeit der aufmunterung den wert der zensur alles ein wenig umständlich und verklausuliert aber einfach staunenswert einfach nur die sorgenvolle mine gab einen anschein von schwierigkeit und philosophie der lord nickte ein paar mal mit dem kopf während hickel entschiedene zeichen von ungeduld von sich gab dann beim fortgehen während stanhope sich von der frau verabschiedete zog hickel den lehrer beiseite und flüsterte ihm zu lassen sie sich nicht ins boxhorn jagen durch die reden des grafen lieber quandt der gute graf betrügt sich selber und möchte das sonnenklare nicht wahrhaben die teufelsgeschichte nimmt ihn absonderlich her sie leisten ihm einen gewaltigen dienst wenn sie den schwindler entlarven das war das merkwort und der anschlag es bag den kern des komplotts nun caspar sollst du in ein kleines städtchen gehen und in ein kleines haus sollst in verborgenheit leben und die wände der welt sollen sich verengen bis sie wieder zum kerker werden gewalt hat sich der list verbrüdert der richter wird richten was er sieht und nicht wissen was er fühlt niedrig sollst du werden damit die freunde sich in feinde verwandeln und deine einsamkeit leichtere beute des verfolgers sei das blut soll gegen sich selber zeugen licht soll verweslich werden frucht soll nicht mehr wachsen die stimme des himmels soll verstummen und auf die nacht denn nacht wird es sein soll keine frühe folgen nacht wird es sein oder die trägheit des herzens von jakob wassermann seit geraumer zeit bin ich ohne nachricht von eurer herrlichkeit die unsichere lage in der ich mich caspar gegenüber befinde veranlaßt mich zudringlicher zu sein als es ihnen verehrter herr genehm sein mag und sie um eine rasche erledigung der schwebenden angelegenheit zu bitten um so mehr da meine teilnahme an dem findling nicht mehr die gleiche wie ehedem ist und er selbst wiederum durch den gezwungenen aufenthalt in meinem hause sich mehr als ein gefangener denn als gast und zugehöriges glied erscheinen muss ein endgültiger zustand wäre dem jüngling ehestens zu wünschen seine aufgeregten hoffnungen enthalten seinem geist jede ruhe vor und tag für tag glüht er in einer so fieberhaften erwartung dass an ein vorgesetztes studium nicht mehr zu denken ist und auch dem blödesten auge die unruhe seines gemüts nicht entgeht die abende bringt er mit unnützen schreibereien hin und sein hauptvergnügen ist mit der spitze eines bleistifts auf einer großen landkarte die straßen zu verfolgen die er bald mit eurer lordschaft zu fahren hofft jedenfalls eine praktische wenn auch einseitige art geografie zu treiben er spricht denkt und träumt von nichts anderem als von der bevorstehenden reise und wenn ihnen mein lord noch ein geringes an dem wohl des unglücklichen jünglings gelegen ist so vermag ich keinen stärkeren appell an ihre güte zu erheben als den ein so drängendes und fruchtloses hinweben in möglichster bälde zu beenden sie sind der einzige mensch auf erden dessen wort und name noch gewicht in seinen ohren hat und sein grenzenloses vertrauen gegen sie muß auch das herz desjenigen bewegen der sonst durch die launen die unverläßlichkeit und zwitterhaftigkeit des rätselvollen wesens eines ehemals intensiven attachements für ihn beraubt wurde daumer an den präsidenten feuerbach eure exzellenz haben mir die ehre erwiesen mich um auskunft über kaspar hausers nunmehrige verfassung zu ersuchen ich muß gestehen daß mich dies einigermaßen in verlegenheit gesetzt hat ich habe mich in den letzten anderthalb jahren wohl gehütet dem so sorgfältig abgeschlossenen nahe zu treten weil ja hierzulande jeder ängstlich bedacht ist sein kleinstes privileg vor fremden einspruch zu wahren und so wird ein interesse das die menschheit angeht und jeden freien geist in mitleidenschaft ziehen muß und unversehens zur angelegenheit einer partei eure exzellenz möge diese insinuation entschuldigen sie möge lediglich für meine unerloschene teilnahme an dem los des findlings zeugen das seinen freunden heute weniger als je anlaß zu übertriebenen hoffnungen gibt die vertrauensvolle zuschrift eurer exzellenz hat meine bedenklichkeit besiegt ich habe kaspar letzter tage im tucherschen hause aufgesucht er ist auch zum ersten mal seit langer zeit bei mir gewesen und ich gebe ihnen hier einige mitteilungen über ihn die wie wohl allgemeiner natur doch das besondere seiner gegenwärtigen lage erhellen kaspar ist ein hoch aufgeschossener junger mann geworden der jetzt gut und gern den eindruck eines etwa zweiundzwanzigjährigen macht trete er der nun den gesitterten menschen von lebensart zugerechnet werden muß unerkannt in eine gesellschaft so würde er doch als eine befremdliche erscheinung auffallen sein gang hat etwas von dem furchtsam zaudernden und vorsichtigen einer katze seine züge sind weder männlich noch kindlich weder jung noch alt sie sind alt und jung zugleich besonders auf der stirn verraten einige leicht gezogene furchen seltsam ein vorzeitiges altern auf seiner lippe sproßt heller bartflaum dies scheint ihn oft befangen zu machen will auch nicht zu der sanften mädchenhaftigkeit des gesichts und den noch immer bis zur schulter hängenden braunen haarlocken stimmen seine freundlichkeit ist herzgewinnend sein ernst bedächtig über beiden schwebt stets ein hauch von melancholie sein benehmen ist altklug hat aber eine vornehme ganz ungezwungene gravität tölpelhaft und schwerfällig sind bloß noch manche seiner gebärden auch seine sprache ist hart und die worte sind ihm nicht immer bereit er liebt es mit wichtiger miene und in anmaßendem ton dinge zu sagen die bei jedem andern läppisch klingen aus seinem mund jedoch sich ein schmerzlich mitleidiges lächeln erzwingen so ist es höchst fossierlich wenn er von seinen zukunftsplänen spricht von der art wie er sich einrichten wolle wenn er was rechtes gelernt und wie er es mit seiner frau halten wolle eine frau betrachtet er als notwendigen hausrat als etwas wie eine obermarkt die man behält solange sie taugt und fortschickt wenn sie die suppe versalzt oder die hemden nicht ordentlich flickt sein immer sich gleichbleibendes stilles gemüt ähnelt einem spiegelglatten see in der ruhe einer mondscheinnacht er ist unfähig zu beleidigen er kann keinem tier wehtun er ist barmherzig gegen den wurm den er zu zertreten fürchtet er liebt den menschen jedes menschengesicht wird ihm zum götteranlitz und er sucht den ganzen himmel darin nichts außerordentliches ist mehr an ihm als das außerordentliche seines schicksals ein reifer jüngling der keine kindheit besessen die erste jugend verloren er weiß nicht wie ohne vaterland ohne heimat ohne eltern ohne verwandte ohne altersgenossen ohne freunde gleichsam das einzige geschöpf seiner gattung erinnert ihn jeder augenblick an seine einsamkeit mitten im gewühl der ihn umdringenden welt an seine ohnmacht an seine abhängigkeit von der gunst und ungunst der menschen und so ist eigentlich all sein tun nur notwehr notwehr seine gabe zu beobachten notwehr der umsichtige scharf blick womit er jede besonderheit und schwäche des andern erfaßt notwehr die klugheit womit er seine wünsche anbringt und den guten willen seiner gönner sich dienstbar zu machen weiß ja eure exzellenz er ist ohne freunde denn wir die ihm wohlwollen ihn vor der gröbsten bedrängnis des lebens bewahren wir sind doch nur zuschauer vor dem ungeheuren seiner existenz und jener vielberedete mann graf stanhope darf er in wahrheit caspars freund genannt werden was dürfen wir glauben wo findet der begründete zweifel stillung mir ahnt schreckliches wenn ich der erwartungen des jünglings in bezug auf den grafen denke der ein heiliger ein ohne gleichen sein müßte wenn sich alle versprechungen erfüllen würden die mit seinem auftreten für caspar verbunden waren und erfüllen sie sich nicht erfüllt sich nur ein hundertstel von ihnen nicht so prophezeie ich ein böses ende denn ein solches herz aus der tiefe emporgehoben zum leben der welt aus äußerstem frieden den ausschweifendsten lockungen erschlossen will alles fordert das ganze maß des glücks oder muß nur um ein weniges betrogen einer ungemessenen devastation anheimfallen ich gestehe daß mein schwarzsichtiges temperament mehr als das immer unverhohlener werdende gerede der hiesigen mir die kühnheit zu solchen erwägungen gibt wie dürfte sich auch mein mißtrauen an einem so hochgestellten mann vermessen aber man spricht seit heute davon daß caspar nach ansbach in pflege kommen solle frau behold die alte feindin caspars trägt das gerücht in der stadt herum und verkündet überall mit schadenfreude daß aus der englischen reise und aus den luftschlössern des grafen nichts geworden sei wie mir meine schwester erzählt habe die magistratsrätin indirekte nachricht von der lehrerin quandt erhalten beide frauen sind jugendfreundinnen und in demselben haus mitsammen aufgewachsen gott verhüte daß caspar von diesem geschwätz etwas erfährt ich wäre eurer exzellenz sehr zu dank verpflichtet wenn sie mir darüber genaue auskunft berichten ließen damit ich dem ungereimten geklatsche so entgegentreten kann wie es für das wohl unseres schützlings wünschbar ist feuerbach an herrn von tucher dem verlangen euer hochgeboren wie der eingetretenen notwendigkeit rechnung tragend teile ich ihnen hierdurch mit daß sie ihres amtes als vormund caspar hausers von heute ab enthoben sind eine gleichzeitige urkunde des kreis- und stadtgerichtes wird ihnen dies in amtlicher form bekannt geben wie auch weiterhin die verfügung daß caspar dem grafen stanhope zu überlassen sei freilich einstweil nur der form nach denn bis die schwierigen und verwickelten verhältnisse eine änderung erlauben werden soll caspar in der familie des lehrers quandt aufnahme finden lord stanhope hat während dieser zeit für seine zweckmäßige erziehung und verpflegung zu sorgen ich selbst werde in abwesenheit des pflegevaters über das wohl des jünglings wachen am siebenten des monats wird der gendarmerie oberleutnantikel bei ihnen eintreffen ein energischer beamter der durch regierungsdekret zum spezialkurator für die übersiedlung caspars nach arnsbach bestellt ist seine lordschaft graf stanhope hat sich in letzter stunde entschlossen einer handlung die in den augen des publikums einen durchaus amtlichen charakter tragen soll fern zu bleiben und dieser vorsatz hat meine volle billigung ich sehe keine schwierigkeit darin caspar von der veränderten lage der dinge zu unterrichten und halte die besorgnisse wegen dieses punktes für übertrieben ich selbst werde dieser tage eine längst vorbereitete reise nach der hauptstadt antreten ich hoffe bei dieser gelegenheit eine günstige wendung in den lebensumständen caspars endgültig herbeizuführen baron tucher an den präsidenten feuerbach eurer exzellenz die untertänige nachricht dass der plötzliche tod meines ohrheims mich zwingt die stadt zu verlassen und nach augsburg zu reisen ich habe die obsorge für den noch in meinem hause weilenden caspar herrn bürgermeister binder und herrn professor daumer übergeben und es ihnen anheim gestellt caspar hier zu belassen oder für die restliche frist seines aufenthaltes in der stadt zu sich zu nehmen eine mitteilung über das bevorstehende oder auch nur eine andeutung ist von meiner seite aus gegen den jüngling noch nicht erfolgt und ich muß ohne hehl bekennen daß mich eine gewisse unbesiegbare furcht davon abhält caspar glaubt noch steif und fest daran daß er mit seinem erlauchten beschützer nach england oder italien reisen soll ihm erscheint eine wenn auch nur zeitweise entfernung von dem grafen als eine sache der unmöglichkeit und derjenige der ihm eine solche kunde überbringt müßte eine göttliche überredungskunst besitzen um ihn mit den neuen umständen zu versöhnen meinem unmaßgeblichen erachten nach ist es ein fehler den knaben wiederum in enge verhältnisse zu bringen die ihn niemals werden befriedigen seinen durst nach leben und bestätigung nicht werden stillen können der hang seiner ideen hat eine verhängnisvolle anmaßung gewonnen er ist im kreis friedlicher bürgerlichkeit entwachsen sein lerneifer in den vergangenen monaten war gleich null alle seine gedanken sein ganzes streben ist auf den lord gerichtet und wenn nun graf stanhope von ihm gehen wird dann bin ich sicher daß er einen unglücklichen gesellen ein unnützes und bedauernswertes aus jedem sozialen zusammenhang gelöstes glied der menschlichen gesellschaft zurücklassen wird wenn es der eigentliche wesenszug der fürstenkinder wäre daß sie dem privaten leben untauglich und hilflos gegenüberstehen dann allerdings wäre caspar ein auserwählter unter den prinzen vielleicht aber schmiedet ihn das schicksal noch und es wird ein mann aus ihm der eine krone zu erwerben vermag wenn es auch eben keine fürstenkrone ist für mich ist die episode caspar hauser nunmehr abgeschlossen und was auch immer ich an enttäuschung und bitterkeit daraus gewonnen habe sie hat mir einen einblick in menschenwahn und menschengeschäfte gegeben den ich für mein ferneres leben nicht missen möchte so muss eben jeder auf seine weise bezahlen daumer an den präsidenten feuerbach ich fühle mich verpflichtet eurer exzellenz von den ereignissen der letzten tage eine wahrheitsgetreue darstellung zu machen insoweit eben wahrheit auf zwei augen ruht vielleicht klingt vieles von dem was ich zu berichten habe so ungewöhnlich dass ich mich fragen muss ob ein mann der den üblen ruf eines nicht ganz nüchternen kopfes genießt die geeignete person ist solche vorfälle zu beschreiben aber die strenge einsicht eurer exzellenz habe ich noch am wenigsten zu fürchten wenn ich sachlich bin die sache für sich selber sprechen und meiner hand bleibt nur die aufgabe die reihenfolge der begebnisse festzuhalten was freilich nicht immer ganz leicht sein mag vor vier tagen besuchte mich herr von tucher und teilte mir mit daß er wegen eines todesfalles verreisen müsse schon vorher hatte er mich wie auch herrn binder gebeten die aufsicht über kaspar zu führen so lange als der jüngling noch in nürnberg bleiben müsse da mir dies befremdlich erschienen war ließ herr von tucher durchblicken die an höherer stelle beliebte umgehung seiner person mache ihm ein solches handeln zum gebot er meinte das schreiben eurer exzellenz durch welches ich halb wider willen bewogen wurde kaspar aufzusuchen und mich neuerdings mit ihm zu beschäftigen dies hatte herr von tucher sehr übel aufgenommen ich gab mir keine mühe den stolzen mann andern sinnes zu machen auch vermute ich zu seiner ehre daß dies betragen noch eine ernstere menschliche regung habe denn als ich ihn fragte ob er kaspar schon eine andeutung über die zu erwartende ankunft des polizeileutnants hickel gemacht fisch er aus und entgegnete hastig er wolle dies mir überlassen der ich doch eines gewinnenderen zuredens fähig sei und bei kaspar mehr vertrauen genieße am nachmittag beschloß ich zu kaspar zu gehen als ich in sein zimmer trat las er die christliche andacht des tages er schaute heiter von dem buche empor blickte in mein gesicht und seltsameres ist nicht zu denken im nu überzogen sich seine wangen mit leichenfahler blässe es war mir schwül um die brust ich setzte mich auf einen stuhl und schwieg ängstlich ganz und gar vergaß ich die übernommene rolle ich fühlte bloß mit ihm ich sah daß er alles was ich ihm zu sagen hatte und weswegen ich gekommen war von meinen augen abgelesen hatte die unbewusste furcht mußte wohl in seinem innern geschlummert haben anders kann ich es auf natürlichem weg nicht erklären ich fühlte wie plötzlich die wurzeln seines herzens aufgerissen wurden er erhob sich er schwankte ich wollte ihn halten er gewahrte mich kaum er schien völlig betäubt ich folgte ihm bis zum bett er warf sich darauf hin krümmte den körper und fing in einer solchen weise zu weinen an daß mir das mark in den knochen gefror noch war nichts geschehen es konnte noch alles gut werden so bildete ich mir ein und ließ es an tröstlichen worten nicht fehlen das weinen dauerte ungefähr eine halbe stunde dann erhob er sich schlich in den winkel kauerte hin und bedeckte das gesicht mit den händen ich redete unablässig in ihn hinein ich weiß nicht mehr was ich alles vorbrachte gegen sechs uhr abends verließ ich ihn und obgleich er bis dahin noch nicht einmal den mund aufgetan dachte ich mir er werde mit der geschichte schon fertig werden ich empfahl dem diener sich bisweilen nach caspar umzusehen und im stillen nahm ich mir vor nach ein paar stunden wiederzukommen aber es war unausführbar meine berufsarbeit nahm ich bis in die nacht in anspruch als ich von caspar fortgegangen war saß er auf einem schemel zwischen ofen und wandschrank am andern morgen um halb neun uhr trat ich wieder in sein zimmer und wer beschreibt das schmerzliche erstaunen das ich empfand als ich ihn an genau derselben stelle in unveränderter haltung noch immer die hände vors gesicht geschlagen so sah wie ich ihn vierzehn stunden früher verlassen das bett war noch in demselben zustand etwas zerdrückt von seinem ersten kein gegenstand war berührt auf dem tisch stand der mit einer dicken haut überzogene milchbrei sein nachtessen daneben die schale mit erkaltetem kaffee vom morgen und es herrschte eine stickige ungelüftete atmosphäre der diener kam begegnete meiner stummen frage mit einem achselzucken ich wandte mich an caspar selbst ich rüttelte ihn an der schulter ich packte seine eiskalte hand nichts keine antwort kein laut er schwelt vor sich hin kaum daß sich seine augen rühren so verging wieder eine viertelstunde da wurde mir's unheimlich ich beschloss nach dem arzt zu schicken vielleicht habe ich auch dergleichen vor mich hingemurmelt jedenfalls hatte caspar verstanden was ich wollte denn jetzt regte er sich hob den kopf wie aus einer grube heraus und schaute mich an ach diesen blick und wenn ich abrahams alter erreichte nie könnte ich diesen blick vergessen das war ein anderer mensch leider liegt es nicht in meiner natur eine situation momentan in ihrer ganzen bedeutung zu erfassen anstatt zu schweigen begann ich wieder mit scheintröstungen aber ich spürte gleich daß es besser sei das letzte abendrot der hoffnung nicht noch einmal über die verdunkelte seele heraufzubeschwören was mich entschuldigt ist daß ich selber ja kaum mit klarheit wusste was im werk war und daß mich die zermalmende wirkung von etwas vollständig unausgesprochenem deren zeuge ich war mehr lähmte und erschütterte als das wissen darum doch will ich eure exzellenz nicht durch betrachtungen verwirren und hübsch in der ordnung bleiben ich hatte schon zu viel zeit verloren ich musste fort nach vieler mühe war es mir gelungen kaspar zu überreden daß er sich ein bisschen niederlege auch hatte er mir versprochen mittags bei uns zu essen das war mehr als ich erwarten durfte ich ging also beruhigter meinen geschäften nach war um halb eins wie gewöhnlich zu hause wir warteten einige zeit aber wer nicht kommt ist kaspar ich vermutete er sei eingeschlafen denn daß er die nacht über nicht ein auge geschlossen hatte ich ihm angesehen und ohne böse gedanken ging ich um zwei uhr wieder ins gymnasium mit dem vorsatz beim nachhauseweg in der hirschelgasse nachzuschauen das tat ich auch es war halb fünf und dämmerte schon stark als ich am tucherhaus war aber wie wurde mir als mir der pförtner mitteilte kaspar habe schon um zwölf uhr das haus verlassen und angegeben er gehe zu mir ich war wie vor den kopf geschlagen neben aller verantwortlichkeit durfte ich auch die begründetste sorge für den armen menschen hegen ich lief in meine wohnung da hatte sich kein kaspar blicken lassen ich schickte die schwester zum bürgermeister die alte mutter sogar machte sich auf die beine um bei einigen bekannten nachzufragen währenddessen beriet ich mich mit dem kandidaten regulein und als meine schwester anna binnen kurzem zurückkam und wir gleich an ihrem gesicht merkten daß sie nichts erfahren hatte schien es geboten ohne verzug die polizei zu unterrichten die ja im fall eines unglücks mitschuldig war da man die bewachung in letzter zeit auffallend vernachlässigt hatte ich gab hastig noch ein paar anweisungen und war eben im fortgehen begriffen als sich die tür auftat und kaspar auf die schwelle trat aber war er es wirklich wir glaubten sein gespenst zu sehen ich mache mich keiner übertreibung schuldig wenn ich versichere dass wir alle den tränen nahe waren ohne sich umzusehen und ohne zu grüßen schritt er mit sonderbarer langsamkeit durch die stube bis zum tisch nahm auf dem holzsessel platz stützte das kinn in die hand und schaute mit unverwandtem blick regungslos ins licht der lampe wir waren alle drei wie verzaubert und meine schwester sowie der kandidat gestanden mir später daß ihnen ganz fröstlich zumute gewesen sei mittlerweile war auch meine mutter zurückgekehrt sie war die erste die an den tisch trat und kaspar fragte wo er gesteckt habe er gab keine antwort meine schwester anna glaubte ihn besser zum reden bringen zu können sie nahm ihm den hut vom kopf strich mit der hand über seine haare und suchte ihn mit leiser stimme seinem brüten zu entreißen ganz vergeblich er schaute immer nur ins licht immer ins licht die geöffnete hand an der wange das kinn über dem daumen ich sah mir ihn jetzt genauer an indem ich mich unauffällig näherte jedoch sein anlitz verriet nichts als einen unbeweglichen gar nicht einmal schmerzlichen sondern starren fast stupiden ernst meine mutter fuhr fort in ihn zu dringen er solle doch sagen wo er herkomme und wo er gewesen sei da sah er uns alle der reihe nach an schüttelte den kopf und faltete bittend die hände wir beredeten uns nun daß kaspar in unserem hause bleiben und da übernachten solle wir hatten um das aufsehen wegen kaspars verschwinden gleich wieder zu ersticken die magd zum bürgermeister geschickt auch zu den anderen leuten die wir schon inkommodiert hatten und meine mutter ging in die küche um fürs abendessen zu sorgen da erschien der tuchersche diener erkundigte sich ob kaspar bei uns sei und als wir dies bejahten sagte er er solle gleich nach hause der polizeileutnant hickel aus ansbach wäre da und kaspar müsse noch am abend mit ihm abfahren eine solche botschaft kam mir nicht weiter unerwartet nur daß die sache gar so eilig sein solle versetzte mich einigermaßen in wallung und ich war unüberlegt genug dem menschen eine scharfe antwort zu geben wenn ich mich recht erinnere so sagte ich der herr polizeileutnant möge sich doch gedulden es sei ja nicht ein sack kartoffeln zu expedieren den man holterdipolter auflade meine erregung muß jedem verständlich erscheinen der das vorhergegangene in gerechte erwägung zieht es kamen mir aber doch bedenken an ich ärgerte mich nachher über meine unbesonnenheit und veranlasste den kandidaten regolein daß er ins tuchersche haus gehe um mit dem herrn aus ansbach zu sprechen und ihn tunlichst aufzuklären das wäre soweit ganz gut gewesen nur passierte dabei die fatalität daß der kandidat der etwas redseliger natur ist und der froh war den fremden mit irgendetwas unterhalten zu können dem herrn polizeileutnant die geschichte von dem verschwinden kaspars brühwarm hinterbrachte woraus sich denn später der peinlichste auftritt ergab es war schon sieben als das essen auf den tisch gesetzt wurde der kandidat war noch nicht zurück wir nahmen alle platz und waren nun wieder einmal wie in früheren zeiten mit kaspar ganz unter uns aber wie anders waren die zeiten wie anders kaspar ich mußte mir den menschen beständig ansehen wie er mit niedergeschlagenen augen dasaß und lustlos in der grütze löffelte seine blicke waren jetzt unruhig und bisweilen überlief ein schauder seiner haut lange konnte ich mich solchen betrachtungen nicht überlassen denn gegen viertel acht wurde mit sonderbarer heftigkeit an der hausglocke gerissen anna lief hinunter um zu öffnen und alsbald erschien ein offizier in gendarmenuniform und bevor er noch seinen namen nannte wußte ich natürlich wer es war kaspar war bei dem grellen glockenlärm stark zusammengefahren hinzufügen muß ich noch daß die vorher erwähnte auseinandersetzung mit dem diener sowie das gespräch mit dem kandidaten im flur vor der treppe stattgefunden und kaspar nichts davon gehört hatte er erhob sich jetzt und schaute mit einem langen blick gegen die türe und als er des herrn polizeileutnants ansichtig geworden wurden seine wangen wieder genau so tödlich fahl wie tags zuvor da ich in sein zimmer gekommen war ich kann mir wenn ich die tatsachen im zusammenhang gegeneinander halte keine andere erklärung denken als daß kaspar alles das was sich nun seit vierundzwanzig stunden abspielte von innen aus erriet sozusagen durch ein inneres gesicht und das er der äußeren bestätigung durch die ereignisse gar nicht mehr bedurfte denn es gab sich eine versunkenheit an ihm kund die ich nur mit der schrecklichen ruhe eines schlafwandlers vergleichen kann ich selbst war nachgerade so benommen daß ich wie ich fürchte herrn hickel mit einer unfreundlich wirkenden kälte empfing glücklicherweise schien dieser keine notiz davon zu nehmen und nachdem er sich gegen meine damen verbeugt wandte er sich an kaspar und sagte mit einem ton der überraschung der freilich nicht ganz aufrichtig klang das ist also der hauser ist ja ein ganz ausgewachsener mensch mit dem wird sich ja reden lassen kaspar schaute den mann groß an und zwar mit einem finster prüfenden blick in dem durchaus nichts wehleidiges oder jämmerliches war es entstand nun ein allseitiges schweigen ich überlegte mir wie ich es anstellen könnte damit kaspar die nacht über noch in meinem hause bleiben könne denn in seinem zustand ihn einem fremden zu überlassen erschien mir unratsam ich erklärte mich herrn hickel mit offenen worten er hörte mich ruhig an sagte aber dann er habe gemessenen auftrag kaspar gleich mitzunehmen es sei keine zeit zu verlieren die sachen müßten noch gepackt werden und der wagen stehe schon bereit meine schwester anna unbändig wie sie ist rief mir zu ich solle mich darum nicht kümmern zugleich trat sie wie um ihn zu schützen an kaspars seite herr hickel lächelte und sagte wenn uns so viel an einem aufschub gelegen sei und wenn wir noch etwas mit kaspar zu besprechen hätten sein ton war dabei so beziehendlich daß ich schutzig wurde wolle er nicht den spielverderber machen ich müsse mich aber verpflichten kaspar punkt neun uhr zum tucherschen haus zu bringen jetzt verlor auch ich die fassung und fragte ob denn die sache um gottes willen so dringend sei daß er in die nacht hineinreisen wolle er hickel zuckte die achseln schaute auf die uhr und antwortete kalt ich möge mich entschließen jetzt begann kaspar zu sprechen und mit einer stimme deren klarheit und festigkeit mir bei ihm etwas ganz neues war sagte er er wolle sogleich mitgehen wir sahen aber alle daß er vor erschöpfung zitterte und daß er sich kaum auf den beinen zu halten vermochte meine mutter und schwester beschworen ihn zu bleiben herr hickel der bei kaspars worten abermals gelächelt hatte oh ich kenne dieses lächeln wie oft hat es mir die schamröte ins gesicht getrieben kehrte sich gegen mich und sagte also um neun uhr herr professor und zu kaspar gewandt er hob er den finger und sagte schalkhaft drohend daß sie mir ja pünktlich sind hauser auch muß ich wissen wo sie sich den nachmittag über herumgetrieben haben lassen sie sich bei leibe nicht einfallen mich anzulügen sonst gibt's was da kenn ich keinen scherz grüßend ging hickel und ließ uns in einem zustand von empörung zweifel und unruhe zurück das alles nahm sich ja schlimmer aus als es die ärgste befürchtung malen konnte besonders die letzten worte des leutnants hatten mich wie auch meine angehörigen mit schrecken erfüllt was sollten wir von der zukunft kaspars denken was von seinem glück erhoffen wenn drohungen von so brutaler art unverhüllt auftreten durften das herz war mir schwer geworden doch war zu grübeln nicht die zeit ich beschloß zum bürgermeister zu gehen und mich mit ihm zu beraten anna hatte schnell auf dem sofa ein lager bereitet sie führte kaspar hin er sank nieder und kaum ruhte sein kopf auf dem kissen so schlief er auch schon indes ich mich zum fortgehen anschickte läutete es und herr binder kam selbst ich verständigte ihn in eile von dem vorgefallenen er war höchlichst befremdet von dem auftreten des ansbacher herrn und da er es für tunlich hielt mit diesem selbst zu sprechen forderte er mich auf ihn zu begleiten wir überließen caspar der obhut der frauen und gingen in die jeschelgasse es hatten sich trotz der abendstunde eine menge menschen hauptsächlich aus der niederen volksklasse vor dem tucherschen haus eingefunden die ich weiß nicht durch welche umstände von der bevorstehenden abreise caspars unterrichtet waren und teils laut teils murrend ihre mißbilligung ausdrückten ein kapitel in briefen ramona deininger schnabel crow wings dot com abschnitt 20 von caspar hauser oder die trägheit des herzens von jakob wassermann diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil zweiter abschnitt von ein kapitel in briefen als wir die tür von caspars zimmer geöffnet hatten bot sich uns ein sonderbarer anblick die kommodeschubladen und schränke waren vollständig ausgeräumt wäsche kleider bücher papier schreibwaren alles lag wüst auf dem boden und auf stühlen und herr hickel kommandierte den diener der damit begonnen hatte die sachen ordnungslos in einem reisekoffer und einer kleinen kiste unterzubringen als er uns gewahrte und den unwillen aus unsern blicken las sagte er lächelnd als ob es sich um eine schmeichelei handle jetzt fange ein neues regiment für den findling an jetzt werde alles an den tag kommen mit finsterem gesicht entgegnete herr binder was er damit meine was denn eigentlich an den tag kommen solle zugleich gab er sich unter nennung seines namens zu erkennen herr hickel geriet in verlegenheit mit einigen nichts sagenden wendungen entschlug er sich der antwort er behauptete caspar zu lieben es sei ihm nur darum zu tun den jungen menschen vor falschen illusionen zu bewahren da stieg mir das blut zu kopfe und ich antwortete wer denn anders solche illusionen erzeugt und genährt hätte als gewisse herrschaften die sich nun aus dem staub zu machen schienen erst schmücke man den arglosen mit einem festlichen kleid und wenn er sich darin herum zu spazieren wage sehe man einen gefährlichen überhebling in ihm das begreife wer wolle ein solches spiel sei verdammungswürdig das war heftig war unvorsichtig es sei gestanden doch muß ich hinzufügen daß mich die ironische ruhe des polizeileutnants aufreizte um so verblüffter war ich als er mir nun in jedem punkt beipflichtete sich aber auf keine weitere erörterung einließ und sich wieder zu dem diener kehrte indem er eile vorschützte da er nicht in so später nacht abreisen wolle erbinder bemerkte ihm darauf daß die abfahrt sehr gut bis morgen verschoben werden könne caspar bedürfe der ruhe die verantwortung sei er bereit auf sich zu nehmen er hickel versetzte das sei unmöglich er habe strikten befehl und müsse auf seiner anordnung bestehen wir waren ratlos der polizeileutnant hatte sich auf den tischrand gesetzt und blickte uns schweigende spöttisch erwartungsvoll an da vernahmen wir schritte und als wir uns umwandten die tür stand offen sahen wir caspar und hinter ihm meine schwester anna flüsterte mir zu caspar sei kurz nach unserem fortgehen erwacht und er habe erklärt mit dem fremden mann gehen zu wollen und sich durch keinen einwand zurückhalten lassen so habe sie ihn denn begleitet caspar schaute sich forschend um dann sagte er zu herr nickel gewandt nehmen sie mich nur mit herr offizier ich weiß schon wohin sie mich bringen wollen ich fürchte mich nicht es war in diesen worten so wenig besonderes sie enthielten ein wunderbarer antrieb und das was man haltung nennt und ich kann nicht verhehlen dass ich durch sie aufs tiefste bewegt wurde ich hätte viel darum gegeben wenn ich caspar jetzt eine stunde lang für mich allein hätte haben können der herr polizeileutnant verbarg seine freude über die unvermutete wandlung nicht und antwortete lachend na fürchten hauser warum nicht gar es geht ja nicht nach sibirien er näherte sich nun dem jüngling legte beide hände auf dessen schulter und fragte jetzt seien sie einmal ganz offen hauser und sagen sie mir ohne umschweife wo sie den nachmittag über gesteckt haben caspar schwieg und besann sich dann entgegnete er dumpf das kann ich ihnen nicht sagen ja wie denn was denn was soll das heißen heraus mit der sprache rief der leutnant und caspar darauf ich hab was gesucht ja was denn gesucht einen weg zum donnerwetter begehrte herr hickel auf spielen sie mir kein theater vor und machen sie keine flausen sonst werde ich ihnen zeigen was die glocke geschlagen hat wir in arnsbach werden ihnen nicht auf das aberwitzige wesen hereinfallen das lassen sie sich nur gesagt sein herr binder und ich waren durch solche herausfordernde redeweise wie begreiflich sehr empört aber herr hickel zeigte keine lust sich zu rechtfertigen er befahl caspar mit knappen worten sich fertig zu machen in einer halben stunde werde erfahren währenddem kamen der baron scheuerl der assessor enderlin und andere bekannte caspars die von der abreise gehört hatten und ihm lebewohl sagen wollten ich hatte keine zeit mehr nur drei worte mit ihm zu wechseln binnen kurzem waren wir alle im hausflur versammelt die menge auf der straße hatte sich vermehrt in der dunkelheit sah es aus als ob ganz nürnberg auf den beinen sei die zunächst stehenden stießen drohende reden aus herr hickel forderte vom bürgermeister daß er die wache aufziehen lassen solle doch eine solche maßregel erklärte dieser für überflüssig und in der tat genügte sein bloßes erscheinen um die ruhe wieder herzustellen als caspar zum wagenschlag trat rannte alles zuhauf jeder wollte ihn noch einmal sehen die fenster der gegenüberliegenden häuser waren erleuchtet und frauen winkten mit tüchern herab die kisten und wachen waren aufgebunden der kutscher schnalzte die pferde zogen an und fort war er überzeugt daß eure exzellenz zu den wenigen aufrichtigen gönnern des jünglings gehören fühlte ich mich im innersten gedrängt ihnen über diese vorfälle genauen bericht zu erstatten nur einige stunden sind seit den erzählten begebenheiten verflossen es ist weit über mitternacht die feder will meiner hand entsinken aber ich durfte keine frist verstreichen lassen um nicht selber zum fälscher meiner erinnerung zu werden wo die verleumdung so unermüdlich am werk ist soll auch der gutgesinnte eine nachtwache nicht scheuen wenn er zu fürchten hat daß ihn der bloße schlaf nur um eine linie von der deutlichkeit seines erlebens betrügen könnte vielleicht finden eure exzellenz daß ich die dinge falsch deute oder in ihrer wichtigkeit überschätze mag sein ich habe jedoch meine pflicht erfüllt und bin mir keiner versäumnis bewusst ich trage schwere sorge um caspar ohne daß ich ganz zu sagen vermöchte weshalb aber ich bin nun einmal als geister und gespensterseher auf die welt gekommen und mein auge sieht den schatten früher als das licht nicht vergessen will ich zum schluß die erwähnung daß mir herr von tucher bei seinem letzten besuch die hundert goldgulden übergab die caspar vom herrn grafen stanhope geschenkt erhalten ich werde die summe mit nächster fahrender post an eure exzellenz überschicken frau behold an frau quant werte frau excusee daß ich mich schriftlich an sie wende was sie extraordinär finden werden da ich ihnen doch im ganzen fremd bin obwohl sie in meiner eltern hause ihre jugend verlebten mit großem etonnement vernehme ich daß der caspar hauser nunmehr in ihrem heim weilen wird und ich fühle mich gedrungen ihnen zum belehr etwelches über den sonderling zu eröffnen sie wissen doch daß der hauser das wunderkind von nürnberg war lob und verhätschelei hätten bei einem haar den knaben zum narren gemacht es ist eben ein tolles volk da hier in solchem verderbten zustand haben wir ihn aus reinem christlichem mitleid und ich schwöre ohne jede nebenabsicht zu uns genommen bei aller tollheit haben die andern doch vor dem vermummten kerl mit dem beil angst gehabt wir aber fürchteten nichts und der hauser wurde bei uns wie ein kind geliebt und estimiert übel ist uns das gelohnt worden keine erkenntlichkeit vom hauser und noch dazu die böse nachrede seines anhangs wieviel ärgerliche stunden wieviel verdruß er uns durch seine entsetzliche lügenhaftigkeit bereitet hat davon sind alle mäuler stumm nachher freilich hat er alleweil besserung gelobet und ward mit frischer liebe an unser herz geschlossen aber fruchten tat es nichts der lügengeist war nicht zu bannen immer tiefer versank er in dieses abscheuliche laster ist viel gerede gewesen von seinem keuschen sinn und seiner innocenz in allem dahergehörigen auch hierüber kann ich ein wörtlein melden denn ich hab's mit meinen eigenen augen gesehen wie er sich meiner damals dreizehnjährigen tochter heute ist sie in der schweiz in pension und ziemlich und unmissverständlich näherte nachher zur rede gestellt wollte er's nicht wahrhaben und aus rache hat er mir die arme amsel umgebrungen die ich ihm donationiert gebe gott dass sie nicht ähnliche erfahrungen an ihm machen er steckt voller eitelkeit meine liebe voller eitelkeit und wenn er den gutmütigen agiert ist der schalk dahinter verborgen und so man ihm den willen bricht ist es mit seiner katzenfreundlichkeit am ende wieviel wir auch durch sein detestables betragen zu dulden hatten undank und kalomnie aus unseren lippen ist keine klage gefahren denn warum man hätt ihm auch dann die wahrheit nicht mehr glauben können und ein betrüger ist er nicht nur ein armer teufel ein sehr armer teufel ihnen und dem herrn gemahl glaube ich hingegen einen gefallen zu erweisen wenn ich die decke lüpfe unter der er seinen unfug treibet der gegen ihn so gütig gesinnte graf stanhope wird gewiß bald zu der schmerzlichen entdeckung gelangen daß er eine schlange an seinem busen nähret wäre der herr graf nur zu mir gekommen dieses aber hat der fifikus hauser hintertrieben und aus guten gründen seien sie nur recht wachsam gute frau er hatte alleweil heimlichkeiten bald da bald dort versteckte er was in einem winkel das läßt auf nichts gutes schließen und nun bitte ich sie oder den herrn gemahl mir in einiger zeit nachricht zu geben wie sich ihr zögling produziert und was sie von ihm halten denn ohne eracht alles geschehen nimmt er doch ein plätzchen in meinem herzen ein und ich wünsche nur daß er tätig an seiner selbstbesserung arbeite ehe er in die große welt entriert wo er viel mehr kraft und beständigkeit vonnöten haben wird als in unserer kleinen von mir selbst ist nicht viel gutes zu sagen ich bin krank der eine doktor meint es ist ein geschwür auf der milz der andere nennt's eine maladie du coeur die große teuerung der lebensmittel ist auch nicht angetan einem die laune zu verbessern gott sei lob gehen die mannsgeschäfte im allgemeinen gut bericht hickels über den vollführten auftrag der übersiedlung caspar hausers ich traf am siebten desselbigen vorschriftsgemäß in nürnberg ein verfügte mich sogleich in die wohnung des freiherrn von tucher fand aber den kuranten nicht zu hause und erfuhr zu meiner verwunderung daß er sich den ganzen nachmittag über aufsichtslos und unbekannt wo herumgetrieben habe was doch gegen die vorschrift ist und daß er sich zur zeit beim professor daumer aufhalte wahrscheinlich in der absicht die reise zu verzögern und dabei die unterstützung seiner freunde zu finden denn als ich bei herrn daumer vorsprach wurden zu besagtem zweck alle möglichen ausreden versucht auch gefiel sich der hauser selbst in einigen leicht durchschaubaren schnurrpfeifereien was mich aber nicht hinderte auf der mir erteilten weisung zu beharren eine strenge inquisition nach seinem verbleib während des nachmittags blieb fruchtlos der bursche gab die albernsten antworten von der welt mein entschiedenes auftreten hatte die wirkung daß von einer verzögerung nicht weiter gesprochen wurde um neun uhr war der wagen zur stelle es war großer zulauf in den gassen die leute vermutlich insgeheim aufgehetzt gebärdeten sich einigermaßen revoltant wurden aber durch meine drohung daß ich die wache aufziehen lassen würde schnell eingeschüchtert dem kutscher gebot ich eile und nach einer viertelstunde hatten wir das weichbild der stadt verlassen während der ganzen drei stunden bis zum dorfe großhaslach ließ mein kurant nicht eine silbe verlauten sondern starrte ununterbrochen in die dunkelheit hinaus gewiß mag es ihm gar trübselig zumute gewesen sein da er nun doch erkennen mußte daß es mit seinen großen hirngespinsten mattei am letzten war ich hatte den sergeanten nach großhaslach bestellt und derweil die pferde gefüttert und getränkt wurden verfügten wir uns in die poststube hauser legte sich da selbst also gleich auf die ofenbank und entschlief ich konnte aber des verdachts nicht ledig werden daß er sich nur schlafend stellte um mich und den sergeanten sicher zu machen und unser gespräch zu belauschen in diesem argwohn bekräftigte mich auch das jedesmalige blinzeln seiner lieder wenn ich in nicht gerade schmeichelhaften ausdrücken seiner person erwähnte um der sache auf den grund zu gehen und zugleich herauszubringen was es mit dem allerwärts verbreiteten märchen von seinem steinernen schlummer für eine bewandtnis habe nahm ich meine zuflucht zu einer kleinen list nach einer weile gab ich nämlich dem sergeanten einen wink und wir erhoben uns leise als ob wir gehen wollten und siehe da kaum hatte ich die türklinke gefaßt so schnellte mein hauser wie von der tarantel gestochen empor tat ein wenig wir und verstört und folgte uns die wir uns kaum das lachen verbeißen konnten im wagen fragte mich hauser plötzlich ob der herr graf noch in ansbach weile ich bejahte fügte aber hinzu daß seine lordschaft dieser tage gehen frankreich fahren werde worauf hauser einen tiefen seufzer ausstieß er lehnte sich in die ecke zurück schloß die augen und schlief nun wirklich ein wie ich aus seinen tiefen atemzügen entnehmen konnte die weiterfahrt verlief ohne bemerkenswerte vorfälle es war ein viertel nach drei als wir bei schneetreiben vor dem sterngasthof anlangten ich hatte diesmal harte mühe den hauser aus dem schlaf zu bringen und erst als ich ihn energisch anschrie entschloss er sich aus der kutsche zu steigen da nur der torwart zugegen war und ich den herrn grafen nicht wecken lassen wollte brachten wir den jungen menschen in eine kammer unterm dach ich befahl ihm sich zu bette zu begeben sperrte der größeren sicherheit halber die tür von außen zu und hieß meinen sergeanten bis zum anbruch des tages auf wache zu bleiben soll ich nun zum schlusse über die person und das betragen des kuranten ein urteil abgeben so muss ich bekennen dass mir der junge mann wenig sympathie oder mitgefühl abnötigte sein verschlossenes trotziges und hinterhältiges wesen lässt auf einen wenn auch nicht verdorbenen so doch angefaulten und widrigen charakter schließen von wunderbaren eigenschaften habe ich an ihm nichts beobachtet als eine in der tat wunderbare begabung zur schauspielerei was noch milder ausgedrückt ist ich fürchte man wird hiesigenorts manche enttäuschung an ihm erleben binder an feuerbach um des ferneren allem überflüssigen gerede und vermuten vorzubeugen daß in derselben sache schon an eure exzellenz gelangt sein mag diene die nachricht daß ich bereits genügenden aufschluß habe über den rätselhaften vier bis fünf stunden andauernden verbleib caspar hausers am letzten nachmittag seines aufenthalts in hiesiger stadt freilich dieser aufschluß ist im grunde keiner denn so wenig der jüngling sich selbst hatte erklären wollen so wenig erklären die mir bekannt gewordenen einzelheiten seine ganze handlungsweise ich will mich kurz fassen am morgen nach caspars abreise kam der gefängniswärter hill zu mir und berichtete der hauser sei gestern mittag nach eins bei ihm auf dem turm erschienen und habe gebeten ihm die kammer zu zeigen worin er einst gefangen gewesen zufällig war an jenem tag kein häftling auf dem lug ins land und er hill habe nach einigem verwunderten fragen und forschen caspar eintreten lassen nachdem er eine weile grübelnd dagestanden begab er sich in dieselbe ecke wo ehedem sein strohlager gewesen hockte auf den boden und brütete strumpf vor sich hin dem hill war das befremdlich und da alle versuche den jüngling seiner lethargie zu entreißen nichts fruchteten kehrte er in seine wohnung zurück und machte seiner ehefrau von dem vorfall mitteilung sie überlegten gerade was zu tun sei da kam caspar von selbst die stufen herunter und trat in das zimmerchen das ihm ebenfalls von früher wohl bekannt war das er jedoch mit bohrend nachdenklichen blicken durchmusterte genau wie er oben in der zelle getan hill und sein weib dachten nicht anders als der arme mensch habe den verstand eingebüßt die frau näherte sich ihm stellte einige fragen er hielt aber keine antwort da fiel sein schweifendes auge auf die beiden kinder des werthers die auf einem tritt beim fenster mitsammenspielten und plötzlich lächelte er gar wunderlich schlich sich heran und setzte sich am rand des über den boden erhöhten tritts nieder hill tat das vernünftigste was er tun konnte er ließ ihn gewähren und wartete ab was daraus werden würde nachdem sich caspar also niedergelassen begann er die zwei kinder auf eine weise anzustarren als ob er nie im leben kinder gesehen hätte er beugte sich vorwärts er studierte förmlich ihre finger ihre lippen seine heißhungrigen blicke verschlangen gleichsam jede ihrer gebärden der frau wurde dabei angst und bang mit mühe hielt hill sie ab dazwischen zu fahren denn er fürchtete nichts kenne ich doch hausers sanfte seele so drückte er sich mir gegenüber aus auf einmal sprang caspar auf streckte die arme in die luft stöhnte starrte vor sich hin als sehe er einen geist dann kehrte er sich um und rannte mit erstaunlicher geschwindigkeit zur tür und die treppe hinunter auf den platz hill folgte ihm unverzüglich denn er schloß mit recht daß caspar in einer bedenklichen verfassung sei und daß man ihn so nicht sich selber überlassen dürfe als er den burgberg herunter gegen die füll lief gewahrte er ihn noch rechtzeitig und konnte ihn im auge behalten caspar eilte nun durch mehrere gassen und zwar ganz unsinnig die kreuz und quer danach über die glasses und nach st johannis hinüber hill folgte in einer entfernung von fünfzig oder sechzig ellen und hatte auf jede bewegung caspars genau acht trotzdem es den anschein ziellosen gehens hatte war doch der schritt des jünglings so beschleunigt ja ungeduldig als wolle er ein vor ihm fliehendes etwas erhaschen es ging nun durch die mühlgasse am ende dieser gasse breitet sich das flache feld aus und die straße verwandelt sich in einen wiesenweg der längst der mauer des johanniskirchhofs zu pecknitz und zum wald hinunter führt an der kirchhofsmauer die so niedrig ist daß auch ein mittelgroßer mensch leicht über sie hinweg blicken kann blieb caspar jählings stehen riss den hut vom kopf und presste die hand gegen die stirn es wird euer exzellenz bekannt sein eine wie ungeheure wirkung schon früher einmal bei der annäherung an den gräberort an ihm wahrgenommen worden ist er schien zu zittern er atmete mit offenem mund seine züge drückten grauen aus die hautfarbe wurde bleifahl er sah aus als könne er sich nicht losreißen plötzlich aber stürzte er so schnell weiter daß sein beobachter mühe hatte ihm nahe zu bleiben auch dachte hill caspar müsse ins wasser stürzen da er am flußufer in ein wildes torkeln geriet glücklicherweise wandte er sich gegen den nahen forst und verschwand alsbald zwischen den stämmen hill hatte angst daß er ihm entkommen könnte er bemerkte einige arbeiter die an einer erdgrube sand schaufelten und forderte sie auf ihm zu helfen drei oder vier gesellten sich zu ihm und sie drangen verteilt ins gehölz doch hill selbst war es der caspar nach langem suchen und als er schon höchstlichst besorgt wurde zuerst wieder erblickte er sah ihn kniend am fuß einer mächtigen tanne er sah wie er die hände aufhob und hörte ihn mit einer leidenschaftlich flehenden stimme rufen o baum o du baum nichts weiter als diese worte und mit solchem gefühl wie man ein gebet spricht wenn der geist in höchster bedrängnis ist hill sagte aus er habe es nicht über sich gebracht ihn anzurufen überhaupt hat der einfache mann bei all diesen vorgängen ein zartgefühl und eine menschlichkeit bewiesen um deren willen ich ihm meine anerkennung nicht versagen kann die arbeiter die er mitgenommen riefen ihm er gab ein zeichen sie kamen herbei caspar hatte sich indes erschrocken aufgerichtet blickte die leute der reihe nach an und es schien als er kenne er hill nicht dieser dankte den männern und bedeutete ihnen daß er sie nicht mehr brauche von ihm untergefasst ließ sich caspar ohne widerstand aus dem forst herausführen im gegensatz zu seinem bisherigen wesen zeigte er nun eine vollkommene gelassenheit hill fragte ihn wohin er denn gehen wolle und nach einigem zögern antwortete caspar er müsse zum mittagessen zu herrn daumer da lachte hill und erinnerte ihn daß mittag längst vorbei sei als sie vor der stadtmauer ankamen begann es schon zu dämmern caspar ging jetzt außerordentlich langsam und trotzdem hill um vier uhr auf der polizeiwache hätte sein sollen begleitete er ihn noch zu professor daumers haus und wich erst von der stelle als sich das tor hinter seinem schützling geschlossen hatte dies exzellenz die getreue wiedergabe dessen was der mann berichtet hat ich habe seine erzählung deren glaubwürdigkeit zu bezweifeln kein anlaß vorliegt protokollieren lassen aus den begebnissen selbst weiß ich wie gesagt nicht zu machen auch ist es nicht an mir den schlüssen eurer exzellenz vorzugreifen gestern habe ich mich von hill zu der stille führen lassen wo caspar kniend gefunden wurde denn ich dachte mir daß da vielleicht etwas besonderes sei es ist ungewöhnlich bei solcher stadtnähe ein friedensvoller ort der wald ist dicht bestanden lautlose einsamkeit fordert zu beschaulicher stimmung auf hill erkannte den platz mit sicherheit wieder und zeigte zum beweis auf fußabdrücke und zerwühltes moos sonst habe ich nichts bemerkenswertes wahrgenommen der polizeisoldat der durch seine nachlässigkeit in caspars bewachung all dieses verschuldet hat wurde der verdienten strafe zugeführt lord stanhope an den grauen ich weile noch immer in dem welt entlegenen nest obwohl ich zu weihnachten in paris sein wollte ich sehne mich nach freier konversation nach maskenbällen nach der italienischen oper nach einem spaziergang auf den boulevards hier sind alle augen auf mich gerichtet jeder will teilhaben an mir von einer gewissen hofratsfamilie die nicht in den besten verhältnissen lebt wird erzählt sie habe eine goldene stehuhr ein vortreffliches erbstück versetzt um eine surree zu ehren des lords geben zu können man verdächtigt eine dame frau von imhoff uralter patricia adel der näheren beziehung zu mir vielleicht nur deswegen weil die arme in einer unglücklichen ehe lebt an der sich der klatsch seit jahren mästet scherzhafter unsinn die dame ist leider ein makelloser mensch das übrige volk ist kaum der rede wert die guten deutschen sind servil bis zum erbrechen der behäbige kanzleidirektor der mit einer sklavisch tiefen referenz den hut vor mir zieht würde mir mit vergnügen die stiefel putzen wenn ich sie ihm befähle nichts hindert mich hier eine art caligula zu spielen zur sache ein äußerer grund meines verweilens hier ist nicht mehr vorhanden der bislang vorgeschriebene teil meiner aufgabe ist erfüllt was verlangt man noch von mir wessen hält man mich noch weiterhin für fähig hat euer hochgeboren oder dero gebietende noch intime wünsche so wäre es geraten sie in bälde vernehmen zu lassen denn der ergebenst unterzeichnete ist satt die mahlzeit füllt ihn bis zum hals er muß jetzt ans verdauen denken ich gehe mit der absicht um in rom prélat zu werden oder mich hinter klostermauern einzuschwirren vorher muß ich noch das nötige schwergeld für den ablass beisammen haben wenn der papst kein einsehen hat kehre ich in den schoß der puritanischen kirche zurück so bin ich wenigstens der sorge und des ekels enthoben mir den bart wachsen lassen zu müssen auch in meinem land gibt es masken und jedenfalls ein würdigeres kostüm ist der minister h n s der pensionist von allen vorgängen verständigt und hat man ihn gegenüber fälle gesichert an welcher bankstelle kann ich meinen nächsten zins groschen beheben 30 silberlänge mit welcher zahl darf ich die summe multiplizieren denn auf multiplikation ist nun einmal mein leben gestellt herr von f ist vor einigen tagen nach münchen abgereist dies zur notiz das bewußte dokument ist wie ein ranziges stück fleisch von einem gewissenhaften raben in aussicht genommen vorläufig aber noch unzugänglich wie hoch nummiert man den preis und sollten im kriegsfalle kühnere maßregeln geboten sein was billigt man demjenigen zu der die hölle um einen neuen untertan reicher machen will ich muss dies wissen gegenwärtig stellen auch die geringsten diener des satans ihre ansprüche wenn herr von f so weit kommt mit der königin zu verhandeln wie er beabsichtigt muss ein geeigneter repräsentant gefunden werden um das angefachte feuer zu löschen freilich wird dann das ranzige stück fleisch anfangen zu stinken dabei fällt mir ein penetranter passus in dem letzten schreiben von euer hochgeboren ein wie lautet er doch gleich sie beginnen mein lieber graf zu viel wert auf das verruchte und verfluchte zu legen sobald es nur einen anschein von zweckmäßigkeit und behindigkeit hat ich nehme diesen worten die schminke und lese es ist unglaublich was sie für ein spitzbube sind kennen sie die hübsche replik des alten fürsten m als ihn der amerikanische gesandte ins gesicht hinein ein betrüger nannte mein lieber teurer erwiderte der fürst mit seinem sanftesten lächeln dass sie doch in ihren ausdrücken niemals maß halten können ja halten wir maß wenn auch nicht im tun so doch im reden wozu so thiesen ein schurke wird geboren so gut wie ein edelmann wer sich anmaßt in dem lauf eines fremden schicksals zu pfuschen ist ein oder ein dummkopf wenn nicht beides wer kennt mich wer will mich richten oder formen verrät mich nicht jeder atemzug verwandte sterne haben über ihrer und meiner wiege geleuchtet sie sind ein getreuer diener das ist eine wunderschöne ausrede werfen sie ab was sie bindet fliehen sie in eine einöde auf das meer in die wüste zum pol auf ein andern planeten zu sich selbst und erproben sie ob sie sich noch am glanz des himmels und am schein der sonne zu freuen vermögen und wenn das der fall ist wollen wir über das thema weiter verhandeln schlagen wir uns in die nacht wie wölfe und sammeln wir mut denn das opfer könnte wehrhaft werden unser schutzbefohlener bereitet mir neustens mancherlei sorge und ich muß gestehen daß er es ist der mich in dieser gottverlassenen gegend noch immer festhält allerdings ohne daß er davon weiß aber er ist mir in jeder hinsicht verdächtig geworden und ich komme mir bisweilen wie ein tauber musikant vor der auf einer verstopften flöte spielen muß aber nicht nur dies hält mich sondern auch noch ein anderes womit ich jedoch ihr allen empfindsamkeiten ab holdes ohr nicht belästigen will auf jeden fall und dies nun im ernst entlassen sie mich aus der arena ich bin betäubt ich bin müde meine nerven gehorchen nicht mehr ich werde alt ich fange an den geschmack an treibjagden zu verlieren es erregt meinen widerwillen wenn der geängstigte hase dem bissigsten der hunde von selbst in die zähne rennt ich bin zu sehr schöngeist um dies noch ergötzlich zu finden und ich könnte kaum dafür einstehen daß ich nicht im letzten moment eine bresche in die treiberkette schlage die der verfolgten kreatur zur flucht verhilft dann aber könnte sich eine merkwürdige metamorphose begeben der hase könnte zum löwen werden und zurückkehren und die blutgierige meute müßte zitternd in ihre hinterhalte schleichen doch fürchten sie nichts dies sind zuckungen und phantasien eines senilen gewissens auch ich bin ein treuer diener meiner selbst das werk befiehlt unsere lüste sind die schergen der seele nur der dieb der keine philosophie im leibe hat verdient gehängt zu werden in meiner jugend hatte ich tränen übrig wenn ich mir den gitarre spielenden knaben auf carpaccios bild in venedig betrachtete jetzt bliebe ich ungerührt wenn man das kind von der mutterbrust risse und seinen schädel am rindstein zerschmetterte das macht die philosophie wenn sie sich besser bezahlte wäre ich vielleicht fröhlicher bei dieser gelegenheit muß ich ihnen einen amüsanten traum erzählen den ich neulich hatte eine wahre gorgo von traum wir beide ich und sie feilschten um eine gewisse wahre plötzlich unterbrachen sie mich mit den worten nehmen sie was ich ihnen biete denn wenn sie jetzt erwachen bekommen sie gar nichts ich fand dies argument göttlich und so wenig zu widerlegen daß ich in der tat mit angstschweiß bedeckt erwachte genug über genug mein jäger überbringt ihnen diesen brief der durch seinen mangel an inhalt ihren verdruß erregen wird das beiliegende akzept um dessen signierung ich bitte dürfte sie noch weniger versöhnen dem lehrer habe ich ein halbjahr im voraus bezahlt er ist ein brauchbarer mann unbestechlich wie brutus und lenkbar wie ein frommes pferd wie alle deutschen hat er prinzipien die sein selbstvertrauen hervorbringen gott befohlen die nacht will ihren schlaf ein kapitel in briefen aufgenommen von ramona deininger schnabel anbetung der sonne am morgen nach caspars ankunft blieb der lord länger als gewöhnlich in seinen zimmern auch dann vermiete er es noch caspar rufen zu lassen und machte erst die tägliche promenade als er zurückkam ging caspar vor dem salon auf und ab die bewegung stanhopes als wolle er ihn umarmen schien caspar zu versehen er blickte steif zu boden sie traten ins zimmer der lord entledigte sich seines schneebedeckten pelzmantels und stellte möglichst unbefangen fragen wie es caspar ergangen wie der abschied wie die reise gewesen und mehr dergleichen caspar antwortete bereitwillig wenn auch ohne ausführlichkeit war freundlich und keineswegs bedrückt oder vorwurfsvoll dies gab stanhop zu denken und es bedurfte einer gewissen anstrengung von seiner seite um die sonderbar kühle unterhaltung fortzusetzen er konnte sogar einen leisen schrecken nicht unterdrücken wenn er caspar ansah der ihn mit seinen weinfarbigen augen fortwährend fremd betrachtete es war eine erlösung als der polizeileutnant gemeldet wurde stanhope empfing ihn im nebenzimmer sie sprachen dort über eine halbe stunde leise miteinander nachdem der graf hinausgegangen war trat caspar zum schreibtisch streifte den diamantring von seinem finger und legte ihn mit bedächtiger gebärde auf einen angefangenen in englischer sprache geschriebenen brief dann schritt er zum fenster und blickte in das schnee treiben stanhope kam allein zurück er fragte ob caspar wisse wo er untergebracht werden solle caspar bejahte es ist am besten wir gehen mal gleich zu den lehrersleuten hin um dein künftiges quartier in augenschein zu nehmen sagte der lord caspar nickte und wiederholte ja es ist am besten der weg ist nicht weit meinte stanhope wir können zu fuß gehen wenn du es aber wünschest und die zudringlichkeit der menschen scheust die zu erwarten ist kann ich den wagen bestellen nein erwiderte caspar freundlich ich gehe lieber die leute werden sich schon trösten wenn sie sehen dass ich auch auf zwei beinen spaziere da fiel stanhopes blick auf den ring erstaunt nahm er ihn in die hand sah caspar an sah den ring an überlegte mit zusammengezogenen brauen lächelte flüchtig und wild dann legte er den ring schweigend in eine lade die er verschloß als ob nichts geschehen wäre zog er den mantel an und sagte ich bin bereit das aufsehen in den gassen war erträglich es spielte sich alles in ruhe ab das volk hier war gutmütig und scheu über dem tor des quantschen hauses war ein kranz aus immergrün aufgehängt in dessen mitte auf einem pappendeckel ein gemaltes willkommen prangte quandt trat den ankömmlingen im braunen bratenrock entgegen sonntäglich aussehend seine frau hatte einen schottischen schal umgehängt damit ihr körperlicher zustand weniger auffällig hervortrehte zuerst wurde caspars zimmerchen besichtigt das im oberen flur lag der raum hatte auf einer seite eine schiefe mansardenwand bot aber sonst ein nettes ansehen über dem altväterisch bunten kanapé hing ein schwarz gerahmter stich das bild stellte ein unsagbar schönes mädchen vor das die arme schmerzlich nach einem jemand ausstreckte von dem man gerade noch zwischen gebüschen die beine und einen fliegenden mantel sah an der andern wand hingen zwei längliche deckchen worauf sinnsprüche eingestickt waren auf dem einen früh auf spät nieder bringt verlorene güter wieder auf dem andern hoffnung ist des lebens starb von der wiege bis zum grab auf dem sims standen töpfe mit winterblumen und über niedriges dächerwerk hinweg konnte sich der blick an einer lieblich geschlossenen landschaft ergötzen schneeweiße hügel begrenzten in nicht zu großer weite das ansteigende tal caspar war's beim hinschauen recht jämmerlich zumute er dachte gewisser vorstellungen von ehedem die jetzt keinen bezug mehr hatten eine fahrt mit weitgestecktem ziel die straße läuft fröhlich dem wagen voran wolken teilen sich beim näherkommen berge treten gefällig zur seite die luft schwirrt vom gesang der fremde wälder und wiesen dörfer und städtchen hüpfen im besonnenen nebel vorüber und unter dem schließenden ring des himmels strömt welt auf welt hervor es war nicht mehr an dem unten im wohnzimmer dunsteten die frisch gefekten dielen noch von feuchtigkeit quandt setzte dem lord die wichtigsten punkte seines programms auseinander bisweilen schaute er caspar dabei an und sein blick war dann durchdringend wie bei einem schützen der das ziel fixiert ehe er die flinte anlegt stanhope sagte er schätze sich glücklich daß caspar endlich aussicht auf eine geregelte bildung habe alles bisherige sei ja nur willkür und ungefähr gewesen wenn der herr staatsrat nicht so fest darauf bestanden hätte daß caspar in ansbach bleibe dies sollte offenbar eine erklärung gegen den still zuhörenden jüngling sein wären sie ohne zweifel heute schon in england oder doch auf dem weg dahin da ich ihn aber in so guten händen weiß fügte er hinzu bin ich nichtsdestoweniger froh man sieht daraus daß auch ein unerwünschter zwang oft die ersprießlichsten folgen hat seine worte waren trocken es war als rede sein hut oder sein stock das kompliment das sie enthielten war schal oft gebraucht wie spülwasser aber für quandt waren sie eine herzenserquickung er belebte sich zusehends und meinte eifrig es sei am geratensten wenn caspar noch heute einziehe stanhope schaute caspar fragend an dieser senkte den kopf worauf sich der lord zu einem nachsichtigen lächeln zwang wir wollen nichts überstürzen sagte er ich lasse morgen früh das gepäck herschaffen heute soll er noch bei mir bleiben es war dunkel geworden als beide das haus verließen quandt begleitete sie bis auf die straße zurückkehrend schloß er ganz leise und langsam die tür wie er immer zu tun pflegte dann stellte er sich in die mitte des zimmers legte beide hände flach gegen die brust und schüttelte mindestens eine viertelstunde lang in lautlosem erstaunen den kopf warum schüttelst du denn so den kopf fragte frau quandt ich begreife nicht ich begreife nicht antwortete der lehrer bekümmert und schlich herum als suche er etwas auf dem boden was begreifst du denn wieder nicht fragte die frau verdrießlich quandt zog einen stuhl herbei setzte sich neben seine gattin und schaute sie aus seinen blassen augen fest an bevor er fortfuhr hast du vielleicht etwas wunderbares an dem menschen bemerkt sprich dich nur aus liebe jette hast du etwas irgend etwas außergewöhnliches bemerkt irgend etwas das ihn von einem anderen menschen unterscheidet frau quandt lachte ich habe nur bemerkt daß er nicht besonders höflich war und daß er seidene strümpfe trägt wie ein marquis entgegnete sie leichthin ja nicht wahr nicht besonders höflich wie und seidene strümpfe ganz recht sagte quandt mit sonderbarer hast als sei er einer entdeckung auf der spur na die seidenen strümpfe werden wir ihm schon abgewöhnen und das modewestchen auch dergleichen schickt sich nicht für unser einfaches haus aber ich frage dich verstehst du die menschen verstehst du die welt davon hört man nun seit jahren als von einem noch nie dagewesenen wunderreden dafür erhitzen sich geistreiche männer männer von geschmack von welt von kenntnissen ist es zu fassen gibt es denn keinen der mit seinen eigenen ihm von gott eingesetzten augen sehen kann ist es zu fassen mittlerweile waren caspar und der lord zum gasthof zurückgekehrt stanhope war nicht gerade rosig gestimmt die schweigsamkeit seines begleiters erboste ihn es war ihm als werde hinter einem vorhang eine pistole gegen ihn gerichtet er war unruhig fühlte sich in die enge getrieben es gibt einen punkt wo die schicksale sich wie auf einem schmalen pfad zwischen abgründen begegnen wo es zum austrag kommen muss da stellen sich worte ungerufen ein die dämonen erheben sich aus dem schlummer stanhope schellte dem diener ließ die lichter anzünden und holz ins kaminfeuer legen gleich darauf wurde der hofrat hoffmann gemeldet der lord sagte er sei nicht zu sprechen gab auch befehl niemand mehr vorzulassen er machte sich unter seinen papieren zu schaffen und fragte dabei caspar wie haben dir die lehrersleute gefallen caspar wußte nicht recht wie und gab eine unbestimmte antwort in wahrheit wußte er überhaupt gar nicht mehr wie herr quandt oder dessen frau oder das haus aussahen er erinnerte sich bloß daß frau quandt ihren kaffee aus der untertasse getrunken und den zucker dazu abgebissen hatte was ihm sehr albern erschienen war plötzlich kehrte sich stanhope um und fragte mit der miene eines menschen der die geduld verliert also was ist es mit dem ring was wolltest du damit sagen caspar antwortete nicht in traurigem trotz schaute er ins leere stanhope näherte sich ihm tippte ihm mit dem zeigefinger auf die schulter und sagte scharf sprich sonst wehe dir mir ist schon weh genug entgegnete caspar eintönig und sein blick glitt von der gestalt des grafen wie von etwas schlüpfrigem hinweg auf die dunkelrote tapete auf welcher das kaminfeuer schatten malte was hätte er sagen sollen war doch sein gefühl fast ungemindert gegen den der ihm den weg gewiesen der zum ersten mal wie ein mensch zu ihm geredet sollte er von der furchtbaren nacht im turaschen haus erzählen wo er gesessen die fäuste in der brust das herz zerrieben einsam und der welt beraubt wie er angefangen hatte zu suchen zu suchen wie er die zeit aufgegraben gleich wie man im garten erde aufgräbt ist tag geworden und er enteilt war wie er kinder gesehen den fluß gesehen an einem baume gekniet alles wie nie zuvor alles anders er selbst verwandelt mit neuen augen von unwissenheit erlöst unmöglich solches mitzuteilen dafür gab es keine worte er fuhr fort ins leere zu starren indes stanhope die hände auf dem rücken auf und ab wanderte und widerwillig hastig stoßweise zu reden begann willst du mich etwa anklagen soll ich mich rechtfertigen god damn ich habe für dich gekämpft wie für mein eigen fleisch und blut vermögen und ehre zum pfand gesetzt keine demütigem gescheut mich unter pöbel volk und pendanten herumgeschlagen was denn noch wer das unmögliche von mir verlangt ist mir nicht wohlgesinnt noch ist nicht aller tage abend das garn ist noch nicht abgewickelt ich stelle noch immer meinen mann aber ich muß mir verbitten daß du mich wie den aussteller eines schuldscheins beim buchstaben packst und meine schöne freiwilligkeit unter moralischen druck setzest wenn du von mir forderst anstatt das gewährte dankbar zu erkennen dann sind wir geschiedene leute was er doch alles spricht dachte caspar der kaum zu folgen vermochte der nächste gedanke stanhope war caspar habe vielleicht eine geheime verbindung und von daher lehre und ermunterung empfangen denn er sah wohl und mit angst nahm er es wahr daß er nicht mehr das willenlose geschöpf von ehedem vor sich hatte aber auf seine rauh zufahrende frage machte caspar ein so verwundertes gesicht daß er den argwohn sogleich fallen ließ caspar legte die hände flach zusammen und sagte nun in seiner umdeutlichkeit bemühten weise er habe stanhope nicht kränken wollen auch mit dem ring nicht es sei nur etwas geschehen was die geschichten betreffe man habe ihm immer geschichten erzählt geschichten von ihm selbst er habe zugehört und doch nicht ordentlich verstanden es sei wie mit dem holzpferdchen gewesen mit dem er in seinem kerker geredet und gespielt und daß doch nichts lebendiges gewesen sei aber jetzt fügte er stockend hinzu jetzt ist das holzpferdchen lebendig geworden was denn hob warf den kopf zurück wie was denn rief er schnell und furchtsam sprich deutlich er nahm die lorchnette und schaute caspar stirnrunzelnd durch die gläser an eine gebärde die hochmut ausdrücken sollte aber im grunde nur verlegenheit war ja das holzpferdchen ist lebendig geworden wiederholte caspar bedeutungsvoll ohne zweifel glaubte er mit diesem kindlichen sinnbild alles dargelegt zu haben was ihm das entschleierte anlitz der vergangenheit verraten hatte er mochte die gewalten ahnen die sein schicksal geformt hatten und jedenfalls begriff er das wirkliche das schwer von gründen wirkliche seiner langen gefangenschaft die ihn außerhalb der gesetze bis über das jünglingsalter hinaus zum zustand eines halbtiers verurteilt hatte es mochte ihm klar geworden sein daß es sich dabei um eine sache handelte der in den augen der menschen ein hoher ja der höchste wert zu kam daß sein anrecht auf diese sache ungeschmälert fortbestand und daß wenn er nur hinginge um zu zeigen daß er lebe um zu sagen daß er wisse aller widerstand und willkür zu ende sei und er besitzen durfte wessen er frewendlich beraubt das war es etwa aber es war noch mehr und es fügte sich daß der lord selbst in angst für sich für seine auftraggeber für die zukunft für das ganze gebäude an dem er mitgezimmert und von dem er wenn es zusammenbrach vielleicht mit zerschmetterten gliedern in eine bodenlose tiefe stürzen mußte daß er selbst das wort fand und aussprach welches dies andere größere unsagbare für caspar zauberhaft und schrecklich erleuchtete beinahe fühlte sich stanhope besiegt und er hatte nur noch wenig lust gegen eine macht zu kämpfen die gleichsam aus dem nichts entstanden war und wie der ifrit aus salomons wunderflasche den ganzen himmel verfinsterte ich war zu großmütig dachte er ich war zu lau wankelmut trägt die eigene haut zu markt läßt man die träume aufwachen so greifen sie nach den zügeln und machen die rosse scheu das süße zeug schmeckt nicht länger nun gilt es salz in den breit zu tun er setzte sich an den tisch caspar gegenüber und indem er beim sprechen kaum die zähne voneinander entfernte und fortwährend düster und blicklos lächelte sagte er ich glaube dich zu verstehen man kann es dir nicht verübeln daß du schlüsse aus meinen wie ich bekennen muß ein wenig unvorsichtigen erzählungen gezogen hast ich werde in diesem augenblicke sogar noch weiter gehen und dir an deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen ich will dein lebendig gewordenes holzpferdchen aufzäumen und wenn du dann lust hast kannst du es meinetwegen reiten ich habe dich nicht getäuscht du bist durch deine abkunft dem mächtigsten unter den fürsten ebenbürtig du bist das opfer der scheußlichsten kabale die satans bosheit je ersonnen hat hättest du keine andere instanz zu fürchten als die der tugend und des moralischen rechts dann säßest du nicht hier und ich wäre nicht gezwungen dich so zu warnen wie ich es jetzt tue denn merk auf so gegründet deine ansprüche deine hoffnungen sind so verderblich müssen sie dir werden sobald sie dich nur den ersten schritt zum vorgefassten ziele lenken die erste handlung das erste wort besiegelt unabänderlich deinen tod du wirst vernichtet sein ehe du noch den finger ausgestreckt hast um zu nehmen was dir gebührt vielleicht kommt eine stunde morgen oder in einem monat oder in einem jahr wo du an der aufrichtigkeit dessen was ich dir sage zweifeln könntest nun so beschwöre ich dich glaube mir laß deine lippen siebenfach vernietet sein fürchte die luft und den schlaf daß sie dich nicht verraten möglich daß einst der tag kommt an dem du sein darfst was du bist aber bis dahin halte still wenn dir dein leben lieb ist und laß dein holzpferdchen hübsche im stall langsam hatte sich caspar erhoben ein übergewaltiger schrecken donnerte vielgestaltig wie blöcke eines felssturzes um ihn her um seine gedanken anderswohin zu lenken betrachtete er mit einer an wahnsinn grenzenden aufmerksamkeit die leblosen gegenstände tischschrank und stühle den leuchter die gipsfiguren am kamin den krumm gebogenen schürhaken war ihm dies alles neu oder nur unerwartet keineswegs es hatte wie giftige luft schon lange um ihn her gebrütet aber ein andres das bloße ahnen und spüren und ein andres das zermalmende wissen auch stanhope war aufgestanden er trat nahe vor caspar hin und fuhr mit eigentümlich näselnder stimme fort es hilft nichts in diesem zeichen bist du eben geboren in diesem zeichen hat dich deine mutter geboren das ist das blut es richtet dich und rechtfertigt dich es ist dein führer und dein verführer und noch einer weile laß uns nun schlafen gehen es ist spät morgen früh wollen wir in die kirche und beten vielleicht schickt uns gott eine erleuchtung caspar schien nicht zu hören blut das war das wort das war die kraft die alle poren seines wesens durchdrang schrie nicht sein blut aus ihm und von fern her wurde der schrei erwidert blut trug aller erscheinungen grund verborgen wie es war in adern im gestein in blättern und im licht liebte er sich nicht in seinem blut spürte er nicht die eigene seele wie einen spiegel aus blut in dem er sich ruhend beschauen konnte wieviel menschen in der welt so nahe beieinander so reich bewegt so fremd und stumm und alle durch einen strom von blut wandelnd und sein blut doch besonders rauschend ein besonderes ding in einsamem bette fließend voll von geheimnissen unbekannter schicksale voll auch als er den blick wieder gegen den grafen kehrte war es als wandle der durch blut eine vorstellung die freilich durch die scharlachfarbene tapete begünstigt wenn nicht erzeugt wurde wenn man die kerzen verlöscht dachte caspar wird alles tot sein das blut und die worte er und ich ich will nicht schlafen diese nacht nicht sterben ja caspar hätte was sein mundgeredet gern wieder in sich hineingeschluckt in jenen kerker des leibes gesperrt der schweigen hieß gehorsam sein unwissend sein unglücklich sein schande und schimpf ertragen die stimme des blutes ersticken nur nicht sterben müssen nur leben 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 ei man wird sich fürchten man wird feig sein wie eine maus man wird türen und fenster verriegeln man wird die träume vergessen den freund vergessen man wird sich klein machen man wird das holzpferdchen vergraben aber man wird leben 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 der lord wünschte daß caspar nicht in seiner mansarde sondern hier unten nächtige er befahl dem aufwärter ein bett auf dem sofa zu richten indes caspar sich entkleidete ging er hinaus kam jedoch noch einiger zeit wieder überzeugte sich daß der jüngling ruhig lag und verlöschte die lichter die verbindungsthür zu seinem zimmer ließ er offen stehen ungeachtet seines vorsatzes schlief caspar bald ein und nahm sein aufgewühltes gemüt in den schlummer hinüber er mochte vier bis fünf stunden geschlafen haben als sich sein bleiernes daliegen in ein ruheloses herumwälzen verwandelte plötzlich erwachte er mit einem tiefen seufzer und starrte brennenden auges in die finsternis an den fensterscheiben war ein kribbeln und tasten das von den anprallenden schneeflocken herrührte und dem leisen pochen einer hand ähnlich war aus dem nebenraum hörte er die gleichmäßigen atemzüge des schlafenden stanhope höchst befremdlich klang dies atmen des anderen menschen in der nacht wie ein drohendes geflüster hüte dich hüte dich er ertrug es nicht mehr im bett es war als sei ihm der körper mit tausend fäden umschnürt und als er aufstand geschah's nur weil er sich vergewissern wollte ob er sich noch frei bewegen könne er schlug die wolldecke um die schultern und trat barfüßig ans fenster das ganze große all war angefüllt mit den gesprochenen worten die wie rote bären in der dunkelheit hingen überall gefahr bloß zu denken war schon gefahr jeder anhauch aus fremdem munde gefahr er fing an zu zittern die knie saßen loser in den gelenken es war ihm so leicht und schwer zugleich sein nachdenken hatte eine andere nähere folge auch alle gegenstände waren näher und das ganze der erde und des himmels wolken wind und nacht hatten etwas eingebüßt etwas unbegreiflich flüchtiges und wandelbares alles ist nun so wunderlich wahr caspar hält die scherben eines kostbaren gefäßes in der hand und seine phantasie will nicht einmal die schöne form wie sie gewesen zurückgestalten unten auf der gasse geht lautlos der nachtwächter der zuckende schein seiner laterne vergoldet den schnee caspar folgt ihm mit den blicken denn es ist als ob der mann in irgendeinem unerklärlichen zusammenhang mit seinem schicksal stehe sie wandeln miteinander über ein verschneites feld jener fragt caspar ob ihn friere und wirft ihm einen teil seines mantels um die schultern so daß sie beide unter derselben hülle gehen auf einmal gewahrt caspar daß es kein männergesicht ist das sich so mild erbarmend zu ihm kehrt sondern das schöne traurige gesicht einer frau es enthalten diese trauer und diese schönheit etwas redendes und daß sie zusammen unter demselben mantel wandern hat den allertiefsten sinn etwas das mit qual und freuden eines ist und vom anfang der dinge stammt da tönte das ungeheure wort des grafen neuschallend in die nacht in diesem zeichen hat dich deine mutter geboren dich geboren welcher laut was war darin beschlossen caspar legte beide hände vors gesicht ihm schwindelte da hörte er ein geräusch von schritten jäh drehte er sich um es war ein empor tauchen aus finsterer flut der graf stand im schlafruck vor ihm wahrscheinlich hatte caspars nächtliches wachsein ihn aufgeweckt er hatte einen leisen schlummer was treibst du fragte stanhope mürrisch caspar machte einen schritt auf ihn zu und sagte dringlich atemlos drohend und flehend fühl mich zu ihr heinrich einmal lass mich die mutter sehen nur einmal nur sehen nicht jetzt später vielleicht einmal nur einmal nur sehen nur einmal stanhope wich zurück dieser aufschrei hatte etwas überirdisches geduld murmelte er geduld geduld wie lange noch hab schon lange geduld ich verspreche dir du versprichst es aber wie soll ich glauben setzen wir die frist eines jahres fest ein jahr ist lang lang und kurz ein kleines kurzes jahr und dann dann will ich wiederkommen und mich holen dich holen gelobst du das caspar heftete einen suchenden und wie ein mattes flämmchen erlöschenden blick auf den grafen da der widerschein des schnees die nacht erhellte konnte jeder des andern züge deutlich unterscheiden ich gelob es du gelobst es aber wie kann ich's wissen stanhope geriet in eine sonderbare bedrängnis dies gegenüberstehend zu solcher stunde die immer herrischer stürmischer werdenden fragen des jünglings wirkten wie gespensterschauer auf seine einbildungskraft reiß mich aus deinem herzen aus wenn es nicht geschieht murmelte er dumpf er mußte in diesem augenblick lebhaftes mannes gedenken der vom teufel lebendigen leibes in den feuerspeienden vesuv geschleudert wurde und caspar darauf was kann mir das nützen sag mir den namen sag mir ihren namen sag mir meinen namen nein niemals niemals aber glaub mir nur es wacht ein gott über dich caspar es kann dir nichts versagt sein denn du hast die kaufsumme für das glück zum voraus entrichtet die wir andern täglich in kleiner münze bezahlen müssen und bezahlt muß werden alles muß bezahlt werden das ist der sinn des lebens du versprichst also in einem jahr wieder da zu sein in einem jahr caspar bohrte die finger in stanhopes hand und richtete einen tiefen seltsam seelenhaften seltsam stolzen blick auf den lord der seinerseits die augen senkte während sein gesicht steinalt aussah als er in sein zimmer zurückging begann er plötzlich leise plappernd das vaterunser zu beten erst gegen morgen entschlief er wieder als er sich mittags erhob war caspar längst auf er saß am fenster und schien die eisblumen zu studieren um ein uhr verließ er mit ihm das hotel arm in arm ein schaugepränge für die einwohnerschaft spazierten sie über den hochliegenden schnee durch das herrida tor zum markt dort war eine große versammlung von bauern und händlern vor dem portal der gumbertus kirche blieb stanhope stehen und forderte caspar auf mit hinein zu gehen caspar zögerte folgte jedoch dem grafen in den hohen schmucklosen von schwarzem gebälke überdachten raum mit raschen schritten eilte stanhope zum altar warf sich mit den knien auf die steinernen stufen folgte die stirn herab und verblieb so in vollkommener unbeweglichkeit caspar peinlich berührt schaute sich unwillkürlich um ob niemand zeuge dieser demütigen handlung sei aber die kirche war leer warum krüppelt er sich so zusammen dachte er verstimmt gott kann doch nicht im boden drinnen sein allmählich ward ihm bange das schweigen des riesigen raumes strömte bis in seine brust und wie er nun in die höhe blickte sah er oben durch ein geöffnetes bogenfenster wie die sonne mit macht die winterlichen nebel zu gewältigen suchte da rötete sich sein bläßliches gesicht zu schüchterner freude und das schweigen in seiner brust wandelte sich zu einer hinaufziehenden verehrung o sonne sagte er halblaut und mit einfältiger inbrunst mach doch das alles nicht so ist wie es ist mach es doch anders sonne du weißt ja wie es ist du weißt ja wer ich bin scheine nur sonne daß meine augen dich immer sehen können immer wollen dich meine augen sehen indem er so sprach flutete eine goldene lichtwelle bis auf die kreidigweißen fliesen und caspar sehr zufrieden meinte die sonne hätte ihm damit auf ihre weise eine antwort erteilt ende von anbetung der sonne aufgenommen von ramona deininger schnabel www crow wings dot com abschnitt 22 von caspar hauser oder die trägheit des herzens von jakob wassermann diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil man erfährt einiges über herrn quandt sowie über eine vorläufig noch ungenannte dame die übersiedlung caspars ins lehrhaus fand ohne zwischenfälle statt nun wohlan denn sagte quandt während der ersten gemeinsamen mahlzeit als die suppenschüssel aufgetragen wurde jetzt beginnt für sie ein neues leben hauser hoffentlich ist es ein leben der gottes furcht und des fleißes wenn wir uns lobenswert betätigen und in unseren gedanken nicht den schöpfer aller dinge vergessen wird unser irdisches bemühen stets von erfolg gekrönt sein nach tisch mußte quandt zur schule und als er um vier uhr zurückkam erkundigte er sich beflissen was caspar die zeit über getrieben habe seine frau konnte ihm nur ungenügenden bescheid geben und er tadelte sie deshalb wir müssen aufpassen liebe jette sagte er wir müssen die augen offen halten in der tat quandt paßte auf wie ein emsiger buchhalter legte er in seinem innern ein konto an um alle worte und handlungen seines pflegebefohlenen zu verzeichnen bei dieser umsichtigen geschäftsführung stellte es sich bald heraus daß soll und haben einander nicht die vage hielten daß die schuldseite nach und nach bedenklich überlastet wurde das betrübte den lehrer aufrichtig jedoch gab es ein geheimes winkelchen in seiner brust worin er sich dessen freute es war nämlich mit diesem manne derart beschaffen daß er in einer merkwürdigen zweiheit existierte der eine teil war die öffentliche person der bürger der steuerzahler der kollege das familienhaupt der patriot der andere teil war sozusagen der quandt an sich jener war ein heros der tugend eine wahre mustersammlung von tugenden dieser lag versteckt in einer stillen ecke und belauerte die liebe gotteswelt die öffentliche person der bürger der patriot nahm herzlichen anteil an den allgemeinen angelegenheiten wohingegen der quandt an sich vergnügt die hände rieb wenn irgendwo irgendwas passierte sei es nun ein unerwarteter todesfall oder nur ein beinbruch oder die kaltstellung eines verdienten beamten oder ein diebstahl bei einer vereinskasse oder ein ratschaden an der postkutsche oder eine kleine feuersbrunst beim reichen bauern so und so oder die skandalöse heirat der gräfin y mit ihrem stallburschen so unverbrüchlich der steuerzahler daß familienhaupt der kollege seinen pflichten nachkam der quandt an sich hatte etwas von einem revolutionär und war immer auf dem posten um der weltregierung auf die finger zu schauen und stets besorgt daß keinem mehr ehre geschah als er nach genauer bilanz über seine verdienste und mängel seine vorzüge und laster füglich beanspruchen durfte der öffentliche quandt schien zufrieden mit seinem los der geheime fand sich allerorten und zu jeder zeit zurückgesetzt beleidigt vor den kopf gestoßen und in seinen vornehmsten rechten gekränkt nun sollte man denken mit zwei so verschieden gesinnten kostgängern unter einem dach sei schwer zu wirtschaften nichtsdestoweniger kamen die beiden quandts trefflich nebeneinander aus freilich der neid ist ein boshaftes tier er durchlöcherte manchmal die scheidewand zwischen den beiden seelen und wie oft der stärkste damm nicht genügt um eine verheerende überschwemmung zu verhindern so brach eben dieser neid bisweilen ein in die reinlichen fruchtbaren und wohlbestellten gefilde des gottes und menschenfreundes quandt und was gab es doch nicht alles in der welt worüber das tückische untier sich gefräßig hermachen konnte da hatte einer einen orden bekommen der das ganze leben lang hinterm ofen hockte und maulaffenfeil hielt dort hatte ein anderer zehntausend taler geerbt der schon ohnehin die woche zweimal pasteten aß und moselwein trank da wurde ein name lobend in der zeitung erwähnt ohne daß man erforschen konnte ob ihm eine solche auszeichnung von rechts wegen zukam dort hatte ein ich weiß nicht wer eine entdeckung gemacht auf die man hätte man sich zufällig mit dem gegenstand beschäftigt leichterdings auch hätte verfallen können warum denn der warum nicht ich murrte dann der heimlich aufrührerische quandt es war ein beständiger und unsichtbarer zweikampf mit dem schicksal unter der parole warum der andre warum nicht ich vielleicht litt der gute quandt unter seiner abstammung sein vater war pastor gewesen mütterlicherseits kam er von bauern her er besaß viel vom bauern und vom pastor sein sehr irdisches streben war rundherum mit theologie behangen dabei war der bauer dem pastor beständig im wege denn wo hätte man je gehört daß ein auf religion und friedfertigkeit gestimmtes gemüt rachsüchtig mißgünstig und ehrgeizig gewesen wäre die wahrheit liebte quandt über alles er sagte es er beteuerte es und es war auch so nichts war ihm offenbar genug nirgends stimmte die rechnung überall hatten die menschen eine falsche addition gemacht oder den kasus verwechselt er sagte und beteuerte daß er niemals in seinem leben gelogen hatte ein bewundernswerter fall und wirklich stand es fest und war nachzuweisen daß er mit dem einzigen busenfreund den er je besessen einem schulamtskandidaten in tauberbischofsheim deshalb für immer gebrochen hatte weil er ihm auf eine lüge gekommen war wie ratlos mußte nun caspar einer so ernsten wachsamkeit einer solchen vereinigung von seltenen und vorbildlichen eigenschaften wie sie der bessere teil des lehrers bot gegenüberstehen wir der leser und ich haben darin leichtes spiel uns kann man nicht betrügen uns sind die kleiderfalten offen und die haut über dem herzen ist uns durchsichtig wir weilen auf einer höheren warte wir sind seher und humoristen wir verfolgen herrn quandt wenn er in einem krämerladen tritt mit höflicher gemessenheit ein halbes pfund käse verlangt und dabei mit unruhig eifrigen augen die einkäufe seiner nebenmenschen gleichviel ob es köchinnen oder generale sind in seinem innern notiert wir hören ihn wenn er mit dem oberinspektor kakelberg spricht und sich mit schmerz über die zunehmende verlotterung der schuljugend beklagt wir sehen ihn jeden sonntagmorgen gebürstet frisiert gewaschen zum gottesdienst eilen und mit bescheidenheit sein gebetbüchlein aufschlagen wir wissen daß er respektvoll gegen höhere und unnachsichtig gegen geringere ist denn sein pflichtbewußtsein nach beiden seiten unterliegt keinem zweifel aber wir wissen auch daß er jeden abend vor dem schlafengehen im nachthemd auf der kante seines bettes sitzt und sich mit düsterer miene erinnert daß ihn der regierungsrat hermann heute ziemlich nachlässig gegrüßt hat mit bedauern nehmen wir von der tatsache kenntnis daß er seine schüler selbstverständlich nur die faulen und störrischen mit einem sorgsam getrockneten spanischen rohrstock empfindlich zu züchtigen pflegt und leider dürfen wir nicht verhehlen daß er seine gutmütige frau nicht immer so zart und rücksichtsvoll behandelt wie es vor fremden geschieht die nach ihren beobachtungen ohne weiteres der ansicht sind daß diese ehe als das leuchtende beispiel eines guten einvernehmens zwischen gatten zu betrachten sei so war für caspar der den vorteil unserer allwissenheit und allgegenwart natürlich nicht genießt er quant eine zwar dunkle und unfrohe aber durchaus imponierende gestalt ein bisschen albdruck spürte er jedes mal wenn quant in wunderlich forschendem ton und mit unabgewendetem blick zu ihm sprach er fühlte sich anfangs bedrückt in dieser gar engen häuslichkeit in der man fast nicht einmal mit seinen gedanken allein sein konnte und der einzige trost war daß der graf der schon anfangs dezember hatte reisen wollen noch immer in der stadt war stanhope behauptete zwar auf wichtige briefe warten zu müssen in wirklichkeit harrte er jedoch der rückkehr des präsidenten feuerbach da ihn das beginnen des mannes der grund seines fernseins beunruhigte wie den wanderer ein drohendes gewitter auch caspar hielt ihn und das in eigener weise er pflegte den jüngling jeden nachmittag für eine oder anderthalb stunden zum spazierengehen abzuholen sie gingen dann gewöhnlich den weg zum schloßberg hinauf und gegen das bernadotter tal das in schöner abgeschiedenheit wie eine vorhalle zu den finster umschließenden und weitgedehnten wäldern lag caspar empfand einen sehr wohltuenden einfluss von der bewegung in der kalten meist frostklaren luft ihre gespräche strebten stets von einem unverbindend persönlichen punkt aus ins allgemeine wo das zusagende gefahrlos wurde und doch das lehrhafte wie das erzählende nicht den reiz einer anmutenden vertraulichkeit entbehrte es schien dem ein übereinkommen zugrunde zu liegen ein friedensschluß vor einer dumpf gefühlten wandlung welche die vergangene schönheit ihres verhältnisses vollends zerstören mußte so gingen sie dahin anzusehen wie freunde in einer ihrem schicksalskreis fremden region aufrichtig einander ergeben den unterschied der jahre und der erfahrung ausgleichend durch ein williges schenken von der ein und ein nicht minder williges empfangen von der andern der lord fand sich durch diese form eines verkehrs lebhaft angezogen ja im wahrsten sinn ergriffen durfte er sich doch auch einmal wieder unbefangen fühlen ohne joch von keiner peitsche zu ausbedrungenem ziel gezwungen in sich selber ruhend betrachtsam und nicht ohne wehmut überschauend wie das leben in seiner brust gehaucht und was es dem zwecklos spielenden geist übrig gelassen der ja das eigentliche element ist in welchem der mensch den menschen erkennt er ging über die tiefen seines daseins hin wie über eine gebrechliche brücke die der leichteste windhauch in den abgrund stürzen kann am liebsten redete er über menschenlos und menschendinge erzählte wie der begonnen wie jener geendet was diesen ins unheil gestürzt und jenem zu ansehen verholfen wie er einen im glück gewahrt an der tafel des königs schwelgend und wie selbiger zwei jahre später in einer dachkammer elend krepiert war ungleich ging es zu auf erden in schwer erklimmbarer höhe blühten die blumen nichts sicher nichts von bestand nirgends verlaß gewisse regeln durften nicht unbeachtet bleiben nach welchen das wirken des einzeln sich zu fügen hatte stanhope erwähnte das buch des lord chesterfield eines vorfahrs und weitläufigen verwandten der in berühmten briefen an seinen sohn gar treffliche maximen gegeben hatte ganze seiten daraus wußte er aus dem gedächtnisherd zu sagen derselbe chesterfield habe um den ahnenstolz des adels zu verspotten in seinem schloß zwei bilder aufhängen lassen einen nackten mann und ein nacktes weib und darunter geschrieben adam stanhope eva stanhope der graf gab seiner überraschung darüber oft drastischen ausdruck einen wie klugen kopf er in caspar bei aller einfalt und schweigsamkeit entdeckte immer zutreffend im widerpart durchaus weltlich gestimmt in frage und antwort aus erster hand das gegensätzliche mühelos erfassend und fantasievoll verknüpfend die wandlung kam bald ein unbedeutender anlaß führte sie herbei eines tages während der rückkehr nach der stadt sprach sich stanhope darüber aus wie fruchtbar es für die innere haltung eines menschen sei wenn er seine erlebnisse nicht leichtsinnig vorüberfließen lasse sondern sie moralisch zu nützen suche indem er durch schriftliche oder mündliche mitteilung den stoff seines nachdenkens bereichere caspar fragte wie er das meine statt der antwort stellte der graf den dieser umstand längst beunruhigte die lauernde gegenfrage ob caspar noch ein tagebuch führe caspar bejahte und willst du mir nicht gelegentlich daraus vorlesen caspar erschrak überlegte und antwortete zögernd ja er wolle es tun so nehmen wir die gute stunde wahr und machen uns gleich daran sagte stanhope ich wünsche nur einen ungefähren einblick zu erhalten und bin neugierig wie du so etwas anpackst zu hause angelangt begleitete der lord caspar auf dessen zimmer und nahm der erfüllung des versprechens gewärtig auf dem kanapee platz im ofen prasselte feuer draußen herrschte seit dem mittag starker tauwind es dämmerte schon die hügel waren violett umschleiert caspar machte sich unter seinen büchern zu schaffen doch minute auf minute verging ohne daß er sich im geringsten anschickte zu tun was stanhope erwartete nun caspar meldete sich endlich ungeduldig der graf ich bin bereit da gab sich caspar einen ruck und sagte er könne nicht stanhope sah ihn groß an caspar schlug die augen nieder das tagebuch sei unter vielen anderen sachen versteckt und es sei unbequem es zu erreichen murmelte er stockend so so versetzte der lord und lachte fast lautlos durch die nase wie flink du in ausflüchten bist caspar ich hätte nicht geglaubt daß du so flink in ausflüchten bist ei sieh doch in diesem moment klopfte und scharrte es an der tür der lord rief und die gestalt gwanz schob sich langsam ins zimmer er tat erstaunt den herrn grafen hier zu finden und fragte ob seiner lordschaft eine kleine erfrischung gefällig sei der lord dankte stumm und heftete den blick fortgesetzt auf caspar quandt merkte gleich daß da was auf der pfanne brodelte er erkundigte sich ob seine herrlichkeit anlaß habe mit dem hauser unzufrieden zu sein stanhope entgegnete er habe allerdings einigen grund sich zu ärgern und in kurzen worten teilte er dem lehrer mit worum es sich handle hierauf zu caspar gewand sagte er laut und markiert wenn es von vornherein nicht in deiner absicht lag mir von deinen intimitäten kenntnis zu geben so hättest du es nicht versprechen dürfen und wenn du dein versprechen bereut hast so durftest du es schicklich wieder zurücknehmen aber stattdessen zu einer solchen eine beredte kleine pause aus flucht zu greifen das scheint mir deiner und meiner nicht würdig er erhob sich und verließ das zimmer quandt folgte ihm unten im flur blieb stanhope stehen und fragte den lehrer kurz angebunden ob er sich in der verflossenen zeit schon ein urteil über die fähigkeiten und den guten willen caspars gebildet habe eben wollte ich eure lordschaft ergebens der suchen mir zur besprechung dieses punktes eine viertelstunde gehör zu schenken erwiderte quandt er nahm das öllämpchen vom nagel und bekomplimentierte den lord in sein studio indes sich stanhope in den lederstuhl setzte bein auf bein gekreuzt und gelangweilt in die luft starrte ramschte quandt seine notizblätter zusammen und sagte er habe den hauser gleich vom ersten tag an tüchtig vorgenommen indiktiert ihn lesen und rechnen lassen die deutsche und lateinische grammatik abgefragt alles aus dem gröbsten und nur des überblicks halber und das ergebnis fragte stanhope wobei die langeweile seine nasenflügel auseinanderdehnte das ergebnis leider ziemlich trostlos leider es mußte ein schmerz für herrn quandt sein denn in diesem leider lag ein tiefgefühlter ton es mußte ein schmerz für ihn sein daß caspars handschrift so viel zu wünschen übrig ließ er hat nichts freies und zügiges in seiner hand und mit der orthographie steht er auf gespanntem fuß sagte er es mußte ein schmerz für quandt sein wenn ein mensch den dativ nicht in allen fällen vom akkusativ unterscheiden konnte von der funktionellen bedeutung des konjunktivs hat er nicht die geringste vorstellung sagte quandt und fuhr fort im sprachlichen ausdruck scheint er nicht ungewandt hier ragt er sogar über seine sonstige bildungsstufe hinaus und er kennt die sätze und ihre verbindungen so weit dass er den punkt das kolon das anführungsfrage und ausrufungszeichen genau und das sogar von sprachforschern so verschieden in anwendung gebrachte semikolon manchmal richtig zu setzen weiß immerhin ein lichtstrahl hingegen die arithmetik o w er beherrscht die vier grundrechnungen in gleich benannten zahlen noch nicht mit sicherheit eine null wird für ihn bald da bald dort zum unüberwindlichen hindernis sagte quandt die lehre von den brüchen vom kettensatz von den einfachen und zusammengesetzten proportionen ein hoffnungsloses dunkel erstaunlicherweise arbeitet er jedoch in diesen dingen am willigsten sagte quandt wie erklären sie sich das erkundigte sich der lord mit der neugierde eines verschlafenen den man an den füßen kitzelt ich erkläre mir das so jedes exempel stellt sich als ein für sich bestehendes ganzes dar ein solches zu gestalten dazu hat er immer lust und verlangen und es macht ihm spaß wenn er es vollendet sieht was ihn aber lange beschäftigt er regt sein missbehagen und kann ihn sogar zu allerlei unwahren entschuldigungen fahren lassen daher zeigt er sich auch verdrießlich bis zum zorn wenn er ein leichtes exempel falsch gerechnet hat und den fehler der oberflächlichkeit nicht finden kann weiter weiter geschichte geografie malen zeichnen was die geschichte betreffe so habe quandt noch niemals und bei keinem menschen eine ähnliche gleichgültigkeit gefunden sowohl gegen vaterländische begebenheiten wie gegen welthistorische fakta gegen monarchen staatsmänner schlachten umwälzungen helden und entdecker nur die anekdote fesselt ihn ein geschichtlein damit kann man ihn ködern traurig und die geographie auf der erdkugel fühlt er sich keineswegs zu hause sagte quandt auch ist er oft zerstreut er merkt nicht auf die nürnbergische schwärmerei über sein wunderbares gedächtnis ist mir ein rätsel ein unsagbares rätsel mylord 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 hatte genug vom malen und zeichnen wollte mylord nichts mehr wissen er unterbrach den lehrer der proben zeigen wollte und warf ein daß ihm die ausbildung in diesen nebenfächern zwar wünschenswert erscheine daß er aber kein großes gewicht darauf lege wünschenswert jawohl versetzte quandt und das wünschenswerte sollte doch gepflegt werden der geist eines menschen ist wie ein zuchtgarten in welchem das schöne und das nützliche nebeneinander gedeihen dürfen ich glaube der mächtigste ansporn für den hauser ist seine eitelkeit wenn man es versteht seine eitelkeit zu befriedigen kann man ihn zu allem haben noch eine frage mylord haben sie besondere wünsche wegen des religionsunterrichts ich habe schon mit herrn pfarrer vormann gesprochen der sich erboten hat zweimal wöchentlich caspar eine stunde zu geben die bibel habe ich selbst mit ihm durchzunehmen begonnen stanhope hatte nichts da wieder er wollte aufbrechen aber mit verlegenem stottern brachte quandt jetzt das quartiergeld aufs tapet seine frau liege ihm über die zunehmende teuerung am hals der lord ganzseigneur bewilligte kurzerhand einen zuschuss es wurde vereinbart daß caspar einen mittagstisch für zwölf und einen abendtisch für acht kreuzer erhalten solle um den üblen eindruck dieser erörterung zu verwischen die ihn beschämte und demütigte äußerte quandt den wunsch seiner lordschaft nach deren abreise periodischen bericht über die fortschritte kaspers zu senden stanhope schon völlig ergeben stellte dies seinem belieben anheim es wäre ratsam schlug quandt vor hausers briefe an eure herrlichkeit zugleich als stilübung zu betrachten ich könnte ohne natürlich am gedanken etwas zu verändern die hauptfehler korrigieren und mit roter tinte eine zensur darunter schreiben so hätten sie immer ein bild seiner derzeitigen fähigkeiten stanhope fand diesen gedanken unvergleichlich sie traten nun in den flur quandt trug wieder das öllämpchen voran auf einmal prallte er zurück und hielt das lämpchen hoch am stiegengeländer stand eine dunkle gestalt es war caspar aha der hat gehorcht fuhr es quandt durch den kopf er drehte sich um und sah den lord beziehungsvoll an caspar trat auf stanhope zu und bat ihn mit bewegter stimme noch einmal auf sein zimmer zu kommen der graf antwortete kalt er habe wenig zeit caspar möge sein anliegen hier vorbringen caspar schüttelte den kopf der lord dachte caspar habe sich eines bessern besonnen er stellte sich als ob es ihn überwindung koste dem wunsch zu will fahren dann ging er mit kleinen wie gezählten schritten die stiege hinan quandt folgte unaufgefordert und blieb im zimmer oben als stumme person neben der tür stehen caspar sagte er wolle dem lord das tagebuch gern zeigen aber dieser möge ihm versprechen nichts darin zu lesen der lord verschränkte die arme über der brust dies wurde ihm denn doch zu bunt aber er antwortete mit der ruhe einer vollendeten selbstbeherrschung du kannst mir wohl glauben daß ich ohne deine einwilligung nicht in deine privatangelegenheiten dringen werde caspar öffnete die schublade des kommodekästchens und hob den zipfel eines seidentüchleins unter welchem das blaue heft lag der graf näherte sich und blickte in wortloser befremdung bald auf das heft bald auf caspar was für eine kindische zeremonie stieß er finster heraus ich hatte nicht die geringste begierde geäußert deinen papierenen schatz zu sehen soviel ich weiß wolltest du mir daraus vorlesen mit flunkereien bitte ich mich zu verschonen auch quandt war nun hereingekommen und mit zweifelnden blicken maß er das mysteriöse heft caspar schaute währenddem auch indes der lord das zimmer schweigend verließ mit einem chinesisch schiefen schiefbesinnenden blick vor sich hin einem blick der versunkenheit und jenseitigkeit wie ihn manche köpfe auf sehr alten bildern haben wenn ich meine unmaßgebliche meinung äußern darf sagte quandt der den grafen zum tor begleitete so muß ich gestehen ich glaube nicht an dieses tagebuch ich glaube nicht daß ein charakter wie der des hauser von sich selbst aus den antrieb findet ein tagebuch zu führen ich kann mir nicht helfen mylord aber ich glaube nicht daran ja denken sie denn daß er uns da bloß leeres papier gezeigt hat versetzte stanhope schroff das nicht aber was also nun man muß der sache nachgehen man muß sich damit beschäftigen man muß sehen was dahinter steckt stanhope zuckte die achseln und ging er hatte gehofft aus den aufzeichnungen des jünglings mancherlei über sich selbst zu hören dies lockte er wußte daß er dort auf einem hohen postament stand und daß er vergöttert worden war es ist schön vergöttert zu werden wie wenig ähnlichkeit man auch mit einem gott haben mag und wenn gleich das götterbild vom sockel gestürzt war um seine trümmer mußte noch eine reizende romantik blühen dies lockte an das verräterische des büchleins dachte er nicht wollte er nicht denken damit mochten sich die schergen abfinden trotzdem begab er sich am nächsten mittag ins lehrerhaus trat in caspars zimmer und forderte kurz und streng von dem jüngling die ablieferung der briefe die er ihm während ihrer trennung nach nürnberg geschrieben caspar gehorchte ohne zu fragen die briefe es waren nur drei darunter der gefährliche geschwätzige den der graf zu fürchten hatte lagen in einer besonderen mappe in einer hülle von goldpapier stanhope zählte sie nach steckte sie in die brusttasche und sagte dann etwas milderen tons du holst mich heut abend um acht uhr vom hotel ab wir sind aufs schlösschen zu frau von imhoff geladen zieh dich gut an caspar nickte stanhope schritt zur tür die klinke in der hand drehte er sich noch einmal um morgen reise ich in der krümmung seines mundes lag überdruß und grauen ihm graute plötzlich vor dieser stadt und vor ihren menschen ihm graute vor etwas das er wie eine höllische unholdfratze über sich in der luft hängen sah und dem er durch die geschwindigkeit seiner pferde zu entrinnen hoffte den präsidenten zu erwarten hatte er aufgegeben denn feuerbach hatte seinem stellvertreter geschrieben er käme erst nach neu ja morgen schon flüsterte caspar betrübt und nach einer pause fügte er scheu hinzu was abgemacht ist das gilt aber was abgemacht ist das bleibt bestehen die einladung der imhoffs war zugleich eine abschiedsfeier für den grafen es waren gebeten der regierungspräsident mick der hofrat hoffmann der direktor wurm generalkommissär von stichaner mit frau und töchtern und einige andere herrschaften alle kamen in großer gala man war sehr gespannt auf caspars erstes erscheinen in der hiesigen gesellschaft sein auftreten enttäuschte nicht wie fetierte man ihn bemühte man sich um ihn man sagte ihm komplimente die lächerlichsten komplimente lobte seine kleinen ohren und schmalen hände fand daß ihm die narbe auf der stirn die vom schlage des vermummten herrührte interessant zu gesicht stehe bestaunte sein reden und sein schweigen und wähnte damit den lord zu entzücken der sich jedoch über eine gemessene höflichkeit hinaus nicht verpflichtete und dem überschwänglichen wesen der damen seinen verbindlichsten sarkasmus entgegensetzte nachdem die tafel aufgehoben war erschien der kämmerling des lords und brachte ein paket welches in ungefähr einem dutzend exemplaren das in kupfer gestochene porträts den hobes enthielt worauf er in peerstracht mit der grafenkrone dargestellt war er verteilte die bilder an die lieben arnsbacher freunde wie er mit bezauberndem lächeln sagte das kunstwerk erfuhr die lauteste bewunderung sowohl in bezug auf die ähnlichkeit wie auf die ausführung als jeder seinen dank gezollt kam das gespräch auf bilder überhaupt und es entstand eine meinungsverschiedenheit darüber ob man aus den zügen eines porträts auf die charaktereigenschaften der betreffenden person schließen könne der hofrat hoffmann als der negative geist der er überhaupt war bestritt es mit großer lebhaftigkeit und mit aufwand von vielen gründen er sagte jedes bildnis gebe schließlich doch nur eine essenz der besten oder einschmeichelndsten oder am offensten sich darbietenden eigenschaften es komme dem maler oder stecher nur darauf an einen besonderen seinem kunstwesen verwandten zug bis zur vorgesetzten wirkung zu übertreiben so daß von der wahren art des betreffenden menschen kaum noch etwas übrig bleibe dem wurde heftig widersprochen das hänge ja vor allem von dem genie des künstlers ab wurde erwidert und lord stanhope der die äußerungen des hofrats bei diesem anlaß als einen mangel an delikatesse empfinden mußte ereiferte sich sehr gegen seine sonstige geflogenheit und behauptete er seinerseits getraue sich aus jedem bildnis wen es auch darstelle und von wessen hand auch immer es gefertigt sei die seelische beschaffenheit der abgebildeten person zu erraten bei diesen worten lächelte die hausfrau bedeutungsvoll sie verschwand in einem nebenraum und kehrte alsbald mit einem goldgerahmten ovalen ölbild zurück das sie noch immer lächelnd in kurzer entfernung von dem grafen aufrecht auf den tischrand stellte die gäste drängten sich herzu und fast von allen lippen erscholl ein ausruf der bewunderung es war ein äußerst lebendig und natürlich gemaltes bild welches eine junge frau von verblüffender schönheit darstellte ein gesicht weiß wie alabaster und überhaucht von zartem rosenrot klare und ebenmäßige züge einen blick dem offenbar die kurzsichtigkeit etwas poetisches und schüchternes gab und im ganzen der physiognomie ein himmlisches leuchten von gefühl nun mylord fragte frau von imhoff schelmisch stanhope nahm eine neunmalweise miene an und ließ sich vernehmen wahrlich in diesem geschöpf verbindet sich orientalische weichheit mit andalusischer grazie frau von imhoff nickte als ob sie das gesagte vortrefflich fände schön mylord meinte sie wir wollen etwas über den charakter der dame wissen oh man will mich attrapieren versetzte stanhope heiter nun gut ich denke es ist das eine frau welche jede art von leiden oder ungemach mit außerordentlicher langmut zu ertragen versteht sie ist sanft sie ist gottesfürchtig sie liebt den idyllischen frieden des landlebens ihre neigungen gehören den schönen künsten frau von imhoff konnte nicht mehr an sich halten und brach in belustigtes lachen aus ich bin sicher graf daß sie nur um mich zu necken eine so falsche deutung unternommen haben sagte sie der hofrat machte ein mokantes gesicht stanhope errötete wenn ich mich blamiert habe so belehren sie mich eines besseren gnädige frau antwortete er galant um das zu können müßte ich ihre geduld länger als wünschbar in anspruch nehmen sagte frau von imhoff plötzlich ernst ich müßte ihnen von dem ungewöhnlichen schicksal dieser frau erzählen die meine beste freundin ist und ich würde gefahr laufen die gute stimmung zu zerstören in der sie sich alle befinden aber man wollte sich nicht damit zufriedengeben und frau von imhoff mußte schließlich dem allgemeinen drängen willfahren meine freundin kam als mädchen von achtzehn jahren an den hof einer mitteldeutschen residenz begann sie mit einer reizenden befangenheit sie war vater und mutterlos und in ihrer existenz ganz auf ihren bruder angewiesen dieser bruder ich will ihn der kürze wegen den freiherrn nennen galt trotz seiner jugend er war nur um zehn jahre älter denn seine schöne schwester für einen mann von hervorragenden talenten der fürst obwohl schwächlich und ausschweifend wußte seine fähigkeiten vollauf zu würdigen gab eine der höchsten stellen des landes unter seine verwaltung und überhäufte ihn mit ehren und auszeichnungen doch nahm der freiherr an den vergnügungen des hofs nur insofern teil als er die schwester in die salons und gesellschaften des adels einführte und er hatte auch die genugtuung daß sie nicht nur durch ihre schönheit sondern auch durch geist anmut und ein selten befeuertes naturell der mittelpunkt jedes kreises wurde indem sie sich sehen ließ eines tages nun wurde das ruhige zusammenleben der beiden menschen auf eine furchtbare weise zerstört fast zufällig machte der freiherr die entdeckung daß in der finanzverwaltung des landes ganz ungeheuerliche unterschweife stattgefunden hatten es handelte sich um viele hunderttausende von talern und daß der fürst selbst in bedrängnis geraten durch eine arge mätressen und protektionswirtschaft bei diesen zum nachteil des volkes ausgeführten manipulationen beteiligt war der freiherr wußte sich keinen rat er vertraute sich der schwester an diese sagte ihm ihr giebt es kein schwanken geht zum fürsten und mach ihn ohne rückhalt auf die schwere eines solchen verbrechens aufmerksam es geschah der fürst geriet in zorn wies dem jungen mann die tür und deutete ihm an daß er seinen abschied zu nehmen habe als der freiherr seiner schwester von dem unerwarteten ausgang seines unternehmens mitteilung machte drängte sie ihn die geschichte vor die versammelten landstände zu bringen auch dazu erklärte sich der freiherr bereit eröffnete sich aber vorher noch einem seiner freunde der den entschluss zu billigen schien derselbe freund schrieb ihm am nächsten abend ein briefchen worin er ihn dringlichst aufforderte einer wichtigen besprechung halber sogleich in ein nahe der stadt gelegenes lusthaus zu kommen ohne zögern folgte der freiherr dem ruf ließ trotzdem es schon spät und die nacht finster war sein pferd satteln und ritt davon seit dieser stunde wurde er nicht mehr gesehen einige leute wollten gegen mitternacht in der nähe jenes lusthauses schüsse gehört haben aber wie dem auch sein mochte der freiherr war verschwunden und was mit ihm geschehen war blieb ein unerklärtes rätsel den schmerz der schwester kann man sich denken doch vom ersten tag an verschmähte sie es diesem schmerz sich hinzugeben und entfaltete eine erstaunliche tätigkeit da sie nach und nach den tod des bruders glauben mußte setzte sie alles daran um wenigstens seinen leichnam ausfindig zu machen sie nahm arbeiter auf die in der umgebung des lusthauses wochenlang die erde aufgraben mußten mit güte mit list mit drohungen beschwor sie den angeblichen freund des bruders zu reden wenn er etwas wisse es war umsonst er behauptete nichts zu wissen niemand wollte etwas wissen sie warf sich dem fürsten zu füßen der sie hultvoll anhörte und anscheinend selbst ergriffen alles zu tun versprach um der sache auf die spur zu kommen es war umsonst einige tage darauf erkrankte sie ohne zweifel durch gift der versuch wiederholte sich plötzlich aber starb der fürst an einem schlagfluß ihres bleibens an jenem schrecklichen ort war nun nicht mehr sie begann zu reisen und suchte an allen kleinen und großen höfen deutschlands später sogar in london und paris minister monarchen und männer der öffentlichkeit zu gewinnen um sühne oder wenigstens aufklärung zu erlangen stellen sie sich das leben vor fuhr frau imhoff fort das meine freundin auf solche weise länger als drei jahre führte immer unterwegs immer in hast mit beständigen widerwärtigkeiten kämpfend ein großer teil ihres vermögens ging nach und nach durch ihre fruchtlosen anstrengungen verloren als sie nun endlich einsehen musste dass sie nichts erreichen würde dass die verbrüderung der schlechten und gleichgültigen zu mächtig ist entsagte sie mit derselben entschlossenheit die sie bisher an den tag gelegt allen weiteren versuchen zog in eine kleine universitätsstadt und warf sich mit einem wunderbaren eifer auf das studium der politik der jurisprudenz und der nationalökonomie nicht als ob sie sich damit gegen die welt verschloss ganz im gegenteil sie hatte ihre private sache mit einer öffentlichen vertauscht ihre glühende seele für den gedanken der völkerfreiheit und der menschenrechte entflammt suchte betätigung vor zwei jahren heiratete sie einen unbedeutenden und keineswegs geliebten mann es geschah deshalb weil sich der mann dem sie sich schon geweigert hatte aus leidenschaft zu ihr im bade die adern geöffnet hatte er wurde gerettet und sie nahm ihn doch wurde die ehe schon nach wenigen monaten in friedlichem einverständnis gelöst der mann ist nach amerika gegangen und farmer geworden meine freundin fing abermals ihr merkwürdiges wanderleben an ich habe briefe von ihr bald aus russland bald aus wien bald aus athen seit einigen monaten weilt sie in ungarn überall untersucht sie die lage der bauern und die not des arbeitenden volkes nicht etwa nur oberflächlich und empfindsam sondern mit sachlicher gründlichkeit ihr profundes wissen und ihre erkenntnis der gesetze verfassungen und öffentlichen einrichtungen hat schon manchem gelehrten herrn bewunderung abgezwungen sie ist heute fünfundzwanzig jahre alt und sieht fast immer noch so aus wie auf diesem bild das vor sechs jahren gemalt wurde nach alledem werden sie mir wohl glauben my lord daß bei ihr von orientalischer weichheit und sanfter leidensdemut nicht wohl die rede sein kann sanft ist sie ja sie ist sanft aber ganz anders wie man sich das gewöhnlich vorstellt ihre sanftmut hat etwas freudiges und tätiges denn es ist in ihr ein kühner geist und ein erhabenes vertrauen zu allem was menschlich ist immer ist ihr die gegenwart das höchste ein lautloses schweigen bezeugte der erzählerin die tiefe wirkung die sie hervorgerufen und ist es denn nicht prächtig ist es nicht prächtig spannend und angenehm gruselig sich dergleichen im wohldurchheizten hell erleuchteten zimmer vorerzählen zu lassen der mann am kamin reibt sich gemütlich die hände wenn es draußen stürmt und wettert dem mann am kamin verursacht es ein süßprickelndes behagen wenn er sich vorstellt daß draußen einige leute ohne überzieher und handschuhe herumspazieren er der mann am kamin ist sogar imstande mit solchen unglücklichen auf das lebhafteste zu sympathisieren caspar war als frau von imhoff zu sprechen angefangen etwas außerhalb des zuhörerkreises gesessen dann hatte er sich langsam erhoben war näher gekommen bis er an ihrer seite stand und hatte wie verzaubert auf ihren redenden mund geblickt jetzt da sie fertig war lachte er plötzlich die züge kamen in bewegung und erhielten etwas unendlich anziehendes frau von imhoff gestand später daß ihr ein solcher ausdruck kindlicher freude noch nirgends vorgekommen sei ja es glich dem lachen eines kleinen kindes nur daß sich eine höhere und reinere kraft des bewußtseins darin zu erkennen gab und die empfindung seines innern mit den stärksten farben malte die umsitzenden waren neugierig was er sagen würde und beugten sich vor doch er stellte nur die zaghafte frage wie heißt denn die frau frau von imhoff legte den arm um seine schulter und antwortete gütig lächelnd das zu verraten stehe ihr jetzt nicht zu später vielleicht würde er es erfahren auch an ihm nehme sie herzlichen anteil er blieb nachdenklich auch als die geselligkeit wieder geräuschvoller wurde und das jüngste fräulein von sticherne am klavier lieder sang behielt er seinen schief besinnenden blick sonderbar wurde sein gefühl durch das so beweglich geschilderte schicksal jener unbekannten nach außen getrieben und wie durch den wink eines unsichtbaren geistes öffnete sich zum ersten mal sein herz den leiden eines anderen ichs einer fremden existenz es kann doch nicht so mit den frauen beschaffen sein wie ich's mir immer eingebildet habe dachte er das gab ihm zu denken an irgendeinem punkt erzitterte auf einmal der bau der welt und ein zielfaches anlitz zeigten die kreaturen das eine wohl vertraut und nicht geliebt das zweite unfaßbar wie schatten fern wie der mond verschwistert beinahe dem der nie gesehenen mutter auf der brücke zwischen abend und abend schreitet das leben was es heute schenkt wird morgen besitz ohne diese stunde hätte ein ereignis der folgenden nacht bei dem er nur der flüchtige und kaum bemerkte zeuge war nicht so gewaltig in sein inneres gewuchtet daß er tagelang danach sich in der schmerzlichsten verwirrung befand man erfährt einiges über herrn quandt sowie über eine vorläufig noch ungenannte dame aufgenommen von ramona deininger schnabel www crow wings dot com oder die trägheit des herzens joseph und seine brüder als abschiedsgabe erhielt caspar vom lord zwei paar schuhe eine schachtel mit brüsseler spitzen und sechs meter feinen stoff zu einem anzug nachdem er schon den ganzen vormittag mit ihm verbracht kam stanhope nach tisch ins quantsche haus um caspar lebwohl zu sagen um halb vier fuhr der wagen vor caspar geleitete den grafen auf die gasse er war bleich bis in die augen dreimal umarmte er den scheidenden und biß die zähne zusammen um nicht aufschreien zu müssen war es doch ein stück seines innigsten seins das sich grausam von ihm trennte für immer das fühlte er wohl ob er den so teuer gewordenen mann widersah oder nicht mit ihm nahm er abschied von der unschuld seligsten vertrauens und von der süßigkeit schöner wünsche und täuschungen auch der lord war zu tränen gerührt es entsprach seiner reizbaren natur sich bei solchen anlässen einer wohltätigen gemütserschütterung zu überlassen sein letztes wort klang wie ein schutz vor selbstvorwürfen als wolle er geschwind noch ins schicksalsrad greifen und die speichen zurückdrehen die kutsche war schon im fahren da rief er quandt und dem polizeileutnant hickel die beide am tor standen mit feierlich hochgezogenen brauen zu bewahrt mir meinen sohn quandt drückte die hände beteuernd gegen seine brust das gefährt rollte gegen die kreilsheimer straße fünf minuten später erschienen herr von imhoff und der hofrat hoffmann sie mußten zu ihrem leidwesen erfahren daß sie die zeit verpasst hatten um kaspar seiner traurigkeit zu entreißen forderten sie ihn zu einem spaziergang in den hofgarten auf ein vorschlag dem der lehrer eifrig zustimmte hickel bat sich anschließen zu dürfen kaum waren die vier personen um die nächste ecke gebogen als quandt rasch ins haus zurück eilte und seiner frau einen wink gab die ihm ohne zu fragen weil das unternehmen verabredet war in den oberen flur folgte wo sie sich bei der treppe als schildwache aufstellte quandt seinerseits machte sich nun daran das tagebuch zu suchen er hatte sich zu dem ende ein zweites paar schlüssel anfertigen lassen und konnte damit die kommode und den schrank öffnen in der kommode schublade fand er nichts das blaue heft war nicht mehr darin aber auch den schrank durchstöberte er vergeblich die kleider die tischlade die bücher das kanapee vergeblich kroch er in jeden winkel es war nichts zu finden erschöpft trocknete er sich den schweiß von der stirn und rief seiner frau durch die offene tür zu siehst du jette was ich immer sage der kerl hat's faust dick hinter den ohren ja ja er ist falsch wie bohnenstroh erwiderte die frau und lauter scherereien machte er einem sie schimpfte bloß ihrem mann zu gefallen denn im grund hatte sie den jüngling gern weil noch nie ein mensch sich so höflich und nett gegen sie betragen hatte quant blieb für den rest des tages verstimmt wie einer der um ein edles werk betrogen wurde und war es nicht so war es nicht seine mission auf dieser erde die lüge von der wahrheit zu scheiden und als rechter herzensalchimist den mitmenschen die unvermischten elemente aufzuzeigen er durfte nicht ruhig zusehen und nicht nachsicht üben wo der atem der lüge wehte von solchen empfindungen bewegt hielt er am selben abend seiner gattin eine längere rede worin er sich folgendermaßen aussprach sieh mal jette ist dir nicht dein gerades und aufrechtes sitzen bei tisch schon aufgefallen kann man annehmen daß so ein mensch jahrzehntelang in einem unterirdischen loch vegetiert hat kann man dies glauben wenn man seine fünf sinne ordentlich beieinander hat von seiner gerühmten kindlichkeit und unschuld kann ich offengestanden nichts entdecken er ist gutmütig ja gutmütig mag er sein aber was beweist das und wie er vor den reichen und vornehmen leuten scharwenzelt und liebedienert als der ausgemachte duckmäuser der er ist da hat deine freundin die frau behold den nagel auf den kopf getroffen sieh mal oft wenn ich unversehens in sein zimmer trete es liegt mir natürlich daran ihn zu überraschen aber da hockt er dir manchmal in der ecke es ist sonderlich anzuschauen ich weiß nicht ist er so geistesabwesend oder stellt er sich nur so aber wenn er mich dann bemerkt verändert sich sein gesicht blitzschnell zu der heuchlerischen grimasse von freundlichkeit die einen leider entwaffnet einmal habe ich ihn sogar am helllichten tag bei heruntergelassenen rouleaux gefunden was kann das bedeuten es steckt eben was dahinter was soll denn dahinter stecken fragte die lehrerin quandt zuckte die achseln und seufzte das mag gott wissen sagte er bei alledem mag ich ihn leiden schloß er mit versorgtem stirnrunzeln ich mag ihn gut leiden er ist ein aufgeweckter und trittabler bursche man muss aber sehen was dahinter steckt es ist etwas unheimliches um den menschen die lehrerin die sich für die nacht frisierte war des schwatzens müde ihr hübsches gesicht hatte den ausdruck eines dummen schläfrigen vogels und ihre auffallend nah beieinander stehenden augen blinzelten matt ins kerzenlicht plötzlich ließ sie den kamm ruhen und sagte euch mal quandt blieb stehen und lauschte caspars zimmer lag über dem ehelichen schlafgemach und sie vernahmen nun in der eingetretenen stille die unaufhörlich auf und abgehenden schritte ihres rätselhaften hausgenossen was mag er treiben meinte die frau verwundert ja was mag er treiben wiederholte quandt und starrte finster zur decke ich weiß nicht mir wurde immer gesagt daß er mit den hühnern schlafen geht ich merke nichts davon nun siehst du's da soll man sich auskennen jedenfalls wollen wir ihm das spazierengehen bei nacht abgewöhnen quandt öffnete leise die tür und schlich auf pantoffeln vorsichtig hinaus vorsichtig schlich er die treppe empor und als er vor caspers tür angelangt war versuchte er durchs schlüsselloch zu spähen aber da er nichts sehen konnte legte er in derselben gebückten stellung das ohr ans schloss ja da wandelte er herum der unerforschliche wandelte herum und schmiedete seine dunklen pläne quandt drückte die klinke die tür war versperrt da erhob er seine stimme und forderte energisch ruhe sogleich war das drinnen mäuschenstill als nun der lehrer wieder zu seiner frau kam fand sich daß mit unerwarteter plötzlichkeit deren schwere stunde angebrochen war schon lag sie stöhnend auf dem bett und verlangte nach der hebamme quandt wollte die markt schicken die frau sagte nein das geht nicht geh du selber die person ist blöde und wird den weg verfehlen wohl oder übel mußte sich quandt dazu entschließen so unbequem auch die sendung war denn erstlich hatte er sich aufs bett gefreut zweitens fürchtete er sich ein wenig vor dem gang durch die finstern gassen war doch erst zu pfingsten hinter der karlskirche ein rechnungsaccessist überfallen und halb erschlagen worden verdrossen hastete er in die kleider hierauf holte er die magd aus den federn und befahl ihr eine befreundete nachbarin zu rufen die sich im notfall zur hilfeleistung erboten hatte dann schlurfte er wieder herein durchkramte die truhe nach seinen pistolen wobei er das nähtischlein umwarf was ihn wieder derart in verzweiflung setzte daß er mit den händen seinen kopf packte und sein unseliges los verwünschte die frau der das elend schon den sinn verrückte entnahm ihrem zustand den mut ihm allerlei sonst feig zurückgehaltene aufrichtigkeiten zuzuschleudern welche ihn im besonderen und das mannsvolk im allgemeinen trafen das hatte die beste wirkung und nachdem er sein kleines söhnchen das nebenan schlief und von dem tumult erwacht war in die marktkammer getragen hatte trollte er sich endlich caspar im begriff sich niederzulegen vernahm auf einmal mit schaudern die schmerzensvolle stimme der frau unten immer furchtbarer wurden die laute immer greller drangen sie herauf dann war es wieder eine zeitlang stille dann knarrte die haustüre schritte gingen schritte kamen und nun begann das schreien viel ärger caspar dachte ein großes unglück sei passiert sein erster trieb war sich zu retten er lief zur tür sperrte auf und eilte die stiege hinab die wohnzimmertüre war offen überheizte luft quoll ihm entgegen die magd und die nachbarin standen geschäftig am bett der frau quandt diese schrie nach ihrem mann schrie zu gott und bäumte sich auf ach was sah caspar da wie ward ihm doch zumute ein köpflein sah er einen weißen kleinen rumpf ein ganzes winziges menschlein emporgehoben mit händen die nicht kleiner waren als es selbst alle glieder zitterten an caspar er wandte sich um und ohne daß ihn jemand erblickt floh er die stiege hinauf sank auf dem obersten treppenabsatz atemlos hin und blieb sitzen wieder ging die haustür quandt erschien mit der wehfrau doch schon stürzte ihm die nachbarin jubelnd entgegen ein töchterlein herr lehrer ei sieh da rief quandt mit einer stimme so stolz als hätte er dabei etwas nennenswertes geleistet piepsendes geplär bestätigte die anwesenheit der neuen weltbürgerin nach einer weile kam trellernd die magd und caspar sah daß sie eine schüssel voll blut trug es mochte in allem nicht mehr denn eine stunde verflossen sein als caspar sich endlich erhob und in seine kammer taumelte wie betrunken entkleidete er sich wühlte sich in die betten und vergrub das gesicht er konnte nichts da wieder tun aus der nacht erhob sich gleich einer purpurnen scheibe die schüssel voll blut er konnte nichts anderes sehen als dies aus einem blutigen schlund krochen junge wesen und wurden menschen genannt nackend und winzig einsam und hilflos und unter dem jammer der mutter krochen sie wehevoll aus einem kerker ohnegleichen wurden geboren ja geboren so wie die mutter ihn geboren das ist es also dachte caspar er spürte das band begriff den zusammenhang fühlte seine wurzeln tief in der blutenden erde alles starre leben regte sich das geheimnis war entschleiert die bedeutung offenbar doch mitleid und grauen sehnsucht und furcht waren nun eines leben und sterben zu einem namen verschmiedet er wollte nicht einschlafen und schlief ein aber je näher der schlummer kam eine je qualvollere todesangst umfing ihn so daß er sich nur widerstrebend ergab ein banger kleiner tod im leben da er am morgen über die gewohnte stunde ausblieb verwunderte sich quandt ging hinauf und pochte an der tür obgleich er das zimmer vom abend her versperrt wußte drückte er auf die klinke fand jedoch zu seinem erstaunen die tür unverschlossen an caspars bett tretend rüttelte er ihn und sagte ärgerlich nun hauser sie fangen ja an ein siebenschläfer zu werden was ist's denn caspar setzte sich auf und der lehrer sah daß das kopfkissen ganz nass war er deutete hin und fragte was das sei caspar besann sich ein wenig und antwortete es sei vom weinen er habe im schlaf geweint was geweint dachte quandt argwöhnisch warum geweint wieso weiß er es denn so schnell wenn er im schlaf geweint hat und warum hat er so lange gewartet bis ich mich entschlossen ihn zu holen dahinter steckte eine finte entschied quandt er will mich milde stimmen forschend schaute er sich um und sein blick fiel auf das wasserglas das auf dem nachttischlein stand er nahm das glas und hob es prüfend empor es war halb leer haben sie wasser getrunken hauser fragte er düster caspar seien verständnislos an der blick des lehrers von dem glas auf das kissen gleitend bekam einen vorwurfsvollen ausdruck sollten sie nicht aus versehen das wasser verschüttet haben fragte er weiter ich sage aus versehen und meine durchaus nichts anderes sie können freimütig mit mir reden hauser caspar schüttelte langsam den kopf er verstand nicht was der mann wollte verstockt verstockt dachte quandt und gab das verhör auf als caspar zum unterricht ins wohnzimmer kam teilte ihm quandt den geziemender würde mit dass sie meine tochter geschenkt worden sei wieso geschenkt fragte caspar naiv quandt runzelte die stirn die gleichgültigkeit mit welcher der jüngling ein solches ereignis aufnahm verdross ihn sehr seine haltung war kalt und förmlich als er sagte wir beginnen wie gewöhnlich mit der bibelstunde lesen sie ihr pensum vor es war die geschichte josefs da ist ein alter mann der viele söhne hat aber den jüngsten unter ihnen am meisten liebt und ihm einen bunten rock gibt um ihn auszuzeichnen deswegen hassen ihn nun die brüder und wollen nicht mehr freundlich mit ihm reden und josef erzählt ihnen einen traum von den gaben siehe wir wanden gaben auf dem felde erzählt er da stand meine gabe auf und blieb stehen und siehe eure gaben waren ringsum und beugten sich vor meiner gabe da antworteten die brüder willst du denn könig werden über uns willst du herrschen über uns und sie hassen ihn noch mehr wegen seiner träume aber josef ist sehr arglos er scheint den grund ihrer abneigung nicht zu ahnen er erzählt ihnen alsbald einen zweiten traum nämlich wie die sonne der mond und elf sterne sich vor ihm beugten ein traum von leichter deutbarkeit denn elf ist die zahl der brüder sogar der vater schild ihn wegen dieses traumes was denkst du josef spricht er vorwurfsvoll soll ich und deine mutter und deine brüder sollen wir kommen uns vor dir zu beugen und bald darauf gehen die brüder die alle herden sind aufs feld um die schafe zu weiden und josef wird von seinem vater zu ihnen gesandt und wie die brüder ihn von ferne sehen sprechen sie zueinander seht da kommt der träumer und sie beschließen ihn zu erwürgen sie wollen ihn in eine grube werfen und vorgeben ein wildes tier habe ihn verzehrt dann werden wir ja sehen was aus seinen träumen wird sagen sie hohnvoll da ist aber einer unter den brüdern der erbarmen hat und der warnt die anderen er rät ihn den jüngling in die grube zu werfen ihn jedoch nicht zu töten und so geschieht es auch sie ziehen ihm den rock aus den bunten rock den er trägt und werfen den knaben in die grube und als dies vollbracht ist erscheint ein zug von kaufleuten aus fernem land und die brüder einigen sich jetzt den josef zu verkaufen und sie verkaufen ihn um geld dann nehmen sie josefs kleid tauchen es in das blut eines geschlachteten tieres und sprechen zum vater das blutige kleid haben wir gefunden sieh doch ob es nicht deines jüngsten sohnes kleid ist der alte zerreißt sein gewand und ruft aus trauernd will ich hinunterfahren zu meinem sohn in die unterwelt als caspar so weit gekommen war versagte ihm die stimme er stand auf legte das buch beiseite und seine brust ward von seufzern nur so geschüttelt die hand vor den mund gepresst erstickte er mit großer anstrengung das heraufquellende schluchzen quant stutzte er beobachtete den jüngling scharf er hatte dabei den schrägen blick einer an den pfahl gebundenen ziege hören sie mal hauser sagte er endlich sie werden mir doch nicht weismachen wollen dass sie von dieser simplen geschichte so ergriffen sind die ihnen noch dazu wohl bekannt sein muss meines wissens haben sie ja diesen teil des alten testaments schon beim professor daumer durchgenommen da muss ihnen doch auch gegenwärtig sein dass es dem josef noch recht glücklich ergangen ist denn er war ein reiner und guter mensch ich bitte sparen sie sich also die mühe wenn sie pflichtgetreu aufrichtig und folgsam sind werden sie bei mir zehnmal besser fahren als durch die unzeitige schaustellung von so weit hergeholten affekten ich glaube ihnen ihre tränen einfach nicht ich denke ihnen das heute schon einmal deutlich genug bewiesen zu haben damit erzielen sie bei mir nur das gegenteil von dem was sie beabsichtigen mögen ich bin nämlich kein freund von gefühlsausbrüchen im allgemeinen nicht und bei so ungegründetem anlaß schon gar nicht es ist nach grade zeit für sie sich an den ernst des lebens zu gewöhnen und weil wir nun schon so offen miteinander reden möchte ich sie dringend warnen alle leute mit denen sie zu thun haben für dumm zu halten das ist eine verblendung von ihnen welche die nachteiligsten folgen haben wird ich bin ihnen wohlgesinnt hauser ich meine es wahrhaft gut mit ihnen vielleicht haben sie keinen besseren freund als mich was sie freilich erst einsehen werden wenn es zu spät sein wird aber hüten sie sich mich hinters licht zu führen und nun fahren wir fort ich will diesen zwischenfall als nicht geschehen betrachten im verlauf dieser eindrucksvollen predigt war die stimme des lehrers weich und gütig geworden und es hatte beinahe den anschein als wolle er nun kaspar nehmen und an sein herz drücken aber kaspar stand mit albernem gesicht in welchem ein lächeln hilflos zuckte vor ihm da was ist denn das dachte er was will der man es war ihm auch bei späterem nachdenken ganz und gar nicht verständlich worauf die worte des lehrers hinzielten und er kam zu der ansicht daß quandt der rätselhafteste mensch sei dem er je begegnet joseph und seine brüder ramona deininger-schnabel schloß falkenhaus der präsident traf erst am dreikönigstag nach fast vierwöchiger abwesenheit wieder in der stadt ein die ihm nahestehenden personen wollten eine bedeutende veränderung seines wesens an ihm bemerken er erschien wortkarg und finster und sein anteil an den amtsgeschäften hatte bisweilen etwas von lauheit es fiel auf daß er mehrere tage verstreichen ließ ehe er sich nach kaspar erkundigte als ihn der hofrat hoffmann während des gemeinsamen nachhausewegs unbefangen fragte ob er den jüngling schon gesehen habe gab feuerbach keine antwort tags darauf erschien der polizeileutnant bei ihm hickel stellte sich um die sicherheit des hauser besorgt und meinte man solle für eine überwachung sorgen der präsident ging auf die sache nicht weiter ein und sagte bloß er wird sich's überlegen am selben nachmittag ließ er den lehrer rufen und stellte ihn über befinden und betragen seines zöglings zur rede quandt sagte dies und sagte das es war nicht schwarz noch weiß zum schluss zog er einen brief aus der tasche es war das schreiben der magistratsrätin behold welches dem präsidenten zu überreichen er sich entschlossen hatte feuerbach überlas das schriftstück und eine wolke von missmut lagerte sich auf seine stirn sie müssen auf der leitzeug kein gewicht legen lieber quandt sagte er barsch wo kämen wir denn hin wenn wir auf das gewäsch jeder solchen nerren hören wollten sie haben sich nicht mit der vergangenheit des hauser zu beschäftigen das ist nicht ihres amts ich habe sie dazu bestellt einen tüchtigen menschen aus ihnen zu machen wenn sie in der hinsicht zu klagen haben bin ich ganz ohr mit anderen dingen verschonen sie mich es läßt sich denken daß eine so grobe abfertigung die empfindlichkeit des lehrers tief verletzte er ging erbittert heim und obwohl ihm der präsident den auftrag gegeben hatte caspar am sonntag früh zu ihm zu schicken teilte er dies dem jüngling erst zwei tage später am samstagabend mit als caspar zur bestimmten stunde ins feuerbachschaus kam musste er im flur ziemlich lange warten dann erschien erst henriette die tochter des präsidenten und führte ihn ins wohnzimmer ich weiß nicht ob der vater sie heute empfangen wird sagte sie und erzählte dann in der vergangenen nacht sei ein einbruch in das arbeitszimmer des präsidenten verübt worden die unbekannten täter hätten alle papiere auf dem schreibtisch durchwühlt und mit nachschlüsseln die laden geöffnet es sei anzunehmen daß die verbrecher irgend bestimmte briefe oder handschriften hätten an sich bringen wollen denn es sei nichts geraubt worden auch die gewünschte beute hätten sie nicht machen können da der vater seine wichtigen papiere gut verwahrt habe nur die erbrochenen fenster und eine gewaltige unordnung habe von ihrem treiben zeugnis gegeben das fräulein schritt während dieses berichts in männlicher weise auf und ab die arme über der brust verschränkt groll und zorn in stimme und miene sie sagte der vater sei natürlich außer sich über den vorfall währenddessen öffnete sich die tür und der präsident trat in begleitung eines schlanken etwa dreißigjährigen jungen mannes auf die schwelle aha da ist caspar hauser anselm sagte der präsident der angeredete stutzte und blickte caspar gedankenvoll und zerstreut ins gesicht caspar war betroffen von der außergewöhnlichen schönheit dieses menschen wie er später erfuhr war es der zweitälteste sohn feuerbachs der verfolgt von einem widrigen geschick für einige tage ins elternhaus geflüchtet war um rat und hilfe seines vaters in anspruch zu nehmen caspar liebte schöne gesichter zumal wenn sie so voll geist und schwermut waren bei männern ganz besonders aber es war dies nur eine kurze erscheinung er sah ihn nicht wieder der präsident ließ caspar ins staatsgemacht treten und kam erst nach einer weile sofort fiel caspars blick auf das napoleonbildnis an der wand wie wunderlich es war solche ähnlichkeit im ausdruck der stolz abweisenden majestät und der finsteren trauer um die anmutig geschwungenen lippen mit jenem mann den er soeben gesehen dazu noch der prunkvolle ornat krone halsschmuck und purpurmantel caspar war bewegt eine höhere welt tat sich ihm auf am liebsten wäre er hingegangen um was an dem bild gestalthaft schien mit händen zu packen und was ihn so hoheitsvoll daraus anredete in laute zwiesprache zu verwandeln unwillkürlich reckte er sich auf als zwinge ihn die königliche figur zur nachahmung er machte ein paar schritte hin und her und war freudig erschrocken bei der wahrnehmung daß die augen des bildes ihn mit dunkler glut verfolgten also beschäftigt fand ihn der präsident und blieb überrascht neben der tür stehen mochte es zufall genannt werden oder war es eine der unergründlichen verkettungen in denen dies nicht gewöhnliche schicksal sich offenbarte feuerbach sah in dem zauberartigen gegenüberstehen von bild und jüngling etwas wie ein ordal eine beglaubigung von oben war doch caspars mutter seine mutter ja sofern der ganze bau der furchtbaren annahmen und halben gewißheiten im licht der wirklichkeit nur irgend bestehen konnte durch verwandtschaftliche bande an jenen heros geknüpft wissen sie denn auch wer das ist caspar fragte feuerbach mit lauter stimme caspar schüttelte den kopf so will ich's ihnen sagen das ist ein mann der die menschheit davon überzeugt hat daß ein großer wille alles vermag haben sie denn noch nie was vom kaiser napoleon gehört ich kannte ihn caspar ich habe ihn gesehen ich habe mit ihm gesprochen ich war mittelsmann zwischen ihm und unserm könig max es war eine große zeit und nicht mehr viel ist von ihr übrig mit wehmütig sinnendem blick wandte sich feuerbach ab er spürte die last der jahre lange genug hatte er sich gegen ihre franken gewehrt fast mit angst streifte sein auge den immer noch schweigend dastehenden jüngling als erwarte er von ihm das richterwort das seine nicht mehr zu verbergende ohnmacht der welt preisgeben mußte das zuletzt erfahrene dort bei den mächtigen erlittene überflutete sein herz mit scham eine flamme des ingrimms und des hasses gegen alles was menschen hieß loderte plötzlich in ihm auf zähneknirschend rannte er ein halb dutzend mal zwischen den fenstern und der tür hin und her und erst der anblick des vor furcht erbleichten caspar gab ihm die besinnung einigermaßen zurück und er stellte die mürrische frage ob caspar bei quandt genug zu essen bekomme darüber ist nicht zu klagen antwortete caspar den zweideutigen ton in welchem er dies vorbrachte schien feuerbach zu überhören und was ist es mit dem lord fragte er weiter mit einem starr drohenden blick haben sie schon nachricht von ihm haben sie selbst ihm schon geschrieben einmal jede woche schreib ich ihm sagte caspar wo befindet er sich er will jetzt nach spanien nach spanien so so nach spanien das ist sehr weit mein bester ja das soll weit sein diese einsilbige unterhaltung wurde durch einen polizeibeamten unterbrochen der eine schriftliche meldung wegen des nächtlichen einbruchs brachte caspar verabschiedete sich wo bleiben sie denn so lange empfing ihn quandt ärgerlich ich war beim präsidenten das wissen sie doch versetzte caspar schön aber es verrät wenig lebensart dass sie einen besuch nicht zu kürzen verstehen wenn man zu haus mit dem abendessen auf sie wartet das essen war nämlich eine wichtige angelegenheit bei quandts der lehrer setzte sich immer mit einer gewissen rührung zu tisch und sein prüfender blick schien alle teilnehmer der mahlzeit auf den grad ihrer andacht zu examinieren wenn frau quandt verkündete was man des guten zu erwarten habe begleitete der lehrer ihre aufzählungen entweder mit einem kopfnicken oder bedenklichem runzeln der stirne schmeckte ihm ein gericht so wuchs seine gute laune fand es nicht seinen beifall so aß er jeden bissen mit einem ausdruck weltüberlegener ironie für manches hatte er eine besondere vorliebe wie zum beispiel für saure gurken oder angewärmten kartoffelsalat und er unterließ es dann selten während er sich delektierte die einfachheit seiner bedürfnisse hervorzuheben die lehrerin verstand trefflich zu kochen und wenn ihr eine leibspeise des mannes gelungen war blieb sie für sein lob nicht unempfänglich obschon es bisweilen in eine zu gelehrte form gekleidet war so pflegte quandt im scherz zu sagen wenn er sie nicht genommen hätte wäre sicherlich der selige trimalchio wieder auferstanden um sie zu heiraten nach dem abendessen kam die gemütliche stunde mit pantoffeln schlafrock lehnstuhl und zeitungslesen ins wirtshaus ging quandt fast nie einmal wegen der kosten und dann weil er keine ansprache fand er zog die bequeme ofenecke vor aber seit caspar im haus weilte war diese idyllische abendstimmung ohne rechten reiz quandt war gequält und wußte manchmal kaum die ursache stellen wir uns einen hund vor einen klugen nervigen wachsamen hund stellen wir uns vor daß dieser hund bei seinem schnuppern in den anvertrauten revier irgendwo einen brocken gift erwischt hat und daß er nun das verderbliche feuer in seinem leib unbewußt das dunkel sucht alle feuchten winkel lechzend durchrast den schatten verfolgt die fliege beknurrt alles um sich und über sich nur auf das eine tolle drängen bezieht und die ganze welt für vergiftet hält während es bloß seine armen gedärme sind so hätten wir ein anschauliches bild von dem zustand des bedauernswerten mannes sein dämon schmiedete ihn fest an den jüngling es wurde ihm vor allen dingen wichtig dahinter zu kommen er hätte ein paar jahre seines lebens hergegeben wenn er dadurch geschwind zu der kenntnis gelangt wäre was dahinter steckte um acht uhr kam der polizeileutnant zu besuch er war schlecht gelaunt denn er hatte letzte nacht im casino 65 gulden beim pharao verloren und war das geld noch schuldig gegen kaspar zeigte er sich auffallend freundlich er fragte ihn aus was er mit dem präsidenten gesprochen nahm aber den getreuen bericht des jünglings als zu belanglos mit misstrauen auf ja unser guter freund ist recht zurückhaltend beklagte sich quandt ich wußte gar nichts von dem einbruch beim präsidenten und mit müh und not daß er überhaupt davon erzählt hat wissen sie näheres herr polizeileutnant hat man schon spuren hickel erwiderte gleichmütig man habe bei alten moor einen verdächtigen landstreicher aufgegriffen was doch alles vorgeht rief quandt welche frechheit gehört dazu das oberhaupt der behörde zum opfer eines solchen anschlags zu machen insgeheim aber resonierte er recht so das wird den unantastbarkeitswahn der exzellenz ein bisschen erschüttern recht so auch von den spitzbuben können die großen herren mitunter eine nützliche lehre empfangen es sollte mich sehr wundern sagte hickel mit vornehm geschlossenen lippen eine finesse die er dem lord stanhope abgeguckt wenn diese geschichte nicht wieder irgendwie mit unserem hauser zusammenhinge quandt machte große augen dann schaute er schräg auf caspar dessen erschrockener blick dem seinen entglitt ich habe gründe zu einer solchen vermutung fuhr hickel fort und starrte die blank gescheuerten nägel seiner roten bauernhände an diese hände flößten caspar stets einen namenlosen widerwillen ein ich habe gründe und werde vielleicht seinerzeit damit herausrücken der staatsrat selber ist gescheit genug um zu wissen was die glocke geschlagen hat aber er will's nicht wort haben es ist ihm nicht geheuer dabei zumut nicht geheuer zumut was sie sagen versetzte quandt und ein angenehmes gruseln lief ihm über den rücken auch die lehrerin hörte mit dem strümpfestopfen auf und sah neugierig von einem zum andern ja ja fuhr hickel fort und lächelte den lehrer mit seinen gelb blinkenden zähnen an sie haben ihm dort unten in münchen gehörig eingeheizt und er trägt den kopf bei weitem nicht mehr so zuversichtlich meinen sie nicht auch hauser fragte er und sah bald quandt bald dessen frau strahlend an ich meine es ist nicht in der ordnung daß sie so vom herrn staatsrat sprechen antwortete caspar kühn hickel verfärbte sich und biß sich auf die lippen sieh mal an sieh mal an sagte er düster haben sie das gehört herr lehrer schon unkt die kröte es wird früher eine höchst unpassende bemerkung causa ließ sich quandt zürnend vernehmen sie sind dem herrn polizeileutnant ehrfurcht und bescheidenheit schuldig so wie mir gegen den baron imhoff oder den generalkommissär würden sie sich so etwas nicht unterstehen des bin ich sicher und ein doppeltgesicht ein falschgesicht heißt es ich werde das dem grafen schreiben echauffieren sie sich nicht herr lehrer unterbrach ihn hickel es lohnt sich nicht man muß es seinem unverstand zuguthalten im übrigen habe ich gestern einen brief vom grafen bekommen er griff in die rockbrust und zog ein zusammengefaltetes papier heraus sie möchten wohl gern wissen was er schreibt hauser na gar so schmeichelhaft ist es eben nicht für sie der gute graf macht sich sorgen wie immer und empfiehlt uns rücksichtslose strenge falls sie nicht parieren caspar machte ein ungläubiges gesicht das hat er geschrieben fragte er stockend hickel nickte er hat sich auch damals zu sehr geärgert über die heimlichtruherei mit dem tagebuch sagte quandt das werde ich ihm alles erklären wenn er wiederkommt versetzte caspar hickel rieb den rücken an der ofenecke und lachte wenn er wiederkommt wenn wer weiß aber ob er wiederkommt mir deucht er hat nicht allzu große lust dazu glauben sie denn sie kinskopf so ein mann hat nichts besseres zu tun als seine zeit da hier zu versitzen er kommt wieder herr polizeileutnant sagte caspar mit triumphierendem lächeln oho oho rief hickel das klingt ja allerdings verlässlich woher weiß man denn das so genau weil er es versprochen hat entgegnete caspar mit treuherziger offenheit er hat heilig versprochen in einem jahr wieder da zu sein am achten dezember hat er es versprochen sind also noch zehn monate und sechzehn tage bis dahin hickel sah quandt an quandt sah seine frau an und alle drei brachen in gelächter aus im rechnen scheint er sich ja geübt zu haben meinte hickel trocken dann legte er caspar die hand auf den kopf und fragte wer hat ihm denn die herrlichen locken abgeschnitten quandt erwiderte caspar habe es selbst gewünscht nachdem er ihm vorgestellt daß es für einen erwachsenen menschen nicht schicklich sei mit so einem haarwald herumzulaufen sie können jetzt schlafen gehen hauser sagte er hierauf caspar reichte jedem die hand und ging als er draußen war öffnete quandt leise die tür und lauschte sehen sie herr polizeileutnant flüsterte er hickel bekümmert zu wenn er weiß oder annimmt daß man ihn hört steigt er ganz langsam und bedächtig die stiege hin an wenn er sich aber unbeachtet glaubt da kann er wie ein hase springen gleich über drei stufen auf einmal ist es nicht so frau die lehrerin bestätigte es und wieviel umstände er einem mache fügte sie verdrossen hinzu jetzt sei er sechs wochen im haus und habe vierzehn hemden in der wäsche immer müsse er herausgeputzt sein wie eine docke und schon in aller herrgotts früh fange er an seine kleider zu bürsten sie setzte dem polizeileutnant ein gläschen schnaps vor und ging ins nebenzimmer um den säugling zu stillen der sich schreiend meldete ja es ist des teufels mit ihm setzte quandt das lamento seiner gattin fort da hab ich neulich einmal aus der bayerischen deputiertenkammer vorgelesen der hauser stellt sich hinter mich und wie ich fertig bin liest er den titel der zeitung halblaut für sich hin wie wenn ihn das wort verwundere nun wird aber doch die bayerische deputiertenkammer in jedem anständigen hause gelesen nicht wahr außerdem hat er tag für tag gelegenheit gehabt das blatt auf unserem tisch zu sehen und der name konnte ihn unmöglich neu sein ich frage also ob er denn nicht wisse was das sei eine deputiertenkammer darauf sagt er mir mit seinem unschuldigsten gesicht das sei wohl ein zimmer wo man leute einsperre nun bitt ich sie um alles in der welt das geht doch über den grünen klee es muß schon ein engel vom himmel herunterkommen damit ich solche ungereimtheiten auf treu und glauben hinnehmen soll und selbst dann getraue ich mich noch zu bezweifeln ob es auch ein richtiger engel ist und kein nachgemachter was wollen sie antwortete der polizeileutnant es ist alles schwindel alles ist schwindel und indem er sich auf den gespreizten beinen hin und her wiegte loderte in seinen augen ein unbestimmter träger haß alles schwindel ein urteil das sich nicht etwa bloß auf die vorgetragene anekdote bezog sondern auf das ganze ihm bis zum ekel gleichgültige treiben der menschen sofern es nicht mit seinem wohlbehagen verknüpft war mochten sie sich einander die köpfe abhacken mochten sie über himmel und hölle um könig und land streiten mochten sie ihre häuser bauen ihre kinder zeugen mochten sie morden stehlen einbrechen schänden und betrügen oder sich ehrlich rackern und edle taten vollbringen ihm war letzten endes alles schwindel ausgenommen der freibrief für ein sorgenloses dasein den ihm die gesellschaft nach seiner ansicht schuldig war der ritter von lang der an hickel wegen seines einschmeichelnden wesens gefallen hatte pflegte gern zu erzählen wie hickel einst mit seinem des ritters sohn einem jungen doktor der philosophie über die landstraße gegangen und wie der junge mann gegen das ausgestirnte finament weitdeutend angefangen habe von den zahllosen welten dort oben zu reden da habe hickel mit seinem mokantesten gesicht erwidert ja glauben sie denn im ernst doktor daß diese hübschen lichterchen etwas anderes sind als eben lichterchen das war nicht etwa bloß unbildung sondern nur der ausdruck jener überlegenheit die in dem worte gipfelte alles schwindel man wußte in der ganzen stadt daß hickel über seine verhältnisse lebte es war sein ideal für einen kavalier zu gelten seine leidenschaft elegant zu sein auch besaß er die feinste nase für die echtheit und legitimität aller damit zusammenhängenden dinge als vor einiger zeit seine aufnahme in den vornehmen beamtenclub strittig gewesen war hatte man lange gezögert denn er war keineswegs beliebt und außerdem war er von niedriger abkunft seine eltern waren arme kettners leute in dombühl schließlich hatte er seinen wunsch mit hilfe einiger erschlichener familiengeheimnisse durchgesetzt mit denen er den betreffenden persönlichkeiten bange zu machen verstand der hofrat hoffmann sein früherer vorgesetzter gab dem vorherrschenden gefühl gegen ihn bezeichnenden ausdruck indem er versicherte er deküvriert sich nicht dieser hickel deküvriert sich nicht in der tat hatte es stets den anschein als ob der polizeileutnant mit etwas gefährlichem im hinterhalt bleibe ausgezeichnet verstand er es sich mit dem präsidenten zu stellen er durfte sich sogar erlauben dem sonst so unnahbaren gewisse wahrheiten zu sagen die liebenswürdig oder sorgenvoll klang im grunde aber nichts waren als verzuckerte bosheiten er besaß eine nicht zu leugnende geschicklichkeit im erzählen amüsanter historchen und mancherlei einlaufenden stadtklatsches dies ergötzte feuerbach und stimmte ihn für vieles andere nachsichtig rätselhaft sagten die leute was der staatsrat an dem hickel für einen narren gefressen hat jedenfalls fand der polizeileutnant stets williges gehör bei feuerbach und mit schlauheit ließ er sich dafür gern gefallen daß der präsident in seiner bärbeißigen manier an ihm herum erzog seinen leichtsinnigen wandel tadelte und seine schlechten instinkte mit erstaunlichem scharfblick sozusagen in den wurzeln entblößte ist es nicht wahrscheinlich daß gerade dies den präsidenten verführte und verstrickte indem er so klar die leerheit und düsterkeit dieser seele durchschaute hatte er sich vielleicht schon zu vertraut gemacht mit ihr um sie von sich stoßen zu können hickel wußte den präsidenten nach und nach zu überreden daß man caspar nicht so frei wie bisher herumgehen lassen dürfe und es wurde als wächter ein alter veteran bestellt der einen stelzfuß hatte und einarmig war dieser wackere faßte seine neue obliegenheit sehr gewissenhaft auf und folgte caspar auf schritt und tritt zum gelächter der gassenjugend der polizeileutnant hatte richtig spekuliert wenn die so fürsorglich aussehende maßregel dazu dienen sollte die bewegungsfreiheit des jünglings möglichst zu hemmen es gab beschwerden über beschwerden bald von quandt bald von caspar bald von dem invaliden den caspar nicht selten überlistete indem er sich heimlich davonstahl er klagte dem pfarrer fuhrmann bei dem er religionsunterricht empfing seine not dieser ihm wohlgesinnte greis ermahnte ihn zur geduld was soll es nutzen geduldig zu sein rief caspar trotzig geht hier doch immer schlechter was es nutzen soll versetzte der pfarrer mild was nutzt es gott daß er unserm unsinnigen treiben zuschaut durch geduld führt er uns zum guten geduld bringt rosen dennoch wandte sich pfarrer fuhrmann an den präsidenten und dieser versprach abhilfe ohne jedoch vorläufig etwas zu unternehmen die jährliche inspektionsreise durch den bezirk entfernte ihn für drei wochen aus der stadt als er zurückgekehrt war ließ er eines tages den polizeileutnant auf sein arbeitszimmer rufen hören sie mal hickel redete er ihn an sie sind doch in der hiesigen gegend ziemlich gut bekannt schön haben sie mal etwas über das falkenhaus gehört gewisse exzellenz antwortete hegel das sogenannte falkenhaus ist ein uraltes markgräfliches jagdschlösschen im triestorfer wald stimmt das objekt interessiert mich schon seit einiger zeit ich habe nachforschungen eingezogen und habe folgendes erfahren das falkenhaus hat bis vor ungefähr vier jahren als försterwohnung gedient und zwar hat der letzte förster jahrzehntelang mutterseelen allein dort gelebt der mann hat nie mit irgendeinem menschen verkehrt ist nie in einem birtshaus gesehen worden und hat seine einkäufe in den umliegenden dörfern selbst besorgt eines tages ist er plötzlich verschwunden gewesen und ein verabschiedeter gendarme soll ihn im schwäbischen als besitzer oder verwalter eines gutshofs wiedergesehene haben ich bin auch dieser spur nachgegangen und es hat sich herausgestellt nicht nur daß es damit seine richtigkeit hat sondern auch daß der mann im oktober 1830 des nachts in seinem bett ermordet worden ist davon ist mir nichts bekannt ich weiß nur daß das falkenhaus verödet und unbewohnt ist und daß im volk allerlei geschwänsterhaftes zeug über die unheimliche einsiedelei erzählt wird richten sie jedenfalls ihr augenmerk darauf sagte der präsident am besten sie senden einen ortskundigen mann hin der sorgfältige erhebungen einziehen soll zu befehl exzellenz darf ich fragen um welchen fall es sich dabei handelt es handelt sich um kaspar hauser und seine gefangenschaft ach ickel räusperte sich und machte eine verbeugung gott weiß warum ich glaube mit bestimmtheit annehmen zu dürfen daß das falkenhaus die städte seiner grausamen kerkerhaft ist es war mir schon seit den ersten erzählungen kaspar über die art seiner wanderung mit dem unbekannten zweifellos dass der ort in franken selbst nicht allzu weit von nürnberg oder ansbach zu suchen sei nun haben mich die spuren zum falkenhaus geführt wahrscheinlich brauchen eure exzellenz dieses indizium zu der schrift über den hauser bemerkte hickel schmeichelnd so ist es und soll die veröffentlichung des werks noch in diesem jahr vor sich gehen exzellenz verzeihen meine neugier aber ich bin ja herzlich interessiert bei der sache sie fragen mich zu viel hickel lassen sie das da ist ein briefchen für den hofrat hofmann geben sie's draußen zur beförderung ich will mit dem hofrat und kaspar morgen nach falkenhaus fahren benachrichtigen sie den hauser daß er sich bereithält erwähnen sie aber beileibe nichts von dem zweck der fahrt zur festgesetzten stunde fand sich kaspar ein und sah sich alsbald zu seiner verwunderung in der bequemen kalesche gegenüber dem präsidenten und dem hofrat sitzen in selten unterbrochenem schweigen ging es durch die sonnige frühlingslandschaft sie langten an ein gang durch das verlassene waldhaus und die eingehende prüfung seiner lokalität brachten nicht den geringsten aufschluß war ein unterirdischer raum zu jenem fürchterlichen gebrauch vorhanden gewesen so hatte der einstige bewohner ihn sicherlich verschüttet und die zeit hatte alle merkmale unsichtbar werden lassen da entdeckte das scharf umhersuchende auge des präsidenten im freien neben dem rechten trakt des gebäudes eine sonderbar gestaltete erdgrube die anzeichen ließen darauf schließen daß sich vor dem ein holzschuppen oder dergleichen darüber erhoben hatte denn ringsum lagen noch vermorschte bretter und balken und rissige schindeln es führten sieben in den sand geschlagene und schon verfallene stufen hinab und unten war die seltsam geglättete erde von gelblichem moos bedeckt feuerbach verfärbte sich als er dieses sah nach langem versunken sein stieg er hinunter betastete einige stellen der wände rückte sich in einer ecke auf den boden alles dies finster und wortlos als er wieder herauf kam sah er kaspar durchdringend an der aber stand ruhig da und ließ den unwissenden blick in die tiefen des forstes schweifen ahnt er nichts dachte feuerbach ahnt er nicht worauf sein fuß tritt weckt ihn kein hauch der vergangenheit sprechen die bäume nicht zu ihm verrät ihm die luft nichts und da es nicht so scheint darf ich mich unterfangen mit einem ja oder nein die schauerliche ungewissheit zu entscheiden der wagen hielt an der herrstraße draußen beim rückweg durch den wald blieb kaspar den plötzlich eine unbesiegbare schwermut überfallen hatte die ihn zu langsamem gehen zwang ein großes stück hinter den beiden männern der hofrat hoffmann benutzte die gelegenheit um dem präsidenten seine vernunftgemäßen zweifel mitzuteilen ich möchte nur eines wissen sagte er mit verkniffenem möchte wissen warum man den menschen wenn er wirklich so lange in befangenschaft geschmachtet hatte auf einmal frei ließ und nicht nur das sondern mitten in eine große stadt gebracht hat wo er das ungeheuerste aufsehen erregen also notwendigerweise seine peiniger verraten mußte eine solche logik will mir nicht einleuchten mein gott dafür lassen sich mancherlei erklärungen denken erwiderte der präsident ruhig entweder man war seiner überdrüssig geworden ihn länger zu beherbergen war mit schwierigkeiten ja mit gefahr verknüpft sein kerkermeister konnte den auftrag erhalten haben ihn zu töten fasste jedoch in einer begreiflichen regung des erbarmens oder der anhänglichkeit oder der furcht den entschluss ihn auf andere art verschwinden zu lassen und wo konnte das mit mehr aussicht auf erfolg geschehen als gerade in einer großen stadt man dachte sich die sache so der rittmeister wessenich dem mitgegebenen schreiben folgend steckt ihn unter die soldaten dort gibt es der analphabeten und halbidioten die menge dort wird er nicht weiter auffallen vermeinte der verbrecher in einem optimismus der freilich nur von seiner eigenen unbildung zeugt als aber die dinge einen ganz andern weg nahmen bekam es mit der angst teilte sich mußte sich denen mitteilen welche die fäden von anfang an in der hand hielten und diese mußten zusehen wie sie den furchtbarsten zeugen ihrer schuld wieder unschädlich machen konnten der nun geschützt von einer welt ihnen als auferstandener gegenüber trat sehr fein sehr fein murmelte der hofrat beifällig ohne merken zu lassen daß er keineswegs überzeugt war spät nachmittags kamen sie in die stadt zurück caspar trennte sich von den herren und ging heimwärts auf dem promenadeweg begegnete er frau von im hoff sie begrüßte ihn und fragte warum er sich so lange nicht bei ihr sehen lasse hab keine zeit hab viel zu arbeiten antwortete caspar doch mit so verlegenem gesicht daß die kluge dame merkte dies könne nicht der wahre grund sein sie unterließ es aber ihn auszuforschen und fragte ablenkend ob er sich auch des frühlingsrecht erfreue caspar schaute in die luft und in die kronen der ulmen als habe er den frühling bis jetzt übersehen und schüttelte den kopf gern hätte er vieles gesagt das herz war ihm voll über voll doch auf der zunge lag es wie ein stein und er hatte nicht das gefühl daß diese frau so freundlich sie sich auch gab wirklich für ihn aufgelegt sei was kann es nutzen dachte er ich habe ihnen einen gruß zu bestellen sagte sie dann beim abschied und nachdem sie ihn für den sonntag zu tisch gebeten hatte erinnern sie sich noch der geschichte meiner freundin die ich am abend als lord stanhope bei uns war erzählt habe die läßt sich grüßen und ein gruß bedeutet bei ihr viel wie heißt die frau fragte caspar genau wie damals nur nicht lächelnd und froh sondern zerstreut frau von immorf lachte diese wißbegier nach einem namen schien ihr komisch kannerwurf heißt sie klara von kannerwurf antwortete sie gutmütig ganz hübsch daß ihr mich grüßen läßt dachte caspar während er seinen weg fortsitzte aber was kann es nutzen was soll's mir nutzen schloß falkenhaus schloß falkenhaus zweite teil quandt begibt sich auf ein heikles gebiet kaum war caspar zu haus in die wohnstube getreten so merkte er daß etwas besonderes los sein mußte quandt saß am tisch und korrigierte mit finsterer miene die schülerhefte die lehrerin wiegte den säugling auf den knien und erwiderte dem beispiel ihres mannes folgend seinen abendgruß nicht die lampe war noch nicht angezündet ein scharlachner abendhimmel flammte durch die fenster und als caspar seinen hut aufgehängt ging er wieder hinaus in den hof dort spielte das vierjährige söhnchen des lehrers mit schussern caspar setzte sich daneben auf die steinbank nach einer weile erschien quandt und kaum hatte er die beiden beieinander gesehen als er hin eilte das kind bei der hand ergriff und es rasch wie von einem mit ansteckender krankheit behafteten wegführte caspar folgte alsbald dem lehrer ins haus doch quandt war nicht im zimmer und er traf die frau allein was gibt es denn bei uns frau lehrerin fragte er na wissen sie denn nicht versetzte die frau befangen haben sie denn nichts davon gehört daß sich die magistratsrätin behold zum fenster heruntergestürzt hat es steht in der nürnberger zeitung heut heruntergestürzt flüsterte caspar aufgeregt ja vom dachboden ihres hauses hat sie sich in den hof gestürzt und den kopf zerschmettert die ganze letzte zeit her soll sie sich wie eine verrückte aufgeführt haben caspar wußte nichts zu sagen seine augen erweiteten sich und er seufzte es scheint ihnen ja nicht besonders nahe zu gehen hauser ließ sich plötzlich die stimme quandts vernehmen der leise hereingetreten war als er die beiden sprechen gehört hatte caspar wandte sich um und sagte traurig sie war ein schlechtes weib herr lehrer quandt stellte sich dicht vor ihn hin und rief schneidend unseliger der du dich nicht entblödest das andenken einer toten zu besudeln das soll ihn nun vergessen bleiben nun haben sie ihre schwarze seele enthüllt pfui pfui sag ich und abermals pfui gehen sie mir aus den augen fällt es ihnen denn nicht aufs herz daß die hingegangene am ende vielleicht durch sie durch den kummer über den erlittenen undank zu einer solchen tat getrieben wurde ahnen sie das nicht freilich ein selbstsüchtling wie sie schert sich wenig um die leiden andrer menschen ihm ist nur das eigene wohlergehen wichtig mann mann beruhige dich doch mischte sich die lehrerin ein mit einem scheuen blick auf caspar der arsch fahl geworden war und mit völlig geschlossenen augen dastand während er die fingerspitzen seiner hände gegeneinander gelegt hatte du hast recht frau erwiderte quandt ich vergeude meine entrüstung an taube ohren was kann an einem menschen noch zu bessern sein der selbst dem tod gegenüber nicht ein bißchen andacht und demut aufbringt da heißt hopfen und malz verloren als caspar in sein zimmer kam glänzte noch die letzte glut des sonnenuntergangs über den hügeln er setzte sich ans fenster nahm einen der blumentöpfe zur hand und schaute darauf nieder die stängel in den hyazinthenkelchen schüttelten sich und ihm war als vernehme er fernes geläute er wünschte sich das angesicht einer blume um keinen blick eines menschenauges erwidern zu müssen oder er wünschte wenigstens sich im schoß einer blume bergen zu können so lange bis das jahr vorüber war von dessen wende er so vieles hoffte dort könnte man stille sein und warten in den nächsten tagen wurde der magistratsrätin keine erwähnung getan quandt vermied es sorgfältig den namen der frau behold zu nennen und um so mehr war er überrascht als caspar selbst davon anfing am samstag beim mittagessen sagte er plötzlich es geräue ihn was er über die tote gesagt er sehe ein daß es unrecht sei eine verstorbene anzuklagen quandt heuchte hoch auf aha dachte er sein gewissen regt sich aber er entgegnete nichts sondern verzog nur das gesicht als wolle er sagen lassen wir das ich weiß mein teil doch stach ihn die galle und während sie alle drei schweigend die suppe löffelten konnte er sich nicht enthalten zu sagen sie müßten sich doch eigentlich bis in den fußboden hinein schämen hauser wenn sie an ihr benehmen gegen die unschuldige tochter der magistratsrätin denken wieso versetzte caspar verwundert was hab ich denn getan ei wollen sie auch jetzt noch das lämmchen spielen antwortete der lehrer abschätzig gottlob hab ich alles schriftlich und eigenhändig von der seligen da hilft kein leugnen caspar staunte unruhig vor sich hin er fragte wieder da ging quandt zum sekretär holte aus einer schublade den brief der frau behold hervor und las neben caspar stehend mit dumpfer stimme vor ist viel gerede gewesen von seinem keuschen sinn und seiner innocenz in allem dahergehörigen auch hierüber kann ich ein wörtlein melden denn ich hab's mit meinen eigenen augen gesehen wie er sich meiner damals dreizehnjährigen tochter unziemlich und unmißverstehlich näherte caspar begriff allmählich langsam legte er löffel und brot beiseite und der bissen blieb ihm im munde stecken seine augen wurden ganz dunkel er erhob sich rief mit jammernder stimme ach diese menschen diese menschen und stürzte hinaus das ehepaar sah einander an die lehrerin legte die hand breit auf das tischtuch und sagte nachdenklich nein quandt ich kann's nicht glauben da muß sich die selige rätin geehrt haben er weiß doch nicht mal was eine frau ist auch quandt war gerührt das eben steht dahin das wäre zu beweisen meinte er kopfschüttelnd du bist leichtgläubig meine gute ich erinnere dich nur daran daß er bei der geburt unseres mädchens zu meiner befremdung wie ein gereifter mann über die sache sprach es war mir das gleiche enorm verdächtig immerhin gebe ich zu daß frau behold in dem brief zu weit gegangen sein mag und daß ich mich infolgedessen zu einer übereilung habe hinreißen lassen aber ich muß dahinter kommen wie weit seine wissenschaft in dem punkte geht denn an sein kindergebüt das weißt du glaub ich nun einmal nicht du musst ihn wieder versöhnen quandt es war zu arg das da sagte die lehrerin quandt machte eine bedenkliche miene versöhnen ja gut ich will's gern tun aber er ist dann immer so lieb und anschmiegsam dass man ihm schwer widerstehen kann und dadurch wird das objektive urteil getrübt ich werde morgen einmal mit dem pfarrer vormann über das thema sprechen gesagt getan doch leider zeigte quandt bei diesem anlass die umständlichkeit einer alten jungfer und umschrieb das was er sagen wollte mit blühenden redefiguren als ob zwischen mann und weib nur beziehungen ätherischer art wären die zuweilen unglücklicherweise in den staub gezogen und befleckt würden durch beleidigende aber nicht auszurottende zwischenfälle der geistliche herr mußte lächeln nach einigem verwunderten nachdenken antwortete er er habe an hausers charakter nach dieser richtung etwas anstößiges nicht im geringsten beobachtet caspar scheine ihm in allem was das verhältnis der geschlechter betreffe noch ein vollständiges kind zum beweis dessen erzählte er dem lehrer dass caspar vor ungefähr einem monat beim lesen einer bibelstelle die ihm aufgefallen war und die er ihm so gut es ging erklärt mit schönem zaudern von einer gewissen wiederkehrenden beunruhigung gesprochen habe einem zustande der ihn sicherlich schon oft bedrängt und für dessen deutung er nirgends eine vertrauende ansprache gefunden der alte mann versicherte dass ihm die art und weise wie caspar dies vorgebracht unvergesslich sein werde es habe wie ein ahnungsloser vorwurf gegen die natur geklungen die etwas mit ihm anstellte wogegen er sich nicht wehren könne quant ließ sich kein wort entgehen er sah das mit ganz andern augen an er erblickte darin die merkmale einer verderbten phantasie doch äußerte er von seiner ansicht gegen den pfarrherrn nichts sondern begab sich im stillen vorbedacht nach hause legte sich emsig auf die lauer und paßte die gelegenheit ab am tag darauf sollte caspar bei im hoffs essen er kam aber wieder zurück denn die baronin war krank und lag zu bett beim abendtisch kam das gespräch darauf und da quandt sein bedauern ausdrückte sagte caspar ach die wird vielleicht nie mehr ganz gesund was reden sie da hauser fiel die lehrerin ein so eine junge frau so reich und so schön ach entgegnete caspar wehmütig reichtum und schönheit tun's nicht die hat sich schon zu sehr hinuntergegrämt ja hat sie denn ihren kummer am ende ihnen anvertraut forschte quandt ungläubig caspar beantwortete die frage nicht und fuhr wie zu sich selbstredend fort nichts fehlt ihr auf der welt nur der mann ist nicht wie er sein sollte hat andere lieber warum er ist doch sonst so gescheit aber wenn sich die frau auch zu tod betrübt deshalb wird es nicht besser und die leute hinterbringen ihr alles ich hab ihr gesagt das sind keine freunde die ihnen solches zeug erzählen wahre freunde sind das nicht machte quandt und schaute eigentümlich lächelnd auf seinen teller er besiegte sein schamgefühl und fragte mit gezwungener leichtigkeit ob denn herr von imhoff in neuerer zeit seiner frau wieder anlass zur sorge gegeben habe seines wissens habe doch erst im märz eine versöhnung stattgefunden ja freilich hat er anlass gegeben versetzte caspar unbefangen es ist ja wieder ein kind von ihm da quandt erschrak da haben wir es dachte er und so hart es ihn auch ankam er beschloss caspar gleich auf den zahn zu fühlen er wechselte mit seiner frau einen blick des einverständnisses und bat sie sie solle nach den kindern schauen als nun die frau das zimmer verlassen hatte wandte sich der lehrer blass und aufgeregt durch die schwierigkeit seines vorhabens an caspar und fragte ihn unvermittelt ob er schon einmal mit einem frauenzimmer etwas gehabt habe es lägen verschiedene mutmaßungen vor und caspar möge offen wie mit einem vater zu ihm reden diese worte stimmten caspar dankbar er sah in ihnen ein zeichen von teilnahme obgleich er ihren sinn und zweck nicht verstand sondern bloß das trübe element aus dem sie stiegen furchtsam ahnte er überlegte mit einem frauenzimmer ja wie murmelte er meine frage ist doch deutlich hauser stellen sie sich nicht so kindisch ja ich verstehe schon sagte caspar eilig um die gute laune des lehrers nicht zu verscherzen und da ist auch was gewesen na nur heraus damit nur mut und harmlos begann caspar zu erzählen so vor ungefähr sechs wochen habe ich meinen sonntagsanzug zur putzerin in die utzensgasse getragen sie wissen doch herr lehrer es ist das kleine haus neben dem bäcker wie ich hingekommen bin war der laden versperrt da bin ich hinauf in die wohnung gegangen und hab an die tür geklopft da hat mir ein junges mädel aufgemacht und war im nachtkleid weiter hat sie nichts am leib gehabt die ganze brust hat man sehen können es war scheußlich sie hat mir die sachen abgenommen und hat gesagt sie wollte es der putzerin ausrichten ich war immer noch vor der tür komm nur herein sagte sie da bin ich hinein und fragte was sie will da hat sie angefangen vor mir herum zu tänzeln hat gelacht und sonderliches zeug geredet hat mich gefragt ob ich ihr bräutigam sein will und zuletzt er zögerte lächelnd zuletzt was zuletzt fragte quandt indem er den kopf weit vorbeugte zuletzt hat sie verlangt ich soll ihr einen kuss geben nun und da hab ich ihr gesagt dazu soll sie sich einen andern wünschen ich versteh mich nicht aufs schmatzen und weiter 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 war nichts ich bin dann fortgegangen und sie hat mir vom fenster aus nachgeschaut wie konnten sie denn das bemerken weil ich mich umgedreht hab so so umgedreht wie heißt die person das weiß ich nicht das wissen sie nicht und ein zweites mal waren sie nicht dort caspar verneinte schöne geschichten murmelte quandt und erhob sich mit einem blick zum himmel er spürte vorsichtig nach er erfuhr daß bei jener putzmacherin wirklich ein frauenzimmer zweifelhafter gattung zur miete wohne der erzählung caspar noch näher auf den grund zu gehen hinderte ihn die rücksicht auf seinen ruf hatte er doch ohnehin den eindruck gewonnen dass der jüngling an der ganzen begebenheit so unschuldig nicht sein konnte als er sich anstellte denn so argumentierte er zu einem derartig niedrigen benehmen wie dem jenes weiblichen geschöpfs kann nur ein mensch anlass geben dem eine gewisse moralische unzulänglichkeit auf der stirn geschrieben steht ja wenn er nicht lügen würde dann wäre alles anders dachte quandt aber er lügt er lügt und das ist das fürchterliche hat er mir nicht erzählt die herzogin von kurland habe ihm ein dutzend gestickter taschentücher geschenkt kein wort war hat er nicht behauptet er kenne den mysterialrat von spieß und habe im schlosstheater mit ihm gesprochen lüge hat er nicht dem musikus schüler weiß gemacht er habe die idyllen von gessner gelesen und als ich ihn danach fragte wußte er kein wort darüber zu sagen wußte nicht einmal was eine idylle ist gibt er nicht immer vor dringende besorgungen zu haben einmal für den präsidenten das andre mal für den hofrat und später zeigt es sich daß er bloß herumgebummelt ist um einen neuen schlips spazieren zu tragen steht das nicht alles fest oder bin ich selbst so dumm und so ungerecht daß ich diesen dingen eine bedeutung zumesse die niemand sonst darin finden kann quandt wandte sich an den pfarrer fuhrmann und legte ihm punkt für punkt die verdammenswerten vergehungen vor sehen sie denn nicht lieber quandt sagte darauf der pfarrer daß das lauter armselige kleine lüglein sind kaum daß sie den namen verdienen es ist das mehr ein sich lieb machen wollen oder eine durch ihre ohnmacht bemitleidenswerte anstrengung fesseln abzustreifen oder gar nur das harmlose vergnügen an einem wort an einer redensart vielleicht spielt er nur mit seiner zunge wie er andere menschen damit spielen sieht nur eben viel ungeschickter so geeiferte sich quandt dann will ich ihnen hochwürden eine geschichte erzählen die den strikten beweis des gegenteils erbringt hören sie zu vorige woche findet unsere markt des morgens seinen leuchter mit abgebrochener hand habe sie zeigt es meiner frau meine frau macht mich darauf aufmerksam und ich konstatiere daß der henkel nicht abgebrochen sondern abgeschmolzen ist das rohr war bis ganz hinunter von der hitze des lichtes schwarz gebrannt und von außen rötlich blau umflammt in der schale konnte man deutlich sehen wie hoch das zerflossene unschlitt gereicht und wie es an mehreren stellen abgeschabt war von der ganzen kerze die hauser den abend zuvor erhalten war keine spur mehr da nun müssen sie wissen daß ich ihm streng verboten hatte bei kerzenlicht zu lesen oder zu arbeiten trotzdem wollte ich ihn schonen und ließ ihn nur durch meine frau verwarnen aber da leugnete er plötzlich alles ab versichert daß er die kerze weder wissentlich habe verbrennen lassen noch dabei eingeschlafen sei und erkühnt sich am ende zu der behauptung es sei gar nicht sein leuchter sondern der der magt denn beide sähen gleich aus was sagen sie dazu der fahrer zuckte die achseln wir dürfen doch nicht vergessen daß er trotz allem ein wesen von besonderer beschaffenheit ist erwidert er nachdenklich ich habe mich selbst davon überzeugt ich besitze eine kleine elektrisiermaschine mit der ich manchmal ein bißchen experimentiere neulich nahm ich das ding vor während caspar dabei war ließ die funken springen und lud die leidenart flasche da wird mir der arme mensch bleich und zusehends bleicher fängt zu zittern an spreizt die finger starr von sich und sein körper zuckt wie ein hecht den man auf den sand wirft ich war sehr erschrocken und räumte das zeug beiseite worauf er wieder in seinen gewöhnlichen zustand zurückkehrte doch schmerzte ihn der kopf noch tagelang nachher wie er mir gestand wenn er im bette lag hatte er kalten schweiß und die dinge die er anfühlte stachen ihn wie mit winzigen nadeln bezeichnenderweise sagte er beim gewitter sei ihm jedesmal ähnlich da kitzle ihn und brenne ihm das blut das er immerfort schreien möchte und daran glauben sie rief quandt die hände zusammenschlagend ja warum denn nicht nun wenn sie daran glauben befinde ich mich allerdings in einem großen nachteil gegen den menschen das muss ich zugeben sagte quandt das muss ich zugeben wiederholte er bekümmert so ist es immer dachte der lehrer auf dem nachhauseweg erst wird entschuldigt und beschönigt und wenn man seine triftigen gründe vorbringt werden die achseln gezuckt und man tischt einem histörchen auf die nicht gestogen und geflogen sind und von denen sich kein jota beweisen läßt was für ein satan steckt doch in dem burschen daß er überall neigung und teilnahme zu erwecken versteht wo er sich auch zeigen mag daß kein mensch seine laster sehen will und ganz fremde leute darauf versessen ihn kennen zu lernen das windigste entzücken äußern und ihn verhätscheln als ob sie verzaubert wären als ob er ihnen ein liebestränkchen eingegeben hätte das erbitterte quandt er sagte sich nehmen wir an ich träte unter unbekannte menschen und gäbe vor der heilige geist oder sein apostel zu sein oder spielte mich als wundertäter auf und es fiele dem oder jenem bei ein wirkliches wunder zu verlangen und ich müsste zugeben es sei die blanke spiegelfechterei was würde da passieren man würde mich ins narrenhaus stecken oder mit prügeln traktieren ja das würde man wenn ich auch noch so ein engelsgesicht aufsetzte das würde man und mit recht nicht aber würde man mich mit geschenken überhäufen und mich anhimmeln und meine schönen augen und weißen hände bewundern und mir haare zum andenken abschneiden wie ich das gott sei geklagt von einer verblendeten menschheit hier erleben muß aus einem selbstgespräch solcher art geht klar hervor wie viel kopfzerbrechen und welche ernste seelenkämpfe dem lehrer aus dem umgang mit seinem zögling erwuchsen und was war früher mit ihm grübelte quandt wo kommt er eigentlich her dahinter müßte doch zu kommen sein wie hat er sich das alles zurechtgelegt womit er die dunkelmänner ja das ist eben das geheimnis sagen die dunkelmänner geheimnis es gibt kein geheimnis ich verwerfe das geheimnis die welt von oben bis unten ist ein klares gebilde und wo die sonne scheint verstecken sich die willen gebe mir nur der herrgott einen wink wie ich dieser diabolischen verstellungskunst zu leibe gehen könnte man müßte einmal ernstlich zusehen wie es mit dem tagebuch beschaffen ist und was dahinter steckt das tagebuch scheint zu existieren es scheint damit seine richtigkeit zu haben abgesehen von allem geflunker vielleicht ist es eine art beichtgelegenheit für ihn man muß dahinter kommen die begebenheiten halfen quandt rascher dahinter zu kommen als er gehofft einde von quandt begibt sich auf ein heikles gebiet aufgenommen von ramona deininger schnabel www crow wings dot com abschnitt 26 von caspar hauser oder die trägheit des herzens von jakob wassermann diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil eine stimme ruft eines nachmittags im hochsommer erschien hickel und reichte caspar einen an ihn den polizeileutnant gerichteten aber im grunde für caspar bestimmten brief des grafen stanhope in welchem dieser dem jünglingen klipp und klar befahl das tagebuch an hickel auszuliefern caspar überlas das schreiben dreimal ehe er endlich worte fand er weigerte sich zu gehorchen ja mein bester sagte hickel wenn es nicht gutwillig geht muss ich leider gewalt anwenden caspar besann sich dann sagte er mit trüber stimme der einzige dem er das tagebuch geben könne sei der präsident und dem wolle er es morgen bringen wenn man darauf bestehe gut entgegnete der polizeileutnant ich werde sie morgen früh abholen und dann gehen wir mit dem heft zum präsidenten hickel wollte zeit gewinnen er hatte natürlich keine lust das tagebuch in die hände feuerbachs kommen zu lassen gerade dies zu verhindern hatte er auftrag und er überlegte was zu tun sei was caspar betrifft so stahl er sich gegen mittag aus dem haus und lief in die wohnung des präsidenten um sich zu beschweren feuerbach war im senat caspar vertraute seine sorge der tochter an und diese versprach dem vater bericht zu geben nachmittags läutete es bei quanz und der präsident trat ins zimmer mittlerweile hatte caspar um auch diesem sonst verehrten mann den gehüteten schatz nicht ausliefern zu müssen sich eine ausrede erdacht und als der präsident im beisein quanz nach dem tagebuch fragte und ob es wahr sei dass er es nicht zeigen wolle sagte er schnell er habe es verbrannt da gab es dem lehrer einen ruck und er konnte sich eines zornigen ausrufs nicht enthalten wann haben sie es verbrannt fragte feuerbach ruhig heute und warum damit ich es nicht hergeben muss warum wollen sie es nicht hergeben caspar schwieg und starrte zu boden das ist eine lüge er hat es nicht verbrannt exzellenz zeterte quandt bebend vor ärger und wenn er überhaupt ein tagebuch geführt hat so muß es schon länger beiseite gebracht sein von weihnachten an habe ich es überall gesucht in jedem winkel seines zimmers habe ich umschau gehalten und nie niemals war eine spur davon zu finden der präsident schaute quandt aus großen augen stumm und verwundert an es war ein blick der etwas mattes und kramvolles hatte wo war denn das tagebuch aufbewahrt caspar fuhr er dann zu fragen fort caspar antwortete zaudernd er habe es bald da bald dort versteckt bald unter den büchern bald im schrank zuletzt an einem nagel hinter der schreibkommode quandt schüttelte dabei unaufhörlich den kopf und lächelte böse haben sie denn den nagel selbst eingeschlagen inquirierte er ja wer hat ihnen die erlaubnis dazu erteilt gehen sie jetzt caspar schnitt der präsident das zwiegespräch gebieterisch ab ich begreife nicht wandte er sich als caspar draußen war an den lehrer weshalb lord stanhope plötzlich so großes gewicht auf das tagebuch legt wahrscheinlich überschätzt er die ohne zweifel harmlosen schreibereien mit güte und überredung wäre man übrigens besser gefahren als durch einen kategorischen befehl güte überredung versetzte quandt händeringend da haben euer exzellenz einen schlechten begriff von diesem menschen durch güte entfesselt man nur seine selbstsucht und jeder versuch ihn zu überreden vergrößert seine bockbeinigkeit ja er dünkt sich schon etwas stellt sich auf die hinterfüße hält wieder part und ist fähig mir eine antwort zu geben daß ich dastehe wie vor den mund geschlagen euer exzellenz mögen verzeihen aber ich bin der meinung daß sogar sie durch güte und überredung nichts mehr bei ihm ausrichten können nana machte feuerbach schritt zum fenster und sah düster in die regen triefenden zweige des birnbaums der an der hofmauer wuchs ich getraue mich auch euer exzellenz auf das allerbestimmteste zu versichern daß er das tagebuch nicht verbrannt hat schloß quandt mit beschwörender stimme der präsident antwortete nichts wie widerwärtig war es ihm all den kleinen hader austragen zu sollen den sie ihm daher beischleppten ihn dürstete nach frieden das eine werk noch vollendet mußte es werden dann friede kaum war feuerbach gegangen so eilte quandt in caspars zimmer rückte die schreibkommode von der wand und sah nach ob dort ein nagel stecke in der tat war ein nagel ins holz geschlagen quandt rief die magd herauf hat der hauser in letzter zeit den hammer gehabt und haben sie ihn klopfen gehört fragte er die magd bejahte er habe vorige woche hammer und nägel aus der küche geholt und sie habe ihn klopfen gehört plötzlich hatte quandt eine erleuchtung wir sind ja im sommer dachte er und wenn er das heft wirklich verbrannt hat muß die asche noch im ofen zu finden sein er ging zum ofen kniete nieder öffnete das türchen und scheuerte mit gierigen händen alles was von verbrannten und verkohlten resten in dem loch war heraus auf den boden es kam viel papierasche zum vorschein quandt gab acht daß die größeren stücke nicht zerbrachen da man auf asche eine schrift noch lesen kann sorgsam schob er die trümmer auseinander er fürchtete das eine oder das andere mit dem finger anzugreifen und blies es mit dem atem seines mundes zur seite wenn es beschrieben war versuchte er die worte zu lesen fand aber keinen zusammenhang da näherten sich schritte und caspar trat ein nicht wenig erstaunt über die lage in der er den lehrer sah dessen hände und gesicht von ruß geschwärzt waren indes ihm der schweiß von den haaren troff quandt ließ sich nicht stören so viel asche kann doch unmöglich von dem einen tagebuch her rühren sagte er ich hab auch alte briefe und schriften damit verbrannt erwiderte caspar die kühlsachliche antwort trieb quandt die zornröte ins gesicht er stand hastig auf murmelte etwas durch die zähne und verließ das zimmer die tür hinter sich zu donnernd sie kommen mir heute abend nicht mit auf die ressource schrie er auf der stiege in der ressource war ein gartenfest das der schützenverein veranstaltete quandt hatte eigentlich keine lust hinzugehen dergleichen kostete immer geld aber die frau wollte auch einmal ein amüsement haben war des verdrießlichen zuhausehockens satt sie hatte sich schon vor acht tagen ein cartoon kleid für diesen zweck gemacht und so musste denn der lehrer sich fügen und wie er sich ausdrückte der unvernunft seinen zoll entrichten zumal das wetter gegen abend schön geworden war caspar blieb bis die dunkelheit anbrach am offenen fenster sitzen und genoß der stille dann machte er licht und ein lächeln umspielte seine lippen als er zur wand ging den stahlstich über dem kanapee herunternahm die hinter dem bild befestigte holztafel loslöste und nun das so verborgene tagebuch hervorzog er setzte sich damit zum tisch blätterte nachdenklich in dem heft herum und überlas einige stellen hier war ein lebensalter eine menschwerdung zusammengepreßt in den verlauf von nicht mehr als vier jahren mit unheimlicher geschwindigkeit epoche an epoche drängend was es an mangelhaft ausgesprochenem geschildertem enthielt die unschuldigen ergüsse erster freuden und schmerzen das erste bange welt erkennen knabenhafte philosophie und trotziges hadern mit ahnungsvoll als feindlich empfundenen mächten irdischer und überirdischer natur alles das hätte die auf diese beute versessenen jäger bitter enttäuscht aber es war nicht für jene es war für die mutter ihr war es zugelobt ein für allemal und mit der ihm eigenen wunderlichkeit war caspar der gedanke ganz unfaßlich daß ein andres auge je auf diesen blättern ruhen sollte es mag auch sein daß ihm das heft nach und nach in der einbildung zu seinem einzigen wirklichen besitz geworden war das einzige ding das ihm völlig zugehörte und sein ganzes vertrauen besaß auf einer der ersten seiten stand neulich hab ich aus gartenkresse meinen namen gesät ist recht schön gewachsen und hat mir große freude gemacht ist einer in den garten hereingekommen hat birnen gestohlen der hat mir meinen namen zertreten da hab ich geweint herr daumer hat gesagt ich soll ihn wieder machen hab ich ihn wieder gemacht am andern morgen haben ihn katzen zertreten es folgten in demselben unbeholfenen stil einige versuche seine kerkerhaft zu beschreiben etwa so die geschichte von caspar hauser ich will es selbst erzählen wie hart es mir ergangen zwar da wo ich eingesperrt war in dem gefängnis ist es mir recht gut vorgekommen weil ich von der welt nichts gewusst und keinen menschen niemals gesehen habe in diesem ton ging es weiter späterhin kamen einige zum schönrednerischen strebende stellen und eine begann mit dem satz welcher erwachsene gedächte nicht mit trauriger rührung an meine unverdiente einsperrung in der ich meine blühendste lebenszeit zugebracht habe und wo so manche jugend in goldnen vergnügungen lebte da war meine natur noch gar nicht erwecket träume hoffnungen sehnsuchtsbilder berichte über kleine ausflüge über unterhaltungen mit fremden hier und da ein beherzigenswertes wort in einem buch gefunden oder aus einem wust sonst inhaltloser gespräche geklaubt allmählich setze an denen etwas wie persönlicher schliff hervortrat und eine merkwürdige verhüllte düsterkeit des stils unmittelbar war nie ein kummer ein urteil eine meinung ausgedrückt er hatte es eben wie quandt diese eigenschaft formulierte hinter den ohren von einem bedeutungsvollen tag stand oft nur das datum vermerkt und daneben ein sternchen manches ereignisses war nur in scheuen umschreibungen gedacht auch lakonismen waren diesem geist nicht fremd so hieß es von dem mordanschlag in daumers hause kurz der erntemonat wäre bald mein sterbemonat geworden kleine vorfälle des täglichen lebens gestern hat mich eine biene gestochen das fräulein von stichana hat mir die wunde ausgesaugt sie sagte wen die biene sticht der hat glück oder gestern war eine feuersbrunst über dauten winden hat der wald gebrannt ich bin die halbe nacht am fenster gesessen und hab gedacht die welt geht unter sinnliche empfindlichkeiten kamen zu lapidarem ausdruck herr quandt riecht nach alter luft die lehrerin nach wolle der hofrat nach papier der präsident nach tabak der polizeileutnant nach öl der herr pfarrer nach kleiderschrank fast alle menschen riechen schlecht nur der graf hat wie ein leib gerochen an dem nichts ist als guter odem dem grafen war manche seite gewidmet hier wurde der ton poetisch und nicht selten dringend in der art eines gebets stanhope und die sonne wurden zu bildern von verwandter kraft seit dem abschied aus nürnberg hatte das aufgehört der name des lords wurde nicht mehr erwähnt nur das gelöbnis vom achten dezember war aufgeschrieben aus den letzten tagen stammte eine zeichnung welche über die hälfte einer seite füllte die umrisse eines männlichen kopfes mit auffallend geschickter hand festgehalten es war ein fremdartiges gesicht keinem irdischen ähnlich eher dem einer statue doch wie aus einer schauerlichen vision gerissen von schmerzlicher unbewegtheit darunter war geschrieben o großer mensch was tust du mir an du folgest mir und meine spur ist blind und so du mich erschaust bin ich verwandelt dem kerker ist entflohen das arme kind der mantel fehlt und krone auch und schwert und ohne reiter läuft das weiße pferd die zeichnung war in der nacht gefertigt worden aus einem traum auffahrend hatte caspar das gesicht vor sich gesehen er war aus dem bett gesprungen und hatte es beim mondlicht gezeichnet die ferse hatte er am morgen beim erwachen fertig auf den lippen gefunden ihrem sinn hatte er nicht weiter nachgegrübelt erst jetzt wurde er stutzig und flüsterte die worte mehrere male vor sich hin mittlerweile war es spät geworden kaspar wollte gerade vom tisch aufstehen da hörte er das haustor knarren rasche schritte näherten sich es klopfte an die tür und quants stimme befahl zu öffnen erschrocken blies kaspar das licht aus im finstern tastete er sich zum sofa brachte das tagebuch wieder in sein versteck und während quand immer stärker pochte gelang es ihm das bild an den nagel zu hängen quand hatte nämlich vom spitalweg kommend schon aus der ferne in kaspars zimmer licht bemerkt er packte seine frau am arm und rief sieh mal frau sieh mal was gibts denn schon wieder murrte die frau die voll ärger darüber war daß quand ihr mit seiner üblen laune den ganzen abend verdorben hatte jetzt hast du doch den beweis daß er bei der kerze sitzt sagte quand das haus hatte durch ein gartenpförtchen auch einen zugang von der rückseite quand wählte den und als er mit der frau im hof stand fiel ihm ein ob er nicht zuerst den jüngling auf irgendwelche art belauschen und sehen könne was er treibe der bärenbaum an der mauer war wie geschaffen dazu quand war geschickt und kräftig ohne mühe erklomm er die mauer und dann einen breiten ast von wo er kaspars zimmer überschauen konnte was er sah genügte nach kurzer weile kam er aufgeregt herab raunte seiner frau zu ich hab ihn erwischt jette und stürzte ins haus und die stiege empor da sich auf sein klopfen drinnen nichts rührte geriet er in wut er fing an mit den fäusten so dann mit den absetzen an die tür zu trommeln und als auch dies nichts half beschloss der beklagenswerte mann in seiner raserei ein beil zu holen und die türe einzuschlagen vorher lief er noch geschwind in den hof zurück und sah dass es in kaspars zimmer indessen finster geworden war ein umstand der seinen zorn nur noch steigerte von dem lärm waren die kinder und die magd aufgewacht die lehrerin trat quand jammernd entgegen als er mit der holzhacke aus der küche rannte er stieß sie weg schäumte ich wills ihm schon zeigen und stürzte wieder hinauf nach dem ersten schlag mit dem beil öffnete sich die tür und kaspar trat im hemd auf die schwelle der anblick der ruhigen gestalt hatte etwas so unerwartetes und ernüchterndes für den lehrer daß er förmlich zusammenklappte nichts zu sagen und zu tun wußte und nur sonderbar mit den zähnen knirschte machen sie licht murmelte er nach einem langen stillschweigen doch schon kam die frau mit einem licht leise heulend die stiege herauf kaspar erblickte das beil im gesenkten arm des lehrers und fing an heftig zu zittern bei diesem zeichen von furcht verlor quand vollends die haltung er schämte sich und tief aufseufzend sagte er hauser sie bereiten mir großen kummer damit drehte er sich um und ging langsam hinunter kaspar schlief erst ein als der tag dämmerte beim frühstück vor der gewohnten unterrichtsstunde erfuhr er dass quand schon ausgegangen sei es wurde mittag und während des essens war der lehrer vollkommen stumm mit dem letzten bissen erhob er sich und sagte um fünf uhr seien sie auf ihrem zimmer hauser der polizeileutnant will mit ihnen sprechen kaspar legte sich oben aufs kanapé es war ein heißer augusttag gewitterwolken lagerten am himmel am offenen fenster flogen schwalben ängstlich zwitschernd vorüber die schwül erhitzte luft surrte und sang im engen gemach noch müde von der nacht entschlummerte kaspar alsbald und erst ein heftiges rütteln an seiner schulter weckte ihn hickel und der lehrer standen neben ihm er setzte sich auf rieb die augen und sah die beiden männer schweigend an hickel knöpfte mit einer amtlichen gebärde seinen uniformrock zu und sagte ich fordere sie hiermit auf hauser mir ihr tagebuch abzuliefern kaspar erhob sich tief atmend und antwortete mit einer mehr von innerem zwang als mut eingegebenen festigkeit der polizeileutnant ich werde ihnen mein tagebuch nicht geben quandt schlug die hände zusammen und rief klagend hauser hauser sie treiben ihre unkindliche widersetzlichkeit zu weit kaspar schaute sich verzweifelt um und erwiderte zuckenden mundes ja bin ich denn ein eigentum von einem anderen bin ich denn wie ein tier was wollen sie denn noch ich habe ja schon gesagt dass ich das buch verbrannt habe wollen sie etwa leugnen hauser dass sie heute nacht bei der kerze geschrieben haben fragte quandt dringlich briefe haben sie doch nicht zu schreiben gehabt und mit den exerzitien waren sie fertig kaspar schwieg er wußte nicht ein noch aus ein guter mensch hat überhaupt die einsicht in sein tagebuch nicht zu scheuen fuhr quandt fort im gegenteil sie muss ihm erwünscht sein da doch seine unbescholtenheit damit bezeugt wird sie am allerwenigsten lieber hauser haben grund ein geheimes tagebuch zu führen wie lange werden sie uns noch warten lassen fragte hickel mit höflicher kälte da will ich doch lieber sterben als daß ich das alles aushalten soll rief kaspar und hob den arm um sein gesicht darin zu verbergen nun nun sagte quandt beunruhigt wir meinen es ja gut mit ihnen auch der herr polizeileutnant will nur ihr bestes freilich bestätigte hickel trocken übrigens kann ich ihnen sagen daß das sterben zurzeit nicht der beste einfall von ihnen wäre da könnte man unter umständen auf ihrem grabstein lesen hier liegt der betrüger kaspar hauser ganz abgesehen davon daß sich in einem solchen satz eine höchst verwerfliche gesinnung ausdrückt fügte quandt tadelnd hinzu eine feige und unsittliche gesinnung es liegt mir am leben nichts wenn man mich immer mit solchen geschichten plagt und mir nicht glaubt entgegnete kaspar bedrückt ich habe ja früher auch nicht gelebt und habe lange nicht gewusst dass ich lebe hickel ging indes an der wand entlang und klopfte mit den knöcheln wie spielend an einige stellen der mauer plötzlich schien sich seine aufmerksamkeit gegen das bild über dem sofa zu richten ernahm es lächelnd herab betrachtete es nach allen seiten und klappte schließlich die scharniere auf um die holztafel zu entfernen kaspar wurde schlohweiß und bebte wie espenlaub aber als nun hickel das blaue heft schmunzelnd in seiner hand hielt ging eine seltsame verwandlung mit kaspar vor es sah aus als wachse er plötzlich und werde um kopfeslänge größer mit zwei schritten stand er dicht vor dem polizeileutnant sein gesicht war förmlich aufgerissen in seiner miene war etwas erhabenes sein blick glühte von einer leidenschaftlichen und gebieterischen kraft hickel in dem dumpfen gefühl als wäre er zermalmt oder zertreten wich langsam und fasziniert gegen die tür zurück der kalte schweiß brach aus seiner haut als ihm kaspar folgte schritt für schritt den arm ausstreckte das heft mit einem ruck aus seinen umklammernden fingern zog es mitten durchriss die beiden hälften noch einmal und noch einmal zerriss bis alles in fetzen auf dem boden lag wer weiß was noch geschehen wäre wenn die dazwischenkunft einer vierten person in diesem augenblick nicht die situation verändert hätte es war der pfarrer fuhrmann der im vorübergehen kaspar hatte besuchen wollen um ihn zu fragen weshalb er heute vom unterricht fortgeblieben war als er eintrat mußte sich ihm eine ahnung des geschehenen aufdrängen er blickte stumm von einem zum andern quant der dem ganzen vorgang mit entsetzten augen zugeschaut gewann nur mühsam seine fassung und sagte in verlegenem ton was haben sie denn da für ein geschnitzel gemacht hauser hickel wanderte mit ein paar großen schritten durchs zimmer dann grüßte er den pfarrer militärisch und ging mit kaltem und finsterem gesicht unter der tür drehte er sich um deutete auf den papierhaufen und machte eine befehlende kopfbewegung gegen quant dieser begriff er bückte sich um die schnitzel zusammenzuscharren aber kaspar durchschaute seine absicht er stellte sich mit den füßen darauf und sagte das kommt ins feuer herr lehrer er kniete nieder raffte das papier mit zwei händen auf trug es zum ofen öffnete mit dem fuß das türchen und warf alles hinein darauf schlug er feuer und eine minute später brannte es lichterloh der pfarrer fuhrmann war bloß schweigender zeuge des auftritts hickel war gegangen und der lehrer beständig hüstelnd schritt mit der gleichmäßigkeit eines wachpostens vor dem ofen auf und ab indes kaspar kauernd zuschaute bis das letzte fünkchen verglommen war dann nahm er den schürhaken und zerschlug die aschenreste zu staub der pfarrer hatte nachher eine unterredung mit kaspar welche trotz dem herabgestimmten gemütszustande des jungen menschen und einer schier krankhaften unlust zu sprechen doch zu mancherlei eröffnungen führte die den geistlichen herrn bewogen sich wegen des vorgefallenen an den präsidenten feuerbach zu wenden es ist eigen mit dem lehrer quandt sagte er im verlauf seiner mitteilungen zu feuerbach ein sonst so vortrefflicher mann und in allem was den hauser betrifft wie verhext die ruhe des hauser macht ihn kribbelig seine sanftheit rauh seine schweigsamkeit redselig seine melancholie spöttisch seine heiterkeit traurig und seine ungeschicklichkeit gibt ihm die durchtriebensten listen ein aus allem was der hauser tut und sagt schließt er im stillen das gegenteil sogar das einmal eins aus diesem mund scheint ihm eine lüge ich glaube er möchte ihm am liebsten die brust aufschneiden um zu sehen was drin ist das ist weiß gott kein christlicher gedanke von mir aber ich kann mir nicht helfen wenn ich sehe wie da alles verdächtig gemacht wird verdächtig ist wenn dem hauser etwas neu erscheint und verdächtig wenn er es schon kennt verdächtig wenn er lange schläft und verdächtig wenn er früh aufsteht dass er das theater liebt und die musik nicht liebt verdächtig dass er es hinunterschluckt wenn man ihn zankt hingegen die streitigkeiten zwischen andern zum beispiel zwischen quant und seiner frau immer schlichten will verdächtig alles ist verdächtig wie soll das enden aber wie man so bezeichnend sagt ein wort gab das andere und zum schluss kam nichts heraus der präsident merkwürdig zerstreut versprach den polizeileutnant zur rede zu stellen er ließ hickel rufen und schrie ihn gleich beim eintritt an das dem verdutzten hören und sehen verging leider diente die schimpferei der sache schlecht als der zorn verdampft war trug hickels überlegene ruhe und berechnete schriegsamkeit den sieg davon es kam nichts heraus es blieb alles beim alten nur dass der polizeileutnant in seiner eitelkeit tief gekränkt doppelt still und kalt seiner wege ging die bemühung dem hauser eine annehmliche existenz zu verschaffen muss man wohl als gescheitert betrachten sagte feuerbach eines tages zu seiner tochter der mensch leidet in seiner jetzigen umgebung und die art wie man ihn behandelt scheint gegen alle vernunft und billigkeit mag sein aber kann man es ändern versetzte henriette achselzuckend mich beruhigt nur die zuversicht daß ja eine entscheidung ohnehin fallen muß wenn die schrift einmal erschienen ist sagte der präsident vor sich hin was schadet es auch dem jungen menschen wenn die wogen des lebens über seinem kopf zusammenschlagen fuhr henriette fort vielleicht lernt er schwimmen dabei es ist nicht an ihnen vater seinen prezept dort zu machen vielleicht lernt er schwimmen dabei vortrefflich ausgedrückt meine tochter dereinst mag er dann der überstandenen prüfungen dankbar gedenken ein gekrönter der eine solche schicksatsschule erfahren hat von der tiefsten tiefe zur höchsten höhe gestiegen ist ei das gebe hoffnungen fehlte es den großen der erde nicht an lebenskenntnis so wäre ihnen das volk mehr und etwas anderes als eine melkkuh lassen wir also den stahl glühen damit er hart werde sind heute korrekturen gekommen henriette verneinte und ging seufzend hinaus es gibt eine innere stimme die beredsamer ist als die weisheit der setenzen feuerbach erfuhr die gewalt dieser stimme stets aufs neue wenn er sich kaspar gegenüber befand es war ihm nicht gegeben sich um den appell einer höheren instanz als es vernunft und erfahrung sind herumzulügen den freimut der verantwortlichkeit den er vor dem eigenen herzen empfand hatte das alter nicht abgestumpft sondern geläutert er mußte sich bekennen daß das was ihn quälte ganz einfach das schlechte gewissen war welch ein dilemma für einen solchen mann auf der einen seite die bis zur selbstverleugnung getriebene erfüllung der idee auf der andern das vorwurfsvolle auge dessen dem die idee galt und dem er sich nicht ergeben konnte und durfte aus furcht vor dem allzu beteiligten gefühl aus furcht vor der trübung des urteils aus furcht dass der engel der gerechtigkeit seiner vorgesetzten bahn entfliehen würde wenn neigung rücksicht und herzliche annäherung ins spiel kämen so wie an die nächsten freunde schickte der präsident in diesen tagen die aushängebogen seiner caspar hauser schrift auch an stanhope der sich zurzeit in rom aufhielt der graf dankte oder antwortete mit keinem wort eines schlimmeren zeichens bedurfte feuerbach nicht wie hatte doch das große wort gelautet das er einst in lebendiger stunde zu jenem mann gesprochen wenn dieses anlitz trügt mylord mit dem sie hier vor mir stehen dann ja dann was dann kindliche anmaßung würde die welt untergehen weil ein feuerbach sich getäuscht wie vielfältig ist der mensch wie viele gesichter sind ihm eigen wie viele worte findet er um eines erwärmlichen vorteils willen für den wissen brot ist jeder bettler schon ein fürst der worte und was staatskarossen was perrschaft was anmutige manieren und überredendes gefühl wenn dem allen nur das wort die schminke ist das eine aussätzige haut verschönt dazu also herzen zergliedert im dunkel der seelen gewühlt mit richter kunst und pathos tat und untat auf ihr menschlich maß geprüft damit ein aufgeschmückter schelm aus england kam um damit ein sardonisches spiel zu treiben und alles lächelnd ins absurde zu führen den alten mann ekelte aber die vorstellung von der macht und den hilfsmitteln der feinde mit denen er sich in ungleichen kampf eingelassen wurde allmählich ungeheuer und wenn auch sein vorhaben nicht die geringste beeinträchtigung erfuhr und er nicht für die dauer eines augenblicks ins schwanken geriet nahm doch eine verdüsternde unruhe von ihm besitz seit jenem nächtlichen einbruch dessen anstifter aller aufgewandten mühe zum trotz unentdeckt geblieben waren entbehrte er des dauernden schlafs er erhob sich bisweilen aus dem bett wanderte mit dem licht durch die zimmer über treppen und flur rüttelte an den fenstern probierte die festigkeit der schlösser und erschrak nicht selten vor seinem eigenen schatten es war für seine kinder ein erschütterndes schauspiel diesen mann der leidenschaft und des eingefleischten mutes in dergleichen geschwänsterwesen verstrickt zu sehen einstmals am frühen morgen fand man an der äußeren seite des haustors folgende mit kreide angeschriebenen verse anselm ritter von feuerbach lösch's feuer unter deinem dach laß den falschen freund nimmer ein zieh den degen und hau drein sonst wird's um dich geschehen sein an einem abend zu ende oktober kam quandt und begehrte den präsidenten zu sprechen feuerbach ließ ihn eintreten und beobachtete sofort in seinem benehmen etwas verlegenes und bestürztes doch zeigte der lehrer nicht die gewöhnliche umständlichkeit sondern rückte schnell mit seinem anliegen heraus er berichtete caspar habe vorgestern einen brief des grafen erhalten und seitdem habe er sich ganz verändert ob seine exzellenz nicht eine stunde er übrigen könne um mit dem menschen zu reden er selbst bringe kein wort aus ihm heraus der präsident fragte worin die veränderung bestehe es ist als wäre er taubstumm geworden versetzte quandt bei tisch läßt er die speisen unberührt beim unterricht ist er äußerst unaufmerksam ja geistesabwesend die aufgaben macht er nicht mehr auf fragen antwortet er nicht schleicht herum wie ein todkranker und starrte in die luft gestern nachts habe ich und meine frau ihn belauscht und wir haben zugehört wie er erst eine ganze weile vor sich hin gewimmert dann auf einmal hat er einen grässlichen schrei ausgestoßen wissen sie vielleicht was in dem brief des grafen gestanden hat forschte der präsident o ja das weiß ich wohl entgegnete der lehrer harmlos es ist meine geflogenheit alle briefe die er erhält vorher zu öffnen feuerbach blickte jäh empor und sah den lehrer mit finsterer neugier an nun und fragte er ich könnte den inhalt des schreibens durchaus nicht mit einer solchen wirkung zusammenreimen erwiderte quandt bedächtig der präsident stampfte ungeduldig mit dem fuß gut gut rief er barsch aber was stand denn drinnen da sie es doch einmal wissen quandt erschrak es stand drin der graf könne in diesem jahr nicht mehr nach ansbach kommen unerwartete zwischenfälle nötigten ihn diesen plan ins unbestimmte zu verschieben nun ist mir freilich bekannt daß hauser mit der herkunft des lords stark gerechnet hat er sprach sogar immer von einem festen termin und hielt es für einen frevel wenn man ihm das ausreden wollte er schien es geradezu für eine pflicht des grafen zu erachten denn in seinem kindischen kopf glaubte er noch fix daran daß ihn der graf mit nach england auf seine schlösser nehmen werde und er ahnt gar nicht daß der herr graf schon längst sein herz von ihm abgewandt hat woher wissen sie das mann brauste der präsident auf und erhob sich mit solchem ungestüm daß der stuhl hinter ihm umstürzte eure exzellenz verzeihen stotterte quandt furchtsam aber das ist doch sonnenklar er ging hin stellte den stuhl mit einer höflichen grimasse wieder auf und während der präsident mit seinen steifen kurzen schritten auf und ab wanderte sagte er schüchtern trotz allem ist mir die wirkung dieser in den urbansten formen gehaltenen absage unerklärlich und besorgniserregend es mußte etwas dahinter stecken und eure exzellenz sind vielleicht imstande es herauszubringen ich werde der sache nachgehen schnitt feuerbach das gespräch kurz ab quandt machte seinen bückling und entfernte sich er ging nicht heimwärts sondern wandte sich gegen die hiri der vorstadt da er seine frau vom haus ihrer mutter abholen wollte es war ein heftiger sturm blätter und zweige wirbelten durch die luft quandts mantelumrang flatterte hoch auf und mit beiden händen mußte er die ränder seines schlappwuts festhalten kurz nach dem lehrer hatte caspar heimlich das haus verlassen eigentlich ohne ziel als er auf der straße war fiel ihm ein ob er nicht zu frau von im hoff gehen könne und ungeachtet der dunkelheit und des bösen wetters und obgleich das im hoff schlösschen eine viertelstunde vor der stadt gelegen war entschloss er sich dazu aber als er angelangt war als er am gittertor stand und zu den erleuchteten fenstern hinauf schaute schwand ihm alle lust und er fürchtete sich vor den hellen zimmern sah er sich doch schon droben hörte er doch schon die worte die ihm nichts waren und nichts galten er kannte sie alle er hätte sie auswendig an der schwelle hersagen können ja er kannte nun die worte der menschen er erfuhr nichts neues durch sie sie fielen in das unermessliche meer seiner traurigkeit wie kleine trübe tropfen deren aufprall die tiefe verschlang ein schatten glitt an den fenstern vorbei ein anderer folgte so weilten sie in ihren wohnungen still und emsig zündeten ihre lichter an und wußten nicht wer draußen stand am tor mitten im windgebrause vernahm caspar töne wie von einem saiteninstrument das unter den wolken aufgehängt war es befand sich nämlich auf dem dach des schlösschens eine aeolsharfe caspar wußte dies nicht und hielt es für eine geisterhafte musik als er den rückweg antrat schlugen immer von zeit zu zeit die orgelnden akkorde an sein ohr er wünschte noch nicht heimzugehen der gleiche dumpfe drang der ihn vor das schlösschen der imhoffs getrieben hatte führte ihn noch zum hause des generalkommissärs dann zum haus des regierungspräsidenten dann zum feuerbachschen haus und schließlich vor ein gebäude das unbewohnt war und das mit seinen verschlossenen läden seinen bemoosten simsen und seinem hochburgigen tor über welchem ein auge in den stein und darüber die worte gemeißelt waren zum auge gottes schon lang vorher seine wißbegier aufgeweckt hatte so mag grafen zeit sollte ein goldmacher darin gewohnt haben es war ihm zumute wie wenn er in all diesen häusern zu gast gewesen sei wie wenn er unsichtbar unter ihren bewohnern oder in ihren leeren räumen herumgegangen sei und als ob er dabei eine merkwürdige kenntnis von dem vergangenen und gegenwärtigen leben ihrer menschen gewonnen hätte ziemlich müde und dabei tief erregt langte er im leere haus an quandt und seine frau waren noch nicht daheim die kinder schliefen die magd war nicht zu sehen es herrschte eine große stille nur der wind umheulte die mauern und das flurlämpchen flackerte wie vor furcht da während caspar zur treppe schritt vernahm er eine langgezogene feine stimme ähnlich dem zirpen der sommergrille und die stimme rief stefan er blieb befremdet stehen und sah sich um da alles ruhig war glaubte er sich getäuscht zu haben glaubte es sei eine stimme draußen auf der straße gewesen aber kaum hatte er drei schritte getan so erschallte die stimme neuerdings nur unvergleichlich lauter anscheinend aus dichterer nähe stefan es war etwas unendlich ergreifendes in dem ton es klang wie wenn einer der zu ertrinken fürchtet aus dem wasser ruft unverkennbar war es eine männliche stimme die nun zum dritten mal wie von schluchzen erstickt ausrief stefan kein zweifel der ruf galt ihm ihm kaspar er streckte die arme aus und fragte wo wo bist du wo bist du da sah er oben über der tür körperlos schwebend ein fahl leuchtendes gesicht es war das gesicht stanhopes mit aufgerissenen augen und aufgerissenem mund wie in äußerstem schrecken verzerrt häßlich schier unkenntlich häßlich caspar verharrte angewurzelt an seinem platz seine glieder ja seine augen waren wie versteinert als er zum zweiten mal hinblickte war das anlitz verschwunden auch die stimme ließ sich nicht mehr vernehmen flur und stiege erleuchtet alle türen zu kein mensch zu sehen kein laut zu hören eine stimme ruft es wird eine reise beschlossen eines nachmittags im dezember sahen erstaunte nachbarn den lehrer quandt wie besessen aus seinem haus und gegen die neustadt stürmen wo die wohnung des polizeileutnants lag er trat ins zimmer des leutnants und ohne sich zeit zu gönnen seinen hut vom kopf zu nehmen griff er in die rocktasche und hielt hickel wortlos ein dünnes druckheft entgegen es war die vor kurzem erschienene caspar hauser broschüre feuerbachs quandt hatte das büchlein erst heute in die hände bekommen und es in einem zug durchgelesen hickel nahm das heft besah es rundum und sagte gelassen na und was soll's meinen sie daß das eine neuigkeit für mich ist sie echauffieren sich doch nicht etwa der alte schreibt weil das ein geschäft ist eher können sie einer henne das eierlegen abgewöhnen als einem geborenen federfuchser das schreiben quandt atmete tief auf schreiben schön ich lasse ja vieles gelten antwortete er aber das geht denn doch zu weit erlauben sie er packte das heft schlug das titelblatt auf und las vor caspar hauser oder beispiel eines verbrechens am seelenleben des menschen das klingt ja nach etwas sagte er bitter es streut den leuten von vornherein sand in die augen aber das ganze ist ein roman und nicht einmal einer von der besten sorte er blätterte und deutete mit dem finger auf eine stelle die er gleichfalls höhnisch betont vorlas caspar hauser das rare exemplar der gattung mensch lieber herr polizeileutnant da bin ich mit meiner weisheit zu ende das kommt mir so vor als ob man den notorisch schlechtesten meiner schüler vor versammeltem volk als einen großen gelehrten erklärte rares exemplar in dem punkt weiß ich besser bescheid halten zu gnaden exzellenz da könnte ich einem verehrlichen publico ganz anders die augen öffnen rares exemplar gewiß aber man muß nur auch das alphabet von vorne und nicht von hinten lesen das ist also der große kriminalist der bestaunte alleswisser so sieht der ruhm aus wenn man ihn aus der nähe betrachtet und nun erst das ganze dynastische hintertreppenmärchen es wäre ja zum lachen wenn es nicht so traurig wäre herrgott ist das eine zeit ist das eine welt der polizeileutnant hörte mit kaum merklichem lächeln den ausbruch des lehrers an als quandt zu ende war sagte er gleichmütig was wollen sie als getreue diener sind wir nun einmal dazu verurteilt die dummen streiche unserer herrschaft mit anzusehen übrigens kann ich sie in einer hinsicht beruhigen der präsident hat selber keine rechte freude an dem büchlein er klagt über gedächtnisfehler die ihm dabei passiert sind und daß es ihn mehr mühe gekostet hat die geschichte zu papier zu bringen denn ein ganzes corpus juris und jetzt muß er's erleben daß man ihm draußen im reich hart zusetzt es geht die rede daß die bundeskommission zu frankfurt die schrift konfiszieren wird recht so rief quandt auch die fürsten sollten etwas dagegen unternehmen das lassen sie nur die sache der fürsten sein versetzte hickel dessen gesicht plötzlich böse und sorgenvoll wurde potz kreuz lieber quandt sie ereifern sich ja da als ob's ihnen an den kragen ginge ich möchte nur gar zu gern wissen ob sie auch so viel mut zeigen würden wenn die exzellenz da hier im zimmer wäre quandt schaute sich mißtrauisch um dann zuckte er die achseln und erwiderte sie belieben zu scherzen herr polizeileutnant schlimm genug daß man mit seiner wahren meinung hinterm berg halten muß wir haben alle vergessen wie ein mann den kopf tragen soll kuschen das haben wir gelernt das verstehen wir von grund aus aber ich will nicht mehr kuschen unterbrach ihn hickel unwirsch lassen wir das es schmeckt nach dem agogentum sagen sie mir lieber hat der hauser kenntnis von der broschüre nicht daß ich wüßte entgegnete quandt aber es wird nicht zu vermeiden sein daß er davon erfährt gibt es doch unverständige genug die sich ein vergnügen daraus machen werden haben sie herr polizeileutnant nicht auch von der schrift eines gewissen garnier gehört bei der nennung dieses namens zuckte hickel zusammen und sah den lehrer finster an es dauerte eine ganze weile bevor er sich zu einer antwort entschloss garnier ja das ist ein landesflüchtiges subjekt in seinem pamphlet bringt er dieselben sinnlosen dinge vor wie der staatsrat bloß noch verbrämt mit dem windigsten hofklatsch das machwerk ist nicht der rede wert wie soll ich mich aber verhalten wenn der hauser irgendwie in den besitz eines dieser produkte kommt fragte quandt hickel spazierte mit seinen langen schritten herum und nagte mit den zähnen nervös an der unterlippe treffen sie vorsorge erwiderte er kalt lassen sie ihn nicht aus den augen mich kümmert das übrigens gar nicht ist mir völlig egal man wird den jungen mann schon karwanzen seufzte herr polizeileutnant sagte er bedrückt ich kann ihn nicht schildern wie mir ist meine halbe seligkeit gäbe ich drum wenn es mir vergönnt wäre den menschen zu einem offenen geständnis zu bringen man wird's ihnen billiger machen versetzte hickel düster wissen sie denn das neueste fuhr quandt fort der präsident will den hauser als schreiber beim appellgericht beschäftigen morgen soll er schon anfangen und was wird der graf dazu sagen man hat es ihm schreiben wollen weiß aber nicht wo er sich aufhält es ist seit vier wochen nur ein einziger brief von ihm gekommen und den hat der hauser nicht einmal angesehen meines erachtens muß er sich über die maßregel freuen für ein metier im engeren sinn ist der hauser doch nicht zu brauchen er hat leider den verkehr mit den gebildeten und höheren ständen zu lange genossen als daß es ihn nicht rebellisch machen müßte wenn er ihn plötzlich mit der umgebung in einer werkstätte vertauschen müßte andererseits ist er auch zu einem beruf ungeeignet der eine tiefere ausbildung erfordert denn zu einem ernsthaften studium fehlt ihm sinn und ausdauer der staatsrat hat demnach die beste lösung getroffen die auch mich von einem teil meiner verantwortung entlastet bei der schreiberei kann sich der hauser nicht nur zu einem beamten des niederen dienstes sondern bei einigem fleiß sogar für eine stelle beim registratur oder rechnungswesen ausbilden hickel hörte der weitläufigen auseinandersetzung kaum zu sie gingen nun zusammen fort vor der hofapotheke verabschiedete sich hickel um sich wie er sagte ein pülverchen gegen schlaflosigkeit verschreiben zu lassen auf dem nachhauseweg wurde quandt vom hofrat hoffmann sehr freundlich gegrüßt eine tatsache die hinreichend war seine mürrische stimmung ungemein aufzuheitern beim mittagessen es gab kalbsbrust und ochsenmaulsalat wurde er sogar lustig und trieb allerlei scherze mit seiner gattin aber wie es bei seriösen naturen der fall zu sein pflegt geriet seine aufgeräumtheit ziemlich ins plumpe unter anderem nahm er das messer und fuchtelte der lehrerin lachend damit vor der nase herum da er blaßte caspar stand auf und sagte um gottes willen herr lehrer legen sie doch das messer weg ich kann's nicht sehen quandt gleich wieder verdrießlich brummte na hören sie mal hauser ein solches betragen schmeckt stark nach affektation sie sind ein schöner tappel sagte die lehrerin ein mann muss mutig sein was wollen sie denn tun wenn's mal krieg gibt da heißt es mit anstand sterben sterben nein da sag ich dank sterben mag ich nicht erwiderte caspar hastig und doch haben sie sich damals vor den polizeileutnant in einer höchst widerwärtigen weise über denselben punkt geäußert ließ sich quandt vernehmen nein so feig fuhr die lehrerin fort mit dem kadetten hugen poet von den dragonern haben sie sich letzten sommer ja auch einmal so feig benommen was ist denn das für eine geschichte erkundigte sich quandt davon weiß ich gar nichts er war doch mit dem kadetten oft beisammen der hat dem hauser immerzu vorgeschwärmt er soll soldat werden in ein paar jahren bricht er es leicht zum offizier wär ja nicht so übel die kadetten haben es gut und kommen schnell vorwärts unser hauser war auch begeistert von der idee aber auf einmal war die freundschaft aus ei und aus welchem grund das war so an einem abend im september ist er mit den kadetten am retzertufer spazieren gegangen und sie sind zu einer stelle gekommen wo viele knaben und burschen sich gebadet haben denn es war furchtbar warm an dem tag der kadett sagt das wollen wir auch machen zieht sich aus und will den hauser überreden gleichfalls zu baden der war aber zu tod erschrocken von dem vorschlag und sagt ins wasser geht er nicht das hören die andern steigen heraus stellen sich um ihn herum verspotten ihn und wollen ihn mit gewalt ins wasser bringen da reißt er sich los ehe man sich's versieht ist er in seiner höllenangst über die felder davongelaufen und die nackigten kerle höhnen hinter ihm her dem kadetten war's zu bunt und er sieht ihn nicht mehr an seitdem ist's wahr hauser oder nicht caspar nickte der lehrer schüttelte sich vor lachen ein paar tage später kamen frau von imhoff und das fräulein von stichaner um caspar zu besuchen die lehrerin stolz auf die vornehmen gäste wich nicht vom fleck der unterhaltung zuliebe und weil ihr nichts gescheiteres einfiel erzählte sie im beisein caspars abermals die geschichte mit dem kadetten und dem verweigerten bad doch hatte sie nicht denselben erfolg wie vor ihrem ehegemahl die beiden damen hörten schweigend zu solche feigheit ist eigentlich nicht schön bemerkte das fräulein von stichaner dann auf der straße gegen frau von imhoff man kann es nicht gut feigheit nennen antwortete diese er liebt das leben zu sehr das ist es er liebt das leben wie ein toller wie ein tier liebt er es wie ein geizhals sein gold er hat mir selbst gestanden daß er jedesmal vor dem einschlafen angst hat sein schlaf könne sich ihm unbewußt in tod verwandeln und er betet gott möge ihn doch ganz gewiß am andern morgen wieder aufwachen lassen nein es ist nicht feigheit es ist vielleicht die ahnung einer großen gefahr auch der trieb viel versäumtes nachzuholen man muß ihn nur manchmal sehen wie er sich freuen kann und über das allergeringste woran jeder andere stumpf vorübergeht seine freude hat etwas großartiges etwas erdentrücktes so wie seine furcht und seine traurigkeit etwas schauerliches haben zu hause wurde frau von imhoff durch einen brief ihrer freundin der frau von kannerwurf überrascht doppelt angenehm überrascht da frau von kannerwurf sie weilte gegenwärtig in wien schrieb sie wolle im märz nach ansbach kommen in dem brief war überdies viel von kaspar die rede ich habe in den letzten tagen die feuerbachsche schrift gelesen hieß es unter anderem und muß dir gestehen daß mich noch niemals ein buch dermaßen im innersten aufgewühlt hat ich kann seitdem nichts anderes denken und es flieht mich der schlaf weiß kaspar hauser selbst von dieser schrift und wie stellt er sich dazu was äußert er darüber frau von imhoff versäumte es über den punkt bescheid zu geben es fiel ja auch schwer kaspar zu befragen hat er das buch nicht gelesen so ist es peinlich und sonderbar ihn darüber in unwissenheit zu sehen dachte sie noch peinlicher und sonderbarer wenn er es gelesen hat peinlich und sonderbar sein aufenthalt hier sein kopistenamt auf dem gericht sein ganzes treiben und wie ist es möglich eine aussprache herbeizuführen jedes offene wort kann unheilvoll werden trotzdem unternahm es frau von imhoff kaspar vorsichtig auszuholen ob er überhaupt von der sache wisse oder davon reden gehört und er wußte davon nicht im entferntesten aber hegte er den wunsch sich klarheit zu verschaffen erstens aus furcht die furcht ließ ihn vor jedem schritt zurückbeben der auf eine veränderung seiner lage zielte seine gedanken von der krampfhaft umklammerten gegenwart ablenken konnte und dann weil er wahrscheinlich annahm es handle sich bei der schrift des präsidenten auch nur um das bodenlose gerede das er in und auswendig wußte und von dem ihm wie er zu sagen pflegte bloß kopf und herzweh und ein dummes nachschauen blieb er hatte dergleichen oft genug erfahren und aus lauter überdrust daran war er am ende so unneugierig geworden da seine einzige andeutung während eines gesprächs etwa hinreichte um seinem gesicht den ausdruck schalster langeweile zu geben wie er schließlich doch dazu gelangte das für ihn und um seinetwillen geschaffene werk kennenzulernen das hatte eine eigentümliche bewandtnis es war an einem unfreundlichen vormittag im märz da verbreitete sich plötzlich im appellgerichtsgebäude und bald darauf in der ganzen stadt die nachricht der präsident sei im großen gerichtssaal während einer verhandlung die er leitete ohnmächtig vom stuhl gestürzt alle beamten liefen sofort aus ihren zimmern und standen alsbald auf den treppen und korridoren auch caspar hatte seinen arbeitstisch verlassen und gesellte sich zu den übrigen er schlich aber absichtlich wieder davon um nicht zeuge sein zu müssen wie man den präsidenten von oben herunter trug als er sich in das zimmer zurückbegab in welchem er an allen vormittagen von acht bis zwölf uhr schrieb und zwar nur in gesellschaft eines alten kanzlisten eines gewissen dillmann war dieser seinen amtsgefährte noch nicht wieder da caspar sehr traurig und erschrocken stellte sich zum fenster und malte schmerzlich versonnen wie er war mit dem finger den namen feuerbach in die beschweißte scheibe indes trat dillmann ein und ging händeringend auf seinen platz zu bis auf diesen tag hatte der alte kanzlist und caspar befand sich nun über neun wochen auf dem amt noch nicht ein dutzend überflüssiger worte mit dem neuen kollegen gewechselt er hatte sich im mindesten nicht um ihn gekümmert und eine grämliche gleichgültigkeit gegen ihn zur schau getragen im verlauf der dreißig jahre während welcher er akten erlässe verordnungen und urteile kopierte hatte er es zu einer besonderen geschicklichkeit im schlafen gebracht und es war komisch zu sehen wenn er den federkiel aufs papier gespießt leise schnarchend seine siesta hielt und sogleich die hand schreibend weiter bewegte wenn sich draußen der schritt eines vorgesetzten vernehmen ließ da er die gangart jedes einzelnen herrn genau studiert und sozusagen im kopf hatte umso verwunderter war caspar als dillmann auf ihn zuschritt und mit zitternder stimme sagte der unvergleichliche mann wenn ihm nur nichts zustößt wenn ihm nur nichts menschliches passiert caspar drehte sich um entgegnete aber nichts na hauser und für sie wäre es gar ein unersetzlicher verlust fuhr der alte seltsam keifend und zänkisch fort wo gibt's denn in dieser lummerigen welt einen menschen der sich so für einen anderen menschen einsetzt sollte mich nicht erstaunen wenn das ein schlimmes ende nehme ja es wird ein schlimmes ende nehmen ein schlimmes ende caspar hörte schweigend zu seine augen blinzelten so ein mann rief dillmann aus ich hab seit ich hier sitze schon sieben präsidenten und zweiundzwanzig regierungsräte zum grab geleitet hauser aber so einer war nicht dabei ein titan hauser ein titan die sterne könnte er vom himmel reißen um der gerichtigkeit willen man muss sie nur betrachten haben sie ihn mal genau betrachtet der buckel über der nase das deutet wie man sagt auf eine genialische konzeption diese jupiter stirn und das buch hauser das er für sie geschrieben hat das ist ein buch ein wahrer scheiterhaufen ist's die zähne muss man zusammen beißen und die fäuste ballen wenn man's liest caspar machte ein mürrisches gesicht ich hab's nicht gelesen sagte er kurz dem alten kanzlisten gab es einen ruck er riß den mund auf und schnappte nicht gelesen stotterte er sie nicht gelesen ja wie ist denn das möglich da soll mich doch gleich der teufel holen eilig trippelte er zu seinem tisch schob eine lade auf suchte herum und brachte das büchlein zum vorschein erreichte es caspar hin stieß es ihm förmlich in die hand und knurrte lesen lesen sapper lot lesen caspar machte es beinahe wie hickel dem lehrer quandt gegenüber er drehte das buch um und um und zeigte eine unschlüssige miene dann erst schlug er es auf und las sichtlich erbleichend den titel immerhin genügte auch dies noch nicht um ihn neugierig oder ungeduldig werden zu lassen er steckte das buch in die tasche und sagte trocken zu haus will ich's lesen schlag zwölf uhr verließ er wie gewöhnlich das amt setzte sich zu hause als ob nichts geschehen wäre zu tisch und hörte still den gesprächen zu die sich ausschließlich um das dem präsidenten widerfahrene unglück drehten am letzten sonntag vor dem kirchgang plauderte die lehrerin da habe ich den staatsrat gesehen gerade wie ihm vier toten weiber begegnet sind der staatsrat ist ganz erschrocken gewesen ist stehen geblieben und hat ihn nachgeschaut ich hab mir gleich gedacht das kann nichts gutes bedeuten wenn ihr frauenzimmer nur nicht alleweil euch anmaßen wolltet dem herrgott in die karten zu gaffen versetzte quandt unwirsch da predigt man und predigt das liebe lange jahr glaubt wunders wie auf den höhen der aufklärung zu wandeln und schließlich spuckt einem die eigene sippschaft am kräftigsten in die suppe caspar belachte diese worte was ihm von der lehrerin einen giftigen blick eintrug er begab sich dann in sein zimmer um zwei uhr sollte er zum unterricht kommen erst von vier uhr an brauchte er im amt zu sein als zehn minuten über die zeit vergangen waren trat quandt in den hausflur und rief es erfolgte keine antwort er ging hinauf und überzeugte sich daß caspar nicht da war sein unwillen verwandelte sich in schrecken als er bei seiner spionierenden umschau die feuerbachsche schrift auf caspars tisch liegen sah also doch murmelte er bitter er nahm das buch an sich suchte unten seine frau und sagte mit tonloser stimme jette ich habe da eine furchtbare entdeckung gemacht der hauser hat die schrift des staatsrats auf seinem zimmer gehabt o die gewissenlosen menschen wer doch das wieder eingefädelt hat die lehrerin zeigte wenig verständnis für den vorfall lass ihn gehen oder sag's ihm doch oder gib's ihm nur ordentlich war meist alles was sie zu entgegnen wußte wenn quandt ungehalten über caspar war wann ist denn der hauser fort erkundigte sich quandt bei der magd diese wußte von nichts da trat caspar selber ins zimmer und entschuldigte sich höflich wo waren sie denn forschte der lehrer ich bin zu feuerbachs gegangen und wollte fragen wie es dem staatsrat geht quandt schluckte seinen verdruss hinunter und begnügte sich caspars fortgehen als eigenmächtigkeit zu tadeln als er mit dem jüngling allein war wandelte er eine weile ratlos auf und ab endlich begann er ich war vorhin auf ihrer kammer hauser ich habe bei dieser gelegenheit einen fund gemacht der mich gelinde ausgedrückt sehr mit bedenken erfüllt ich will mich nun über die schrift des herrn staatsrats nicht weiter auslassen obwohl alle vernünftigen menschen darüber einer meinung sind ich halte mich nicht für befugt ihnen gegenüber einen so verdienstvollen mann herunterzusetzen auch will ich nicht weiter untersuchen wer ihnen das buch in die hand gespielt hat da ich mich dabei doch nur der gefahr aussetzen würde von ihnen angelogen zu werden aber mein bedenken hat es erregt dass sie sogar bei einem solchen anlass heimlich verfahren zu müssen glauben warum kommen sie nicht wie sich's gehört zu mir und sprechen sich aus denken sie denn dass ich sie des vergnügens beraubt hätte eine hübsche fabel zu lesen die ein ehemals großer und berühmter doch nun kranker und geistesmüder mann verfasst hat weiß ich denn nicht auch wie ihnen in ihrem innern zumute sein muss wenn man ein solches märchen in ihre vergangenheit hinein spinnt eine vergangenheit die ihnen wahrlich besser bekannt ist als dem armen staatsrat aber warum denn um gottes willen die ewige versteckenspielerei hab ich das um sie verdient bin ich nicht wie ein vater zu ihnen gewesen sie leben in meinem haus sie essen an meinem tisch sie genießen mein vertrauen sie nehmen teil an unserm wohl und wehe kann sie denn nichts in der welt bewegen sie heimlicher mensch einmal offen und rückhaltslos zu sein o wundersam dem lehrer standen die augen voller tränen er zog die schrift des präsidenten aus der tasche ging zum tisch und legte das büchlein mit affekt vor caspar hin caspar blickte den lehrer an als ob dieser in einer weiten entfernung stehe es war etwas stieres in seinem blick und eine vollkommene abwesenheit der gedanken auf der stirn lag es wie geisterhaftes gewölk die lippen waren geöffnet und zuckten wie böse er aussieht dachte quandt und fing an sich zu ängstigen sprechen sie doch schrie er heiser caspar schüttelte langsam den kopf man muss geduld haben sagte er wie im traum es wird sich was ereignen herr lehrer passen sie nur auf es wird sich bald was ereignen glauben sie mir unwillkürlich streckte er die hand nach dem lehrer aus quandt kehrte sich angewidert ab verschonen sie mich mit ihren redensarten sagte er kalt sie sind ein abscheulicher komödiant damit war das gespräch beendet und quandt verließ das zimmer durch den archivdirektor wurm erfuhr quandt daß caspar allerdings zu mittag im feuerbachschen haus gewesen war daß er aber nicht bloß nach dem befinden des präsidenten gefragt sondern auch mit auffallender dringlichkeit den staatsrat zu sprechen verlangt habe natürlich habe man ihn durchaus nicht will fahren können er war noch eine halbe stunde lang unbeweglich am tor stehen geblieben und bevor er sich entfernt war er um das ganze haus herumgegangen und hatte zu den fenstern hinauf geschaut wobei sein gesicht anders als je wild und verstört ausgesehen nun kam er aber den nächsten tag wieder und ebenso am dritten und vierten tag jedes mal mit demselben dringenden begehren und jedes mal wurde er abgewiesen der präsident bedürfe der ruhe wurde ihm gesagt sein zustand der anfangs zu besorgnissen grund gegeben bessere sich jedoch stetig direktor wurm erzählte endlich dem präsidenten davon feuerbach befahl daß man caspar zu ihm führen solle wenn er das nächste mal käme und bestand trotzdem abreden henriettes auf seinem willen es verging aber die ganze woche ehe sich caspar wieder sehen ließ eines nachmittags schon ziemlich spät erschien er und wurde von henriette nicht eben freundlich empfangen in das zimmer ihres vaters geleitet der präsident saß im lehnstuhl und hatte einen kleinen berg von akten vor sich aufgeschichtet er sah sehr gealtert aus weiße bartstoppeln umstanden kinn und wangen sein auge blickte ruhig hatte aber einen ängstlichen schimmer wie bei einem dem der äußerst gefürchtete tod näher gewesen ist als er denken will nun was wünschen sie von mir hauser wandte er sich an caspar der neben der tür stehen geblieben war caspar trat heran stolperte vor dem schemel fiel plötzlich auf die knie und beugte in pagenhafter demut das haupt auch seine arme sanken schlaff herunter und er verharrte mit ergebener und düsterer miene in derselben stellung feuerbach verfärbte sich er packte caspar bei den haaren und bog den kopf zurück aber die augen caspars blieben geschlossen was gibt's junger mann rief der präsident hart jetzt erhob caspar den sprechenden blick ich hab es gelesen sagte er der präsident ballte die lippen aufeinander und seine augen verschwanden unter den brauen ein langes schweigen trat ein stehen sie auf herrschte endlich der präsident caspar an dieser gehorchte feuerbach packte ihn beim handgelenk und sagte halb drohend halb beschwörend nicht mucksen hauser nicht mucksen stille halten stille sein abwarten ist vorläufig nichts weiter zu tun caspars gesicht stumm erregt wie das eines fiebernden wurde starrer es graut ihnen jawohl fuhr der präsident fort auch mir graut und dabei muß es sein bewenden haben unserem arm sind nicht alle fernen und höhen erreichbar wir haben nicht josuas schlachttrompeten und oberons horn die hochgewaltgen kolosse sind mit flegeln bewährt und dreschen so hageldicht daß zwischen schlag und schlag sich unzerknickt kein lichtstrahl zwängen kann geduld hauser und nicht mucksen nicht mucksen zu versprechen ist nichts eine hoffnung bleibt noch aber dazu brauch ich gesundheit genug für jetzt er machte eine verabschiedende geste caspar sah den alten mann zum erstenmal klar und ruhig an der feste blick wunderte den präsidenten heidertausend dachte er der bursche hat blut in sich und kein zuckerwasser schon im fortgehen begriffen drehte sich caspar noch einmal um und sagte exzellenz ich hätte eine große bitte eine bitte heraus damit es ist mir so lästig daß ich bei jedem ausgehen immer auf den invaliden warten soll er kommt oft so spät daß es sich gar nicht mehr ums weggehen lohnt ins appellgericht kann ich doch alleine gehen und zu meinen bekannten auch machte feuerbach will's überlegen werd es richten als caspar das zimmer verließ huschte eine weibliche gestalt längs des korridors davon einer ertappten lauscherin gleich es war henriette die in beständiger angst um den vater nichts so sehr fürchtete wie die gefahr die aus dessen leidenschaftlichem anteil an dem schicksal caspars drohte es mag dafür ein briefzeugnis geben den sie an ihren in der pfalz wohnenden bruder anselm schrieb und der die unheilschwere luft die in der umgebung des präsidenten lastete mit jeder zeile spüren ließ der zustand unseres vaters so begann das schreiben hat sich gott sei dank zum bessern gewandt er vermag schon auf einen stock gestützt durchs zimmer zu gehen und hat auch wieder freude an einem guten braten wenngleich sein appetit nicht mehr der frühere ist und der hin und wieder über magenschmerzen klagt was aber seine stimmung im allgemeinen anbelangt so ist sie schlechter denn je und zwar hängt dies vornehmlich mit der unglückseligen caspar hauser schrift zusammen du weißt welch riesiges aufsehen die broschüre im ganzen land hervorgerufen hat tausende von stimmen haben sich dafür und da wieder erhoben aber es scheint dass das da wieder allmählich die oberhand behalten hat die gelesensten zeitungen brachten artikel die einander auffallend ähnlich waren und worin das werk als produkt eines überspannten kopfes höhnisch abgetan wurde nachdem zwei auflagen in rascher folge verkauft waren weigerte der verleger plötzlich unter allerlei ausflüchten den druck und als man sich an zwei andere wandte kam ebenfalls absagen daß dahinter die tückischsten umtriebe stecken samt und sonders aus ein und derselben quelle kann man sich nicht verhehlen und ich möchte mir die lippen wund beißen wenn ich daran denke in was für zuständen wir zu leben gezwungen sind dass selbst ein mann wie unser vater für eine sache die so wie sie ist zum himmel schreit kein williges ohr findet von tätiger hilfe ganz zu schweigen wahrhaftig die menschen sind träge stumpfe dumme tiere sonst wäre mehr empörung in der welt nun magst du dir aber erst unseren vater vorstellen seine bittere verstimmung seinen schmerz seine verachtung und alles zurückgehalten in seiner brust zugeschlossen was mußte er fühlen da sogar aus dem nächsten freundeskreis kein zeichen des beifalls des dankes der liebe mehr zu ihm flog gewisse hochgestellte personen hielten mit ihrem ärger nicht zurück und hier in dem abscheulichen krähwinkel hatte man ohnehin wenig aufhebens von der ganzen geschichte gemacht begreiflicherweise denn christus mag rom erobern zu jerusalem ist er nur ein schäbiger rabbi ich bin in großer sorge für unseren vater ich kenne ihn genug um zu wissen daß seine jetzige äußerliche ruhe nur den inneren sturm verbirgt manchmal sitzt er stundenlang und starrt auf eine einzige stelle an der wand und wenn man ihn dann stört schaut er einen mit großen augen an und lacht lautlos und weh neulich sagte er ganz plötzlich und mit finsterer miene zu mir das recht sei wenn aus solcher ursache heraus wie in früheren zeiten der ganze mann sich stelle mit haut und haar müsse man sich opfern und dürfe sich nicht hinter einem wall bedruckten papiers verschanzen er wälzt pläne in seinem hirn die nachricht daß im badischen eine revolution ausgebrochen ist hat ihn mächtig angegriffen und in der tat scheint diese katastrophe mit der caspar hauser sache in innigem zusammenhange zu stehen er glaubt in einem verabschiedeten und irgendwo am mein lebenden minister einen der hauptanstifter der an dem findling begangenen gräuel vermuten zu dürfen und kaum will mir der satz in die feder er hat die absicht den mann aufzusuchen ihn zu einem geständnis zu zwingen der polizeileutnant hickel der unheimliche geselle dem ich nicht über den weg traue kommt nun fast täglich ins haus und hat lange konferenzen mit vater und soviel ich bis jetzt den andeutungen des vaters entnommen habe soll ihn hickel in einigen wochen auf die reise begleiten könnte ich doch das nur das verhindern er wird um dieser unseligen geschichte willen den letzten frieden seines alters hingeben und er wird nichts ausrichten nichts nichts und wäre er ein jesaias an beredsamkeit ein simson an kraft und ein makabeus an mut ach wir feuerbachs sind ein gezeichnetes geschlecht das keinsmal der ruhelosigkeit bedeckt unsere stirnen sinnlos wirtschaften wir mit unseren kräften und unseren vermögen und wenn die überbleibsel noch gerade bis zur kirchhofsmauer reichen ist es schon ein glück es ist uns nicht gegeben einen harmlosen spaziergang zu machen wir müssen immer gleich ein ziel haben wir können nicht atmen ohne eines wichtigen zweckes zu gedenken und in der erwartung des nächsten tages entgleitet uns jede holde gegenwart so ist er so bist du so bin ich so sind wir alle ich habe noch nie an einer rose gerochen ohne darüber zu trauern daß sie morgen verwelkt sein wird noch nie ein schönes bettelkind erblickt ohne über die ungleichheit der lose zu spintisieren leb wohl bruder der himmel mache meine schlimmen ahnungen unwirklich so der brief das darin zum ausdruck gebrachte misstrauen gegen den polizeileutnant wuchs schließlich dermaßen dass henriette alle möglichen anstrengungen machte um den vater mit hickel zu entzweien es fruchtete nichts aber hickel roch lunte und zeigte in seinem benehmen gegen die tochter des präsidenten als bald eine undurchdringliche süßliche liebenswürdigkeit als ihn quandt aufsuchte und sich lebhaft darüber beklagte daß der präsident sich von hauser habe beschwatzen lassen und dessen unbewachtes und unbehindertes herumlaufen in der stadt bewilligt habe sagte hickel das passe ihm nicht er werde dem staatsrat schon den kopf zurechtsetzen er ließ sich bei feuerbach melden und trug ihm seine bedenken gegen die unerwünschte maßregel vor eure exzellenz dürften nicht überlegt haben welche verantwortung sie mir damit aufbürden sagte er wenn ich keine kontrolle habe wo der mensch seine zeit hinbringt wie soll ich dann für seine sicherheit garantie bieten larifari knurrte feuerbach ich kann einen erwachsenen menschen nicht einsperren damit sie ihre nachmittagsstunden mit gemütsruhe im casino versitzen können hickel heftete einen bösen blick auf seine hände antwortete aber mit einer nicht übel gespielten treuherzigkeit ich bin mir ja eines lasters bewußt daß eure exzellenz so streng verurteilen immerhin ein plätzchen muß der mensch doch haben wo er sich wärmen kann sonderlich wenn er ein hagestolz ist wenn sie in meiner haut steckten exzellenz und ich in der ihren würde ich milder über einen geplagten beamten denken feuerbach lachte was ist ihnen denn über die leber gekrochen fragte er gutmütig haben sie liebeskummer er hielt den polizeileugnant für einen großen in diesem punkt exzellenz bin ich leider zu hartgesotten entgegnete hickel obgleich ein anlaß dafür vorhanden wäre seit einigen tagen hat unsere stadt die ehre eine ganz ausgezeichnete schönheit zu beherbergen so fragte der präsident neugierig erzählen sie mal er hatte nicht zu leugnen eine kleine naive schwäche für die frauen die dame ist bei frau von im hoff zu besuch jawohl richtig die baronin sprach davon unterbrach feuerbach sie wohnte zuerst im stern fuhr hickel fort ich ging ein paar mal vorüber und sah sie gedankenvoll am fenster weilen den blick zum himmel aufgeschlagen wie eine heilige ich blieb dann immer stehen und schaute hinauf aber kaum daß sie mich bemerkte trat sie erschrocken zurück na das lass ich mir gefallen das heißt gut beobachten neckte der präsident es ist also schon eine art einverständnis geschaffen leider nein exzellenz offen gestanden für galante abenteuer ist die zeit zu ernst das sollte ich meinen bestätigte feuerbach und das lächeln erlosch auf seinen zügen er erhob sich und sagte energisch aber sie ist auch reif die zeit ich gedenke am 28 april aufzubrechen sie nehmen vorher dispens vom amt und stellen sich mir zur verfügung verbeugte sich er schaute den präsidenten erwartungsvoll an und dieser verstand den blick ach so sagte er ich muß ihnen allerdings zugeben daß es ein untunliches hat den hauser sich selbst zu überlassen andrerseits ist es nicht billig ihm die welt vor der nase zuzuriegeln davon mag er genug haben durch einbuße an freiwilliger betätigung wird ein zum leben gewandter wille ebenso empfindlich getroffen wie durch ketten und handfesseln er konnte nicht einig mit sich werden wie immer dem polizeileutnant gegenüber fand er sich in seinen entschlüssen beengt es war ein anprall von kraft jugend kälte und gewissenlosigkeit dem er dabei unterlag aber eure exzellenz kennen doch die gefahren wandte hickel ein solange ich in dieser stadt die augen offen habe wird niemand wagen ihm ein haar zu krümmen dessen seien sie ganz gewiß hickel hob die brauen hoch und betrachtete wieder die gestreckten finger seiner hand und wenn er uns eines tages über alle berge rennt fragte er finster dem ist manches zuzutrauen ich schlage vor dass man ihn wenigstens des abends und auf spaziergängen überwachen lässt bei besorgungen in der stadt mag er im notfall allein bleiben dem alten invaliden können wir den laufpass geben und ich will stattdessen meinen burschen abrichten er soll sich täglich um fünf uhr nachmittags im lehrerhaus melden das wäre eine lösung sagte feuerbach ist der mann verlässlich treu wie gold wie heißt er schildknecht ist ein bäckerssohn aus dem badischen erledigt sei es so als hickel schon unter der tür war rief ihn der präsident noch einmal zurück und schärfte ihm wegen der bevorstehenden gemeinsamen reise unbedingtes stillschweigen ein hickel versetzte einer solchen mahnung bedürfe es nicht ich könnte die reise keinesfalls allein unternehmen sagte der präsident ich brauche die hilfe eines umsichtigen mannes die gelegenheit muß sorgfältig ausgekundschaftet werden vorsicht ist geboten vergessen sie niemals daß ich ihnen in dieser sache einen großen beweis von vertrauen gebe er schaute den polizeileutnant durchbohrend an hickel nickte mechanisch über feuerbachs stirn senkte sich plötzlich eine wolke ahnungsvoller sorge gehen sie befahl er kurz ende von es wird eine reise beschlossen aufgenommen von ramona deininger schnabel www crow wings dot com abschnitt 28 von caspar hauser oder die trägheit des herzens von jakob wassermann diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil die reise wird angetreten am selben abend suchte hickel den lehrer auf und teilte ihm mit daß der soldat schildknecht von nun an den hauser überwachen werde kaspar war nicht daheim und auf die frage nach ihm antwortete quandt er sei ins theater schon wieder ins theater rief hickel das dritte mal seit vierzehn tagen wenn ich recht zähle er hat eine große vorliebe dafür gefasst erwiderte quandt beinahe sein ganzes taschengeld verwendet er dazu um bilette zu kaufen mit dem taschengeld wird es nebenbei bemerkt nächstens hapern sagte der polizeileutnant der graf hat mir diesmal nur die hälfte des vereinbarten monatswechsels geschickt offenbar wird ihm die sache zu kostspielig stanhope hatte von anfang an die für caspar zu verwendenden gelder an hickel gesandt kostspielig dem lord einem pair der krone großbritanniens diese lapalie kostspielig quandt riß vor erstaunen die augen auf das erzählen sie nur keinem andern sonst denkt man sie machen sich lustig über den grafen sagte die lehrerin neugierig prüfend schaute sie den polizeileutnant an dieser aalglatte und geschniegelte mann war ihr stets merkwürdig und reizvoll erschienen er brachte das bisschen fantasie das sie hatte in bewegung kann nicht helfen schloss hickel unwirsch das gespräch es ist so der postzettel liegt bei mir zur einsicht vor der graf wird schon wissen was er tut als caspar nach hause kam fragte ihn quandt wie er sich unterhalten habe gar nicht es war so viel von liebe in dem stück antwortete er ärgerlich ich kann das zeug nun einmal nicht ausstehen da schwätzen sie und jammern dass einem ganz dumm wird und was ist das ende es wird geheiratet da will ich lieber mein geld einem bettler schenken vorhin war der herr polizeileutnant hier und hat uns eröffnet daß der graf ihre bezüge erheblich gemindert hat sagte quandt sie werden also alle ausgaben überhaupt beschränken und den theaterbesuch fürchte ich ganz aufgeben müssen caspar setzte sich zum tisch aß sein abendbrot und sagte lange nichts schade ließ er sich endlich vernehmen übernächste woche ist der don carlos von schiller das soll ein herrliches stück sein das möchte ich noch sehen wer hat ihnen denn mitgeteilt daß es ein herrliches stück ist fragte quandt mit der nachsichtig überlegenen miene des fachmannes ich habe frau von imhoff und frau von cannawurf im theater getroffen erklärte caspar beide haben es gesagt die lehrerin hob den kopf frau von cannawurf wer ist denn das nun wieder eine freundin von der imhoff erwiderte caspar quandt besprach sich mit seiner frau noch bis mitternacht darüber wie man sich in die vom grafen getroffene veränderung zu schicken habe es wurde vereinbart daß caspar von jetzt ab den mittagstisch für zehn und den abendtisch für acht kreuzer haben solle wenn das so ist wie der polizeileutnant sagt muss ich in jedem fall draufzahlen meinte die lehrerin wir dürfen nicht vergessen daß der hauser im essen und trinken wirklich beispiellos mäßig ist versetzte quandt dessen redlichkeit sich gegen eine unrechtmäßige beschränkung sträubte macht nichts beharrte die frau ich muß doch immer um so viel mehr in der küche haben daß ein hungriger satt wird das krieg ich nicht geschenkt am andern nachmittag brachte hickel das monatsgeld er und quandt traten gerade in den flur als caspar zum ausgehen fertig aus seinem zimmer herunter kam vom lehrer gefragt wohin er gehe antwortete er verlegen er wolle zum uhrmacher seine uhr sei nicht in ordnung und er müsse sie richten lassen quandt verlangte die uhr zu sehen caspar reichte sie ihm der lehrer hielt sie ans ohr beklopfte das gehäuse probierte ob sie aufzuziehen sei und sagte schließlich der uhr fehlt ja nicht das mindeste caspar errötete und sagte nun er habe sich bloß seinen namen auf den deckel gravieren lassen wollen doch er hätte ein viel geschickterer heuchler sein müssen um seinen worten den stempel der ausflucht zu nehmen quandt und hickel sahen einander an wenn sie einen funken ehrgefühl im leib haben so gestehen sie jetzt offen wohin sie gehen wollten sagte quandt ernst caspar besann sich und erwiderte zögernd er habe die absicht gehabt in die orangerie zu gehen in die orangerie warum zu welchem zweck der blumen wegen es sind dort im frühjahr immer so schöne blumen hickel räusperte sich bedeutsam er blickte caspar scharf an und sagte ironisch ein poet unter blumen laß mich seufzen dann nahm er eine militärische mine an und erklärte bündig er habe den präsidenten bestimmt die unbedacht gewährte erlaubnis zu freiem ausgehen wieder zu kassieren täglich um fünf uhr werde sein bursche antreten und in dessen gesellschaft möge caspar tun was ihm beliebe caspar blickte still auf die gasse hinaus wo die frühlingssonne lag es scheint murmelte er stockte aber und sah ergeben vor sich hin was scheint fragte der lehrer nur heraus damit halb gesagt es verbrennt die zunge caspar richtete die augen forschend auf ihn es scheint beendete er den satz daß beim präsidenten doch recht behält wer zuletzt kommt als er der wirkung dieser bitteren worte inne ward hätte er sie gern wieder unausgesprochen gemacht der lehrer schüttelte entsetzt den kopf hickel pfiff leise durch die gespitzten lippen dann nahm er sein notizbuch das zwischen zwei knöpfen seines rockes stag und schrieb etwas auf caspar beobachtete ihn mit scheuen blicken es flackerte wie ein blitz über seine stirn natürlich werde ich den staatsrat von dieser unziemlichen bemerkung unterrichten sagte hickel in amtlichem ton als der polizeileutnant gegangen war bat caspar den lehrer er möge ihn doch ausnahmsweise heute fortlassen weil so schönes wetter sei es tut mir leid entgegnete quandt ich muß nach meiner instruktion handeln der bursche hickels erschien erst gegen halb sechs caspar begab sich mit ihm auf den weg nach dem hofgarten aber als sie hinkamen war die orangerie schon geschlossen schildknecht schlug vor am ornoldsbach entlang spazieren zu gehen caspar schüttelte den kopf er stellte sich an eines der offenen fenster des gewächshauses und blickte hinein suchen sie wen fragte schildknecht ja eine frau wollte mich hier treffen erwiderte caspar macht nichts gehen wir wieder heim sie kehrten um als sie auf den schloßplatz gelangten sah caspar frau von kannawurf die in der mitte des platzes stand und einer großen menge von spatzen brosamen hinstreute caspar blieb außerhalb der sperlingsversammlung stehen er schaute zu und vergaß ganz zu grüßen die fütterung war bald beendet frau von kannawurf setzte den hut wieder auf den sie am band über den arm gehängt hatte und sagte sie sei anderthalb stunden lang im gewächshaus gewesen ich bin kein freier mensch kann nicht halten was ich verspreche antwortete caspar sie gingen die promenade hinunter dann links gegen die vorstadt gärten schildknecht marschierte hinter dreien der rotbackige kleine mensch in der grünen uniform sah drollig aus der größte von den dreien war überhaupt caspar denn auch frau von kannawurf hatte eine kindliche gestalt nachdem sie lange zeit schweigend nebeneinander hergewandert waren sagte die junge frau ich bin eigentlich ihretwegen in diese stadt gekommen hauser die ein wenig singende stimme hatte einen fremden akzent und während sie sprach pflegte sie hie und da mit den liedern zu blinzeln wie leute tun die ermüdete augen haben ja und was wollen sie von mir versetzte caspar mehr unbeholfen als schroff das haben sie mir schon gestern im theater gesagt daß sie meinetwegen gekommen sind das ist ihnen nichts neues denken sie aber ich will nichts von ihnen haben im gegenteil es ist sehr schwer im gehen darüber zu reden setzen wir uns dort oben ins gras sie stiegen den abhang des nußbaumberges hinan und ließen sich vor einer hecke auf den rasen nieder ihnen gegenüber sank die sonne gegen die waldkuppeln der schwäbischen berge caspar schaute andächtig hin frau von kannerwurf stützte den ellbogen aufs gras und sah in die violette luft schildknecht als verstehe er daß seine gegenwart nicht erwünscht sei hatte sich weit unterhalb auf einen umgestürzten baum gesetzt ich besitze ein kleines gut in der schweiz begann frau von kannerwurf ich habe es vor zwei jahren gekauft um mir in einem freien land einen zuflucht und ruheplatz zu schaffen ich mache ihnen den vorschlag mit mir dorthin zu reisen sie können dort ganz nach ihrem wunsch leben ohne belästigung und ohne gefahr nicht einmal ich selbst werde sie stören denn ich kann nirgends bleiben es treibt mich immer woanders hin das haus liegt vollständig einsam zwischen hohen bergen im tal und an einem see nichts großartigeres läßt sich denken als der anblick des ewigen schnees wenn man dort im garten unter den apfelbäumen sitzt da es viel schwierigkeiten und viel zeit kosten würde wenn ich es durchsetzen wollte sie vor aller welt hinzubringen bin ich dafür daß sie mit mir fliehen sie brauchen nur ja zu sagen und alles ist bereit sie hatte caspar jetzt das gesicht voll zugewandt und dieser kehrte den etwas geblendeten blick von dem roten sonnenball weg und schaute sie an er hätte von holz sein müssen um diesem wunderschönen anlitz gegenüber unempfindlich zu bleiben und ganz von selbst und als ob er ihr gar nicht zugehört hätte fielen die verwunderten worte von seinen lippen sie sind aber sehr schön frau von kannawurf errötete es gelang ihr nicht hinter ihrem spöttischen lächeln ein schmerzliches gefühl zu verbergen ihr mund der etwas kindlich süßes hatte zuckte beständig wenn sich schwieg caspar geriet in verwirrung unter ihrem erstaunten blick und sah wieder in die sonne sie antworten mir nicht fragte frau von kannawurf leise und enttäuscht caspar schüttelte den kopf es ist unmöglich zu tun was sie von mir wollen sagte er unmöglich warum frau von kannawurf richtete sich jäh auf weil ich dort nicht hingehöre sagte caspar fest das junge weib seien an ihr gesicht hatte den ausdruck eines aufmerksamen kindes und wurde nach und nach so blaß wie der himmel über ihnen wollen sie sich denn opfern fragte sie starr weil ich dorthin muß wo ich hingehöre fuhr caspar unbeirrt fort und blickte immer noch gegen die stelle wo die sonne jetzt verschwunden war ihn zu meinem plan zu bekehren ist vergeblich dachte frau von kannawurf sogleich großer gott wie wahr wie einfach alles vor ihm liegt ja nein schön hässlich er betrachtet die dinge nur von oben und wie sein gesicht grenzenlose güte mit einer naiven und zärtlichen traurigkeit vereint man ist benommen und erstaunt wenn man ihn anschaut was aber wollen sie tun fragte sie zaudernd ich weiß es noch nicht entgegnete er wie im traum und verwolkte mit den augen eine wolke welche die gestalt eines laufenden hundes hatte also was man mir berichtet hat ist falsch er fürchtet sich ja gar nicht dachte das junge weib sie erhob sich und ging ungestüm voraus den hügel hinunter einen schildknecht vorbei der zu schlafen schien man muss ihn schützen dachte sie weiter er ist imstande und rennt in sein verderben was er tun wird weiß er nicht natürlich er ist wahrscheinlich nicht fähig einen plan zu machen aber er wird handeln er trägt eine tat mit sich herum und wird vor nichts mehr zurückschrecken es ist nicht schwer ihn zu erraten obwohl er aussieht wie das schweigen selbst sie blieb stehen und wartete auf caspar ei sie können ordentlich laufen sagte er bewundernd als er wieder an ihrer seite war die frische luft macht mich ein bisschen wild antwortete sie und holte tief atem als frau von kannawurf und caspar durch den torbogen des herida turmes gingen sahen sie plötzlich neben einem leeren schilderhäuschen den polizeileutnant und beide blieben unwillkürlich stehen denn der anblick hatte etwas erschreckendes ickel lehnte nämlich mit der schulter gegen das häuschen und sah aus wie zur bildsäule erstarrt trotz der dunkelheit konnte man wahrnehmen daß sein gesicht aschfahl war und es lag über seinen zügen eine bleierne düsterkeit hinter ihm stand sein hund eine große graue dogge das tier war genauso regungslos wie sein herr und blickte unverwandt an ihm empor caspar zog grüßend den hut ickel bemerkte es nicht frau von kannawurf sah noch einmal zurück und flüsterte fröstelnd wie furchtbar was für ein mann was mag ihn peinigen war es denkbar daß der polizeileutnant etwa durch neue spielverluste in verzweiflung gebracht sich so weit vergessen konnte daß er wenn schon durch die dunkelheit und einen mauerwinkel geschützt auf offener gasse das schauspiel eines vom krampf befallenen darbot das ist den spielern sonst nicht eigen sie überschlafen ihren unglücksrausch und geben sich kaltblütig dem tückischen zufall von neuem in die hände aber spieler pflegen skrupellos zu sein setzen sie nicht geld auf karten so setzen sie auf seelen und dabei kann es sich wohl ereignen daß ihnen der teufel eine gräßliche schuldverschreibung vorhält die sie mit ihrem blut unterzeichnen müssen als ickel am nachmittag nach hause gekommen war trat ihm vor der tür seiner wohnung ein unbekannter mann entgegen übergab ihm ein versiegeltes schreiben und verschwand wieder ohne gesprochen zu haben der erfahrene blick des polizeileutnants konnte nicht im unklaren darüber bleiben daß der mensch falsches haar und falschen bart getragen hatte der brief den ickel sogleich öffnete war schiffriert seine entzifferung kostete trotzdem der schlüssel bekannt war den rest des nachmittags der inhalt des schreibens bezog sich auf die mit dem präsidenten gemeinschaftlich anzutretende reise ickel las las und las wieder er hatte schon beim ersten male verstanden aber er las um nicht denken zu müssen punkt sieben uhr erhob er sich vom schreibtisch und ging zehn minuten lang pfeifend im zimmer auf und ab so dann öffnete er ein glasschränkchen nahm eine flasche mit whisky heraus die er vom grafen stanhope geschenkt erhalten hatte füllte ein nettes silbernes becherchen damit und trank es in einem zuge leer ihr rauf griff er zur bürste reinigte den rock danach hing er den säbel um und um halb acht verließ er mit dem hund seine wohnung schien gut gelaunt denn er pfiff und summte noch immer vor sich hin und knipste hier und da mit den fingern doch unter dem bogen des herriederturmes blieb er auf einmal stehen und sah angelegentlich zur erde nieder ein durchfahrender handwagen stieß ihn an der hüfte an deshalb ging er ein paar schritte weiter bis zum schilderhause um die ecke dort gewahrte ihn das heimkehrende paar es würde einen ungenügenden einblick in den charakter des polizeileutnants beweisen wenn man annehmen wollte daß diese sinnesverdunklung länger gedauert habe als gemeinhin eine vorübergehende blutlehre im kopf dauert um acht uhr saß er schon mit einigen kollegen beim fisch essen in der goldenen gabel und um neun uhr war er im casino sollte diese genaue stundenangabe etwas verdrießliches haben so sei hinzugefügt daß er in der zeit von neun bis vier uhr überhaupt keinen glockenschlag mehr sondern nur noch das eintönige knistern der spielkarten vernahm er gewann auf dem heimweg durch die grauende frühe passierte dann das auffällige daß er vor dem sterngasthof in der mitte der straße halt machte den säbel an das bein presste und einen langen saugenden blick gegen dasselbe fenster hinauf schickte hinter dem er einst die schöne fremde gesehen hatte am morgen schlief er lange und als der bursche mit dem rapport kam hörte er kaum zu schildknecht war verpflichtet jeden morgen bericht zu erstatten wo er den nachmittag oder abend vorher mit kaspar gewesen fast jedes mal hieß es von nun ab wir haben die frau von kannerwurf abgeholt oder die frau von kannerwurf ist uns begegnet und wir sind spazieren gegangen oder bei regenwetter wir sind im imhofschen garten in der laube gesessen dieses wir hatte aber in schildknechts mund einen sehr bescheidenen klang er sprach von kaspar stets mit achtungsvoller zurückhaltung da er die wahrnehmung machte dass sein herr die berichte über das regelmäßige beisammensein der beiden mit unruhe aufnahm wußte er in seinen ton etwas wie eine versicherung von harmlosigkeit zu legen fügte zum beispiel hinzu sie haben viel über das wetter gesprochen oder sie haben sich über gebildete sachen unterhalten solche einzelheiten erfand er denn in wirklichkeit hielt er sich jedes mal in einer taktvollen entfernung hinter den beiden igl begann dem jungen menschen zu misstrauen eines abends erwischte er ihn wie er in einem winkel der küche hockte eine kerze vor sich und mit den zeigefingern buchstabierend über die zeilen eines buches glitt als er sich gestört fand war er wie entgeistert seine roten backen hatten die farbe verloren igl nahm das buch und sein gesicht wurde finster wie die nacht als er sah dass es die feuerbachsche schrift war woher hat er das schrie er schildknecht an der bursche erwiderte er habe es auf dem bücherschrank des herrn leutnant gefunden das ist eine widerrechtliche aneignung ich werde ihn davonjagen und disziplinieren lassen wenn so etwas noch mal vorkommt merkt er sich das donnerte wahrscheinlich hätte die erstbeste seeräubergeschichte die neugier des tölpels ebenso gereizt sagte sich hickel später und erklärte sein aufbrausen für eine unbesonnenheit gleichwohl witterte er gefahr der bursche war nicht nach seinem sinn und er beschloss sich seiner zu entledigen ein anlass ergab sich bald als schildknecht tags darauf caspar abholte merkte er dass dieser verstimmt war er suchte ihn aufzuheitern indem er ein paar lustige schnurren aus dem kasernenleben vorbrachte caspar ging auf die unterhaltung ein er fragte den zutraulichen menschen nach seiner heimat nach seinen eltern und schildknecht bemühte sich auch davon möglichst gut gelaunt zu erzählen obschon es ein trauriges kapitel für ihn war er hatte eine stiefmutter gehabt der vater hatte ihn in früher jugend unter fremde leute gegeben kaum war er von hause fort so hatte ein liebhaber der frau den vater im raufhandel erschlagen jetzt saß der liebhaber samt der frau im zuchthaus und die brüder hatten das vermögen durchgebracht schildknecht wagte zu fragen weshalb caspar heute seine freundin nicht treffe sie geht ins theater antwortete caspar warum denn er nicht gehe fragte schildknecht weiter er habe kein geld kein geld wie viel braucht man denn dazu sechs groschen so viel habe ich gerade bei mir meinte schildknecht ich leise ihnen caspar nahm das an erbieten mit vergnügen an es wurde nämlich der don carlos gegeben auf den er sich schon lange gefreut hatte das stück erregte mit ausnahme des verrückten frauenzimmers das den prinzen verführen will sein entzücken und wie ward ihm als der marquis zum könig sprach sie haben umsonst den harten kampf mit der natur gerungen umsonst ein großes königliches leben zerstörenden entwürfen hingeopfert der mensch ist mehr als sie von ihm gehalten des langen schlummers bande wird er brechen und wiederfordern sein geheiligt recht er erhob sich von seinem platz starrte gierig mit funkelnden augen auf die bühne und enthielt sich nur mit mühe eines lauten ausrufs zum glück wurde die störung in der herrschenden dunkelheit nicht weiter beachtet sein nachbar ein böser alter kanzleirat zerrte ihn grob auf den sitz zurück das ausbleiben über den abend hatte zunächst ein verhör durch den lehrer zur folge er gestand im schlosstheater gewesen zu sein woher haben sie geld fragte quandt erwiderte er habe das billett geschenkt bekommen von wem gedankenlos noch ganz gefangen von der dichtung nannte caspar irgendeinen namen quandt erkundigte sich am andern tag erfuhr selbstverständlich daß ihn caspar belogen hatte und stellte ihn zur rede in die enge getrieben bekannte caspar die wahrheit und quandt machte dem polizeileutnant mitteilung um fünf uhr nachmittags ertönte im hof vor caspars fenster der wohlbekannte pfiff zwei melodische triolen mit denen sich schildknecht zu melden pflegte caspar ging hinunter es ist aus mit uns beiden sagte schildknecht zu ihm der polizeileutnant hat mich entlassen weil ich ihnen das geld geliehen hab ich muß jetzt wieder kasernendienst tun caspar nickte trübselig so geht mir's eben murmelte er sie wollen's nicht leiden wenn einer zu mir hält erreichte schildknecht die hand zum abschied hören sie mal zuhause sagte schildknecht eifrig ich will jede woche zwei oder dreimal überhaupt wenn ich frei bin da hier in den hof kommen und meinen pfiff pfeifen vielleicht brauchen sie mich mal warum nicht kann ja möglich sein es lag in den worten eine über allemaßen tiefe herzlichkeit caspar richtete den aufmerksamen blick in schildknechts freundlich lächelndes gesicht und erwiderte langsam und bedächtig es kann möglich sein das ist wahr top abgemacht rief schildknecht sie gingen durch den flur nach der straße vor dem tor stand ein amtsdiener und da er caspars ansichtig wurde sagte er er habe ihn gesucht der herr staatsrat schicke ihn her caspar solle gleich hinkommen caspar fragte was es gäbe der herr staatsrat reist um sechs uhr mit dem herrn polizeileutnant ab und will noch mit ihnen sprechen antwortete der mann caspar machte sich auf den weg ein paar hundert schritte vom lehrerhaus entfernt konnte er nicht weiter ein ziegelwagen war vor dem einfahren in ein tor mit gebrochener radachse umgestürzt und versperrte die gasse caspar wartete eine weile kehrte dann um und mußte nun durch die würzburger straße und über die felder infolgedessen kam er zu spät als er vor dem feuerbachschen garten anlangte war der präsident schon weggefahren henriette und der hofrat hoffmann standen am gartentor und nahmen caspars triftige entschuldigung schweigend auf henriette hatte verweinte augen sie blickte lange die gasse hinunter wo der wagen verschwunden war dann drehte sie sich wortlos um und schritt gegen das haus die reise wird angetreten aufgenommen von ramona deininger schnabel www crow wings dot com oder die trägheit des herzens von jakob wassermann diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil schildknecht der mai brachte viel regen wenn das wetter es irgend erlaubte wanderten caspar und frau von cannawurf ganze nachmittage lang durch die umgegend caspar vernachlässigte plötzlich sein amt auf vorhaltungen entgegnete er ich bin der dummen schreiberei überdrüssig was ihm von den maßgebenden personen höchlichst verübelt wurde der von hickel neu aufgenommene und für die dauer seiner abwesenheit streng unterwiesene bursche ward gleich zu anfang so lästig daß sich frau von cannawurf beim hofrat hoffmann darüber beschwerte weniger aus einsicht als um der schönen frau gefällig zu sein gestattete der hofrat daß caspar seine spaziergänge mit ihr allein unternehme hoffentlich entführen sie mir den hauser nicht sagte er mit seinem fiskalischen schlauen lächeln zu der sprachlosen nun aber machte wieder quandt schwierigkeiten ich bestehe auf meiner instruktion war sein eisernes sprüchlein eines morgens erschien daher frau von cannawurf in der studierstube des lehrers und stellte ihn kühn zur rede quandt konnte ihr nicht ins gesicht sehen er war vollkommen verdattert und wurde abwechselnd rot und blass ich bin ganz zu ihren diensten madame sagte er mit dem ausdruck eines menschen der sich auf der folter zu allem entschließt was man von ihm haben will frau von cannawurf schaute sich mit gelassener neugier im zimmer um wie verhalten sie sich eigentlich innerlich zu caspar fragte sie auf einmal lieben sie ihn quandt seufzte ich wollte ich könnte ihn so lieben wie seine achtungswerten freunde glauben daß er es verdient antwortete er meisterhaft verschnörkelt frau von cannawurf erhob sich wie soll ich das verstehen brach sie leidenschaftlich aus wie kann man ihn nicht lieben ihn nicht auf händen tragen ihr gesicht glühte sie trat dicht vor den erschrockenen lehrer hin und sah ihn drohend und traurig an doch sie besänftigte sich schnell und sprach nun von anderen dingen um den ihr erstaunlichen mann besser kennen zu lernen ihr war jeder mensch ein wunder und fast alles was menschen taten etwas wunderbares deshalb erreichte sie selten ein vorgesetztes ziel sie vergaß sich und überschritt die grenze die ein oberflächlicher verkehr bedingt quandt ärgerte sich nachher gründlich über seine nachgiebige haltung was mag denn da wieder dahinter stecken grübelte er so oft die kleinen briefchen von frau von cannawurf an caspar kamen öffnete er und las sie ehe er sie dem jüngling gab er brachte nichts heraus der inhalt war zu unverfänglich wahrscheinlich verständigen sie sich in irgendeiner geheimsprache dachte quandt und stellte gewisse wiederkehrende phrasen zusammen in der hoffnung damit den schlüssel zu finden caspar wehrte sich gegen diese eingriffe worauf quandt ihm mit ungewöhnlicher beredsamkeit das recht der erzieher auf die korrespondenz ihrer pfleglinge bewies schließlich bat caspar seine freundin ihm nicht mehr zu schreiben so unverfänglich wie die briefe hätte der lehrer auch wenn er unsichtbar die beiden hätte belauschen können ihre gespräche gefunden es kam vor daß sie stundenlang ohne zu reden nebeneinander her gingen ist es nicht schön im wald fragte dann die junge frau mit dem innigsten klang ihrer süßen stimme und einem kleinen vogelhaft zwitscherndem lachen oder sie pflückte eine blume vom wiesen rein und fragte ist das nicht schön es ist schön antwortete caspar so trocken so ernsthaft dass es schön ist weiß ich noch nicht gar lange bemerkte caspar tief das schöne kommt zuletzt ihn machte der frühling diesmal glücklich mit jedem atemzug fühlte er sich eigentümlich bevorzugt behaftig dass es schön war hatte er bis jetzt noch nie bedacht die seiende welt schlang sich wie ein kranz um ihn solange die sonne am blauen himmel stand leuchteten seine augen in verwundertem glück er ist wie ein kind das man nach langer krankheit zum erstenmal in den garten führt sagte sich frau von kannerwurf ihr gütiges herz klopfte höher bei dem gedanken daß sie vielleicht nicht ohne einfluß auf diese stimmung war bisweilen wand sie junges waldlaub um seinen hut und dann sah er stolz aus aber er war doch immer in sich gekehrt und immer so verhalten als ringe er mit einem großen entschluss eines tages kamen sie überein daß er sie einfach klarer und sie ihn caspar nennen solle sie amüsierte sich über die geschäftsmäßige gesetztheit mit der er seinerseits diesen vertrag einhielt er belustigte sie überhaupt oft besonders wenn er ihr kleine moralpredigten hielt oder etwas was er frauenzimmerlich nannte geärgert tadelte er ermahnte sie auch nicht gar so viel herumzulaufen und ihre gesundheit zu schonen nun sah es ja manchmal wirklich aus als habe sie die absicht sich zu ermüden und zu erschöpfen eine ihrer leidenschaften bestand darin auf türme zu steigen auf dem turm der johanniskirche wohnte ein alter glöckner ein weiser mann in seiner art durch lange einsamkeit beschaulich und sanft geworden sie scheute nicht die anstrengung der vielen hundert stufen und lief oft zweimal täglich zu dem alten hinauf plauderte mit ihm wie mit einem freund oder lehnte über die eiserne brüstung der schmalen galerie und schaute über das land in die fernen der glöckner hatte sie auch so ins herz geschlossen daß er zu gewissen abendstunden nach der richtung des imhof schlösschens verabredete zeichen mit seiner laterne gab jeden tag machte sie neue reisepläne denn sie gefiel sich nicht in der kleinen stadt caspar fragte warum sie denn sofort dränge aber darüber wußte sie im grund keinen aufschluß zu geben ich darf nicht wurzeln sagte sie ich werde unglücklich wenn ich zufrieden bin ich muß immer auf entdeckungsfahrten gehen ich muß menschen suchen sie blickte caspar zärtlich an indes ihr kleiner mund unaufhörlich zuckte einmal und das war das einzige mal überhaupt daß davon gesprochen wurde erwähnte sie der feuerbachschen schrift caspar griff nach ihrer hand die er mit sonderbarer kraft so stark presste als wolle er damit das wort zerquetschen das er vernommen frau von cannawurf stieß einen leisen schrei aus es war schon abend sie gingen noch bis zu der straßenkreuzung an der sie sich gewöhnlich voneinander trennten da sagte frau von cannawurf rasch und eindringlich indem sie sich nahe zu ihm stellte und auf seine stirn starrte also wollen sie es auf sich nehmen was entgegnete er mit sichtlichem unbehagen alles ja alles sagte er dumpf aber ich weiß nicht ich bin ja ganz allein natürlich allein aber etwas anderes wünschen sie doch gar nicht allein wie im kerker das ist es eben nur nicht mehr drunten sondern droben sie konnte nicht weiterreden er legte die eine hand auf ihren mund und die andere auf den seinen dabei glänzten seine augen beinahe voll hass plötzlich dachte er mit einer art freudiger bestürzung ob meine mutter so ähnlich ist wie diese da er hatte ein durstiges und brennendes gefühl auf den lippen und es war zugleich etwas in ihm wovor ihn widerte ich gehe jetzt heim stieß er mit wunderlichem unwillen hervor und entfernte sich voll eile frau von cannawurf sah ihm nach und als die dunkelheit schon längst seine gestalt verschlungen hatte heftete sie noch die großen kinderaugen in die richtung seines weges es war ihr furchtbar bang ums herz er ist sicher der mutigste aller menschen dachte sie er ahnt nicht einmal wieviel mut er besitzt was bewegt mich doch so sehr wenn ich mit ihm rede oder schweige warum ängstigt's mich so wenn ich ihn sich selbst überlassen weiß sie ging heimwärts und brauchte zu einem weg von wenig mehr als tausend schritten über eine halbe stunde im westen leuchteten blitze wie feurige adern kaspar hatte sich frühzeitig zu bett begeben es mochte ungefähr vier uhr morgens sein da wurde er durch einen lauten ruf aufgeweckt es war auf der straße außerhalb des hofs und die stimme rief quant quant kaspar noch im halbschlaf glaubte die stimme hickels zu erkennen es wurde irgendwo ein fenster geöffnet der von der straße sagte etwas was kaspar nicht verstehen konnte bald hernach ging eine tür im haus es blieb dann eine weile ruhig kaspar legte sich auf die seite um weiter zu schlafen da pochte es an seine zimmertür was gibt's fragte kaspar machen sie auf hauser antwortete quant's stimme kaspar sprang aus dem bett und schob den riegel zurück quant vollständig angekleidet trat auf die schwelle sein gesicht sah im morgengrauen grünlich fahl aus der präsident ist tot sagte er in einem schwindelnden gefühl setzte sich kaspar auf den bettrand ich bin im begriff hinzugehen wenn sie sich anschließen wollen machen sie rasch fuhr quant murmelnd fort kaspar schlüpfte in die kleider er war wie betrunken zehn minuten darauf schritt er neben quant auf dem weg zur heiligen kreuzgasse im garten vor dem feuerbachschen haus standen leute die halb verschlafen halb bestürzt aussahen ein bäckerjunge saß auf der treppe und heulte in seine weiße schürze hinein glauben sie daß man nach oben darf fragte quant den schreiber dillmann der mit ingrimmigem gesicht und tief in die stirn gedrücktem hut auf und ab ging die leiche ist ja noch gar nicht in der stadt sagte ein alter artilleriehauptmann an dessen schnurrbart kleine regentropfen hingen das weiß ich entgegnete quant und er folgte etwas beklommen kaspar der ins haus eingetreten war im unteren stock standen alle türen offen in der küche saßen zwei mägde vor einem haufen holz das zu scheiten geschlagen war sie schienen angstvoll zu horchen kaspar und quant vernahmen eine durchdringende stimme die sich näherte sie sahen alsbald eine weibliche gestalt mit hochgehobenen armen durch eines der zimmer laufen sie schrie vor sich hin wie rasend die unglückliche sagte quant verstört es war henriette ihr geschrei dauerte ununterbrochen fort bis einige damen erschienen darunter frau von sticherner quant begab sich mit kaspar an die schwelle des staatsgemachs die frauen bemühten sich um henriette sie aber stieß jede mit den fäusten von sich ich hab's gewusst schrie sie ich hab's gewusst sie haben ihn mir vergiftet haben ihn vergiftet ihre augen waren blutunterlaufen und ihr blick war rot sie stürmte in ein anderes zimmer das lose nachtgewand flatterte hinter ihr und immer gellender schallte ihr geschrei sie haben ihn vergiftet 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 kaspar hatte keinen andern ruhepunkt für sein auge als das napoleonbild dem er gegenüberstand es kam ihm vor als müsse der gemalte kaiser schon müde sein von der unablässigen majestätischen drehung die sein hals machte lassen sie uns gehen hauser sagte quandt es ist zuviel des jammers im flur stand der regierungspräsident mieck im gespräch mit hickel der polizeileutnant berichtete alle einzelheiten der katastrophe in ochsenfurt am main habe seine exzellenz über unwohlsein geklagt und sei zu bett gegangen in der nacht habe er gefiebert der gerufene arzt habe ihn zur ader gelassen und habe behauptet die krankheit sei bedeutungslos am morgen darauf sei plötzlich das ende eingetreten und welcher ursache schrieb der arzt seinen tod zu erkundigte sich her von mieck und verbeugte sich gleichzeitig da frau von imhoff und frau von cannavor von seine seite traten frau von imhoff weinte hickel zuckte die achseln er glaubte an herzschwäche erwiderte er ungeachtet des frühen morgens war schon die ganze stadt auf den beinen über dem dach des appellgerichts wehten zwei schwarze fahnen kaspar blieb den tag über in seinem zimmer niemand störte ihn er lag auf dem sofa die hände unterm kopf und starrte in die luft spät nachmittags bekam er hunger und ging in die wohnstube quandt war nicht da die lehrerin sagte um vier uhr ist die leiche angekommen sie sollten eigentlich hingehen hauser und ihn noch mal sehen bevor er begraben wird kaspar würgte an einem stück brot und nickte sehen sie wie recht ich damals hatte mit den toten weibern fuhr die lehrerin geschwätzig fort aber die männer denken immer alles geht so wie sie's ausrechnen der flur des feuerbachschen hauses war angefüllt von menschen kaspar drückte sich in einen winkel und stand eine weile unbeachtet er zitterte an allen gliedern der eigentümliche geruch der im hause herrschte benahm ihm die sinne da spürte er sich bei der hand gepackt aufschauend erkannte er frau von imhoff sie gab ihm ein zeichen ihr zu folgen sie führte ihn in ein großes zimmer in dessen mitte der tote aufgebahrt war drei söhne feuerbachs saßen zu häupten des vaters henriette lag regungslos über die leiche hingeworfen am fenster standen der hofrat hoffmann und der archivdirektor wurm sonst war niemand im zimmer das gesicht des toten war gelb wie eine zitrone um die winkel des scharfen verbissenen mundes hatten sich große muskelknoten gebildet das schiefergraue kopfhaar glich einem kurzgeschorenen tierfell es war nichts mehr von der größe in diesen zügen nur zähneknirschender schmerz und eine unmenschliche eisige angst caspar hatte noch nie einen toten gesehen sein gesicht bekam einen qualvoll wißbegierigen ausdruck die augäpfel drehten sich in die winkel und mit allen zehn fingern umkrampfte er kinn und mund sein ganzes herz löste sich in tränen auf henriette feuerbach erhob den kopf von der bahre und als sie den jüngling sah verzerrten sich ihre züge grässlich deinetwegen hat er sterben müssen schrie sie mit einer stimme vor der alle erbebten caspar öffnete die lippen weit nach vorn gebeugt starrte er das halb wahnsinnige weib an zweimal klopfte er sich mit der hand gegen die brust er schien zu lachen plötzlich gab er einen dumpfen laut von sich und stürzte ohnmächtig zu boden alle waren erstarrt die söhne des präsidenten waren aufgestanden und schauten bekümmert auf den am boden liegenden jüngling direktor wurm eilte als er sich gefasst hatte zur tür wahrscheinlich um einen arzt zu rufen der besonnene hofrat hielt ihn zurück und meinte man solle kein unnötiges aufsehen machen frau von imhoff kniete neben caspar und befeuchtete seine schläfe mit ihrem riechwasser er kam langsam zu sich doch dauerte es eine viertelstunde bis er sich erheben und gehen konnte frau von imhoff begleitete ihn hinaus damit sie sich nicht durch die menge der besucher im korridor zu drängen brauchten führte sie ihn über eine hintertreppe in den garten und anerbot sich ihn nach hause zu bringen nein sagte er unnatürlich leise ich will allein gehen er steckte seine nase in die luft und schnüffelte unbewusst sein puls ging so schnell daß die adern am hals förmlich flogen er entwand sich dem liebreichen zuspruch der jungen frau und ging mit trägen schritten gegen die hauptallee des gartens vor dem portal stieß er auf den polizeileutnant nun hauser redete ihn hickel an kaspar blieb stehen zur trauer haben sie gegründeten anlass sagte hickel mit unheilvoller betonung denn wer wird eines feuerbach gewichtiges fürwort ersetzen kaspar antwortete nichts und schaute gleichsam durch den polizeileutnant hindurch als ob er aus glas wäre guten abend ertönte da eine glockenhelle stimme die kaspar wundersam berührte frau von cannawurf trat an seine seite hickels gesicht wurde um eine schattierung bleicher gnädigste frau sagte er mit einer galanterie die sich krampfhaft ausnahm darf ich die gelegenheit benutzen ihnen meine ungemessene verehrung zu füßen zu legen frau von cannawurf trat unwillkürlich einen schritt zurück und sah erschrocken aus der polizeileutnant hatte die mine eines menschen der sich in ein tiefes wasser stürzt er beugte sich nieder und ehe frau von cannawurf es hindern konnte packte er ihre hand und drückte einen kuß darauf und zwar mit den nackten zähnen als er sich aufrichtete waren seine lippen noch getrennt ohne eine silbe weiter zu sprechen eilte er davon mit weiten augen blickte ihm frau von cannawurf nach grauenhaft ist mir der mensch flüsterte sie caspar blieb völlig teilnahmslos frau von cannawurf begleitete ihn schweigend nach hause als er in seinem zimmer war bekamen seine augen einen geisterhaften glanz und flammten in der dämmerung wie zwei er stellte sich in die mitte des raumes und vom kopf bis zu den füßen zitternd sagte er in beschörendem ton folgendes kenn ich dich so nenn ich dich bist du die mutter so höre mich ich gehe zu dir ich muß zu dir einen boten schick ich dir bist du die mutter so frag ich dich warum das lange warten keine furcht hab ich mehr und die not ist groß caspar hauser heißen sie mich aber du nennst mich anders zu dir muß ich gehen ins schloss der bote ist treu gott wird ihn führen und die sonne ihm leuchten sprich zu ihm gib mir kunde durch ihn plötzlich ergriff ihn eine sonderbare ruhe er setzte sich an den tisch nahm einen bogen papier und schrieb ohne dass ihn die dunkelheit hinderte dieselben worte nieder darauf faltete er den bogen zusammen und da er kein wachs besaß zündete er die kerze an ließ das unschlitt aufs papier träufeln und drückte das siegel darauf das ein pferd vorstellte mit der legende stolz doch sanft es verging eine halbe stunde er saß regungslos da und lächelte mit geschlossenen augen bisweilen schien es als bete er denn seine lippen bewegten sich suchend er dachte an schildknecht er wünschte ihn herbei mit aller kraft seiner seele und als ob diesem wünschen die macht inne gewohnt hätte wirklichkeit zu erzeugen schallte auf einmal vom hof herauf der wohllautende triolenpfiff kaspar ging zum fenster und öffnete es es war schildknecht ich komm ihn unter rief ihm kaspar zu unten angelangt packte er schildknecht beim rockärmel und zog ihn durch das pförtchen auf die einsame gasse dort forderte er ihn stumm auf ihm weiter zu folgen bisweilen hielt er zögernd inne und spähte umher sie kamen beim häuschen des zolleinnehmers vorüber und auf einen wiesenplan auf dem rhein stand ein bauernwagen kaspar setzte sich auf die deichsel und zog schildknecht neben sich er nährte seinen mund dem ohr des soldaten und sagte jetzt brauche ich sie schildknecht nickte es geht um alles fuhr kaspar fort schildknecht nickte da ist ein brief sagte kaspar den soll meine mutter bekommen schildknecht nickte wieder diesmal voll andacht weiß schon antwortete er die fürstin stephanie woher wissen sie's hauchte kaspar betroffen hab's gelesen hab's in dem buch vom staatsrat gelesen und weiß auch wo du hingehen mußt schildknecht weiß es ist ja unser land und willst dir den brief geben will es und schwörst bei deiner seligkeit daß du ihr selber den brief giebst aufs schloß gehst in die kirche wenn sie dort ist ihren wagen aufhältst wenn sie auf der straße fährt ist kein schwören nötig ich tu's und wenn's knollen regnet wenn ich's tun wollte schildknecht ich käme nicht bis ins nächste dorf sie würden mich abfangen und einsperren weiß es wie willst du's anstellen bauernkleider anziehen bei tag im wald schlafen bei nacht laufen und wo den brief verstecken unter der sohle im strumpf und wann kannst du fort wann's beliebt morgen heute gleich wenn's beliebt ist zwar fahnenflucht macht aber nichts wenn's gelingt macht es nichts hast du geld nicht einen taler macht aber nichts nein geld ist nötig brauchst viel geld geh mit mir ich hole geld kaspar sprang empor und schritt in der richtung des imhof schlösschens voran am tor gebot kaspar dem soldaten zu warten er ging hinein und sagte zum fördner er müsse frau von kannerwurf sprechen es war etwas in seinem aussehen das dem alten hausmeister beine machte frau von kannerwurf kam ihm alsbald entgegen sie führte ihn über eine stiege in einen kleinen saal der nicht erleuchtet war ein wandhoher spiegel glitzerte im mondschein der pförtner machte licht und entfernte sich zögernd fragen sie mich nichts sagte kaspar mit fliegendem atem zu der freundin die keines wortes mächtig war ich brauche zehn dukaten geben sie mir zehn dukaten sie blickte ihn ängstlich an warten sie antwortete sie leise und ging hinaus es dünkte kaspar eine ewigkeit bis sie wiederkam er stand am fenster und strich beständig mit der einen hand über seine wange still wie sie gegangen kehrte frau von kannerwurf zurück und reichte ihm eine kleine rolle er nahm ihre hand und stammelte etwas ihr gesicht zuckte über und über ihre augen schwammen wie im nebel verstand sie ihn sie mußte wohl ahnen doch sie fragte nicht ein trübes lächeln irrte um ihre lippen als sie kaspar hinaus begleitete sie war ergreifend schön in diesem augenblick schildknecht lehnte am mauerpfeiler des tors und guckte ernsthaft in den mond sie gingen zusammen stadtwärts nach ein paar hundert schritten blieb kaspar stehen und gab schildknecht den brief und die geldrolle schildknecht sagte keine silbe er blies ein wenig die backen auf und sah harmlos aus vor dem kronacher buck meinte schildknecht es sei besser wenn man sie nicht mehr beieinander sähe ein händedruck und sie schieben dann drehte sich schildknecht noch einmal um und rief anscheinend fröhlich auf wiedersehen kaspar blieb noch lange wie verhext an demselben fleck stehen er hatte lust sich ins gras zu werfen und die arme in die erde zu wühlen für die er plötzlich dankbarkeit empfand spät kam er heim blieb aber glücklicherweise ungefragt denn quandt war einer wichtigen besprechung halber zum hofrat hoffmann befohlen er brachte eine neuigkeit mit höre nur jette sagte er der staatsrat hat sich während der letzten tage die er mit dem polizeileutnant beisammen war von der sache des hausers gänzlich losgesagt er soll sogar mit dem plan umgegangen sein die denkschrift für den hauser öffentlich als ein irrtum zu erklären wer hat's gesagt fragte die lehrerin der polizeileutnant es heißt auch allgemein so der hofrat ist derselben ansicht es heißt aber auch dass der staatsrat vergiftet worden ist ach was dummes geschwätz fuhr quandt auf hüte dich nur dass du dergleichen verlauten lässt der polizeileutnant hat gedroht dass er die verbreiter von so gefährlichen redensarten verhaften lassen und unerbittlich zur rechenschaft ziehen werde was macht der hauser ich glaube er ist schon schlafen gegangen nachmittags war er bei mir in der küche und beklagte sich über die vielen fliegen in seinem zimmer weiter hat er jetzt keine sorgen das sieht ihm ähnlich ja ich sagte ihm er solle sie doch hinausjagen das tue ich ja antwortete er aber dann kommen immer gleich zwanzig wieder herein zwanzig fragte quandt missbilligend wieso zwanzig das ist doch nur eine willkürliche zahl man begab sich zur ruhe am tage von feuerbachs begräbnis trafen daumer und herr von tucher aus nürnberg ein und stiegen im stern ab daumer suchte alsbald caspar auf caspar war gegen seinen ersten beschützer frei und offen und doch hatte daumer den quälenden eindruck als sehe und höre ihn caspar gar nicht er fand ihn blaß größer geworden schweigsam wie stets und von einer wunderlichen heiterkeit ja ganz zugeschlossen ganz eingesponnen in diese heiterkeit die seltsam wirkend dunkle schatten um ihn warf in einem brief an seine schwester schrieb daumer unter anderm ich müßte lügen wenn ich behaupten wollte es mache mir freude den jüngling zu sehen nein es ist mir schmerzlich ihn zu sehen und fragst du mich nach dem grund so muß ich wie ein dummer schüler antworten ich weiß nicht übrigens lebt er hier ganz in frieden und wird wohl trübselig zu melden all seine tage hindurch als ein obskurer gerichtsschreiber oder dergleichen figurieren während herr von tucher am selben nachmittag wieder abreiste und zwar ohne sich um caspar zu kümmern blieb daumer noch drei tage in der stadt da er geschäfte bei der regierung hatte beim begräbnis des präsidenten sah er caspar nicht er erfuhr später daß frau von imhoff seine anwesenheit zu verhindern gewußt hatte er machte bald die kränkende entdeckung daß caspar ihm geflissentlich auswich eine stunde vor seiner abreise sprach er mit dem lehrer quandt darüber kann ein mann von ihrer einsicht um eine erklärung dieses betragens verlegen sein sagte quandt erstaunt es ist doch ganz klar daß er jetzt wo er eine immer größer gleichgültigkeit um sich entstehen sieht und die folgen davon täglich empfinden muß daß er jetzt durch den anblick seiner nürnberger freunde in verlegenheit gerät und sie nach kräften zu meiden sucht denn dort stand er ja in floribus und glaubte wunder was für rosinen in seinem kuchen steckten wir aber verehrter herr professor sind ihm dicht auf der spur es wird nicht mehr lange dauern und sie werden merkwürdige nachrichten hören quandt sah bekümmert aus und seine worte klangen fanatisch ob danach daumer gerade mit hoffnungsvoller brust die fahrt zum heimatlichen bezirk angetreten habe steht zu bezweifeln fast hätte er wie in jener stillen nacht als er kaspar im geist und leibhaftig an sich gedrückt klagend über die sommerlichen felder gerufen mensch o mensch aber dabei hatte es sein bewenden nicht ein zwangvolles grübeln bemächtigte sich des verwirrten mannes in seinem hirn gärte es wie schlechtes gewissen und langsam den entschluß zur tat und sühne weckend zur viel zu späten tat und sühne entstand eine erste ahnung der wahrheit schildknecht aufgenommen von ramona deininger schnabel www crow wings dot com ein unterbrochenes spiel im verlauf der folgenden wochen gab es in den salons und bürgerstuben der stadt allerlei sonderliche dinge zu munkeln ohne daß das gerede bestimmte formen annahm wollte man doch in dem plötzlichen tod des präsidenten feuerbach auch weiterhin nichts sehen als die frucht einer mysteriösen verschwörung eine greifbare äußerung fiel natürlich nicht die flüsterer nahmen sich in acht sehr insgeheim raunten sie sich zu auch lord stanhope sei an dieser verschwörung beteiligt und nach und nach tauchte das bestimmte gerücht auf der lord gehe damit um einen kriminalprozeß gegen caspar hauser anzustrengen und habe sich zu dem ende schon der hilfe eines bedeutenden rechtsgelehrten versichert auf einmal bekannte sich kein mensch mehr zu dem früheren enthusiasmus für den grafen das großartige andenken das er hinterlassen war verwischt und in einigen maßgebenden familien wo er der abgott gewesen sprach man bereits mit ängstlicher vorsicht seinen namen aus caspars freunde wurden besorgt frau von imhoff suchte eines tages den polizeileutnant auf und erkundigte sich was von dem gemunkel zu halten sei mit kühlem bedauern erwiderte hickel daß die öffentliche meinung in diesem punkt nicht fehl gehe das blatt hat sich eben gewendet sagte er seine lordschaft sieht in caspar hauser jetzt nur einen gewöhnlichen schwindler darauf verließ frau von imhoff den polizeileutnant ohne ein wort zu entgegnen und ohne gruß ei die sanften seelen höhnte hickel für sich das grauen faßt sie an hickel hatte eine neue wohnung auf der promenade gemietet und lebte wie ein großer herr woher mag er die mittel haben fragten die leute er hat glück am kartentisch sagten einige andere behaupteten im gegenteil daß er fortwährend große summen verliere auch damit war der gesprächsstoff nicht erschöpft eine andere seltsamkeit im sommer war aus der infanterie kaserne ein soldat auf unaufgeklärte weise verschwunden zu anderer zeit wäre ein solches ereignis vielleicht unbeachtet geblieben jetzt hefteten sich auch daran allerlei fabeleien es wurde gesagt jener soldat der den hauser beaufsichtigt habe von gewissen geheimnissen kenntnis erhalten und sei beiseite geschafft worden man wurde furchtsam man verschloss bei nacht sorgfältig die haustüren es war nicht mehr geheuer in der guten stillen stadt wer fremden namens war wurde beargwöhnt selbst frau von kannerwurf erfuhr solchen argwohn wenngleich um sie etwas unantastbares war das den verleumderischen worten die kraft raubte dennoch fiel es auf dass sie sich des umgangs mit ihresgleichen entzog und sich anstatt dessen häufig unter menschen der niedersten volksklasse herumtrieb sie verbrachte viele stunden in geistlosem gespräch mit bauern weibern und arbeiterfrauen stieg zu ihrem türmer hinauf oder gesellte sich zu den kindern die von der schule einkehrten da geschah es denn oft dass sie zum maßlosen staunen der begegnenden bürger einen lärmenden schwarm von knaben und mädchen um sich versammelt hatte und in ihrer mitte lächelnd durch die gassen zog wahrscheinlich ist sie eine demagogin hieß es gesinnungstüchtige eltern verboten ihren sprösslingen sich an den skandalösen aufzügen zu beteiligen kein zweifel auch die behörde fand das treiben anstößig denn einmal am abend hatte man beobachtet daß der polizeileutnant vor dem im hof schlösschen posten faßte zwei stunden lang war er in der dunkelheit unbeweglich unter einem baum gestanden es ist wahr frau von kannerwurf war eine auffallende person und benahm sich auffallend aber ihre kuriosen handlungen hatten einen anschein von leichtigkeit ja lässigkeit sie hatte eine art von lächeln in welchem sich selbstvergessene hingebung an irgendein gedachtes gefühltes mit der verzweiflung über die eigene unzulänglichkeit aufs rührendste mischten sie lebte an allem und in allem starb mit jedem seufzer gleichsam dahin flog mit jeder freude in eine entrückte region eines abends im august trat sie ins zimmer ihrer freundin warf sich wie atemlos vom laufen auf das sofa und war lange nicht zu sprechen fähig was hast du nur wieder getrieben klara sagte frau von imhoff vorwurfsvoll das heißt nicht leben das heißt sich verbrennen es hilft nichts murmelte das junge weib erschlafft ich muß reisen frau von imhoff schüttelte liebenswürdig tadelnd den kopf diese worte hatte sie seit drei monaten des öfteren vernommen bis zu unserem familienfest wirst du doch noch bleiben klara erwiderte sie herzlich wie viel willenskraft gehört doch manchmal dazu einen entschluss nicht auszuführen sagte klara von kannerwurf zu sich selbst und nach einer pause des schweigens wandte sie das gesicht der freundin entgegen und fragte warum bettine kannst du caspar nicht zu dir ins haus nehmen er soll und darf nicht länger beim lehrer quandt bleiben dieses haus zu betreten ist mir unmöglich seine lage ist schauderhaft bettine wozu sag ich dir das du weißt es ihr wißt es ja alle ihr bedauert es alle aber keiner rührt nur den finger keiner keiner hat den mut zu tun was er getan zu haben wünscht wenn das geschehen ist was er im stillen fürchtet frau von imhoff blickte betreten auf ihre handarbeit ich bin nicht glücklich und nicht unglücklich genug um mit aufopferung des eigenen einem fremden schicksal mich hinzugeben versetzte sie endlich klara stützte den kopf in die hand ihr lest ein schönes buch ihr seht ein ergreifendes theaterstück und seid erschüttert von diesen nur eingebildeten leiden fuhr sie bewegt und eindringlich fort ein trauriges lied kann dir tränen entlocken bettine erinnere dich nur wie du weintest als fräulein von stichana neulich den wanderer von schubert sang bei den worten dort wo du nicht bist ist das glück hast du geweint du konntest eine nacht lang nicht schlafen als man uns erzählte drüben in weinberge habe eine mutter ihr eigenes kind verhungern lassen warum ist es immer nur das unwirkliche oder das ferne woran ihr eure teilnahme verschwendet warum immer nur dem wort dem klang dem bild glauben und nicht dem lebendigen menschen dessen not handgreiflich ist ich verstehe es nicht verstehe es nicht das quält mich daran ja daran verbrenne ich das leise melodische stimmchen verging in einem hauchen frau von imhoff stützte den kopf in die hand und schwieg lange dann erhob sie sich setzte sich neben klara streichelte die stirn der freundin und sagte sprich mal mit ihm er soll zu uns kommen ich will es durchsetzen klara umschlang sie mit beiden armen und küßte sie dankbar aber nicht mit freiem herzen hatte frau von imhoff diesen entschluss gefaßt und sie atmete seltsam erleichtert auf als sie am andern tag frau von kannawurf die eröffnung machte caspar habe sich unbegreiflicherweise hartnäckig gegen den vorschlag gesträubt das haus des lehrers zu verlassen zuerst habe er keinen grund für seine weigerung nennen wollen als er aber klaras betrübnis wahrgenommen habe er gesagt dort hat man mich hingebracht und dort will ich bleiben ich will nicht daß es heißt beim lehrer quandt hat das nicht gut genug gehabt da haben ihn aus mitleid die imhoffs genommen ich hab ja mein brot und mein bett mehr brauche ich nicht und das bett ist das allerbeste was ich auf der welt kennengelernt habe alles andere ist schlecht da fruchtete keine einrede mehr schließlich könnt ihr ja mit mir anstellen was ihr wollt fügte er hinzu aber dass ich freiwillig hingehen soll das wird nicht geschehen wozu auch lang kann's nimmer dauern so war ihm denn das wort entschlüpft war deshalb der tiefe glanz in seinen augen blickte er deshalb mit stummer spannung die straßen entlang wenn er morgens zum appellgericht ging war es deswegen dass er stundenlang am fenster lehnte und hinüberspähte gegen die chaussee dass er gierig aufhorchte wenn er irgendwo zwei menschen leise miteinander reden sah daß er täglich dabei sein mußte wenn der postwagen ankam und daß er den briefboten ausfragte ob er nichts für ihn habe dem rätselhaften wesen tat die zeit keinen abbruch es lag frau von kannawurf daran ihn einer gewundenheit zu entreißen die ihn einem innigen verhältnis zur umgebenden welt entziehen und jede frohe betätigung zwangvoll machen mußte sie sann immer auf ablenkung und jenes familienfest von dem ihre freundin bettine gesprochen gab gelegenheit damit caspar wieder einmal aus sich heraus und einer anteilvollen welt gegenüber drehte die feier wurde von herrn von imhoff zu ehren der goldenen hochzeit seiner eltern veranstaltet und sollte am 12 september stattfinden der junge dr lang ein freund des hauses hatte zu der gelegenheit ein sinnreiches bühnenspiel in versen verfasst welches von einigen damen und herren der gesellschaft ausgeführt werden sollte bei den proben die im oberen saal des schlosses abgehalten wurden zeigte es sich daß einer der jungen leute der die rolle eines stummen schäfers darstellte seines plumpen benehmens halber unfähig war den pat zu gewünschter wirkung zu bringen da hatte frau von kannerwurf die selbst mitspielte den einfall diese rolle caspar zu übertragen die anregung fand beifall caspar willigte ein da er eine person vorzustellen hatte die nichts zu sprechen brauchte glaubte er sich der aufgabe leichterdings gewachsen die seiner alten neigung für das theater entgegenkam er ging fleißig zu den proben und wenngleich das phrasenhafte wesen des stücks nicht eben sein gefallen erweckte so erfreute er sich doch an der wechselvollen bewegung innerhalb eines abgemessenen vorgangs das harmlose spiel hatte einen berechneten und für das publikum unschwer durchschaubaren bezug auf ein schon weit zurückliegendes ereignis in der familie der imhoffs einer der brüder des barons hatte sich zu anfang der zwanziger jahre an burschenschaftlichen umtrieben beteiligt und war von dem feierlichen bannfluch des vaters und nebenbei von den politischen behörden verfolgt nach amerika entflohen nach erlassener amnestie war er zurückgekehrt hatte vor dem familienhaupt alle freiheitlichen ideen abgeschworen und von da ab hatte ihm die väterliche gnade wieder geleuchtet diese etwas filiströse begebenheit hatte den hauspoeten zu seiner dichtung begeistert ein könig gibt einem ihn besuchenden freund und waffengenossen ein gastmahl ein zweiter polykrates brüstet er sich bei diesem anlaß mit seiner macht dem frieden seiner länder den tugenden seiner untertanen die höflinge an der tafel bestärken ihn voll schmeichlerischen eifers in seinem glückswahn nur der gastfreund wagt das kühne wort daß er auf dem purpur des herrschers doch einen makel bemerke der könig fühlt sich getroffen und läßt jenen hart an auch weiß er zu verhindern daß der freund weiterspreche da seine gemahlin zeichen eines großen seelenschmerzes von sich gibt unterdessen ziehen im burghof schnitter und schnitterinnen mit lachen und munteren zwiegesprächen auf und musik begleitet die erntefeier plötzlich entsteht ein stillschweigen die geigen die rufe das gelächter verstummen und auf die frage des königs wird mitgeteilt der schwarze schäfer der sich schon seit menschengedenken nicht im land habe sehen lassen sei unter das volk getreten der gastfreund begehrt zu wissen was für eine bewandtnis es mit diesem schäfer habe und man antwortet ihm der wunderbare besitze die gabe durch seinen bloßen anblick bei jedem menschen die erinnerung an dessen stärkste schuld wach zu rufen schuldlose aber den gegenstand lang gehegter sehnsucht schauen zu lassen zur bestätigung dessen hört man auch aus der mitte des volkes weinen und allerlei klagende töne der könig befiehlt daß sich der fremdling entferne doch die königin unterstützt von den bitten des gastfreunds und der höflinge fleht den gemahl an ihn heraufkommen zu lassen der könig fügt sich und alsbald betritt der stumme schäfer die szene er schaut den könig an der verhüllt sein gesicht er schaut die königin an und diese dunkel ergriffen ergeht sich in einem längeren selbstgespräch aus welchem deutlich wird daß ihr erstgeborener sohn wegen einer unbesonnen angestifteten verschwörung vom vater verstoßen wurde und seitdem verschollen ist mit ausgebreiteten armen unwiderstehlich gezogen geht sie auf den schäfer zu und siehe es ist der reuch zurückgekehrte prinz man erkennt man umarmt ihn das eis des königlichen herzens schmilzt und alles löst sich in wonne auf kaspar benahm sich nicht ungeschickt im lauf der vorbereitungen fand er von sich selbst aus einen heftigen antrieb zu der rolle und fühlte sich so hinein als ob sein alltägliches leben von ihm abgelöst wäre ähnlich verhielt es sich mit frau von kannerwurf die die königin machte auch sie gab sich ihrer aufgabe mit einem ernst hin der das spielhafte des vorgangs undienlich vertiefte und daher die rollen ihrer partner schattenhaft werden ließ so webten die beiden gleichsam in einer eigenen welt für sich es war ein sehr warmer september tag als gegen sechs uhr abends die geladenen gäste erschienen im ganzen etwa fünfzig personen die frauen in großer pracht unmäßig aufgedonnert die männer in frecken und gestickten uniformen das podium für die komödie nahm die schmalwand des saales völlig ein kulissen und requisiten auch eine anzahl statisten waren vom direktor des schloßtheaters zur verfügung gestellt worden die tafel befand sich in einem nebensaal dort hatte sich auch die musikkapelle eingefunden denn nach dem essen sollte getanzt werden um sieben uhr ertönte ein glockenzeichen alles begab sich auf die plätze der vorhang rollte auf und der könig begann seine überhebliche tirade der gastfreund vom verfasser selbst gemimt hielt respektvollen widerpart dann kam das heitere zwischenspiel auf dem hof und das folgende nahm seinen ruhigen fortgang nun trat caspar auf das schwarze gewand kleidete ihn trefflich und hob die blässe seines gesichts sein erscheinen auf der bühne hatte eine unmittelbare wirkung das husten und räuspern hörte auf totenstille entstand wie er den könig und die königin anblickte wie er auf sie zuschritt und traumhaft lächelte das war ergreifend einige sahen ihn sogar zittern und beobachteten daß sich seine finger wie im krampf in die hand schlossen nun der monolog der königin auch dies klang anders als schauspieler sonst sich geben sie trat an den jüngling heran sie legte die arme um seinen hals in diesem augenblick eilte ein mann aus dem hintergrund des saales bis vor die rampe und rief ein gellendes halt die spieler auf der szene fuhren erschrocken zusammen die zuschauer erhoben sich und eine allgemeine unruhe entstand wer ist das wer wagt das was gibt's wurde durcheinander gerufen man drängte nach vorn die frauen schrien ängstlich stühle wurden umgeworfen und nur mit mühe gelang es dem hausherrn eine gefährliche panik zu verhüten indes stand der urheber der verwirrung noch immer unbeweglich vor dem podium es war hickel bleich und feindselig stierte er auf die szene und schien nichts zu gewahren außer caspar und frau von cannawurf die aneinandergedrängt furchtsam in den verdunkelten saal schauten der erste der sich an hickel wandte war der junge doktor lang in seinem phantasiekostüm des gastfreundes trat er an den rand der estrade und fragte wütend nach dem grund einer so unverantwortlichen handlungsweise der polizeileutnant holte tief atem und sagte laut mit einer gläsernen stimme ich muss die hochgeehrte versammlung tausendmal um entschuldigung bitten und da ich selbst zu den hier geladenen gehöre wird meine versicherung vielleicht glauben finden dass mir ein solcher schritt nicht leicht geworden ist aber ich kann nicht dulden dass der hauser ein frivoles amüsement zu einer stunde fortsetzt wo ich die nachricht von einem schrecklichen unglück erfahren habe dass ihn wie keinen anderen trifft und für sein ferneres leben von folgen schwerer bedeutung sein wird finstere neugierige und unwillige augen blickten auf den polizeileutnant der doktor lang entgegnete zornig unsinn eine teufelei ist es weiter nichts was auch immer vorgefallen ist so kann weder ich noch irgendjemand von den anwesenden ihnen das recht zu einer so groben eigenmächtigkeit zugestehen ist es schlimm was sie zu melden haben so war um so mehr grund zu warten unser spiel war ja am ende es ist ein wahnsinn ein mißbrauch der gastfreundschaft jawohl der doktor hat recht riefen einige stimmen ickel senkte den kopf und legte die hand vor die stirn darf ich wissen worum es sich handelt trat nun her von imhoff dazwischen ickel raffte sich empor und erwiderte dumpf graf stanhope hat seinem leben freiwillig ein ende gemacht es entstand eine lange stille fast alle blickten auf kaspar der gegen eine sofit lehnte und langsam die augen schloß er hat sich erschossen fragte herr von imhoff nein antwortete hickel er hat sich erhängt raschelnde laute des schreckens ließen sich vernehmen herr von imhoff biß sich auf die lippen weiß man näheres fuhr er fort zu fragen nein das heißt ich habe nur eine allgemein gehaltene nachricht von seinem jäger er war bei einem freund dem grafen von belgarde an der normannischen küste zu besuch am morgen des vierten september fand man ihn im turmzimmer des schlosses an einer seidenschnur hängend als leiche herr von imhoff sah zu boden als er wieder aufblickte fixierte er den polizeileutnant fremd und sagte es tut uns allen von herzen leid ich glaube daß niemand in diesem saal ist der dem unglücklichen mann nicht ein lebendiges andenken bewahren wird nichtsdestoweniger herr leutnant bleiben sie mir ihres sonderbaren vergehens halber rechenschaft schuldig hickel verbeugte sich stumm die hausfrau und mit ihr einige andere damen waren bemüht die gäste zu beruhigen aber während die diener die kerzen des großen kronleuchters anzündeten meldete man frau von imhoff daß ihre schwiegermutter die jubilarin infolge der ausgestandenen aufregung unwohl geworden sei und sich auf ihr zimmer begeben habe sie folgte sogleich nach dies war ein signal zu allgemeinem aufbruch der regierungspräsident und der generalkommissär mit ihren frauen verließen zuerst den saal und schließlich blieben nur ein paar intime freunde des barons um diesen versammelt und nahmen in gedrückter stimmung an der weitläufigen tafel platz ich habe es immer geahnt daß uns der gute lord noch einmal eine grimmige überraschung bereiten würde sagte herr von imhoff was wird aber nun mit dem armen hauser geschehen meinte einer aus der gesellschaft man sprach allerlei vermutungen darüber aus die unterhaltung kam in fluß und wie oft ein unglückliches ereignis dazu dient die phantasie der entfernt beteiligten wohltätig anzuregen so auch hier man gab sich bis über mitternacht lebhaften gesprächen hin caspar hatte sich während des raschen aufbruchs der gäste in dem kleinen ankleidezimmer für die schauspieler versteckt die jungen leute entledigten sich eilfertig ihres kostüms und verschwanden nach einer weile kam ein diener um die lichter auszulöschen und dieser entdeckte caspar als caspar gegen die treppe zuging hörte er schritte hinter sich und frau von cannawurf trat an seine seite sie fragte ihn ob er nach hause wolle und er bejahte es regnet sagte sie unten beim tor und streckte die hand hinaus sie wartete ein wenig um den regen vorüber gehen zu lassen aber es wurde ein heftiger guß daraus und das wasser knatterte lärmend auf die bäume und den ausgedörrten boden ein kaltfeuchter luftstrom schlug ihn entgegen und frau von cannawurf forderte caspar auf mit ihr ins zimmer zu gehen es könne allzulang dauern er folgte still oben machte sie licht dann stand sie und sah versonnen in die flamme ihre schultern bebten fröstlich caspar hatte sich auf das sofa gesetzt allgemach spürte er eine so große müdigkeit daß es ihn förmlich hindüber zog und er mußte sich auf den rücken legen da trat clara zu ihm und ergriff seine hand die er ihr jedoch hastig wieder entriss er machte die augen zu und einen moment lang war sein gesicht vollkommen leblos frau von cannawurf stieß einen matten angstruf aus und fiel neben ihm auf die knie dann rief sie ihre kammerzofe und bat um wasser sie schenkte ein glas voll und reichte es ihm zu trinken er trank ein paar schlücke was ist dir caspar flüsterte sie und zum erstenmal duzte sie ihn er lächelte dankbar du bist wie eine schwester sagte er scheu und berührte mit den fingern das haar ihres über ihn gebeugten kopfes dieses wort schwester hatte in seinem mund einen eigenen klang es tönte wie ein nicht zuvor gesprochenes wort clara schmiegte sich an seine seite ihr war als müßte sie ihn wärmen er aber rückte ängstlich fort da wollte sie sich wieder erheben doch betastete er mit der hand ihren arm und sah sie an mit einem bittenden ausdruck von schmerz und liebe clara sagte er und sie glaubte vergehen zu sollen oder zu einem andern leben erwachen zu müssen denn die schüchtern flehende art wie er diesen namen aussprach hatte etwas überirdisches es kam nun so daß stunde auf stunde verging und sie immer nebeneinander lagen stumm stumm regungslos und über und überzitternd beide sie streckte die hand nach ihm aus und der atem seines mundes floß in die luft gleich dem ihren als es von der schlossuhr zwölf schlug schauerte clara zusammen sie erhob sich und sagte mit tiefer beteuerung vor sich hin nie 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 dann schritt sie zum fenster und öffnete es der regen hatte längst aufgehört das finament war klar der ganze sternenhimmel lag funkelnd vor ihr da ihre volle brust drängte den unbekannten welten entgegen denn von dieser auf der sie lebte war sie satt sie sagte zu caspar er könne die nacht im schloß verbleiben aber er entgegnete das wolle er nicht sie ging dann hinaus um zu sehen ob frau von imhoff noch wach sei sie schritt am speisesaal vorbei wo die herren noch beim weinen saßen und laut redeten die baronin hatte sich gleichfalls noch nicht zur ruhe begeben clara teilte ihr mit daß caspar bis jetzt bei ihr gewesen sei frau von imhoff nickte sah aber die freundin etwas verlegen und verwundert an ich werde morgen früh meinen koffer packen und reisen sagte klara leise und mit einem ausdruck unwiderruflicher bestimmtheit die ihr bisweilen eigen war und ihre kindlichen züge seltsam hart und leidend machte frau von imhoff erhob sich überrascht und trat nahe an die freundin heran plötzlich fielen sie einander in die arme und klara schluchzte sie verstanden sich es war nicht nötig zu sprechen als sich klara losriss sagte sie sie werde caspar noch in die stadt begleiten das kannst du unmöglich tun wandte frau von imhoff ein oder ich werde dir wenigstens den diener mitgeben bitte nicht antwortete klara lächelnd du weißt doch dass ich keine furcht habe es beirrt mich auch wenn man meinetalben ängstlich ist die nacht tut mir gut und ich freue mich auf den einsamen rückweg eine viertelstunde später wanderte sie mit caspar über die noch feuchte straße gegen die stadt sie redete auch jetzt nichts und vor dem leererhaus reichten sie einander die hände jetzt gehst du wahrscheinlich fort von mir klara sagte da plötzlich caspar und schaute sie mit einem verschleierten blick an sie war ebenso erstaunt wie bewegt über diese worte die ein tiefes vorgefühl verrieten wie schön sind seine augen dachte sie sie sind hellbraun wie die eines rehs gleicht er doch auch sonst einem reh das traurig verwundert im dunkeln wald steht ja ich gehe erwiderte sie endlich und warum denn bei dir war mir wohl ich komme wieder versicherte sie mit einer gezwungen herzlichkeit hinter der ein aufschrei er starb ich komme wieder wir werden uns schreiben zu weihnachten komme ich wieder ich komme wieder das habe ich schon einmal gehört sagte caspar bitter bis weihnachten ist lang und schreiben tue ich nicht was hat man vom schreiben ist ja doch nur papier geh nur leb wohl es kann nicht anders sein flüsterte klara und ihr blick suchte die sterne sie caspar dort oben ist das ewige wir wollen es nicht vergessen wie alle anderen wir wollen nichts vergessen ach vergessen vergessen darin liegt alle bosheit der welt uns gehören die sterne caspar und wenn du hinaufschaust bin ich bei dir caspar schüttelte den kopf leb wohl sagte er matt im erdgeschoss wurde ein fenster geöffnet und das mit einer bettmütze gekrönte haupt des lehrers wurde sichtbar um gleich darauf wieder zu verschwinden es war eine schweigende manu ich will bettine bitten daß sie ihn täglich besucht überlegte klara während sie allein durch die öden gassen ging ich bring ihm unheil wenn ich bleibe ein abgrund gehend mir entgegen wie er fürchterlicher nicht zu denken ist schwester wie war mir doch als er mich schwester nannte die himmlische seligkeit pochte mir an die brust so hätte ich einen verlorenen bruder gefunden und mehr noch aber gerechter gott mehr darf es nicht sein ihn anzutasten seinen schlummer stören o verbrecherische lippen denen ein kuss nichts bedeutet hätte ich's getan ich müßte seine mörderin heißen was kann ich besseres tun als fliehen ein guter genius wird ihn schützen vermessen wollt ich durch meine armselige gegenwart ihn behütet glauben ein so edles ding kann nicht zugrunde gehen weil sich zwei augen von ihm wenden diese wirre und aufgeregte gedankenfolge entschleiert ein rettungslos verstricktes gemüt das in seiner schwärmerei den entschluß eines opfers fasst verzagt geblendet durch den anblick von so viel schicksal und in seiner betrübnis irregehend an den kreuzwegen der liebe den blick beständig zum himmel gerichtet und zwar auf das schöne sternbild des wagens das wie ein erstarrter zackenblitz im dunkelblauen schwamm bemerkte klara nicht daß am portal des schlosses eine gestalt lehnte sie prallte erst zurück als ihr die nächtige person den weg verstellte o gott der grauenvolle dachte sie hickel denn dieser war es verneigte sich gegen die bestürzte frau vergebung madame vergebung murmelte er und nicht nur für diesen überfall auch für das andere sie sind zu schön madame wenn sie die gnade hätten zu erwägen daß ihre sublime schönheit mit meinem kopf umspringt wie ein mutwilliger knabe mit seinem kreisel wenn sie in betracht ziehen wollten daß es selbst beim komödiespiel einen punkt gibt wo die verrückt gewordene phantasie den gegenstand ihrer wünsche besudelt und das bildliche eifersüchtig für ein wirkliches hält so würden sie vielleicht ihren zerknirschten diener durch ein tröstliches wort beglücken alles dies klang einfältig formlos geziert höhnisch und verzweifelt er schien die worte zwischen den zähnen zu zerquetschen und man konnte ihm ansehen daß er sich nur mit anstrengung steif und ruhig hielt klara trat einen schritt zurück verschränkte die arme drückte sie fest gegen die brust und sagte befehlend lassen sie mich vorbei madame von ihrem mund hängt zur stunde manches ab fuhr hickel fort und hob den arm mit der starren bewegung einer wachsfigur ich bin nie ein bettler gewesen hier steh ich und bettle verleugnen sie nicht ihr gesicht das einen engel glauben läßt er trat zur seite wortlos ging klara an ihm vorüber sie läutete und der pförtner der auf sie gewartet öffnete sogleich als sie drinnen war spürte sie eine entsetzliche übelkeit in ihrem hirn war etwas wie zerrissen auf der treppe stockte sie ihr war als müsse sie umkehren und den furchtbaren mann noch einmal anreden als caspar am nächsten nachmittag zu imhoffs kam wurde ihm mitgeteilt daß frau von kannawurf schon abgereist sei er bat frau von imhoff sie möchte ihm klaras bild zeigen daß er seit dem ersten gesellschaftsabend dem er im schlosse beigewohnt nicht mehr gesehen die baronin führte ihn in ein ärgergemach wo das porträt zwischen zwei ahnenbildnissen an der wand hing er setzte sich davor und betrachtete es lange mit stummer aufmerksamkeit als er ging versprach frau von imhoff ihm eine zeichnung von dem bild anfertigen zu lassen er war so zerstreut daß er nicht einmal dankte ein unterbrochenes spiel aufgenommen von ramona deininger schnabel www crow wings dot com abschnitt 31 von caspar hauser oder die trägheit des herzens von jakob wassermann diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil quandt unternimmt den letzten sturm auf das geheimnis obwohl eine zeitlang von einer strafversetzung hickels die rede war verlautete darüber nichts näheres und die sache schien allmählich in vergessenheit zu geraten ohne zweifel waren da allerlei verborgene einflüsse im spiel die den polizeileutnant sicherstellten dem mann ist nicht beizukommen sagten die eingeweihten er ist zu gefährlich und weiß zu viel freilich war hickel brauchbar im dienst und von seinen untergebenen äußerst gefürchtet dabei wurde sein lebenswandel immer undurchdringlicher außer im casino und im amt sprach er mit keinem menschen auf der polizeiwache saß er halbe nächte aber nur deswegen um seine leute zu drangsalieren sogar quandt hatte ihn fürchten gelernt eines nachmittags im oktober der lehrer saß mit seiner frau und caspar beim kaffee trat plötzlich säbelrasselnd hickel ins zimmer schritt ohne gruß auf caspar zu und fragte herrisch sagen sie mal hauser wissen sie vielleicht etwas über den verbleib des soldaten schildknecht caspar wurde aschfahl der polizeileutnant fixierte ihn mit glitzernden augen und donnerte ungeduldig über das lange schweigen wissen sie etwas oder wissen sie nichts reden sie mensch oder so wahr mir gott helfe ich lasse sie auf der stelle ins gefängnis bringen caspar erhob sich ein knopf seiner joppe verwickelte sich in die franzen des tischtuchs und während er zurückwich fiel die kaffeekanne um und das schwarze gebräu ergoss sich über das linnen die lehrerin tat einen schrei quandt aber machte ein ärgerliches gesicht denn das großspurige auftreten des polizeileutnants verdross ihn auch war es ihm umso verwunderlicher als hickel gerade caspar gegenüber sich seit monaten einer steifen und finsteren zurückhaltung beflissen hatte was soll er denn mit dem deserteur zu schaffen haben sagte er unwillig das lassen sie nur meine sorge sein brauchste heklauf oho herr polizeileutnant in meinem hause bitte ich mir ein höflicheres benehmen aus versetzte quandt ach was sie sind ein schwachmatikus herr lehrer was nicht auf ihrem mist wächst das estimieren sie nicht überhaupt was ist's denn zwei jahre sind's her seit der mensch bei ihnen wohnt und wir sind genauso klug wie zuvor wenn das ihre ganze kunst war dann lassen sie sich nur heimgeigen der hieb saß quandt verbiß seinen groll und schwieg aber es hat ein ende jetzt fuhr hickel fort ich werde mit dem hofrat reden und der hauser kommt zu mir in die pflege damit werden sie mir bloß einen gefallen erweisen erwiderte quandt und verließ hoch aufgerichtet das zimmer die lehrerin blieb mit gesenkten augen sitzen hickel marschierte hastig auf und ab und trocknete mit dem ärmel seine stirn wie mir nur ist wie mir nur ist murmelte er fast verstört dann wandte er sich wieder schimpfend an caspar unglückseliger verdammt unglückseliger was für ein teufel hat sie geritten übrigens fügte er leise hinzu und stellte sich neben caspar der bursche ist verhaftet und wird ausgeliefert kommt auf die plassenburg der kerl das ist nicht wahr sagte caspar ebenfalls leise gedehnt und etwas singend er lächelte dann lachte er ja er lachte wobei sein gesicht stark erbleichte ickel wurde stutzig er kaute an seiner lippe und sah düster ins leere plötzlich griff er nach seiner kappe und mit einem bösen eiligen blick auf caspar entfernte er sich quandt war nicht gesonnen den schimpf den ihm der polizeileutnant angetan auf sich sitzen zu lassen er beschwerte sich beim hofrat hoffmann doch dieser schien nicht sehr bereit sich einzumischen der lehrer nahm die gelegenheit wahr noch eine andere sache zum austrag zu bringen seit feuerbachs tod hatte der hofrat die oberaufsicht über caspars pflege auf eine hilfe wie die vom grafen stanhope war nicht mehr zu rechnen man hatte den bürgermeister enders und die gemeinde um unterstützung angegangen aber ein beschluss war noch in der schwebe einstweilen erhielt caspar vom gericht eine kleine lohnerhöhung für seine schreiberei das geld lieferte er pünktlich dem lehrer ab die beschränkten verhältnisse erlaubten ihm nicht die geringste freiheit in seinen ausgaben anfangs oktober war er konfirmiert worden und mit sehnsucht erwartete er das sogenannte taggeld das ihm von der stadt dafür ausgesetzt war ungehalten über die verschleppung wandte er sich an den pfarrer fuhrmann dieser riet ihm er solle den lehrer ersuchen aufs gemeindeamt zu gehen um die auszahlung zu betreiben so etwas tue ich nicht herr hofrat ich mache nicht den bittsteller mein stolz erlaubt das nicht sagte quandt der hofrat zuckte die achseln geben sie ihm doch die paar tale einstweilen aus ihrer tasche sagte er man wird's ihnen gewiß bald ersetzen in hinsicht auf den hauser gibt es keine gewissheiten versetzte quandt ich habe ohnehin auslagen genug und weiß nicht ob ich noch lange so zusehen kann der hofrat überlegte er hat doch wohlhabende und reiche freunde sagte er dann die können doch helfen ach du lieber gott seufzte der lehrer denen ist er viel zu interessant als dass sie an seine kleine notdurft denken ich will einmal morgen zu ihnen kommen und den hauser fragen wozu er denn eigentlich so dringend geld braucht schloss der hofrat das gespräch des abends kam kasper noch spät in quandts zimmer und flehte ihn mit aufgehobenen händen an ihn doch nicht aus dem haus zu geben er wolle ja alles tun was man von ihm verlange nur nicht zum polizeileutnant alles nur das nicht sagte er der lehrer beruhigte ihn nach kräften und sagte davon könne vorläufig keine rede sein der polizeileutnant habe ihn bloß schrecken wollen nein antwortete kasper auch der offiziant meyer hat heute auf dem gericht davon gesprochen nun hauser jetzt gebärden sie sich aber wie ein kleiner knabe und sind doch schließlich ein erwachsener mann sagte quandt tadelnd ich kann das nicht ganz ernst nehmen sie lieben es zu übertreiben und sich kindisch zu stellen der polizeileutnant würde ihnen auch nicht den kopf abbeißen wenn schon ich zugebe dass er bisweilen etwas derbe manieren hat aber sie sind ja jetzt auch ein christin des wortes voller bedeutung und ohne zweifel haben sie den spruch schon gehört tue deinen feinden gutes damit du feurige kohlen auf ihrem haupt sammelst kasper nickte es steht ein gesetzlein darüber in widmars weizenkörnern erwiderte er ganz recht wir haben es ja zusammen durchgenommen fuhr quandt lebhaft fort wissen sie was damit sie das schöne merkwort genau im gedächtnis behalten schlage ich ihnen vor mir ihre eigenen gedanken darüber niederzuschreiben ich will es meinetwegen als ein pensum für sich betrachten und sie können den ganzen morgigen nachmittag dazu verwenden kasper schien einverstanden der hofrat kam nicht wie er versprochen am nächsten sondern erst am zweitfolgenden tag als er ins zimmer trat redete der lehrer gerade mit zornigen gebärden auf kasper ein auf die frage des hofrats was kasper verbrochen habe sagte quandt ich muß mich doch gar zuviel mit ihm herumärgern vorgestern stellte ich ihm ein thema für den deutschen aufsatz er versprach mir es auszuarbeiten und er hatte den ganzen gestrigen nachmittag dazu zeit soeben verlange ich nun sein heft und hier überzeugen sie sich selbst herr hofrath auch nicht eine zeile hat er geschrieben eine solche trägheit ist himmelschreiend quandt reichte dem hofrath das aufgeschlagen heft oben auf einer seite stand der titel des aufsatzes tue deinen feinden gutes damit du feurige kohlen auf ihrem haupt sammelst danach kam aber nichts und die seite war leer warum haben sie es denn nicht gemacht fragte der hofrath kühl kasper antwortete ich kann nicht das müssen sie können rief quandt vorgestern haben sie mir ja erzählt dass der gegenstand in ihrem lesebuch behandelt ist eine gedankenfolge zu finden hätte ihnen also nicht schwerfallen können wenn sie dort angeknüpft hätten probieren sie es doch einmal hauser fiel der hofrath besänftigend ein schreiben sie meinetwegen nur ein paar sätze nieder ich werde mich mit dem herrn lehrer ins nebenzimmer begeben und wenn wir zurückkommen sollen sie uns irgendetwas vorzeigen und den beweis liefern dass sie wenigstens den guten willen haben quandt nickte und ging mit dem hofrath hinaus als sie im wohnzimmer waren übergab der hofrath dem lehrer zwei golddukaten und sagte die seien von frau von imhoff der er kaspers verlegenheit geschildert habe die gütige dame habe sich noch hoch entschuldigt dass es nur so wenig sei aber sie habe über das geld keine freie verfügung übrigens war der hauser gestern bei mir fuhr der hofrath fort und zwar kam er um mich zu bitten ich möchte es doch verhindern dass er dem polizeileutnant den pflege geben werde es ist doch des teufels er belästigt alle leute mit seinen kindischen misieren klagte quandt auch mich hat er schon darum angegangen vor dem hickel scheint er ja eine heidenangst zu haben ja der polizeileutnant ist eben sehr streng mit ihm ich sagte ihm dass von meiner seite eine solche absicht nicht vorliege und er möge nur seine pflicht tun dann werde ihm niemand zu nahe treten sehr wahr wir redeten noch über seine geld kalamität und da wollte er nicht mit der farbe heraus und ich versprach ihm zu seinem geburtstag fünf taler zu schenken und fragte ihn wann er geburtstag habe darauf antwortete er traurig das wisse er nicht und ich muss gestehen es war da etwas in seinem wesen was mich rührte aber sonst schien er mir doch gar zu schmeichlerisch und sein freundlich geblinzel und getue missfiel mir leider leider schmeichlerisch ist er da haben sie recht herr hofrath besonders wo er seine pläne durchsetzen will nach diesem meinungsaustausch kehrten sie wieder zu kaspar zurück er saß am tisch den kopf in die hand gestützt na was haben sie fertiggebracht rief der hofrath juvial er nahm das heft stutzte da er nur einen einzigen satz geschrieben fand und las vor wenn sie dir übles an deinem körper zugefügt haben tue ihnen gutes dafür ist das alles hauser sonderbar murmelte quandt der hofrath stellte sich vor kaspar hin drehte den kopf gegen die schulter und begann unvermittelt sagen sie mal hauser wen haben sie denn eigentlich von allen menschen die sie bisher kennengelernt haben am meisten lieb gewonnen sein gesicht sah pfiffig aus er hatte von seinem amt als gerichtsfunktionär die manier behalten auch das harmlose mit einem ausdruck von säuerlichem spott zu äußern stehen sie doch auf wenn der herr hofrath mit ihnen spricht flüsterte der lehrer kaspar zu kaspar stand auf er blickte ratlos vor sich hin er witterte eine falle hinter der frage er dachte plötzlich wahrscheinlich ist der lehrer darum so böse dass ich den aufsatz nicht gemacht habe weil er glaubt ich halte ihn für meinen feind er schaute zu quandt hinüber und sagte versonnen den herrn lehrer habe ich am liebsten der hofrath wechselte mit quandt einen blick des einverständnisses und räusperte sich bedeutsam aha ein bestechungsversuch dachte quandt und war stolz darauf nicht im mindesten von der antwort erbaut zu sein kaspars leben wurde nun immer einförmiger und zurückgezogener er hatte niemand mit dem er eine vertrauliche unterhaltung führen konnte frau von kannerwurf ließ auch nichts von sich hören und das wurmte ihn denn doch trotzdem er behauptet hatte an briefen sei ihm nichts gelegen wo war sie überhaupt lebte sie noch er mochte oft nicht ausgehen alle wege waren ihm verhaßt jede verrichtung fand ihn lau zudem war das wetter immer schlecht der november brachte gewaltige stürme und so saß er in der freien zeit auf seinem zimmer glitt mit den blicken über die hügelränder oder streifte bang den himmel und sinnierte unablässig er wartete wartete einmal ging er insgeheim in die kaserne und erkundigte sich vorsichtig ob man dort etwas über schildknecht wisse man konnte ihm keine auskunft geben das nährte die verflackernde hoffnungsflamme aber in den darauf folgenden tagen fühlte er sich krank und wollte sich des morgens kaum zum verlassen des bettes entschließen es kamen noch manchmal fremde zu besuch er verhielt sich störrisch und einsilbig wenn er aufgefordert wurde in gesellschaft zu gehen sagte er bitter was soll mir das schwätzen als er eines abends über den schloßplatz ging und an der mächtigen fassade mit den hohen immer geschlossenen fenstern empor sah glaubte er in den leergedachten sälen übergroße gestalten wahrzunehmen die ihn feindselig beobachteten sie schienen alle in purpur gekleidet mit goldenen ketten um den hals ein grenzenlos ermattender schmerz drückte ihn nieder und er war nahe dran sich auf das pflaster zu werfen und zu heulen gleich einem hund er fühlte sich so kalt so trüb in einer nacht träumte er er sähe auf einem grünen steinblock eine goldene schale und darauf lagen fünf seltsam qualmende herzen doch nicht in natürlicher form sondern so wie lebküchner die herzen backen er stand davor und sagte laut das ist meines vaters herz das ist meiner mutter herz das ist meines bruders herz das ist meiner schwester herz das ist mein eigenes herz sein eigenes lag oben und hatte zwei lebendige traurige augen nicht selten hatte er das bestimmte gefühl von der fernen wirkung einer überaus teuren person die person handelte sprach und litt für ihn aber eine welt lag dazwischen und was auch immer sie unternahm konnte die weite zwischen ihm und ihr nicht verringern er spürte unheimliche vorgänge so deutlich dass er oft da stand und lauschte wie auf ein gespräch hinter einer dünnen wand und er faltete die hände unterm kinn und lächelte ängstlich blind hätte der lehrer sein müssen wenn er von alledem nichts bemerkt hätte seine beobachtungen sammelte er sozusagen unter einem titel und dieser titel lautete der kampf mit dem schlechten gewissen ich habe kein wohlwollen mehr für den menschen erklärte quandt ich habe kein wohlwollen mehr für ihn seit ich gesehen habe wie gleichgültig ihn die katastrophe mit dem lord gelassen hat war mir selbst doch zum mut als hätte ich einen bruder verloren und er wollte sich nicht einmal zu einer den scheinwahrenden trauer verstellen er hat ein herz von steinen und eine ganz pöbelhafte undankbarkeit wir sehen den lehrer gleichsam hinter einer hecke wir sehen ihn lauern wir sehen wie er mannigfaltige nachrichten über caspar aus früheren jahren zusammenträgt fakten und umstände die er mit dem spürsinn eines untersuchungsrichters aufstöbert deutet beleuchtet und still zum zweck bereithält wir sehen ihn in hass entbrennen gegen den ewig verstockten immer verschlossenen und wir können nicht umhin ihn einem menschen ähnlich zu finden den ein ehrlicht so lange geneckt und gelockt hat bis er endlich in eine art von rasender trunkenheit gerät zu anfang dezember es war an einem donnerstag abends nach tisch fragte quandt caspar ob er seine übersetzung für morgen schon fertig habe caspar erwiderte in ernster stimmung doch mit unaufrichtiger freundlichkeit wie es quandt vorkam ja er sei damit fertig quandt nahm das buch zeigte ihm wie groß die aufgabe sei und fragte noch einmal ob er denn wirklich so weit übersetzt habe caspar bejahte ich bin sogar noch um einen absatz weiter gekommen sagte er quandt glaubte es nicht es war ihm unwahrscheinlich die aufgabe enthielt ein paar fälle mit denen caspar nicht allein hätte fertig werden können und bei denen er seine hilfe unbedingt hätte in anspruch nehmen müssen indes fand er es für gut im beisein seiner frau nichts weiter zu bemerken sondern ihn ungestört auf sein zimmer gehen zu lassen ungefähr fünf minuten später ergriff quandt das lateinische elementarbuch und folgte caspar caspar hatte die tür schon zugeriegelt und bevor er öffnete fragte er ob der lehrer noch etwas wünsche machen sie auf befahl quandt kurz als er drinnen war las er ihm einige willkürlich herausgerissene sätze vor und er suchte ihn zu sagen wie er es übersetzt habe caspar schwieg eine weile dann entgegnete er er habe bloß präpariert er wolle erst jetzt übersetzen quandt blickte ihn ruhig an sagte ausdrucksvoll so wünschte er gute nacht und entfernte sich drunten erzählte er den sachverhalt seiner frau und sie kam überein daß dahinter ein bübischer trotz stecke weiter nichts am andern morgen berichtete er auch dem hofrat darüber dieser schrieb ein kurzes briefchen an caspar und gab es dem lehrer mit caspar las das schreiben mit quants gegenwart und als er zu ende war reichte er es dem lehrer sichtlich verstimmt in dem brief warnte ihn der hofrat schonend vor eigenschaften denen nur gemeine naturen sich überließen die jedoch so war der wort laut unserem hauser leider nicht fremd zu sein scheinen am selben abend wiederum nach dem nachtmal brachte quandt eines der übungshefte caspars zum vorschein und sagte aus diesem heft ist ein blatt herausgeschnitten hauser sie wissen doch daß ich ihnen das schon zahllose male verboten habe ich hatte in das blatt einen flecken gemacht und den wollte ich nicht in der schrift haben versetzte caspar statt einer antwort forderte quandt den jüngling auf mit ihm in sein studierzimmer zu kommen seiner frau sagte er sie möge die kerze anzünden er griff die lampe und schritt voran im andern zimmer angelangt schloß er sorgfältig beide türen hieß caspar platz nehmen und begann sie werden mir doch wohl nicht zumuten daß ich ihre ausrede für bare münze nehme was für eine ausrede fragte caspar matt nun das mit dem flecken ich glaube nicht an diesen flecken warum wollen sie es denn nicht glauben sie kennen doch das sprichwort wer einmal lügt den glaubt man nicht und wenn er auch die wahrheit spricht sie lieber freund lügen öfter als einmal ich lüge nicht erwiderte caspar ebenso matt und tonlos das getrauen sie sich mir ins gesicht zu behaupten ich weiß nicht daß ich lüge o schelmischer rabulist rief quandt bitter wenn ich ihre häufigen unwahrheiten nicht jedesmal berede so bestimmt mich dazu die nach und nach gewonnene einsicht daß ich sie von dem übel doch nicht heilen kann wozu also soll ich mich vergeblich grämen sie sind gewohnt so lange nein zu sagen bis man sie dermaßen überführt hat daß sie nicht mehr nein sagen können und dann sprechen sie dennoch kein ja soll ich ja sagen wenn nein ist beweisen sie mir daß ich gelogen habe caspar sah den lehrer mit einem jener blicke an die dieser als tückisch zu bezeichnen pflegte ach hauser wie schmerzt es mich sie mir gegenüber so zu sehen versetzte quandt ich bin um beweise nicht verlegen und habe so viele daß ich gar nicht weiß wo ich anfangen soll erinnern sie sich nicht an die geschichte mit dem leuchter sie behaupteten die handhabe sei abgebrochen und es ist doch unwiderleglich nachgewiesen daß sie abgeschmolzen war es war so wie ich gesagt habe damit laß ich mich nicht abspeisen sie können übrigens versichert sein daß ich mir den vorfall mit allem fleiß notiert habe nämlich schriftlich um nötigenfalls vollständige rechenschaft über sie geben zu können caspar machte ein sehr betroffenes gesicht er schwieg und weiter betrachten wir einen fall jüngsten datums fuhr quandt fort es war doch einerlei ob sie vorgestern mit der übersetzung fertig waren oder ob sie sie erst im zimmer machen wollten da sie tagsüber beschäftigt waren so konnten und durften sie die arbeit abends machen warum sagten sie es ist ein fertig während sie nicht das geringste daran getan hatten ich habe gemeint sie fragen ob ich präpariert hätte lächerlich sie hatten neulich schon die frechheit meine worte einfach zu verdrehen ich habe deutlich gefragt haben sie ihre übersetzung gemacht meine frau war zugegen und ist zeuge wenn sie es gesagt haben habe ich es eben anders verstanden die gewohnten ausflüchte sie hatten ja nicht einmal präpariert das können sie jemand aufbinden der sie nicht so genau kennt wie ich ich wünschte ich hätte sie nie kennengelernt am ende kommt man durch sie noch um den ruf eines redlichen mannes aber sie werden durchschaut nicht nur von mir sondern auch von andern es gibt nur noch wenig familien bei denen sie für liebenswürdig und aufrichtig gelten die meisten sehen ein dass sie eine alltägliche einbildung und einen niedrigen hochmut besitzen dass sie gleichgültig und anmaßend gegen weniger vornehme sind sobald sie bei vornehmeren zutritt finden und was ihre verlogenheit betrifft so bin ich erbötig ihnen in jedem einzelnen fall auf den kopf zuzusagen ob sie bei der wahrheit geblieben sind was in und außer ihrem horizont liegt was ihre aufmerksamkeit fesseln kann und was nicht ich gebe ihnen ein artiges exempelchen aus der letzten zeit es war beim mittagstisch die rede vom regierungsrat fließen meine frau meinte es sei dem guten alten mann unangenehm dass er nicht bei den seinen in worms sein könne ich bemerkte hierauf dass der regierungsrat eine große verwandtschaft im reinkreis und so und so viele enkel habe darauf sagten sie elf enkel hat er es wurde beim generalkommissär davon gesprochen ich antwortete daß ich von neunzehn enkeln gehört sie versicherten aber es seien elf ich wußte dem nun allerdings nichts entgegenzusetzen aber das wußte ich bestimmt daß sie die zahl nur in der geschwindigkeit aufgegriffen hatten um uns zu imponieren um den namen des generalkommissärs in den mund nehmen zu können und uns zu zeigen daß sie mit den verhältnissen der personen vertraut seien die jenes haus besuchten hand aufs herz ist's nicht so jemand hat an der tafel von elf enkeln gesprochen ganz gewiß das glaub ich nicht doch pfui schämen sie sich hauser in einem so ernsten augenblick auf der lüge zu beharren dazu gehört ein hoher grad von erbärmlichkeit um nicht zu sagen nichtswürdigkeit an der sache selbst ist ja wenig gelegen aber ihre fortgesetzte dreiste behauptung läßt tief blicken sie zeigt daß sie nie einen fehler auf eigene rechnung nehmen daß sie nie eine schwäche zugestehen wollen und es dabei aufs äußerste ankommen lassen in der ersten freien stunde werde ich den regierungsrat selbst fragen wie viele enkel er hat sind es wirklich elf so werde ich ihnen gehörige genugtuung geben im andern fall will ich sie in einer weise beschämen daß sie an mich denken sollen kaspar senkte ergeben den kopf aber das eigentliche was ich ihnen vorzuhalten habe kommt noch lieber freund begann quandt nach einer pause während welcher mann den sturmwind gegen die fenster donnern und im kamin wimmern hörte es ist jetzt endlich an der zeit daß sie einen mann wie mir der an ihrem schicksal ungeheuchelten anteil nimmt einen wein einschenken sie scheinen immer noch der meinung die ganze welt stehe ihrem märchen von der geheimnisvollen einkerkerung oder gar von der hohen abkunft gläubig gegenüber sie befinden sich in einem schmählichen irrtum lieber hauser anfangs ich gebe es zu hat man sich damit als einem rätselhaften vorgang beschäftigt aber nach und nach sind doch alle vernünftigen menschen zu der einsicht gelangt daß sie das opfer lassen sie mich die eigenschaft nicht nennen deren opfer sie geworden waren ich kann mir wohl denken hauser daß sie den anschlag ursprünglich nicht so weit treiben wollten im vorigen winter als die schrift des präsidenten erschienen war da zeigten sie sich selbst erschrocken von den folgen ihrer tat und sie erinnerten mich an ein kind das ein bisschen mit dem feuer gespielt hat und unversehens das ganze haus in flammen sieht sie fürchteten den futterplatz zu verlieren den sie sich durch ihre pfiffigkeit verschafft hatten sie mußten gerade da eine entdeckung und die wohlverdiente strafe fürchten wo ihre verblendeten freunde das glück für sie sahen prüfen sie sich doch in ihrem innern ob ich nicht recht habe caspar sah dem lehrer mit einem leblosen blick ins auge schön ich will sie nicht zur antwort zwingen fuhr quandt mit düsterer befriedigung fort es ist nun wieder still um sie geworden hauser eigentümlich still ist es geworden man will sich nicht mehr recht um sie kümmern so still war es auch damals um sie geworden bevor der angebliche mordanfall im hause des professors daumer sich ereignet hat kein mensch unter all den vielen tausenden welche die stadt nürnberg bewohnen hat zur kritischen zeit oder später eine person beobachtet die auch nur im entferntesten im zusammenhang mit einer solchen gräueltat gedacht werden konnte ihre freunde glaubten trotzdem an den vermummten unhold so wie sie an den phantastischen kerkermeister glaubten der sie das lesen und schreiben gelehrt haben soll nichtsdestoweniger hat sie der professor daumer als bald vor die tür gesetzt er wird wohl gewußt haben warum und heute steht ihre sache so daß sie sich entschließen müssen ihre mächtigsten gönner der staatsrat der lord stanhope die frau behold haben das zeitliche verlassen erkennen sie darin nicht einen wink des himmels es hat ja nun keinen zweck mehr für sie die fiktion aufrecht zu erhalten sie sind doch jetzt ein mann sie wollen doch ein nützliches glied der menschlichen gesellschaft werden sprechen sie zu mir hauser eröffnen sie sich sprechen sie mit ihrem wahren mund aus wahrem herzen ja was soll ich denn sprechen fragte caspar dumpf und langsam indes seine gestalt verfiel wie die eines greises und auch in seinem gesicht lauter greisenhafte falten entstanden der lehrer trat zu ihm und ergriff seine schwere steinkalte hand die wahrheit sollen sie sprechen rief er beschwörend ach hauser es ist ja ein jammer sie anzuschauen wie das schlechte gewissen gespensterhaft aus jedem ihrer blicke luckt ihr gemüt ist bedrückt auf die gequälte brust hauser lassen sie endlich einmal die sonne hinein scheinen mut mut vertrauen die wahrheit die wahrheit er packte caspar am kragen des rocks als wolle er ihm mit seinen händen das geheimnis entreißen was denn was denn dachte caspar und sein blick flatterte wehevoll umher ich will ihnen entgegenkommen sagte quandt knüpfen wir an ein greifbares an als sie nach nürnberg kamen zeigten sie einen brief sie trugen in den taschen ihres verschnittenen fracks mehrere bücher es waren alte mönchsschriften darunter eine mit dem titel kunst die verlorenen jahre einzubringen wer hat den brief geschrieben wer hat ihnen die bücher gegeben wer der bei dem ich gewesen das ist ja klar versetzte quandt mit erregtem lächeln aber sie sollen mir sagen wie der hieß bei dem sie gewesen sie werden mich doch nicht für so närrisch halten daß ich glaube sie wüßten das nicht ohne zweifel war es doch ihr vater oder ihr oheim oder ein bruder oder ein spielgenosse gleichviel hauser stellen sie sich vor sie befänden sich vor gottes angesicht und gott würde fragen woher kommst du wo ist deine heimat der ort wo du geboren bist wer hat dir einen falschen namen angedichtet und wie heißt du mit dem namen den du in der wiege empfangen hast wer hat dich unterrichtet und angelernt die menschen zu täuschen was würden sie in ihrer seelennot antworten was antworten wenn der erhabene gott sie zur rechenschaft aufforderte zur sühnung des verübten trugs caspar starrte den lehrer atemlos an das blut stockte ihm die ganze welt verkehrte sich ihm was würden sie antworten wiederholte quandt mit einem ton zwischen angst und hoffnung ihm schien es als sei er nahe daran die verschlossene pforte zu sprengen caspar stand schwerfällig auf und sagte mit zuckendem mund ich würde antworten du bist kein gott wenn du solches von mir verlangst quandt prallte zurück und schlug die hände zusammen lästerer schrie er mit durchdringender stimme dann streckte er den rechten arm aus und rief hebe dich weg du unzucht du verfluchter lügengeist hinaus mit dir infamer besudle meine luft nicht länger caspar kehrte sich um und während er nach der türklinke tastete krächzte hinter ihm die wanduhr zehn schläge in das seufzend schlaflos wälzte sich quandt die ganze nacht auf den kissen seine heftigkeit mochte ihn geräuen denn im lauf des folgenden tages suchte er sich caspar wieder zu nähern aber caspar blieb kalt und in sich gekehrt abends brachte quandt das gespräch auf den regierungsrat flissen er sagte daß er sich erkundigt habe und rief caspar scherzend zu achtzehn enkel hauser achtzehn sind es na sehen sie daß ich recht gehabt habe caspar schwieg aber hauser sie essen ja gar nichts mehr sagte die lehrerin besorgt ich hab keinen appetit erwiderte caspar kaum daß ich angefangen habe zu essen bin ich auch schon satt am mittwoch dem dezember kam quandt verspätet und sehr erregt zu tisch er hatte auf dem heimweg von der schule einen heftigen auftritt mit einem vorknecht gehabt der in der bergischen pfarrgasse sein pferd zu schanden geschlagen hatte weil es den schwer beladenen wagen nicht zum hafenmarkt hinaufziehen konnte quandt hatte dem rohen kumpan vorstellungen gemacht und einige hinzukommende bürger zu zeugen der unmenschlichen quälerei angerufen dafür war der vorknecht mit erhobenem peitschenstil auf ihn losgegangen und hatte ihn angebrüllt er solle sich zum teufel scheren und sich nicht um sachen kümmern die ihm nichts angingen gott sei dank ist mir der name des kerls bekannt und ich werde dem polizeileutnant darüber meldung erstatten schloss quandt er wurde nicht müde zu beschreiben wie der armselige klepper vor dem gefährt immer wieder vergeblich an den strengen gezerrt habe und wie das schwarze blut unter seinen rippen hervorgequollen sei der spitzbube grollte er ich werde es ihm zeigen ein tier so zu rackern nachher als caspar weggegangen war fragte ihn seine frau ob es ihm denn nicht aufgefallen sei daß caspar gar kein wort über die geschichte fallen gelassen habe ja er war ganz stumm es ist mir aufgefallen bestätigte quandt eine halbe stunde darauf ging er in caspars zimmer und bat ihn die schriftliche anzeige gegen den vorknecht die er verfaßt hatte in der wohnung kickles abzugeben um drei uhr kehrte caspar mit der nachricht zurück der polizeileutnant habe einen mehrtägigen urlaub genommen und sei verreist ende von quandt unternimmt den letzten sturm auf das geheimnis aufgenommen von ramona deininger schnabel crow wings dot com abschnitt 32 von caspar hauser oder die trägheit des herzens von jakob wassermann diese librivox aufnahme ist in der public domain es geschah am übernächsten tage einem freitag als caspar kurz nach zwölf das gerichtsgebäude verlassen wollte daß er im korridor vor der unteren treppe von einem fremden herrn angesprochen wurde einem anscheinend sehr vornehmen mann der groß und schlank war einen schwarzen backen und kinnbart trug und der ihn aufforderte ihm wenige minuten gehör zu schenken caspar stutzte denn in der stimme des mannes war etwas sehr dringliches und etwas sehr achtungsvolles sie gingen ein paar schritte seitwärts von der treppe wo niemand vorüberkommen konnte der fremde lächelte ermutigend als er caspars scheues wesen bemerkte und begann sogleich in derselben dringlichen und achtungsvollen weise sie sind caspar hauser bis heute sind sie es gewesen morgen werden sie diesen namen abstreifen wie mich schon der erste blick in ihr gesicht belehrt und erschüttert hat prinz mein prinz erlauben sie mir ihnen die hand zu küssen er wückte sich rasch und küßte er furchtsvoll caspars hand caspar hatte keine worte er sah aus wie einer dem plötzlich das herz still steht ich komme vom hof ich komme als abgesandter ihrer mutter ich komme sie zu holen fuhr der fremde fort nicht weniger hastig nicht weniger respekt erfüllt ich vermute dass sie seit langem darauf vorbereitet sind doch müssen wir auf der hut sein wir haben große hindernisse zu scheuen sie müssen mit mir entfliehen alles ist bereit die frage ist nur ob sie willens sind sich ohne rückhalt mir anzuvertrauen und ob ich auf ihre unbedingte verschwiegenheit rechnen darf wie sollte caspar imstande sein darauf zu antworten er schaute in das gesicht des mannes das ihm in jeder beziehung außergewöhnlich ja märchenhaft erschien und mit stupider aufmerksamkeit haftete sein blick auf den zahllosen kleinen blatternarben die auf der nase und den wangen des fremden sichtbar waren ihr schweigen ist für mich berät sagte der fremde mit einer schnellen verbeugung der plan ist der sie finden sich morgen nachmittag um vier uhr im hofgarten ein und zwar neben der lindenallee wenn man vom freibergschen haus kommt man wird sie von dort zu einem bereitstehenden wagen führen die einbrechende dunkelheit wird unsere flucht begünstigen kommen sie ohne mantel so wie sie sind sie werden standesgemäße kleider finden bei der ersten raststation an der grenze die wir in drei stunden erreichen können werden sie sich umkleiden ich bin ihnen unbekannt sie sollen sich dem unbekannten nicht auf treu und glauben übergeben bevor sie in den wagen steigen werde ich ihnen ein zeichen behendigen an dem sie unzweifelhaft erkennen werden daß ich zu meinem auftrag von ihrer mutter bevollmächtigt bin caspar rührte sich nicht nur sein ganzer körper schwankte ein wenig als wäre er erstarrt und der wind drohe ihn umzublasen darf ich dies alles als abgemacht ansehen fragte der fremde er mußte die frage wiederholen da nickte caspar ernsthaft schwer und auf einmal war ihm die kehle wie verbrannt werden sie sich zur bestimmten stunde am bestimmten platze einfinden mein prinz mein prinz caspar wurde leichenblass er schaute wieder die blatternarben mit verzehrender aufmerksamkeit an dann nickte er abermals mit einer bewegung die den schein von kälte oder von verschlafenheit hatte der fremde lüpfte mit demutsvoller höflichkeit den hut hierauf ging er und verschwand in der richtung gegen die schwanengasse während des ganzen auftrittes der etwa acht bis zehn minuten gedauert hatte war also nicht ein einziges wort aus caspars lippen gekommen war es freude die caspar empfand war freude so beschaffen daß einen dabei fror bis ins mark daß beständig schauder über den rücken liefen wie kaltes wasser er machte immer nur ein halb dutzend schritte und hielt dann inne weil er glaubte der erdboden sinke unter seinen füßen menschen geht mir aus dem weg dachte er wehe mich nicht an schnee wind sei nicht so wild er betrachtete seine hand und berührte mit der spitze seines fingers starren nachdenklich die stelle auf die der fremde ihn geküsst warum arbeiten die schustergesellen noch es ist ja mittagszeit grübelte er als er im vorbeigehen in einen laden blickte unaufhörlich rannen die schauder über den nacken herab es war schön zu wissen daß mit jedem schritt mit jedem blick mit jedem gedanken zeit verging denn darum handelte es sich jetzt ganz allein daß die zeit verging als er nach hause kam sagte er zu markt er wolle nichts essen und sperrte sich in seinem zimmer ein er stellte sich ans fenster und während ihm die tränen über die backen liefen sagte er du katus ist gekommen seine gedanken hatten etwas von einem nächtlichen flug wilder vögel bis heute war ich caspar hauser dachte er von morgen an bin ich der andre und was bin ich jetzt gestern war ich noch ein schreiberlein und morgen werd ich vielleicht einen blauen mantel tragen mit goldenen bordern verziert auch ein degen soll mir ducatus bringen lang und schmal und aufrecht wie ein minzener helm aber ist denn alles wahr kann es denn sein freilich kann es sein weil es doch sein muss erst als es völlig finster war zündete caspar das licht an die lehrerin schickte herauf und ließ fragen ob er nichts zu sich nehmen wolle er bat um ein stück brot und ein glas milch dies wurde gebracht so dann fing er an seine laden auszuräumen einen ganzen stoß von papieren und briefen warf er ins feuer die schreibhefte und bücher ordnete er mit peinlicher sorgfalt er öffnete eine truhe und zog unter mancherlei kram das holzpferdchen hervor das er noch von der gefangenschaft auf dem festnaturm her besaß er betrachtete es lange es war weiß lackiert mit schwarzen flecken und hatte einen schweif der bis auf das brettchen fiel o rösslein dachte er hast mich manches jahr begleitet was wird nun aus dir ich will wiederkommen und dich holen und einen silbernen stall werde ich dir bauen damit stellte er das spielding behutsam auf ein ecktischchen neben dem fenster es mag füglich wunder nehmen dass ein gemüt wie das seine so mit ahnung begabt so mit erfahrungen vielerlei art gefüllt vom ersten augenblick der vermeintlichen wandlung seines schicksals in eine dermaßen blinde gläubigkeit verfiel daß auch nicht ein funke des mißtrauens der furcht oder nur des zweifelnden staunens in ihm erglomm ein vorgang so weit außerhalb des gebundenen wirklichen so abenteuerlich in seiner plötzlichkeit so zierdelos und simpel daß ein schüler ein kind ein verrückter daran anstoß genommen hätte und er dem so viele menschengesichter unvermummt oder durch schuldentmummt gegenübergetreten waren er dem die welt nichts anderes war als was der schwalbe die vom süden kommt das durch bubenhände zerstörte nest er ergriff mit unerschütterlicher zuversicht die unbekannte hand die sich aus unbekanntem dunkel ihm entgegenstreckte die starre kalte stumme hand aber bei ihm war keine andere hoffnung mehr oder es war überhaupt von hoffnung keine rede hier war das selbstverständlich endliche das jenseitige sichere das ungefragte dem kein wort der menschlichen sprache ja nicht einmal ein gedanke eine vorstellung eine vision mehr nahe kommen konnte und das sich so vorbestimmt vollzieht wie der aufgang der sonne wenn es tag wird o ihr müdgetriebenen glieder ihr ketten an den gliedern ihr trägen minuten ihr schweigenden stunden noch prasselt der kalk in der mauer noch bellt von fern ein hund noch bläst der sturm den schnee ans fenster noch knistert das licht auf der kerze und alles dies ist voll bosheit weil es so beständig scheint so langsam vergeht um neun uhr begab er sich zur ruhe er schlief fest später in der nacht hörte er alle viertelstunden schläge von den kirchen bisweilen richtete er sich auf und schaute beklommen in die finsternis dann kam ein traum in dem schlaf und wachen unmerklich ineinander flossen ihm träumte nämlich er stehe vor dem spiegel er dachte wie sonderbar ich habe ein so bestimmtes gefühl von der glätte des spiegelglases und doch träume ich nur er erwachte oder glaubte zu erwachen verließ das bett oder glaubte es zu tun machte sich im zimmer zu schaffen legte sich wieder hin schlief ein erwachte abermals und grübelte sollte ich das mit dem spiegel nur geträumt haben jetzt trat er vor den spiegel hin gewahrte sein umschattetes bild fand etwas fremdes daran wovor ihn graute und bedeckte den spiegel mit einem tuch das blau war und goldene borten hatte als er sich nun hingelegt hatte und nach einer weile wirklich erwachte da erkannte er dass alles nur ein traum gewesen war denn der spiegel war keineswegs verhängt es war eine lange nacht des morgens ging er wie gewöhnlich aufs gericht er verrichtete seine schreibarbeit wie mit verschleierten augen um elf uhr klappte er das tintenfass zu räumte auch hier alles säuberlich zusammen und entfernte sich still war wegen einer lehrerkonferenz über mittag vom hause fort caspar saß mit der frau allein bei tisch sie sprach beständig vom wetter der sturm hat den schlot auf unserem dach umgerissen erzählte sie und der schneiderwüst von nebenan ist durch die herunterfallenden ziegel beinahe erschlagen worden caspar blickte schweigend hinaus er konnte kaum das gegenüberliegende gebäude sehen regen und schnee untermischt wirbelten durch die verdunkelte gasse caspar aß nur die suppe als das fleisch kam stand er auf und ging in sein zimmer punkt drei uhr kam er wieder herunter nur mit seinem alten braunen rock bekleidet und ohne mantel wo wollen sie denn hin hauser rief ihn die lehrerin von der küche aus an ich muß beim generalkommissär etwas holen entgegnete er ruhig ohne mantel bei der kälte fragte die frau erstaunt und trat auf die schwelle er sah zerstreut an sich herab dann sagte er adieu frau lehrerin und ging bevor er die haustür schloss warf er noch einen abschiedsblick in den flur auf das geschweifte geländer der treppe auf den alten braunen schrank mit den messingschnallen der zwischen küchen und wohnzimmertür stand auf das kehrichtfass in der ecke das mit kartoffelschalen käserrinden knochen holzspänen und glassplittern angefüllt war und auf die katze die stets heimlich und genäschig hier herumschlich trotz des blitzhaft schnellen anschauens dieser dinge schien es caspar als ob er sie nie deutlicher und nie so absonderlich gesehen hätte als die klinke eingeschnappt war ließ der schier unerträglicher druck der seine brust verschnürte ein wenig nach und seine lippen verzogen sich zu einem schalen lächeln dem lehrer werde ich schreiben dachte er oder nein besser ist es selber zu kommen wenn der winter vorbei ist werde ich kommen und mit dem wagen vors haus fahren ich werde es einrichten daß es nachmittag sein wird da ist er daheim wenn er vors tor tritt werde ich ihm nicht die hand reichen ich will mich stellen als ob ich ein anderer wäre in meinen schönen kleidern wird er mich ja nicht erkennen er wird einen tiefen bückling machen wollen euer gnaden gnädigst eintreten wird er sprechen wenn wir im zimmer sind stelle ich mich vor ihn hin und frage erkennen sie mich nun er wird auf die knie fallen aber ich reiche ihm die hand und sage sehen sie jetzt ein dass sie mir unrecht getan haben er wird es einsehen sag ich zeig sie mir doch mal ihre kinder und schicken sie nach dem polizeileutnant den kindern werde ich geschenke bringen und wenn dann der polizeileutnant kommt zu dem werde ich nicht reden den werde ich nur anschauen nur anschauen von der gumbertuskirche schlug es halb vier es war noch viel zu früh auf dem unteren markt ging caspar rings an den häusern herum vor dem pfarrhaus blieb er eine weile sinnend stehen infolge seiner inneren hitze spürte er die kälte kaum er sah nur wenige leute die wie vom wind gepeitscht schnell vorüber huschten als er sich von der hofapotheke rechts gegen den schloss durch las wandte schlug es drei viertel da rief jemand er blickte empor der fremde von gestern stand neben ihm er trug einen mantel mit mehreren kragen und darüber noch einen pilzkragen er verbeugte sich und sagte ein paar höfliche worte caspar verstand ihn nicht denn der wind war gerade so heftig daß man hätte schreien müssen um einander zu hören daher machte der fremde bloß eine gebärde durch die er caspar bat mit ihm gehen zu dürfen offenbar war er selbst eben im begriff gewesen den ort des stelldicheins aufzusuchen bis zum hofgarten waren es nur noch wenige schritte der fremde öffnete das türchen und ließ caspar den vortritt caspar ging voran als ob es so sein müsse eine mischung von einfältiger ergebenheit und ruhigem stolz zeigte sich in seinem gesicht um mit sonderbarer raschheit einem ausdruck des grauens platz zu machen denn der augenblick war zu stark er konnte seine wucht nicht ertragen in dem zeitraum den er brauchte um von dem pförtchen über den dicht beschneiten orangerieplatz zu den bäumen der ersten allee zu gehen durchlebte er in seinem innern eine reihe gänzlich unzusammenhängender szenen aus ferner vergangenheit eine erscheinung die von seelenforschern auf dieselbe wurzel zurückgeführt werden kann wie etwa die das ein von einem turm fallender während der zeit des sturzes sein ganzes dasein an sich vorüber gleiten sieht er erblickte zum beispiel die amsel die mit ausgebreiteten flügeln auf dem tisch lag dann sah er mit ungemeiner deutlichkeit den wasserkrug aus dem er in seinem kerker getrunken dann sah er eine schöne goldene kette die ihm der lord aus seinen schätzen gezeigt womit die angenehme empfindung verbunden war die ihm stanhopes weiße feine hand erregte ferner sah er sich im saal der nürnberger burg wohin daumer ihn geführt und sein auge weilte auf der sanften linie einer gotischen fensterwölbung mit einem entzücken das er damals sicherlich nicht verspürt hatte sie kamen zum kreuzweg da eilte der fremde voraus und gab mit erhobenem arm irgendein zeichen kaspar gewahrte hinter dem gebüsch noch zwei andere personen deren gesichter durch die aufgestellten mantelkragen völlig verhüllt waren wer sind diese fragte er und zauderte weil er annahm hier sei der verabredete platz mit den blicken suchte er den wagen das schneegestöber erlaubte jedoch nicht weiter als zehn ellen zu sehen wo ist der wagen fragte er da der fremde auf beide fragen nicht antwortete schaute er ratlos gegen die zwei hinter dem gebüsch diese näherten sich oder es schien wenigstens so sie riefen dem blatternarbigen etwas zu erst der eine dann der andere darauf entfernten sie sich wieder und standen dann auf der andern seite des wegs der fremde drehte sich um griff in die tasche seines mantels brachte ein lilafarbenes beutelchen zum vorschein und sagte mit heiserer stimme öffnen sie es sie werden darin das zeichen finden das uns ihre mutter übergab kaspar nahm das beutelchen entgegen während er sich bemühte die schnur zu entknüpfen durch die es zugebunden war hob der fremde einen langen blitzenden gegenstand in der faust und schnellte mit dem arm gegen kaspar's brust was ist das dachte kaspar bestürzt er fühlte etwas eiskaltes tief in sein fleisch glitschen ach gott das sticht ja dachte er und wankte dabei den beutel ließ er fallen oh ungeheurer ungeheurer schrecken er griff nach einem der baumstämmchen und versuchte zu schreien aber es ging nicht auf einmal brach er in die knie vor seinen augen wurde es schwarz er wollte den fremden bitten dass er ihm helfe doch die füße des mannes die er noch eine sekunde zuvor gesehen waren verschwunden die schwärze vor den augen wich wieder er sah sich um niemand war mehr da auch die beiden hinter dem gebüsch waren nicht mehr da er kroch nun auf allen vieren ein wenig am gebüsch entlang und senkte den kopf herunter um sein gesicht vor dem nassen schneestaub zu schützen den ihm der wind entgegen spritzte er machte ein paar bewegungen mit dem körper als suche er in der erde eine höhlung zum hineinschlüpfen konnte dann nicht weiter und blieb sitzen ihm schien als riesele etwas im innern seines leibes es fror ihn jetzt erbärmlich möcht sehen was in dem beutel ist dachte er während seine zähne klapperten o ungeheurer schrecken der ihn abhielt nach jener stelle zu blicken wo der fremde gestanden wenn ich nur ein wort wüßte durch das mir leichter würde dachte er wie einer der sich durch zauberformeln zu schützen wähnt und er sagte zweimal du katus welches wunder plötzlich ward ihm leicht er glaubte aufstehen und nach hause gehen zu können er erhob sich er sah dass er gehen konnte nachdem er einige taumelnde schritte gemacht fing er an zu laufen ihm war als ob sein körper ohne schwere sei ihm war als fliege er er lief 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 bis zum tor des gartens über den schlossplatz über den markt an der kirche vorbei bis zum kronacher buck bis in den flur des quanschen hauses lief 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 in schweiß gebadet stürzte er in den flur weiter ging es nicht mehr keuchend lehnte er sich an die wand die markt gewahrte ihn zuerst über sein aussehen entsetzt gab sie einen gellenden schrei von sich da kam quandt aus der stube seine frau folgte ihm caspar starrte ihnen entgegen sprach aber nichts sondern deutete bloß auf seine brust es ist geschehen fragte quandt rau und kurz hofgarten gestochen stammelte caspar und quandt wir sehen ihn schmunzeln nichts anderes wir sehen ihn schmunzeln und wenn jahrhunderte feierlich in purpur angetan wie gottes engel auf uns zutreten und uns beschwören die tatsachen nicht zu verzerren so ist nichts anderes zu erwidern als dass quandt schmunzelte seltsam schmunzelte wo sind sie denn gestochen mein lieber fragte er gedehnt wieder deutete caspar auf seine brust quandt knöpfte ihm rock weste und hemd auf um die wunde anzuschauen richtig da war ein stich nicht größer als eine haselnuss aber nicht die geringste spur von blut war zu bemerken eine wunde ohne blut das gibt es nicht das ist wie eine behauptung ohne beweis also gestochen sagte quandt so lassen sie uns sofort umkehren und zeigen sie mir den platz im hofgarten wo das passiert sein soll fügte er energisch hinzu was haben sie denn zu dieser stunde und bei solchem wetter im hofgarten zu tun gehabt marsch kommen sie die sache muss unverzüglich aufgeklärt werden caspar widersprach nicht er schleppte sich an des lehrers seite wieder auf die gasse quandt faßte ihn unter wie ein krüppel schlich caspar dahin nach langem schweigen sagte quandt in verbissenem ton diesmal haben sie ihren dümmsten streich gemacht hauser diesmal wird es keinen so guten ausgang nehmen wie beim professor daumer das kann ich ihnen schriftlich geben caspar blieb stehen warf einen schnellen blick gen himmel und sagte gott wissen machen sie nur keine faxen zitterte quandt ich weiß was ich weiß wenn sie sich auch noch so sehr auf gott berufen damit haben sie bei mir kein glück denn sie sind ein gottloser mensch von grund auf ich kann ihnen nur raten spielen sie nicht länger die stumme von potichy und gestehen sie lieber gleich ein wenig bang machen wollen sie uns die leute wollen sie durcheinander hetzen gestochen wer soll sie denn gestochen haben vielleicht um ihnen ihre jämmerlichen paar moneten aus der tasche zu ziehen so ein unsinn gehen sie nicht so langsam hauser meine zeit ist knapp den beutel will ich holen stammelte caspar leise was denn für ein beutel der mann mir gegeben was für ein mann der mich gestochen aber hauser hauser es ist ja himmelschreiend bilden sie sich denn ein daß ich an diesem mann nur im entferntesten glaube so wenig wie an den schwarzen peter bilden sie sich denn ein daß ich über den wahren täter einen augenblick im zweifel bin gestehen sie es doch gestehen sie daß sie sich selber ein bisschen gestochen haben ich will über die sache noch einmal schweigen ich will gnade für recht ergehen lassen caspar weinte dicht vor dem hofgarten brach er plötzlich zusammen quandt war verwirrt es kamen einige männer des weges diese bat er daß sie den jüngling nach hause führen möchten er selbst wolle zur polizei die männer mußten erst geraume weile warten bis sich caspar ein wenig erholt hatte auch dann hielt es schwer ihn zum gehen zu bewegen es wurde später von den ärzten als eine unbegreiflichkeit bezeichnet das caspar mit der furchtbaren verletzung in der brust imstande gewesen war den weg zum hofgarten zum lehrerhaus hernach vom lehrerhaus zum schlossplatz und endlich vom schlossplatz wieder nach hause zurückzulegen das erste mal laufend das zweite mal am arme quants das dritte mal von den männern halb gezogen im ganzen über sechzehundert schritte als quandt den weg nach dem rathaus einschlug war es finster geworden der diensttuhende offiziant erklärte daß ohne speziellen auftrag des bürgermeisters der im bade sei die anzeige nicht protokolliert werden dürfe der lehrer schwatzte noch eine weile mit ihm dann begab er sich unwillig und verdrossen in die eine viertelstunde vor der stadt gelegene kleinschrottsche badewirtschaft wo der bürgermeister im kreis seiner vertrauten beim bier saß quandt trug den fall vor man staunte zweifelte plädierte bestieg den amtsschimmel und gestattete hierauf die förmliche protokollaufnahme um sechs uhr wurde das interessante aktenprodukt bei laternen und kerzenschein dem stadtgericht zur weiteren untersuchung übergeben quandt kehrte nach hause zurück auf der gasse vor seiner wohnung fand er viele menschen und zwar waren es personen jeglichen standes die dem unwetter zum trotz gekommen waren und in einem schweigen verharrten das den lehrer stutzig machte er ging sogleich in das zimmer caspars der zu bett gebracht worden war der doktor horlacher war zugegen er hatte die wunde schon untersucht wie steht's fragte quandt der doktor antwortete es sei kein grund zu ernster besorgnis vorhanden das dachte ich mir versetzte quandt jetzt erschien der hofrat hoffmann ein polizeisoldat hatte ihm unten den lilafarbenen beutel übergeben der an der unglücksstätte gefunden worden war kennen sie diesen beutel fragte der hofrat mit fieberglänzenden augen blickte caspar auf den beutel den der hofrat öffnete es lag ein zettel darin der so schien es zunächst mit hieroglyphen bedeckt war die lehrerin die dabei stand schüttelte den kopf sie zog ihren mann beiseite und sagte zu ihm es ist doch eigen genau so legt der hauser immer seine briefe zusammen wie das papier im beutel zusammengefaltet war quandt nickte und trat an die seite des hofrats der den zettel erst prüfend betrachtete und dann einen handspiegel verlangte es ist wohl spiegelschrift sagte quandt lächelnd ja erwiderte der hofrat eine sonderbare kinderei er stellte schrift und spiegel einander gegenüber und las vor caspar hauser wird euch genau erzählen können wie ich aussehe und wer ich bin dem hauser die mühe zu sparen denn er könnte schweigen müssen will ich aber selber sagen woher ich komme ich komme von der bayerischen grenze am fluss ich will euch sogar meinen namen verraten m l o das klingt ja geradezu höhnisch sagte der hofrat nach einem verwunderten schweigen quandt nickte erbittert vor sich hin als caspar die vorgelesenen worte vernommen hatte fiel sein kopf schwer in das kissen und eine grenzenlose verzweiflung malte sich in seinen zügen es schloss sich sein mund mit einem ausdruck als wolle er von nun an nie mehr reden und daß er hätte reden können womit dieser m l o offenbar nicht gerechnet hatte empfand er bis in das fieber hinein als eine art schmerzlichen triumphes quandt den zettel den ihm der hofrat gegeben zwischen den händen wanderte aufgeregt hin und her das sind schöne streiche rief er aus schöne streiche sie halten das mitleid ihres jahrhunderts zum besten hauser sie verdienen eine tracht prügel das verdienen sie der hofrat runzelte die stirn gemach herr lehrer lassen sie das doch sagte er mit ungewöhnlich ernstem ton bevor er sich verabschiedete versprach er am nächsten morgen den kreisphysikus zu schicken woraus ersichtlich war daß auch er an keine unmittelbare gefahr dachte erster abschnitt von enigma sui temporis aufgenommen von ramona deininger-schnabel www.crowings.com oder die trägheit des herzens indes kam der kreisphysikus von frau von imhof dazu bewogen noch am selben abend es war der medizinalrat dr albert er untersuchte caspar mit großer sorgfalt als er fertig war machte er ein bedenkliches gesicht quandt seltsam gereizt dadurch sagte fast herausfordernd es fließt ja gar kein blut aus der wunde das blut sickert nach innen entgegnete der medizinalrat mit einem den leerer nur streifenden blick er legte einen umschlag von senfteig auf das herz und empfahl die möglichste ruhe quandt griff sich an die stirn wie sagte er zu seiner frau sollte sich der bursche in seinem leichtsinn doch ernstlichen schaden zugefügt haben die lehrerin schwieg ich bezweifle es ich muss es bezweifeln fuhr quandt fort sie doch selbst der sonst so wehleidige mensch klagt ja mit keiner silbe über schmerzen er antwortet auch nichts wenn man ihn fragt fügte die frau hinzu um neun uhr fing caspar an zu delirieren quandt war entschlossen an das delirium nicht zu glauben als caspar aus dem bett springen wollte schrie er ihn an machen sie nicht solche widerlichen umstände hauser gehen sie schleunig in ihr bett zurück der pfarrer fuhrmann trat gerade in das zimmer und hörte dies aber quandt quandt sagte er entsetzt ein wenig milde quandt im namen unserer religion o versetzte quandt kopfschüttelnd milde ist hier schlecht angebracht in nürnberg wo er doch auch so eine verworfene komödie aufgeführt hat gebärdete er sich genau so und ich habe mir sagen lassen müssen daß er dabei von zwei männern ist gehalten worden was mich betrifft ich lasse mir so ein schauspiel nicht bieten frau von imhoff hatte eine pflegerin vom krankenhaus geschickt die über nacht an caspars lager wachte er schlummerte zwei bis drei stunden schon früh am morgen erschien eine gerichtskommission caspar war bei klarem bewusstsein vom untersuchungsrichter aufgefordert erzählte er ein fremder herr habe ihn zum artesischen brunnen in den hofgarten bestellt zu welchem zweck bestellt das weiß ich nicht er hat darüber gar nichts gesagt doch er hat gesagt man könnte die tonarten des brunnens besichtigen und daraufhin sind sie ihm schon gefolgt wie sah er aus caspar gab eine kurze abgerissen gelallte beschreibung und der art wie ihn der fremde gestochen sonst war nichts aus ihm herauszubringen es wurde nach zeugen gefahndet es stellten sich zeugen zu spät für die verfolgung des täters schon die erste anzeige war durch die mitschuldquanz unverantwortlich verzögert worden als man die am ort des verbrechens befindlichen blutspuren untersuchen wollte ergab es sich daß inzwischen schon zu viele menschen dagewesen waren und den schnee zertreten hatten aus einem so wichtigen umstand nutzen zu ziehen mußte also von vornherein verzichtet werden zeugen fanden sich genug die zirkelwirtin in der rosengasse bekundete gegen zwei uhr sei ein mann in ihr haus gekommen den sie nie zuvor gesehen und habe gefragt wann eine retour nach nördlingen gehe der mann war ungefähr fünfunddreißig jahre alt gewesen von mittlerer größe bräunlicher hautfarbe und mit blatternarben im gesicht er habe einen blauen mantel mit pelzkragen einen runden schwarzen hut grüne pantalons und stiefel mit gelben schraubspuren getragen in der hand hielt er eine reitkärte er habe nur fünf minuten geweilt und ganz wenig gesprochen auffallend sei gewesen daß er nicht sagen gewollt wo er logierte so beschrieb auch der assessor donner einen mann den er um drei uhr im hofgarten neben der lindenallee gesehen und zwar in gesellschaft von zwei anderen männern die der assessor jedoch nicht betrachtet hatte ein spiegelarbeiter namens laich ging ein paar minuten vor vier uhr von seiner wohnung auf dem neuen weg durch die poststraße auf die promenade und von da über den schloßplatz er sah vom schloß her zwei männer über die gasse schreiten und die reitbahn zur linken lassend zum hofgarten gehen er erkannte in dem einen von ihnen caspar hauser als die beiden zum laternenpfahl am eck der reitbahn kamen wandte sich caspar hauser um und blickte den schloßplatz hinauf so daß ihn der beobachter noch einmal und genau hatte sehen können bei den schranken blieb der fremde stehen um hauser mit höflicher gebärde den vortritt zu lassen der arbeiter dachte für sich wie doch die herren bei solchem sturm und schnee spazieren gehen mögen drei viertelstunden später erzählte der mann als ich von einer besorgung beim büttner pfaffenberger zurückkam standen auf dem schloßplatz viele leute die jammerten und sagten der hauser sei im hofgarten erstochen worden und weiter ein gärtner gehilfe der in der orangerie beschäftigt ist hört gegen vier uhr stimmen er blickt zum fenster hinaus und sieht einen mann im mantel vorüberlaufen der mann läuft einen guten trab die stimmen sind etwa einen büchsenschuß weit vom orangeriehaus entfernt gewesen nicht so weit wie das utzsche denkmal ist es waren zweierlei stimmen eine bass und eine helle stimme neben der weidenmühle wohnt eine näherin ihr fenster geht auf den hofgarten sie sieht bis in die zwei gegen den hölzernen tempel zuführenden alleen bei beginnender dämmerung gewahrt sie den mann im mantel er tritt aus dem neuen gittertor und steigt am abhang der wetzertwiese hinab er stutzt als er vor dem hochgeschwollenen wasser steht er kehrt um und wendet sich gegen die steffelchen an der mühle geht über den steg auf der eiberstraße und verschwindet die frau hat von seinem gesicht nur einen schräg laufenden schwarzen bart wahrnehmen können es meldet sich auch der schreiber dillmann zu einer aussage die unverbrüchliche gewohnheit des alten kanzlisten ist es jeden nachmittag wie das wetter auch beschaffen ist zwei stunden lang im hofgarten zu promenieren er hat caspar und den fremden gesehen er versichert aber nicht vorangegangen sei caspar dem fremden sondern hinten nach sei er gegangen er ist ihm gefolgt wie das lamm dem metzger zur schlachtbank folgt sagt er zu spät zu spät der eifer zu spät die erlassenen steckbriefe und streifzüge der es konnte nicht mehr fruchten daß man sogar den rezartstrom aus seinem bett leitete um vielleicht das mordinstrument zu entdecken das der unbekannte bei seiner flucht von sich geworfen haben mochte was lag an diesem dolch was lag an den zeugen was lag an den verhören was lag an den indizien womit eine saumselige justiz ihre unfähigkeit prahlerisch verbrämte es wurde gesagt daß die nachforschungen planlos und kopflos betrieben wurden es wurde gesagt eine geheimnisvolle hand sei im spiel deren machenschaften darin gipfelten die wahren spuren allmählich und mit absicht zu verwischen und die aufmerksamkeit der behörde irre zu leiten wer es sagte konnte natürlich nicht erkundet werden denn die öffentliche meinung ein ding ebenso feig wie ungreifbar wo rakelt nur aus sicheren hinterhalten und sie schwieg gar bald stille hier wo verleumdung bosheit lüge dummheit und heuchelei ein schönes menschenbild wie zwischen mühlrädern zermalmten bis das nichts mehr übrig blieb als ein ärmliches märchen wovon sich das volk dieser gegenden an rauen winterabenden vor dem ofen unterhält am sonntagnachmittag traf quandt den jungen feuerbach den philosophen auf der straße wie geht es dem hauser fragte der den lehrer ei er ist ganz außer gefahr dank der nachfrage herr doktor antwortete quandt geschwätzig die gelbsucht ist eingetreten aber das soll ja die gewöhnliche folge einer heftigen erregung sein ich bin überzeugt daß er in ein paar tagen das bett wird verlassen können sie sprachen noch eine weile von anderen dingen hauptsächlich von der neuerdings zwischen nürnberg und fürd geplanten dampfschienenbahn ein unternehmen gegen das quandt eine ganze kanonade von skepsis auffahren ließ dann verabschiedete er sich von dem stillen jungen mann mit der dankbarkeit eines beklatschten redners und eilte beständig vor sich hin lächelnd nach hause er war in einer höchst zuversichtlichen stimmung einer stimmung in der man bereit ist seinen ärgsten feinden nach sich angedeihen zu lassen warum das mochten die götter wissen war der schöne tag daran schuld man darf nicht vergessen daß in quandt auch eine art von poet steckte oder war es die nähe des weihnachtsfestes das jedem guten christen menschen gleichsam eine erneuerung seiner seele verspricht oder war es am ende der umstand daß gegenwärtig so viele vornehme und ausgezeichnete personen sein bescheidenes heim aufsuchten und daß er inmitten dieses bescheidenen heims eine stellung von ungeahnter wichtigkeit inne hatte genug wie dem auch sein mochte er war mit sich zufrieden folglich stammte sein lächeln aus der lautesten quelle vor seiner wohnung traf er auf den polizeileutnant na vom urlaub zurück begrüßte er ihn mit gedankenloser freundlichkeit gleich darauf sagte er sich mit dem habe ich ja noch ein hühnchen zu rupfen hickel drückte die augen zusammen und sah aus als ob er lachen wollte sie gingen miteinander hinauf caspar saß mit nacktem oberleib im bette gegen aufgetürmte kissen gelehnt starr wie eine figur aus lehm das gesicht grau wie bimsstein die haut des körpers strahlend weiß wie eine magnesiumflamme der medizinalrat hatte soeben den verband abgenommen und wusch die wunde außerdem war noch ein kommissions aktuar zugegen dieser hatte am tisch platz genommen ein protokollformular lag bei ihm auf dem die lakonischen worte standen der damnificat verbleibt bei seinen bisherigen depositionen über einen eingefangenen straßenräuber hätte man sich nicht besser und niedlicher ausdrücken können kaum hatte caspar den eintretenden hickel gewahrt als er den wie einen gebrochenen blumenkelch seitwärts gesenkten kopf aufrichtete und mit weit geöffneten augen in denen ein ganz unsäglicher schrecken lag dem ankömmling ins gesicht starrte ohne zu sprechen erhob hickel drohend den zeigefinger diese gebärde schien den schrecken caspars aufs äußerste zu treiben er faltete die hände und murmelte ächzend nicht nahe komm ich hab's ja doch nicht selber getan aber hauser was fällt ihnen denn ein rief hickel mit einer lustigkeit die man etwa im wirtshaus zur schau trägt und seine gelben zähne blinkten zwischen den vollen lippen ich hab ihn ja nur gedroht weil sie ohne erlaubnis in den hofgarten gegangen sind wollen sie das vielleicht auch leugnen keine auseinandersetzungen wenn ich bitten darf mahnte der medizinalrat unwillig er hatte den verband erneuert zog nun den lehrer beiseite und sagte leise und ernst ich kann ihnen nicht verhehlen daß hauser wahrscheinlich die nacht nicht überleben wird offenen mundes stierte quandt den arzt an seine kniee wurden weich wie butter wie was rauchte er ist's möglich er schaute alle anwesenden der reihe nach langsam an wobei sein gesicht dem eines menschen glich der sich soeben behaglich zum essen setzen wollte und dem plötzlich schüssel teller messer und gabel ja der ganze tisch weggezaubert wird kommen sie mit mir herr lehrer sagte mit heiserer stimme hickel der am ofen stand und mit sinnloser geschäftigkeit seine hände an den kacheln rieb band nickte und schritt mechanisch voraus ist's möglich murmelte er wieder als er auf der stiege stand ist's möglich hilfesuchend blickte er den polizeileutnant an ach fuhr er elegisch fort wir haben doch unser redlich teil getan an treuer fürsorge haben wir's wahrlich nicht fehlen lassen lassen sie doch die flausen quandt antwortete der polizeileutnant grob sagen sie mir lieber was hat denn der hauser alles geredet in seinem wahn unsinn lauter unsinn versetzte quandt bekümmert achtung herr lehrer da sehen sie mal hinunter rief hickel indem er sich über das geländer beugte was denn gab quandt erschrocken zurück ich sehe nichts sie sehen nichts potzkübel ich auch nicht es scheint wir sehen beide nichts er lachte wunderlich richtete sich wieder kerzengerade auf und hüstelte trocken dann ging er indes quandt ihm nicht wenig betroffen nachguckte wohin soll es auch kommen mit der welt wenn leute wie hickel unter die gespensterseher geraten auf ihren robusten schultern ruhen die fundamente der ordnung des gehorsams und aller staatlich anerkannten tugenden mag es auch in diesem besonderen fall so beschaffen gewesen sein dass die ausgeburt rühmenswerter untertanen eigenschaften dennoch eine regung bösen gewissens anheim fiel nun dann muss erklärt werden dass dieses böse gewissen mit einem martialischen aussehen gesegnet war dass es zu allen mahlzeiten einen beneidenswerten appetit entwickelte und dass es das sanfteste ruhekissen für einen unvergleichlich gesunden schlaf war der durch keine feuerglocke und kein tedium hätte gestört werden können im zimmer caspars hatte der kommissions aktuar neuerdings ein verhör begonnen caspar sollte sagen ob noch ein dritter zugegen gewesen sei während er im appellgericht mit dem fremden mann gesprochen caspar antwortete matt er habe niemand bemerkt nur vor dem tor seien leute gewesen arme leute passen mir immer dort auf sagte er zum beispiel eine gewisse feigelein der habe ich manchmal einen kreuzer gegeben auch die tuchmacherswitwe weigl der aktuar wollte weiter fragen doch caspar lispelte müde recht müde wie ist ihn hauser erkundigte sich die wärterin müde wiederholte er werd jetzt bald weggehen von dieser lasterwelt eine weile schrie und redete er für sich hin hernach wurde er wieder ganz stille er sah ein licht das langsam erlosch er vernahm töne die aus dem innern seines ohrs zu dringen schienen es klang wie wenn man mit einem hammer auf eine metallglocke haut er erblickte eine weite einsame dämmernde ebene eine menschliche gestalt rennt schnell darüber hin o gott es ist schildknecht was läufst du so schildknecht ruft er ihm zu ab eile große eile antwortet jener auf einmal schrumpft schildknecht zusammen bis er eine spinne ist die an einem glühenden faden zum ast eines riesengroßen baumes entbohr klimmt tränen des grauens fallen wie regen aus caspars augen er sah ein seltsames gebäude es glich einer kolossalen kuppel es hatte kein tor keine tür kein fenster aber caspar konnte fliegen flog hinauf und schaute durch eine kreisrunde öffnung in das innere das von himmelblauer luft erfüllt war auf himmelblauen marmorfliesen stand eine frau vor diese trat ein mensch kaum deutlicher zu sehen als ein schatten und er teilte ihr mit daß caspar gestorben sei die frau hob die arme und schrie vor schmerz daß die wölbung erzitterte da klaffte der boden auseinander und es kam ein langer zug von menschen die alle weinten und caspar sah daß ihre herzen zitterten und zuckten wie lebendige fische in der hand des fischers und einer trat heraus der gerüstet war und ein schwert trug der sprach ungeheure worte aus denen sich das ganze geheimnis enthüllte und alle die zuhörten pressten die hände gegen die ohren schlossen die augen und stürzten vor kummer zu boden dann war alles verwandelt caspar spürte sich voll von wunderbaren kräften er spürte die metalle in der erde von tief unten zogen sie ihn an und die steine spürte er die adern von erz hatten dazwischen ruhte vielfältiger samen und er brach auf und die würzlein schossen und bebend hoben sich die gräser aus dem boden sprangen quellen hoch empor wie fontänen und auf ihren spitzen leuchtete die willkommene sonne und inmitten des weltalls stand ein baum mit weitem gipfel und unzähligen verästelungen rote beeren wuchsen aus den zweigen und auf der krone oben bildeten die beeren die form eines herzens innen im stamm floss blut und wo die rinde zerrissen war sickerten schwärzlich rote tropfen hindurch mitten in diesem wogen verzweiflungsvoller bilder und krankhafter entzückungen war es caspar als ob ihn jemand in einen raum trüge wo keine luft zum atmen mehr war da half kein sträuben und sich bäumen es trug ihn hin und ein kühler wind wehte über sein haar seine finger krümmten sich als suche er sich irgendwo zu halten es war eine namenlose erschöpfung von welcher der vergebliche kampf begleitet war auf der straße fuhr der nürnberger postwagen vorbei und der postillon blies ins horn es kamen bis zum abend viele leute um nach seinem befinden zu fragen frau von imhoff blieb lange an seinem bett sitzen um acht uhr schickte die pflegerin zum pfarrer vormann der mit größter schnelligkeit eintraf er legte caspar die hand auf die stirn mit angstvoll großen augen schaute sich caspar um seine schultern zitterten er machte mit dem zeigefinger auf dem deckbett bewegungen als wolle er schreiben das dauerte jedoch nicht lange sie haben mir einmal gesagt lieber hauser dass sie auf gott vertrauen und mit seiner helfe jeden kampf kämpfen wollen sagte der pfarrer weiß es nicht flüsterte caspar haben sie denn heute schon zu gott gebetet und ihn um seinen beistand angerufen caspar nickte und wie ist ihnen darauf gewesen haben sie sich gestärkt gefühlt caspar schwieg wollen sie nicht wieder beten bin zu schwach vergehen mir gleich die gedanken und nach einer weile sagte er wie für sich seltsam leiernd das ermüdete haupt bittet um ruhe so will ich ein gebet sprechen fuhr der pfarrer fort beten sie im stillen mit vater nicht mein sondern dein wille geschehe vollendete caspar hauchend wer hat so gebetet der heiland und wann vor seinem sterben bei diesem wort sträubte sich sein körper empor und über sein gesicht ging ein höchst qualvolles zucken er knirschte mit den zähnen und schrie dreimal gellend wo bin ich denn aber hauser in ihrem bett sind sie beruhigte ihn quandt es kommt ja bei kranken öfter vor dass sie sich an einen anderen ort zu befinden wählen wandte er sich erklärend an den pfarrer fuhrmann geben sie ihm zu trinken sagte dieser die lehrerin brachte ein glas frisches wasser als caspar getrunken hatte wischte ihm quandt den kalten schweiß von der stirn er selbst webte an allen gliedern er beugte sich über den jüngling und fragte dringend feierlich beschwörend hauser hauser haben sie mir nichts mehr zu sagen sehen sie mich einmal so recht aufrichtig an hauser haben sie mir nichts mehr zu beichten da packte caspar in höchster herzensnot die hand des lehrers ach gott ach gott so abkratzen müssen mit schimpf und schande stieß er jammernd hervor das waren seine letzten worte er kehrte sich ein wenig auf die rechte seite und drehte das gesicht zur wand jedes glied seines körpers starb einzeln ab zweiter gespäter wurde er begraben es war nachmittags und der himmel von wolkenloser bläue die ganze stadt war in bewegung ein berühmter zeitgenosse der caspar hauser das kind von europa nennt erzählt es sei zu der stunde mond und sonne gleicher zeit am finament gestanden jener im osten diese im westen und beide gestirne hätten im selben fahlen glanz geleuchtet etwa anderthalb wochen später drei tage nach weihnachten es war abend und quandt und seine frau wollten sich eben zu bett begeben erschallten starke schläge gegen das haustor sehr erschrocken zögerte quandt eine weile erst als sich die schläge wiederholten nahm er das licht und ging um zu öffnen draußen stand frau von kannerwurf führen sie mich in caspars zimmer sagte sie zum lehrer jetzt noch in der nacht wagte dieser einzuwenden jetzt in der nacht beharrte die frau ihr wesen schüchterte quandt dergestalt ein dass er stumm zur seite trat sie vorangehen ließ und mit dem licht folgte in caspars zimmer erinnerte wenig an den verstorbenen es war alles umgestellt und verräumt nur das holzpferdchen stand noch auf dem ecktisch neben dem fenster lassen sie mich allein geburt frau von kannerwurf quandt stellte den leuchter hin entfernte sich schweigend und wartete in gemeinschaft mit seiner frau unten an der stiege es ist sehr gutmütig von mir dass ich mir so etwas in meinem hause gefallen lasse murrte er mit verschränkten armen schritt klara von kannerwurf im zimmer auf und ab ihr blick fiel auf den tisch wo eine abschrift des sektionsprotokolls lag es ging daraus hervor dass man nach dem tode caspars die seitenwand seines herzens ganz durchstochen gefunden hatte klara nahm das papier mit beiden händen und zerknitterte es in ihren fäusten was fruchtet aller schmerz und reue man kann nicht die gewesenen aus luft zurückgestalten man kann der erde nicht ihre beute abfordern tränen beruhigen aber diese trauernde hatte keine tränen mehr für sie waren keine sterne mehr kein glanz des himmels für sie wuchs kein gras mehr duftete keine blume mehr ihr schmeckte der tag nicht mehr und die nacht nicht mehr für sie hatte sich alles menschen treiben ja selbst das schaffen der elemente in eine einzige düstere wolke von nie wieder gut zu machender schuld zusammengeballt es mochte eine halbe stunde verflossen sein als klara wieder herabkam sie blieb ganz dicht vor dem lehrer stehen und während sie ihn mit weit aufgeschlagenen augen ansah sagte sie bebend und kalt mörder dies war für quandt etwa so wie wenn man ihm einen schwefelbrand unter die nase gehalten hätte es lässt sich denken der wackere mann war vollkommen ahnungslos im schlafrock gesticktem hauskäppchen und mit schlappschuhen an den füßen wartet er daß der ungebetene gast sein haus wieder verlasse und da fällt ein wort wie es nicht einmal ein böser traum erzeugen kann das weib ist wahnsinnig ich werde sie zur rechenschaft ziehen tobte er noch im bette klara wohnte bei imhoffs sie fand die freundin noch auf frau von imhoff sagte ihr daß man morgen auf dem kirchhof gehen wolle weil das kreuz auf kaspar hausers grab errichtet werde frau von imhoff empfand klaras schweigsamkeit wie einen albdruck und erzählte erzählte vieles von kaspar vieles von denen die um ihn waren quandt wolle ein buch schreiben worin er haarklein nachzuweisen gedenke daß kaspar ein betrüger gewesen daß hickel den dienst quittiert habe und aus ansbach wegziehe wohin wüsse niemand daß alle bemühungen dem furchtbaren verbrechen auf den grund zu kommen vergeblich gewesen seien klara blieb wie aus stein als sie sich für die nacht trennten sagte sie leise und mit unheimlicher sanftmut auch du bist seine mörderin frau von imhoff prallte zurück doch klara fuhr ebenso leise und sanft fort weißt du es denn nicht willst du es nicht wissen versteckst du dich vor der wahrheit wie kein vor gottes ruf weißt du denn nicht wer er war glaubst du denn daß die welt immer und ewig darüber schweigen wird so wie sie jetzt schweigt er wird auferstehen bettine er wird uns zur rechenschaft fordern und unseren namen mit schmach bedecken er wird das gewissen der nachgeborenen vergiften er wird so mächtig im tode sein als er ohnmächtig im leben war die sonne bringt es an den tag darauf verließ klara das zimmer ruhig wie ein schatten am anderen morgen ging sie früh vom hause fort sie besuchte ihren türmer auf der johanniskirche saß lange oben auf der steinbank in der schmalen galerie und blickte weit über die winterliche ebene sie sah aber nicht schnee sie sah nur vergossenes blut sie sah nicht das land sie sah nur ein durchstochenes herz dann schlug sie den weg nach dem kirchhof ein der toten gräber führte sie zum grab eben kamen zwei arbeiter und lehnten ein hölzernes kreuz gegen den stamm einer trauerweide nach wenigen minuten erschien der pfarrer fuhrmann er erkannte klara und grüßte sie ernst und höflich sie ohne zu danken schaute an ihm vorüber ihr blick streifte den mit schmutzigem schnee bedeckten grabhügel und die arbeiter die jetzt das kreuz zu häupten des grabes einrammten auf einem großen herzförmigen schild das inmitten des grabkreuzes befestigt war standen in weißen lettern die worte sie las es schlug die hände vors gesicht und brach in ein gellend wehes gelächter aus jählings wurde sie aber wieder ganz still sie drehte sich gegen den pfarrer um und rief ihm zu mörder in diesem augenblick kamen vom hauptpfad her einige leute die der zeremonie der kreuzaufstellung hatten beiwohnen wollen herr und frau von imhoff herr von sticherner medizinalrat albert der hofrat hoffmann quant und seine frau sie sahen den pfarrer bleich und aufgeregt und der eindruck eines jeden war daß etwas schlimmes vor sich gehe frau von imhoff voller ahnung eilte auf ihre freundin zu und umschlang sie mit den armen aber mit verwilderten gebärden machte sich klara los stürzte der gruppe der nahenden entgegen und schrie mit durchdringender stimme mörder seid ihr mörder 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 nun rannte sie an ihnen vorbei auf die straße hinaus wo sich alsbald viele menschen um sie versammelten und schrie schrie endlich wurde sie von einigen männern umringt und am weiterlaufen verhindert band hatte wieder einmal recht behalten sie war wahnsinnig geworden noch am selben tag wurde sie in eine anstalt gebracht mit der zeit verging die raserei aber ihr geist blieb umnachtet sehr zu herzen war der auftritt am grabe dem pfarrer vormann gegangen er wollte sich nicht zufrieden geben wenn man ihm vorhielt daß es doch eine irre gewesen die so gehandelt noch vor seinem kurz darauf erfolgten ableben sagte er zu frau von imhoff die ihn besuchte mich freut die welt nicht mehr warum klagte sie mich an mich gerade mich ich hab ihn ja lieb gehabt den hauser die unglückliche erwiderte frau von imhoff leise an liebe allein hatte sie nicht genug ich trage keine schuld fuhr der alte mann fort oder doch nicht mehr als dem sterblichen leib überhaupt zukommt schuldig sind alle die wir da wandeln aus schuld keimt leben sonst hätte unser stammvater im paradies nicht sündigen dürfen auch unseren hingeschiedenen freund kann ich nicht freisprechen was hat es ihm gefrommt das träumen über seine herkunft wo verrat von allen lippen quillt flieht der tüchtige in den kreis fruchtbarer neigungen aber schwärmer hören nur sich selbst unschuldig meine beste unschuldig ist nur gott herr gnade meiner seele und der des edlen caspar hauser enigma sui temporis